Also wenn da irgendwo in der Kiste jemand liegen würde, das würde sofort auffallen. Also dass er hier wirklich rauskommen könnte, das halte ich für illusorisch. Aber natürlich stellt sich vor allem die Frage, wie es auch um die Sicherheit des Personals in der Anstalt bestellt ist. Wenn es also möglich ist, solche Teile in die Anstalt zu schmuggeln, und da brauchen wir uns nichts vormachen, in jede JVA kommen auf unterschiedlichen Wegen Teile hinein. Aber wenn die selbst so sicherheitsrelevant sind, dass sie eben zum Waffenbau reichen, dann muss man sich hier ein paar Gedanken über die Strukturen machen. Das versucht man zu ermitteln. Es werden jetzt alle Videos ausgewertet. Es werden Gespräche mit allen geführt, die hier beteiligt waren. Und klar ist auch erst mal als Konsequenz, dass er verlegt werden wird. Das ist ein üblicher Vorgang. Also wenn es in einer JVA zu einer Geiselnahme gekommen ist, dann wird der Täter in eine andere JVA verlegt. In diesem Fall sind Anstalten in Bayern und in Nordrhein-Westfalen im Gespräch. Lutz, danke dir für diese Informationen. Direkt vor die JVA in Burg. Leonie van Rando, zugeschaltet aus dem Bundestag heute Abend. Leonie, wie reagiert denn das politische Berlin auf die Geiselnahme? Wir haben es schon ganz kurz gehört. Unter anderem hat sich die Bundesinnenministerin zu Wort gemeldet. Aber es gibt noch weitere Stimmen. So ist es. Und wir wollen doch direkt einmal nachfragen hier bei Thomas Heilmann, CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Justizsenator hier in Berlin. Guten Abend, Herr Heilmann. Guten Abend. Zunächst also die Frage, die sich jetzt jeder stellt. Wie konnte das passieren, eine Geiselnahme in einer JVA bei einem solchen Schwerstkriminellen? Haben Sie darauf eine Antwort, wie sowas möglich sein kann? Na ja, die Gefängnisse sitzen ja nun per Definition immer kriminelle, die auch, wie ich aus meiner eigenen Amtszeit war, sich immer wieder kriminelle Dinge ausdenken. Dennoch ist das ein ziemlich einzigartiger Vorgang, dass es eine Geiselnahme gibt und man sich offensichtlich eine selbst gebastelte Waffe, ich weiß das alles nicht aus erster Hand, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, nehmen kann. Das wird sicher einer Aufklärung bedürfen. Sie sprechen es gerade an. Möglicherweise hat es hier also eine selbstgebaute Waffe gegeben. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie wird denn überprüft, was in so einer Gefängniszelle sein darf an Gegenständen? Erzählen Sie uns ein bisschen genauer sozusagen, was darf ein solcher Gefangener besitzen? Was darf da reinkommen in die Zelle? Was könnte möglicherweise auch auf illegalem Weg in so eine Gefängniszelle gelangen, in einem Hochsicherheitstrakt wie dieser JVA Burg? Also natürlich darf das nicht so sein, das ist unbestreitbar so. Nun befinden sich in Haftzellen immer wieder Dinge, die da nicht hingehören, allen voran Handys. Davon finden wir mehrere tausend in Deutschland jedes Jahr. Und das sind die, die wir finden und von der Zahl derer, die wir nicht finden, wissen wir nicht. Es gibt viele Wege, wie man das versucht reinzuschmuggeln. Es gibt immer wieder leider auch Mitarbeiter, die sich erpressen lassen und so etwas machen. Es gibt auch Rechtsanwälte, die da beibehilflich sind. Das sind natürlich immer die Ausnahmen von der Regel, aber diese Ausnahmen gibt es leider. Wie das da im konkreten Fall passiert ist, weiß ich nicht. Ist jeweils ein ungeheuerlicher Vorgang. Sie sprechen es gerade also an, dass möglicherweise da eben auch ein Behördenversagen, also beispielsweise erpressbare Mitarbeiter eine Rolle spielen könnten. Nun wollen wir da nicht spekulieren, aber ganz grundsätzlich, wer trägt denn die Verantwortung, wenn so etwas schief geht, in einem derartigen Hochsicherheitstrakt mit einem solchen Schwerstkriminellen? Ja, das kommt natürlich auf die Aufklärung an, was jetzt eigentlich schief gegangen ist. Wenn jetzt ein einzelner Mitarbeiter erpressbar sein sollte, nur um jetzt mal das anfassbar zu machen, das aber gibt keinen Indiz, dass ich dafür habe, dann ist das ja kein Behördenversagen, sondern eine individuelle Schuld, die es nun mal bei Menschen gibt. Aber da ich nicht die leiseste Vorstellung habe, wie das nun genau passiert ist, muss man, glaube ich, erst den Sachverhalt aufklären und dann sagen, wer könnte denn dafür gegebenenfalls auch verantwortlich sein. Vielleicht können Sie uns erklären, wie also Schwerstverbrecher untergebracht sind im Vergleich zu, in Anführungsstrichen, normalen Verbrechern, also eben der Attentäter von Halle im Vergleich zu jemandem, der ein geringeres Strafmaß hat. Was gibt es da für besondere Sicherheitsvorkehrungen? Da gibt es ein gestuftes Verfahren. Normalerweise haben Gefangene einen Rechtsanspruch auf eine Einzelzelle. Es gibt aber dann Fälle, dass man jemanden dazulegt. Es gibt auch überwachte Hafträume, wo sozusagen 24 Stunden am Tag immer jemand so in der Nähe ist, dass er in die Zelle hineingucken kann. Das unterliegt übrigens alles der richterlichen Kontrolle. Das heißt, das kann nicht einfach so angeordnet werden, sondern es braucht immer im Einzelfall Indizien dafür, dass ein Täter besonders gefährlich ist oder, was auch sehr häufig vorkommt, selbstmordgefährdet ist. Auch dann wird er überwacht. Es gibt einzelne Ausnahmefälle, da werden die sogar angeschnallt, weil sie sich so selbstgefährdend verhalten. In dem konkreten Einzelfall kann ich dazu natürlich gar nicht sagen. Sie waren selber Justizsenator hier in Berlin. In ihrer Amtszeit ist ja auch der Fluchtversuch oder die Flucht zweier Häftlinge aus der JVA in Moabit gefallen. Was läuft grundsätzlich schief in deutschen Gefängnissen, dass so etwas eben möglich ist, obwohl man eben versucht, natürlich das zu verhindern? Ganz generell im internationalen Vergleich steht Deutschland auch in den Jahren, nachdem ich jetzt Justizsenator war und keine Verantwortung mehr trage, nicht so schlecht da. Ja, jedes System hat auch mal eine Schwäche. Aber bisher gelingt es auch in den beiden Fällen, die Sie angesprochen haben, die in meiner Amtszeit waren, sind beide Flüchtigen dann wieder gefasst worden. Also in der Regel ist eine Flucht aus einem Gefängnis, jedenfalls aus einem geschlossenen Vollzug, nicht erfolgreich. Vielen Dank Ihnen, Herr Heilmann, für diese Einblicke. Der ehemalige Justizsenator in Berlin, Thomas Heilmann, er sagt eben nochmal, man muss natürlich abwarten, was jetzt konkret herauskommt. Grundsätzlich seien deutsche Gefängnisse zwar sicher, aber natürlich kann in Einzelfällen da eben auch immer auftreten, dass beispielsweise Mitarbeiter erpressbar sind. Was aber genau passiert ist, das wird sich eben in den nächsten Tagen, möglicherweise Wochen erst herausstellen. Leonie, ganz herzlichen Dank in den Reichstag und auch für das Gespräch mit dem ehemaligen Justizsenator. Und Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger, die gab sich heute mit Informationen zur Geiselnahme selbst sehr zurückhaltend. In erster Linie ging es ihr darum, alle Beteiligten zu loben. Justizvollzugsbedienstete haben den Gefangenen im inneren Bereich der JVA Burg überwältigt und ihn so dann in einen besonders gesicherten Haftraum verbracht. Dank des wirklich guten Zusammenspiels der Justizvollzugsbediensteten vor Ort ist es gelungen, diese herausfordernde Lage stets unter Kontrolle zu halten. Die wiederkehrenden Übungen dort im Justizvollzug haben sich auch in diesem Fall als äußerst positiv erwiesen. Die Bediensteten waren durchgehend handlungssicher. Zusammen mit meiner Kollegin Franka Lefeld habe ich heute mit René Müller über die Geiselnahme selbst und die Situation der Strafvollzugsbediensteten gesprochen. Er zeigte sich überhaupt nicht überrascht, dass es zu einem solchen Vorfall kommen konnte. Gott sei Dank ist es nicht alltäglich, aber es kommt immer wieder vor. Ich habe gerade auch den Bericht Ihres Reporters verfolgt, der dort gleich von Fehlverhalten von den Kolleginnen und Kollegen, übrigens nicht Wärtern, sondern Justizvollzugsbeamten gibt es im Zoo. Wir haben gut ausgebildete Justizvollzugsbeamte und die haben diese Lage offensichtlich auch selbst lösen können und haben sie gut gelöst, denn die Lage wurde noch von eigenen Kräften innerhalb der Justizvollzugsanstalt entschärft und deeskaliert, sodass man dem Geiselnehmer habhaft dort werden konnte, ohne dass wir auswärtige Kräfte brauchen. Ja, das ist der Fall danach. Aber so eine Lage sollte doch gar nicht erst entstehen und insbesondere nicht in einer Justizvollzugsanstalt, die ein Hochsicherheitsgefängnis ist und wie wir gehört haben, technisch eben wirklich so gut gerüstet ist, dass es nicht passieren sollte. Also was ist Ihre Erklärung dafür, dass es zu der Lage überhaupt kam? Leider doch. Leider doch. Selbst in einem Hochsicherheitsgefängnis kann so etwas vorkommen, weil wir die Straftäter ja nicht 24 Stunden rund um die Uhr jeden Tag beobachten können. Das schaffen wir personell gar nicht, aber es ist auch rechtlich gar nicht möglich. Auch da muss man leider, aber es ist so, den Straftätern eine gewisse Privatsphäre zugestehen. Ich gehe davon aus, dass dort zusätzlich Haftraumkontrollen durchgeführt wurden, dass dann natürlich beobachtet wird in seinem ganzen Handeln. Trotzdem ist so eine Situation immer wieder nicht vorhersehbar und kann jederzeit eintreten. Denn Sie müssen sich vorstellen, die Gefangenen sind hinter verschlossenen Türen. Man sieht also vom Flur aus nicht rein in den Haftraum. Wenn man den Haftraum aufmacht und dort steht jemand mit einer selbstgebauten, mit einer Waffe, die unterschiedlich aussieht. Das kann selbst eine Zahnbürste sein, die man zu einer Waffe umfunktionieren kann. Und in diesem Fall wird eine Lage ein, die unsere Kollegen und Kollegen dort nicht vorhersehen können. Sie sprechen jetzt von Privatsphäre und dass man nicht alles einsehen kann. Man muss aber dazu sagen, beim Thema Waffen laut Weltinformationen soll der Insasse ja auch verfügt haben, über ein Messer, über einen Dosenöffner und über eine Bastelschere. Also war man da vielleicht zu naiv ihm gegenüber, ihm solche Gegenstände überhaupt zugänglich zu machen? Da laufen jetzt ja die Ermittlungen des LKA. Ich bin da, gehe davon aus, dass man das genau überprüft. Aber es ist tatsächlich so, dass selbst schwere Gewaltverbrecher und Straftäter im Besitz von Messern sind. Denn womit sollen sie sich sonst das Brot schmieren oder das Steak schneiden, das sie auch bekommen? Wir sind natürlich an diese Messer sind gewisse Anforderungen gestellt, die ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern will. Aber sie sind eben nicht wie ein normales Messer. Aber andere Sachen wie eine Nagelschere. Natürlich bekommen auch diese Menschen eine Nagelschere. Warum denn nicht? Sie müssen sich ja irgendwie auch die Finger schneiden, die Fingernägel schneiden lassen oder selbst schneiden. Dazu bedarf man solcher Utensilien. Und das kann man leider nicht komplett ausschließen. Ich sagte ja, die Gefangenen sind tatsächlich so erfinderisch in bestimmten Bereichen. Die funktionieren kleinste Sachen, um sie als Waffe zu missbrauchen. Es ist also keine Waffe im herkömmlichen Sinn, sondern tatsächlich etwas Selbstgebautes, was Selbstgebasteltes. Ich habe wirklich Verständnis und ich verstehe Sie auch, dass Sie sich vor Ihre Kolleginnen und Kollegen stellen. Und das ist eine schwere Arbeit, eine anspruchsvolle Arbeit in der Justizvollzugsanstalt. Aber nach diesem Fall, mich überrascht auch, dass Sie sagen, ja, das kann einfach so passieren. Müssten nicht doch auch nach diesem Fall, müssten da nicht irgendwelche Konsequenzen gezogen werden? Dann kann die Arbeit nicht doch verbessert werden und die Sicherheit auch Ihrer Kolleginnen und Kollegen? Auf jeden Fall. Da gebe ich Ihnen ja völlig recht, weil ich denke, auch das wird Gegenstand der Ermittlung sein. War ausreichend Personal vor Ort. Das ist immer die größte Frage. Denn das Wichtigste, der wichtigste Aspekt an der Sicherheit ist immer ausreichend und gut geschultes Personal. Es gibt Szenarien, gerade zum Thema Geiselnahme, aber auch in anderen Lagen, die durchgespielt werden, wo unsere Kolleginnen und Kollegen in diesem Fall geschult werden. Ich gehe davon aus, dass das passiert ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die Personalausstattung in der JVA Burg ist. Ich kann Ihnen aber sagen, dass deutschlandweit zwischen 2000, also 2000 Bedienstete fehlen uns garantiert, aber bis zu 3000 Bedienstete in den gesamten Professionen. Und es kann tatsächlich vorkommen, dass in einigen Anstalten, auf einigen Stationen ein Bediensteter für 30, 40 bis zu 70 Personen zuständig ist. Und da ist die Sicherheitslage dann schon massiv gefährdet. Und insofern gehe ich davon aus, dass es hier hoffentlich nicht der Fall war, aber das werden die Ermittlungen ergeben. Herr Müller, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Danke Ihnen nach Hamburg. Polizei und Staatsanwaltschaft haben heute Morgen elf Wohnungen und Räume von Mitgliedern der sogenannten letzten Generationen in mindestens sechs Bundesländer durchsucht. Grund seien mehrere Attacken der Klimaaktivisten auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird ermittelt wegen Störung öffentlicher Betriebe und des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Gruppe selbst sprach von einem Einschüchterungsversuch. Und Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat die Durchsuchungen bei den radikalen Klimaschutzdemonstranten heute unterstützt. Ich will ausdrücklich ebenfalls begrüßen, dass heute Morgen in Deutschland umfassende Hausdurchsuchungen stattgefunden haben gegen die sogenannten Klimaaktivisten, also diejenigen, die sich hier in den letzten Wochen ständig auf Straßen und auf Flughäfen festgeklebt haben. Das hat mit Klimaschutz nichts mehr zu tun. Das sind ebenfalls schwere Straftaten, Eingriffe in den Straßenverkehr, gefährliche Eingriffe in den Luftverkehr, Nötigung, Hausfriedensbruch, Straftatbestände gegen Leib und Leben der Bevölkerung. Auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Das tut er. Ich begrüße das ausdrücklich. Damit ist nicht verbunden eine irgendwie geartete Einschränkung des Demonstrationsrechts. Jeder hat in diesem Land das Recht zu sagen und zu denken, was er will, aber er muss sich dabei an die Regeln unseres Rechtsstaates halten. Und wenn jemand das mit Gewalt nicht mehr tut, dann muss der Staat seinerseits sein Gewaltmonopol anwenden und durchsetzen. Nach der Großrazzia in der Reichsbürgerszene gibt es weitere Erkenntnisse. So sollen bei den Durchsuchungen deutlich mehr Waffen gefunden worden sein als bisher bekannt. Außerdem soll das mutmaßliche Terrornetzwerk sogenannte Heimatschutzkompanien gebildet haben. Nach den Sondersitzungen der Bundestagsausschüsse geht es jetzt darum, was mit Blick auf das Waffen- und Disziplinarrecht geändert werden kann oder muss. Und das Bundesverteidigungsministerium will Soldatinnen und Soldaten mit extremistischer Gesinnung künftig einfacher aus dem Dienst entlassen. Mit der Expertise von Ex-Offizieren und Soldaten des KSK sollte der Umsturz gelingen. Die Reichsbürger gründeten wohl 286 Heimatschutzkompanien. Schießübungen in Bayern sollten auf den Ernst vorbereiten. 93 Waffen wurden bei den Razzien von den Behörden beschlagnahmt. Die Linke fordert die Auflösung der KSK-Elite-Truppe. Und die Bundesregierung will konsequenter gegen rechtsextremistisches Gedankengut in der Truppe vorgehen. Ja, vor allem müssen die Truppengerichte schneller und besser ausgestattet werden. Wir haben das Problem, wenn solche Fälle vorkommen, dass das oft zwei, drei Jahre dauert, bis der Fall zur Verhandlung kommt. Die AfD wird unter Abgeordneten derweil offen als parlamentarischer Arm der Reichsbürgerszene bezeichnet. Leugnen und Kleinreden dagegen beim Pressestatement der Alternative selbst. Es gebe wichtigere Themen. Eine explodierende Kriminalitätsrate, also das Ganze ist etwas, womit sich eigentlich eine Innenministerin beschäftigen sollte und nicht irgendwie mit so einem angestrebten Rollatorputsch. Widerspruch kommt prompt aus der CDU-CSU. Das ist hier kein Spaß, sondern das ist eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit. Ich würde es sehr bedauern, wegen der Nähe einiger AfD-Abgeordneter zu dieser Szene, hier zu einer Verschärfung der Sicherheitsanforderungen im Deutschen Bundestag kommen zu müssen. Die AfD ist bislang vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft worden. Nun werden Forderungen laut sie vom Verfassungsschutz beobachten. Das EU-Parlament hat Vizepräsidentin Kay Lee wegen Korruptionsverdacht abgesetzt. Der 44-jährigen Griechen wird vorgeworfen, Geld vom Emirat Katar angenommen zu haben. Kay Lee bestreitet die Vorwürfe. Bei einer Razzie an ihrer Brüsseler Wohnung am Wochenende sollen säckeweise Bargeld gefunden worden sein, heißt es. Kay Lee sowie drei weitere Verdächtige wurden am Sonntag von den belgischen Behörden in Untersuchungshaft genommen. US-Forschern ist heute eine Sensation, ein historischer Durchbruch bei der Kernfusion gelungen. Sie erzeugten mit einem experimentellen Fusionsreaktor zum ersten Mal mehr Energie, als während des Prozesses verbraucht wurde. Und genau das könnte der erste Schritt sein zu einem Verfahren, mit dem sich eines Tages klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen erzeugen lässt. Peter Handjes berichtet. Was wäre, wenn wir wie die Sonne endlos Energie erzeugen könnten? Diesem Traum sind Forschende der Kalifornischen National Ignition Facility seit mehr als zehn Jahren auf der Spur. Allerdings mussten sie für den Prozess bisher mehr Energie aufwenden, als am Ende dabei herauskam. Doch inzwischen wollen die US-Wissenschaftler das scheinbar Unmögliche geschafft haben, einen Energieüberschuss, wenn auch im Kleinen. Es ist das erste Mal, dass es überhaupt einem Forschungslabor gelungen ist, egal wo auf dieser Welt. Einfach ausgedrückt, es ist eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts. Anders als bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken besteht bei der Kernfusion keine Gefahr eines nuklearen Unfalls. Sie gilt als sauber und sicher und erzeugt mit einem Gramm Brennstoff etwa so viel Energie wie elf Tonnen Kohle. Für ihre Experimente verwendeten die Forscher die stärkste Laseranlage der Welt, um winzige Mengen von Wasserstoff in 100 Millionen Grad heißes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzten 200 Laserstrahlen das Innere eines nur Millimeter großen Behälters und setzten enorme Mengen an Energie und Wärme frei. Auf diese Weise wurde in Kalifornien unterm Strich angeblich 20 Prozent mehr Energie erzeugt als eingespeist. Ich halte das Ergebnis für wissenschaftlich sehr interessant und spannend und es zeigt auch den Weg auf sozusagen Richtung Kernfusion. Ein Durchbruch von der Art, dass man jetzt schon morgen den Kernfusionsreaktor haben würde, ist es nicht. Bis zu einer industriellen und rentablen Nutzung der Kernfusion rechnen auch die US-Wissenschaftler mit weiteren 20 bis 30 Jahren Forschung und Entwicklung. Und so weit das Wichtigste für den Moment. Nachrichten rund um die Uhr immer auch unter www.welz.de. Bleiben Sie auf jeden Fall bei uns. Bleiben Sie auf jeden Fall bei uns. Dienstagabend. Ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Welt. Rassistisch, antisemitisch und menschenfeindlich. So hat sich der Halle-Attentäter 2019 mit seinem Terroranschlag auf die Synagoge gezeigt. Jetzt hat der 30 Jahre alte Stefan Bayer im Hochsicherheitsgefängnis Burg erneut demonstriert, wie gefährlich er ist. Gestern Abend versuchte er auszubrechen und brachte zwei JVA-Bedienstete in seine Gewalt. Nach Weltinformationen unter anderem mit einer selbstgebauten Schusswaffe. Der Fall wird jetzt vom LKA untersucht. Die JVA-Burg ist das größte und modernste Hochsicherheitsgefängnis in Sachsen-Anhalt. Und doch gelang es einem der Insassen, Stefan Bayer, zwei Justizvollzugsbeamte als Geisel zu nehmen. Bedroht sie mit einer selbstgebauten Waffe, will so aus dem Gefängnis ausbrechen. Im Innenbereich der Anstalt ist der Gefangene so dann nicht weiter vorangekommen. Und durch die geschulte Ansprache von Bediensteten ist es gelungen, gegen kurz nach halb zehn den Gefangenen durch Justizvollzugsbedienstete der JVA-Burg zu überwältigen. Dabei wird der 30-Jährige leicht verletzt. Bayer gilt als unkooperativer und schwieriger Häftling. Deutschlandweit wird er als Attentäter von Halle bekannt. Am 9. Oktober 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, versucht er die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelingt, aufs Gelände zu kommen, ermordet er vor der Synagoge eine Passantin und in einem Imbiss einen 20-Jährigen. Bayer wird zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach dem Vorfall fordert Bundesinnenministerin Faeser, die Gefängnisbetreiber auf, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Das ruft diejenigen auf, die Gefängnisse verantworten in Deutschland, auch da nochmal sehr genau hinzugucken. Insbesondere bei so jemandem wie dem Attentäter von Halle, wo wir wissen, dass er schon mal versucht hat, während des Prozesses zu fliehen. Stefan Bayer ist inzwischen in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht worden, wird rund um die Uhr beobachtet. Wie es zu der Geiselnahme kommen konnte, wird jetzt ermittelt. Und Lutz Stordl ist heute Abend direkt vor diesem Hochsicherheitsgefängnis in Burglutz. Die offiziellen Stellen sind ja nach wie vor recht zurückhaltend mit Details. Das LKA aber ermittelt, denn es gibt wirklich viele offene Fragen. Es gibt viele offene Fragen völlig richtig und die sind auch zum jetzigen Zeitpunkt zum Großteil noch offen. Vor allem ist ja im Raum steht, dass dieser Mann in der JVA sich eine schussfähige Waffe gebastelt haben soll. Das ist ein Gerücht im Moment noch. Wir haben keine definitive Bestätigung bislang dafür bekommen. Wir wissen auch nicht, wie dieser waffenähnliche Gegenstand, so soll es wohl in ersten Untersuchungsergebnissen heißen, wie er ausgesehen hat. Er soll aber tatsächlich auch einen Schuss abgegeben haben. Und das muss man sich halt überlegen. Dieser Attentäter, der ja auch schon mit selbst gebastelten Waffen in Halle die Synagoge stören wollte, der hatte also die Möglichkeiten, in diesem Hochsicherheitstrakt wieder eine Waffe zu bauen. Das ist wirklich schwer vorstellbar. Er soll versucht haben, nachdem er einen Wärter als Geißel nehmen konnte, dann seine Flucht aus dieser JVA zu erzwingen. Da muss man dann ganz ehrlich sagen, das ist schwer vorstellbar. Also diese Haftanstalt hier gehört zu den modernsten, die wir in Deutschland haben. Die wurde erst 2009 eingeweiht. Ist technisch, also was die Sicherheit betrifft, auf einem absolut modernen Top-Niveau. Selbst die Eingangstore, also wenn hier ein Auto reinfährt, da werden Herzfrequenzen gemessen. Also wenn da irgendwo in der Kiste jemand liegen würde, das würde sofort auffallen. Also dass er hier wirklich rauskommen könnte, das halte ich für illusorisch. Aber natürlich stellt sich vor allem die Frage, wie es auch um die Sicherheit des Personals in der Anstalt bestellt ist. Wenn es also möglich ist, solche Teile in die Anstalt zu schmuggeln, und da brauchen wir uns nichts vormachen, in jede JVA kommen auf unterschiedlichen Wegen Teile hinein. Aber wenn die selbst so sicherheitsrelevant sind, dass sie eben zum Waffenbau reichen, dann muss man sich hier ein paar Gedanken über die Strukturen machen. Das versucht man zu ermitteln. Es werden jetzt alle Videos ausgewertet, es werden Gespräche mit allen geführt, die hier beteiligt waren. Und klar ist auch erst mal als Konsequenz, Entschuldigung, dass er verlegt werden wird. Das ist ein üblicher Vorgang. Also wenn es in einer JVA zu einer Geiselnahme gekommen ist, dann wird der Täter in eine andere JVA verlegt. In diesem Fall sind Anstalten in Bayern und in Nordrhein-Westfalen im Gespräch. Lutz, danke dir für diese Informationen. Direkt vor die JVA in Burg. Leonie van Rando, zugeschaltet aus dem Bundestag heute Abend. Leonie, wie reagiert denn das politische Berlin auf die Geiselnahme? Wir haben es schon ganz kurz gehört. Unter anderem hat sich die Bundesinnenministerin zu Wort gemeldet. Aber es gibt noch weitere Stimmen. So ist es. Und wir wollen doch direkt einmal nachfragen hier bei Thomas Heilmann, CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Justizsenator hier in Berlin. Guten Abend, Herr Heilmann. Guten Abend. Zunächst also die Frage, die sich jeder stellt. Wie konnte das passieren, eine Geiselnahme in einer JVA bei einem solchen Schwerstkriminellen? Haben Sie darauf eine Antwort, wie so etwas möglich sein kann? Na ja, die Gefängnisse sitzen ja nun per Definition immer kriminelle, die auch, wie ich aus meiner eigenen Amtszeit war, sich immer wieder kriminelle Dinge ausdenken. Dennoch ist das ein ziemlich einzigartiger Vorgang, dass es eine Geiselnahme gibt und man sich offensichtlich eine selbst gebastelte Waffe, ich weiß das alles nicht aus erster Hand, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, nehmen kann. Das wird sicher einer Aufklärung bedürfen. Sie sprechen es gerade an, möglicherweise hat es hier also eine selbstgebaute Waffe gegeben. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie wird denn überprüft, was in so einer Gefängniszelle sein darf an Gegenständen? Erzählen Sie uns ein bisschen genauer sozusagen, was darf ein solcher Gefangener besitzen? Was darf da reinkommen in die Zelle? Was könnte möglicherweise auch auf illegalem Weg in so eine Gefängniszelle gelangen, in einem Hochsicherheitstrakt wie dieser JVA Burg? Natürlich darf das nicht so sein, das ist unbestreitbar so. Nun befinden sich in Haftzellen immer wieder Dinge, die da nicht hingehören, allen voran Handys. Davon finden wir mehrere tausend in Deutschland jedes Jahr und das sind die, die wir finden. Und von der Zahl derer, die wir nicht finden, wissen wir nicht. Es gibt viele Wege, wie man das versucht reinzuschmuggeln. Es gibt immer wieder leider auch Mitarbeiter, die sich erpressen lassen und so etwas machen. Es gibt auch Rechtsanwälte, die da beibehilflich sind. Das sind natürlich immer die Ausnahmen von der Regel, aber diese Ausnahmen gibt es leider. Wie das da im konkreten Fall passiert ist, weiß ich nicht. Ist jeweils ein ungeheuerlicher Vorgang. Sie sprechen es gerade also an, dass möglicherweise da eben auch ein Behördenversagen, also beispielsweise erpressbare Mitarbeiter, eine Rolle spielen könnten. Nun wollen wir da nicht spekulieren, aber ganz grundsätzlich, wer trägt denn die Verantwortung, wenn so etwas schief geht in einem derartigen Hochsicherheitstrakt mit einem solchen Schwerstkriminellen? Ja, das kommt natürlich auf die Aufklärung an, was jetzt eigentlich schief gegangen ist. Wenn jetzt ein einzelner Mitarbeiter erpressbar sein sollte, nur um jetzt mal das anfassbar zu machen, das aber gibt keinen Indiz, dass ich dafür habe, dann ist das ja kein Behördenversagen, sondern eine individuelle Schuld, die es nun mal bei Menschen gibt. Aber da ich nicht die leiseste Vorstellung habe, wie das nun genau passiert ist, muss man, glaube ich, erst den Sachverhalt aufklären und dann sagen, wer könnte denn dafür gegebenenfalls auch verantwortlich sein. Vielleicht können Sie uns erklären, wie also Schwerstverbrecher untergebracht sind im Vergleich zu, in Anführungsstrichen, normalen Verbrechern, also eben der Attentäter von Halle im Vergleich zu jemandem, der ein geringeres Strafmaß hat. Was gibt es da für besondere Sicherheitsvorkehrungen? Da gibt es ein gestuftes Verfahren. Normalerweise haben Gefangene einen Rechtsanspruch auf eine Einzelzelle. Es gibt aber dann Fälle, dass man jemanden dazulegt. Es gibt auch überwachte Hafträume, wo sozusagen 24 Stunden am Tag immer jemand so in der Nähe ist, dass er in die Zelle hineingucken kann. Das unterliegt demnächst alles der richterlichen Kontrolle. Das heißt, das kann nicht einfach so angeordnet werden, sondern es braucht immer im Einzelfall Indizien dafür, dass ein Täter besonders gefährlich ist oder, was auch sehr häufig vorkommt, selbstmordgefährdet ist. Auch dann wird er überwacht. Es gibt einzelne Ausnahmefälle, da werden die sogar angeschnallt, weil sie sich so selbstgefährdend verhalten. In dem konkreten Einzelfall kann ich dazu natürlich gar nicht sagen. Sie waren selber Justizsenator hier in Berlin. In Ihrer Amtszeit ist ja auch der Fluchtversuch oder die Flucht zweier Häftlinge aus der JVA in Moabit gefallen. Was läuft grundsätzlich schief in deutschen Gefängnissen, dass so etwas eben möglich ist, obwohl man eben versucht, natürlich das zu verhindern? Ja, ganz generell im internationalen Vergleich steht Deutschland auch in den Jahren, nachdem ich jetzt Justizsenator war und keine Verantwortung mehr trage, nicht so schlecht da. Jedes System hat auch mal eine Schwäche. Aber bisher gelingt es auch in den beiden Fällen, die Sie angesprochen haben, die in meiner Amtszeit waren, sind beide Flüchtigen dann wieder gefasst worden. Also in der Regel ist eine Flucht aus einem Gefängnis, jedenfalls aus einem geschlossenen Vollzug, nicht erfolgreich. Vielen Dank Ihnen, Herr Heilmann, für diese Einblicke. Der ehemalige Justizsenator in Berlin, Thomas Heilmann, er sagt eben noch mal, man muss natürlich abwarten, was jetzt konkret herauskommt. Grundsätzlich seien deutsche Gefängnisse zwar sicher, aber natürlich kann in Einzelfällen da eben auch immer auftreten, dass beispielsweise Mitarbeiter erpressbar sind. Und was aber genau passiert ist, das wird sich eben in den nächsten Tagen, möglicherweise Wochen erst herausstellen. Leonie, ganz herzlichen Dank in den Reichstag und auch für das Gespräch mit dem ehemaligen Justizsenator. Und Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger, die gab sich heute mit Informationen zur Geiselnahme selbst sehr zurückhaltend. In erster Linie ging es ihr darum, alle Beteiligten zu loben. Justizvollzugsbedienstete haben den Gefangenen im inneren Bereich der JVA Burg überwältigt und ihn so dann in einen besonders gesicherten Haftraum verbracht. Dank des wirklich guten Zusammenspiels der Justizvollzugsbediensteten vor Ort ist es gelungen, diese herausfordernde Lage stets unter Kontrolle zu halten. Die wiederkehrenden Übungen dort im Justizvollzug haben sich auch in diesem Fall als äußerst positiv erwiesen. Die Bediensteten waren durchgehend handlungssicher. Tja, zusammen mit meiner Kollegin Franka Lefeld habe ich heute mit René Müller über die Geiselnahme selbst und die Situation der Strafvollzugsbediensteten gesprochen. Er zeigte sich überhaupt nicht überrascht, dass es zu einem solchen Vorfall kommen konnte. Gott sei Dank ist es nicht alltäglich, aber es kommt immer wieder vor. Und ich kann insofern, ich habe gerade auch den Bericht Ihres Reporters verfolgt, der dort gleich von Fehlverhalten von den Kolleginnen und Kollegen übrigens nicht wert hat, sondern Justizvollzugsbeamtenwärten gibt es im Zoo. Wir haben gut ausgebildete Justizvollzugsbeamte und die haben diese Lage offensichtlich auch selbst lösen können und haben sie gut gelöst. Denn die Lage wurde noch von eigenen Kräften innerhalb der Justizvollzugsanstalt entschärft und deeskaliert, sodass man dem Geiselnehmer habhaft dort werden konnte, ohne dass wir auswärtige Kräfte brauchen. Ja, das ist der Fall danach. Aber so eine Lage sollte doch gar nicht erst entstehen und insbesondere nicht in einer Justizvollzugsanstalt, die ein Hochsicherheitsgefängnis ist und wie wir gehört haben, technisch eben wirklich so gut gerüstet ist, dass es nicht passieren sollte. Also was ist Ihre Erklärung dafür, dass es zu der Lage überhaupt kam? Leider doch. Leider doch. Selbst in einem Hochsicherheitsgefängnis kann so etwas vorkommen, weil wir die Straftäter ja nicht 24 Stunden rund um die Uhr jeden Tag beobachten können. Das schaffen wir personell gar nicht. Aber es ist auch rechtlich gar nicht möglich. Auch da muss man leider, aber es ist so, den Straftätern eine gewisse Privatsphäre zugestehen. Es gehe davon aus, dass dort zusätzlich Haftraumkontrollen durchgeführt wurden, dass dann natürlich beobachtet wird in seinem ganzen Handeln. Trotzdem ist so eine Situation immer wieder nicht vorhersehbar und kann jederzeit eintreten. Denn Sie müssen sich vorstellen, die Gefangenen sind hinter verschlossenen Türen. Man sieht also vom Flur aus nicht rein in den Haftraum. Wenn man den Haftraum aufmacht und dort steht jemand mit einem selbstgebauten, mit einer Waffe, die unterschiedlich aussieht. Das kann selbst eine Zahnbürste sein, die man zu einer Waffe umfunktionieren kann. Und in diesem Fall wird eine Lage ein, die unsere Kollegen und Kollegen dort nicht vorhersehen können. Sie sprechen jetzt von Privatsphäre und dass man nicht alles einsehen kann. Man muss aber dazu sagen, beim Thema Waffen laut Weltinformationen soll der Insasse ja auch verfügt haben, über ein Messer, über einen Dosenöffner und über eine Bastelschere. Also war man da vielleicht zu naiv ihm gegenüber, ihm solche Gegenstände überhaupt zugänglich zu machen? Da laufen jetzt ja die Ermittlungen des LKA. Ich gehe davon aus, dass man das genau überprüft. Aber es ist tatsächlich so, dass selbst schwere Gewaltverbrecher und Straftäter in Besitz von Messern sind, denn womit sollen sie sich sonst das Brot schmieren oder das Steak schneiden, das sie auch bekommen. Wir sind natürlich an diese Messer sind gewisse Anforderungen gestellt, die ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern will, aber sie sind eben nicht wie ein normales Messer. Aber andere Sachen wie eine Nagelschere. Natürlich bekommen auch diese Menschen eine Nagelschere. Warum denn nicht? Sie müssen sich ja irgendwie auch die Finger schneiden, die Fingernägel schneiden lassen oder selbst schneiden. Dazu bedarf man solcher Utensilien. Und das kann man leider nicht komplett ausschließen. Ich sagte ja, die Gefangenen sind tatsächlich so erfinderisch in bestimmten Bereichen, die funktionieren kleinste Sachen, um sie als Waffe zu missbrauchen. Es ist also keine Waffe im herkömmlichen Sinn, sondern tatsächlich etwas Selbstgebautes, was selbst gebasteltes. Ich habe wirklich Verständnis und ich verstehe Sie auch, dass Sie sich vor Ihren Kolleginnen und Kollegen stellen. Und das ist eine schwere Arbeit, eine anspruchsvolle Arbeit in der Justizvollzugsanstalt. Aber nach diesem Fall, mich überrascht auch, dass Sie sagen, ja, das kann einfach so passieren. Müsste nicht doch auch nach diesem Fall, müssten da nicht irgendwelche Konsequenzen gezogen werden? Kann die Arbeit nicht doch verbessert werden? Und die Sicherheit auch Ihrer Kolleginnen und Kollegen? Auf jeden Fall. Da gebe ich Ihnen ja völlig recht. Weil ich denke, auch das wird Gegenstand der Ermittlung sein. War ausreichend Personal vor Ort. Das ist immer die größte Frage. Denn der wichtigste Aspekt an der Sicherheit ist immer ausreichend und gut geschultes Personal. Es gibt Szenarien, gerade zum Thema Geiselnahme, aber auch in anderen Lagen, die durchgespielt werden, wo unsere Kolleginnen und Kollegen in diesem Fall geschult werden. Ich gehe davon aus, dass das passiert ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die Personalausstattung in der JVA Burg ist. Ich kann Ihnen aber sagen, dass deutschlandweit zwischen 2000, also 2000 Bedienstete fehlen uns garantiert, aber bis zu 3000 Bedienstete in den gesamten Professionen. Und es kann tatsächlich vorkommen, dass in einigen Anstalten, auf einigen Stationen, ein Bediensteter für 30, 40 bis zu 70 Personen zuständig ist. Und da ist die Sicherheitslage dann schon massiv gefährdet. Und insofern gehe ich davon aus, dass das hier hoffentlich nicht der Fall war, aber das werden die Ermittlungen ergeben. Herr Müller, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Danke Ihnen nach Hamburg. Polizei und Staatsanwaltschaft haben heute Morgen elf Wohnungen und Räume von Mitgliedern der sogenannten letzten Generation in mindestens sechs Bundesländer durchsucht. Grund seien mehrere Attacken der Klimaaktivisten auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird ermittelt wegen Störung öffentlicher Betriebe und des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Gruppe selbst sprach von einem Einschüchterungsversuch. Und Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat die Durchsuchungen bei den radikalen Klimaschutzdemonstranten heute unterstützt. Ich will ausdrücklich ebenfalls begrüßen, dass heute Morgen in Deutschland umfassende Hausdurchsuchungen stattgefunden haben gegen die sogenannten Klimaaktivisten. Also diejenigen, die sich hier in den letzten Wochen ständig auf Straßen und auf Flughäfen festgeklebt haben. Das hat mit Klimaschutz nichts mehr zu tun. Das sind ebenfalls schwere Straftaten. Eingriffe in den Straßenverkehr, gefährliche Eingriffe in den Luftverkehr, Nötigung, Hausfriedensbruch, Straftatbestände gegen Leib und Leben der Bevölkerung. Auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Das tut er. Ich begrüße das ausdrücklich. Damit ist nicht verbunden eine irgendwie geartete Einschränkung des Demonstrationsrechts. Jeder hat in diesem Land das Recht zu sagen und zu denken, was er will. Aber er muss sich dabei an die Regeln unseres Rechtsstaates halten. Und wenn jemand das mit Gewalt nicht mehr tut, dann muss der Staat seinerseits sein Gewaltmonopol anwenden und durchsetzen. Nach der Großrazzia in der Reichsbürgerszene gibt es weitere Erkenntnisse. So sollen bei den Durchsuchungen deutlich mehr Waffen gefunden worden sein als bisher bekannt. Außerdem soll das mutmaßliche Terrornetzwerk sogenannte Heimatschutzkompanien gebildet haben. Nach den Sondersitzungen der Bundestagsausschüsse geht es jetzt darum, was mit Blick auf das Waffen- und Disziplinarrecht geändert werden kann oder muss. Und das Bundesverteidigungsministerium will Soldatinnen und Soldaten mit extremistischer Gesinnung künftig einfacher aus dem Dienst entlassen. Mit der Expertise von Ex-Offizieren und Soldaten des KSK sollte der Umsturz gelingen. Die Reichsbürger gründeten wohl 286 Heimatschutzkompanien. Schießübungen in Bayern sollten auf den Ernst vorbereiten. 93 Waffen wurden bei den Razzien von den Behörden beschlagnahmt. Die Linke fordert die Auflösung der KSK-Elite-Truppe. Und die Bundesregierung will konsequenter gegen rechtsextremistisches Gedankengut in der Truppe vorgehen. Ja, vor allen Dingen müssen die Truppengerichte schneller und besser ausgestattet werden. Wir haben das Problem, wenn solche Fälle vorkommen, dass das oft zwei, drei Jahre dauert, bis der Fall zur Verhandlung kommt. Die AfD wird unter Abgeordneten derweil offen als parlamentarischer Arm der Reichsbürgerszene bezeichnet. Leugnen und Kleinreden dagegen beim Pressestatement der Alternative selbst. Es gebe wichtigere Themen. Eine explodierende Kriminalitätsrate. Also das Ganze ist etwas, womit sich eigentlich eine Innenministerin beschäftigen sollte und nicht irgendwie mit so einem angestrebten Rollatorputsch. Widerspruch kommt prompt aus der CDU-CSU. Das ist hier kein Spaß, sondern das ist eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit. Ich würde es sehr bedauern, wegen der Nähe einiger AfD-Abgeordneter zu dieser Szene hier zu einer Verschärfung der Sicherheitsanforderungen im Deutschen Bundestag kommen zu müssen. Die AfD ist bislang vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft worden. Nun werden Forderungen laut sie vom Verfassungsschutz beobachten. Das EU-Parlament hat Vizepräsidentin Kay Lee wegen Korruptionsverdacht abgesetzt. Der 44-jährigen Griechen wird vorgeworfen, Geld vom Emirat Katar angenommen zu haben. Kay Lee bestreitet die Vorwürfe. Bei einer Razzia in ihrer Brüsseler Wohnung am Wochenende sollen säckeweise Bargeld gefunden worden sein, heißt es. Kay Lee sowie drei weitere Verdächtige wurden am Sonntag von den belgischen Behörden in Untersuchungshaft genommen. US-Forschern ist heute eine Sensation, ein historischer Durchbruch bei der Kernfusion gelungen. Sie erzeugten mit einem experimentellen Fusionsreaktor zum ersten Mal mehr Energie, als während des Prozesses verbraucht wurde. Und genau das könnte der erste Schritt sein zu einem Verfahren, mit dem sich eines Tages klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen erzeugen lässt. Peter Hantjes berichtet. Was wäre, wenn wir wie die Sonne endlos Energie erzeugen könnten? Diesem Traum sind Forschende der Kalifornischen National Ignition Facility seit mehr als zehn Jahren auf der Spur. Allerdings mussten sie für den Prozess bisher mehr Energie aufwenden, als am Ende dabei herauskam. Doch inzwischen wollen die US-Wissenschaftler das scheinbar Unmögliche geschafft haben, einen Energieüberschuss, wenn auch im Kleinen. Es ist das erste Mal, dass es überhaupt einem Forschungslabor gelungen ist, egal wo auf dieser Welt. Einfach ausgedrückt, es ist eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts. Anders als bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken besteht bei der Kernfusion keine Gefahr eines nuklearen Unfalls. Sie gilt als sauber und sicher und erzeugt mit einem Gramm Brennstoff etwa so viel Energie wie elf Tonnen Kohle. Für ihre Experimente verwendeten die Forscher die stärkste Laseranlage der Welt, um winzige Mengen von Wasserstoff in 100 Millionen Grad heißes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzten 200 Laserstrahlen das Innere eines nur Millimeter großen Behälters und setzten enorme Mengen an Energie und Wärme frei. Auf diese Weise wurde in Kalifornien unterm Strich angeblich 20 Prozent mehr Energie erzeugt als eingespeist. Ich halte das Ergebnis für wissenschaftlich sehr interessant und spannend und es zeigt auch den Weg auf sozusagen Richtung Kernfusion. Ein Durchbruch von der Art, dass man jetzt schon morgen den Kernfusionsreaktor haben würde, ist es nicht. Bis zu einer industriellen und rentablen Nutzung der Kernfusion rechnen auch die US-Wissenschaftler mit weiteren 20 bis 30 Jahren Forschung und Entwicklung. Und soweit das Wichtigste für den Moment. Nachrichten rund um die Uhr immer auch unter www.welt.de. Bleiben Sie auf jeden Fall bei uns. Dienstagabend ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Welt. Und wir beginnen die Sendung ausnahmsweise mit einer wirklich guten Meldung. US-Forscher, nämlich ist heute nach eigenen Angaben ein historischer Durchbruch bei der Kernfusion gelungen. Sie erzeugt mit einem experimentellen Fusionsreaktor zum ersten Mal mehr Energie, als während des Prozesses verbraucht wurde. Und das könnte ein Schritt sein zu einem Verfahren, mit dem sich eines Tages möglicherweise klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen erzeugen lässt. Bitte hand jetzt mit den Einzelheiten. Was wäre, wenn wir wie die Sonne endlos Energie erzeugen könnten? Diesem Traum sind Forschende der Kalifornischen National Ignition Facility seit mehr als zehn Jahren auf der Spur. Allerdings mussten sie für den Prozess bisher mehr Energie aufwenden, als am Ende dabei herauskam. Doch inzwischen wollen die US-Wissenschaftler das scheinbar Unmögliche geschafft haben. Einen Energieüberschuss, wenn auch im Kleinen. Es ist das erste Mal, dass es überhaupt einem Forschungslabor gelungen ist, egal wo auf dieser Welt. Einfach ausgedrückt, es ist eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts. Anders als bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken besteht bei der Kernfusion keine Gefahr eines nuklearen Unfalls. Sie gilt als sauber und sicher und erzeugt mit einem Gramm Brennstoff etwa so viel Energie wie elf Tonnen Kohle. Für ihre Experimente verwendeten die Forscher die stärkste Laseranlage der Welt, um winzige Mengen von Wasserstoff in 100 Millionen Grad heißes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzten 200 Laserstrahlen das Innere eines nur Millimeter großen Behälters und setzten enorme Mengen an Energie und Wärme frei. Auf diese Weise wurde in Kalifornien unterm Strich angeblich 20 Prozent mehr Energie erzeugt als eingespeist. Ich halte das Ergebnis für wissenschaftlich sehr interessant und spannend und es zeigt auch den Weg auf sozusagen Richtung Kernfusion. Ein Durchbruch von der Art, dass man jetzt schon morgen den Kernfusionsreaktor haben würde, ist es nicht. Bis zu einer industriellen und rentablen Nutzung der Kernfusion rechnen auch die US-Wissenschaftler mit weiteren 20 bis 30 Jahren Forschung und Entwicklung. Polizei und Staatsanwaltschaft haben heute Morgen elf Wohnungen und Räume von Mitgliedern der sogenannten letzten Generation in mindestens sechs Bundesländern durchsucht. Grund seien mehrere Attacken der Klimaaktivisten auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird ermittelt wegen Störung öffentlicher Betriebe und des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Gruppe selbst sprach von einem Einschüchterungsversuch. Und Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat heute die Durchsuchungen bei den radikalen Klimaschutzdemonstranten ausdrücklich begrüßt. Ich will ausdrücklich ebenfalls begrüßen, dass heute Morgen in Deutschland umfassende Hausdurchsuchungen stattgefunden haben gegen die sogenannten Klimaaktivisten. Also diejenigen, die sich hier in den letzten Wochen ständig auf Straßen und auf Flughäfen festgeklebt haben. Das hat mit Klimaschutz nichts mehr zu tun. Das sind ebenfalls schwere Straftaten, Eingriffe in den Strafverkehr, gefährliche Eingriffe in den Luftverkehr, Nötigung, Hausfriedensbruch, Straftatbestände gegen Leib und Leben der Bevölkerung. Auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Das tut er. Ich begrüße das ausdrücklich. Damit ist nicht verbunden eine irgendwie geartete Einschränkung des Demonstrationsrechts. Jeder hat in diesem Land das Recht zu sagen und zu denken, was er will. Aber er muss sich dabei an die Regeln unseres Rechtsstaates halten. Und wenn jemand das mit Gewalt nicht mehr tut, dann muss der Staat seinerseits sein Gewaltmonopol anwenden und durchsetzen. Der verurteilte Synagogenattentäter von Halle, Stefan Bayer, hat gestern Abend versucht, aus dem Hochsicherheitsgefängnis Burg bei Magdeburg auszubrechen. Es war bereits ein zweiter Fluchtversuch. Dieses Mal brachte er zwei JVA-Bedienstete in seine Gewalt. Nach Weltinformationen mit einer selbstgebauten Schusswaffe. Bundesinnenministerin Nancy Faeser rief die Verantwortlichen dazu auf, die Sicherheitsmaßnahmen in Justizvollzugsanstalten zu überprüfen. Die JVA Burg ist das größte und modernste Hochsicherheitsgefängnis in Sachsen-Anhalt. Und doch gelang es einem der Insassen, Stefan Bayer, zwei Justizvollzugsbeamte als Geisel zu nehmen. Bedroht sie mit einer selbstgebauten Waffe, will so aus dem Gefängnis ausbrechen. Im Innenbereich der Anstalt ist der Gefangene so dann nicht weiter vorangekommen. Und durch die geschulte Ansprache von Bediensteten ist es gelungen, gegen kurz nach halb zehn, den Gefangenen durch Justizvollzugsbedienstete der JVA Burg zu überwältigen. Dabei wird der 30-Jährige leicht verletzt. Bayer gilt als unkooperativer und schwieriger Häftling. Deutschlandweit wird er als Attentäter von Halle bekannt. Am 9. Oktober 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, versucht er die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelingt, aufs Gelände zu kommen, ermordet er vor der Synagoge eine Passantin und in einem Imbiss einen 20-Jährigen. Bayer wird zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach dem Vorfall fordert Bundesinnenministerin Faeser die Gefängnisbetreiber auf, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Das ruft diejenigen auf, die Gefängnisse verantworten in Deutschland, auch da nochmal sehr genau hinzugucken. Insbesondere bei so jemandem wie dem Attentäter von Halle, wo wir wissen, dass er schon mal versucht hat, während des Prozesses zu fliehen. Stefan Bayer ist inzwischen in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht worden, wird rund um die Uhr beobachtet. Wie es zu der Geiselnahme kommen konnte, wird jetzt ermittelt. Und Lutz Stordl ist heute Abend direkt vor diesem Hochsicherheitsgefängnis in Burglutz. Die offiziellen Stellen sind ja nach wie vor recht zurückhaltend mit Details. Das LKA aber ermittelt, denn es gibt wirklich viele offene Fragen. Es gibt viele offene Fragen, völlig richtig. Und die sind auch zum jetzigen Zeitpunkt zum Großteil noch offen. Vor allem ist ja im Raum steht, dass dieser Mann in der JVA sich eine schussfähige Waffe gebastelt haben soll. Das ist ein Gerücht im Moment noch. Wir haben keine definitive Bestätigung bislang dafür bekommen. Wir wissen auch nicht, wie dieser waffenähnliche Gegenstand, so soll es wohl in ersten Untersuchungsergebnissen heißen, wie er ausgesehen hat. Er soll aber tatsächlich auch einen Schuss abgegeben haben. Und das muss man sich halt überlegen. Dieser Attentäter, der ja auch schon mit selbst gebastelten Waffen in Halle die Synagoge stören wollte, der hatte also die Möglichkeiten, in diesem Hochsicherheitstrakt wieder eine Waffe zu bauen. Das ist wirklich schwer vorstellbar. Er soll versucht haben, nachdem er einen Wärter als Geisel nehmen konnte, dann seine Flucht aus dieser JVA zu erzwingen. Da muss man dann ganz ehrlich sagen, das ist schwer vorstellbar. Also diese Haftanstalt hier gehört zu den modernsten, die wir in Deutschland haben. Die wurde erst 2009 eingeweiht. Ist technisch, also was die Sicherheit betrifft, auf einem absolut modernen Top-Niveau. Selbst die Eingangstore, also wenn hier ein Auto reinfährt, da werden Herzfrequenzen gemessen. Also wenn da irgendwo in der Kiste jemand liegen würde, das würde sofort auffallen. Also dass er hier wirklich rauskommen könnte, das halte ich für illusorisch. Aber natürlich stellt sich vor allem die Frage, wie es auch um die Sicherheit des Personals in der Anstalt bestellt ist. Wenn es also möglich ist, solche Teile in die Anstalt zu schmuggeln, und da brauchen wir uns nichts vormachen, in jede JVA kommen auf unterschiedlichen Wegen Teile hinein. Aber wenn die selbst so sicherheitsrelevant sind, dass sie eben zum Waffenbau reichen, dann muss man sich hier ein paar Gedanken über die Strukturen machen. Das versucht man zu ermitteln. Es werden jetzt alle Videos ausgewertet. Es werden Gespräche mit allen geführt, die hier beteiligt waren. Und klar, auch erst mal als Konsequenz, Entschuldigung, dass er verlegt werden wird. Das ist ein üblicher Vorgang. Also wenn es in einer JVA zu einer Geiselnahme gekommen ist, dann wird der Täter in eine andere JVA verlegt. In diesem Fall sind Anstalten in Bayern und in Nordrhein-Westfalen im Gespräch. Lutz, danke dir für diese Informationen. Direkt vor die JVA in Burg. Leonie van Rando, zugeschaltet aus dem Bundestag heute Abend. Leonie, wie reagiert denn das politische Berlin auf die Geiselnahme? Wir haben es schon ganz kurz gehört. Unter anderem hat sich die Bundesinnenministerin zu Wort gemeldet. Aber es gibt noch weitere Stimmen. So ist es. Und wir wollen doch direkt einmal nachfragen hier bei Thomas Heilmann, CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Justizsenator hier in Berlin. Guten Abend, Herr Heilmann. Guten Abend. Zunächst also die Frage, die sich jetzt jeder stellt. Wie konnte das passieren, eine Geiselnahme in einer JVA bei einem solchen Schwerstkriminellen? Haben Sie darauf eine Antwort, wie sowas möglich sein kann? Naja, in den Gefängnissen sitzen ja nun per Definition immer Kriminelle, die auch, wie ich aus meiner eigenen Amtszeit war, sich immer wieder kriminelle Dinge ausdenken. Dennoch ist das ein ziemlich einzigartiger Vorgang, dass es eine Geiselnahme gibt und man sich offensichtlich eine selbst gebastelte Waffe, ich weiß das alles nicht aus erster Hand, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, nehmen kann. Das wird sicher einer Aufklärung bedürfen. Sie sprechen es gerade an, möglicherweise hat es hier also eine selbstgebaute Waffe gegeben. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie wird denn überprüft, was in so einer Gefängniszelle sein darf an Gegenständen? Erzählen Sie uns ein bisschen genauer sozusagen, was darf ein solcher Gefangener besitzen? Was darf da reinkommen in die Zelle? Was könnte möglicherweise auch auf illegalem Weg in so eine Gefängniszelle gelangen, in einem Hochsicherheitstrakt wie dieser JVA Burg? Natürlich darf das nicht so sein, das ist unbestreitbar so. Nun befinden sich in Haftzellen immer wieder Dinge, die da nicht hingehören, allen voran Handys, davon finden wir mehrere tausend in Deutschland jedes Jahr und das sind die, die wir finden und von der Zahl derer, die wir nicht finden, wissen wir nicht. Es gibt viele Wege, wie man das versucht reinzuschmuggeln. Es gibt immer wieder leider auch Mitarbeiter, die sich erpressen lassen und so etwas machen. Es gibt auch Rechtsanwälte, die da behilflich sind. Das sind natürlich immer die Ausnahmen von der Regel, aber diese Ausnahmen gibt es leider. Wie das da im konkreten Fall passiert, das weiß ich nicht. Das ist jeweils ein ungeheuerlicher Vorgang. Sie sprechen es gerade also an, dass möglicherweise da eben auch ein Behördenversagen, also beispielsweise erpressbare Mitarbeiter eine Rolle spielen könnten. Nun wollen wir da nicht spekulieren, aber ganz grundsätzlich, wer trägt denn die Verantwortung, wenn so etwas schief geht in einem derartigen Hochsicherheitstrakt mit einem solchen Schwerstkriminellen? Ja, das kommt natürlich auf die Aufklärung an, was jetzt eigentlich schiefgegangen ist. Wenn jetzt ein einzelner Mitarbeiter erpressbar sein sollte, nur um jetzt mal das anfassbar zu machen, das aber gibt kein Indiz, dass ich dafür habe, dann ist das ja kein Behördenversagen, sondern eine individuelle Schuld, die es nun mal bei Menschen gibt. Aber da ich nicht die leiseste Vorstellung habe, wie das nun genau passiert ist, muss man, glaube ich, erst den Sachverhalt aufklären und dann sagen, wer könnte denn dafür gegebenenfalls auch verantwortlich sein. Vielleicht können Sie uns erklären, wie also Schwerstverbrecher untergebracht sind im Vergleich zu, in Anführungsstrichen, normalen Verbrechern, also eben der Attentäter von Halle im Vergleich zu jemandem, der ein geringeres Strafmaß hat. Was gibt es da für besondere Sicherheitsvorkehrungen? Da gibt es ein gestuftes Verfahren. Es gibt, normalerweise sind Gefangene, haben ja einen Rechtsanspruch auf eine Einzelzelle. Es gibt aber dann Fälle, dass man jemanden dazulegt. Es gibt auch überwachte Hafträume, wo sozusagen 24 Stunden am Tag immer jemand so in der Nähe ist, dass er in die Zelle hineingucken kann. Das unterliegt übrigens alles der richterlichen Kontrolle. Das heißt, das kann nicht einfach so angeordnet werden, sondern es braucht immer im Einzelfall Indizien dafür, dass ein Täter besonders gefährlich ist oder, was auch sehr häufig vorkommt, selbstmordgefährdet ist. Auch dann wird er überwacht. Es gibt einzelne Ausnahmefälle, da werden die sogar angeschnallt, weil sie sich so sehr gefährdend verhalten. In dem konkreten Einzelfall kann ich dazu natürlich gar nicht sagen. Sie waren selber Justizsenator hier in Berlin. In Ihrer Amtszeit ist ja auch der Fluchtversuch oder die Flucht zweier Häftlinge aus der JVA in Moabit gefallen. Was läuft grundsätzlich schief in deutschen Gefängnissen, dass so etwas eben möglich ist, obwohl man eben versucht, natürlich das zu verhindern? Ja, ganz generell im internationalen Vergleich steht Deutschland auch in den Jahren, nachdem ich jetzt Justizsenator war und keine Verantwortung mehr trage, nicht so schlecht da. Jedes System hat auch mal eine Schwäche. Aber bisher gelingt es übrigens auch in den beiden Fällen, die Sie angesprochen haben, die in meiner Amtszeit waren, sind beide Flüchtigen dann wieder gefasst worden. Also in der Regel ist eine Flucht aus einem Gefängnis, jedenfalls aus einem geschlossenen Vollzug, nicht erfolgreich. Vielen Dank Ihnen, Herr Heilmann, für diese Einblicke. Der ehemalige Justizsenator in Berlin, Thomas Heilmann, er sagt eben noch mal, man muss natürlich abwarten, was jetzt konkret herauskommt. Grundsätzlich seien deutsche Gefängnisse zwar sicher, aber natürlich kann in Einzelfällen da eben auch immer auftreten, dass beispielsweise Mitarbeiter erpressbar sind. Und was aber genau passiert ist, das wird sich eben in den nächsten Tagen, möglicherweise Wochen erst herausstellen. Leonie, ganz herzlichen Dank in den Reichstag und auch für das Gespräch mit dem ehemaligen Justizsenator. Nach der Großrazzia in der Reichsbürgerszene gibt es weitere Erkenntnisse. So sollen bei den Durchsuchungen deutlich mehr Waffen gefunden worden sein als bisher bekannt. Außerdem soll das mutmaßliche Terrornetzwerk sogenannte Heimatschutzkompanien gebildet haben. Nach den Sondersitzungen der Bundestagsausschüsse geht es nun darum, was mit Blick auf das Waffen- und Disziplinarrecht geändert werden kann oder muss. Das Verteidigungsministerium will Soldatinnen und Soldaten mit extremistischer Gesinnung künftig einfacher aus dem Dienst entlassen. Mit der Expertise von Ex-Offizieren und Soldaten des KSK sollte der Umsturz gelingen. Die Reichsbürger gründeten wohl 286 Heimatschutzkompanien. Schießübungen in Bayern sollten auf den Ernst vorbereiten. 93 Waffen wurden bei den Razzien von den Behörden beschlagnahmt. Die Linke fordert die Auflösung der KSK-Elite-Truppe. Und die Bundesregierung will konsequenter gegen rechtsextremistisches Gedankengut in der Truppe vorgehen. Ja, vor allen Dingen müssen die Truppen schneller und besser ausgestattet werden. Wir haben das Problem, wenn solche Fälle vorkommen, dass das oft zwei, drei Jahre dauert, bis der Fall zur Verhandlung kommt. Die AfD wird unter Abgeordneten derweil offen als parlamentarischer Arm der Reichsbürgerszene bezeichnet. Leugnen und Kleinreden dagegen beim Pressestatement der Alternative selbst. Es gebe wichtigere Themen. Eine explodierende Kriminalitätsrate. Also das Ganze ist etwas, womit sich eigentlich eine Innenministerin beschäftigen sollte und nicht irgendwie mit so einem angestrebten Rollatorputsch. Widerspruch kommt prompt aus der CDU-CSU. Das ist hier kein Spaß, sondern das ist eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit. Ich würde es sehr bedauern, wegen der Nähe einiger AfD-Abgeordneter zu dieser Szene, hier zu einer Verschärfung der Sicherheitsanforderungen im Deutschen Bundestag kommen zu müssen. Die AfD ist bislang vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft worden. Nun werden Forderungen laut, sie vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Laut IFO-Institut haben offenbar einige Unternehmen die Inflation genutzt, um ihre Gewinne deutlich zu steigern. Demnach ist das Ausmaß der Inflation nicht allein durch gestiegene Preise für Energie und Vorleistung unerklärbar. Besonders in den Branchen Bau, Handel, Gastgewerbe, Verkehr sowie in der Land- und Forstwirtschaft seien die Preise deutlich stärker erhöht worden, als es zu erwarten gewesen wäre. Sechseinhalb Jahre nach dem Terroranschlag in Nizza werden heute die Urteile gegen die mutmaßlichen Unterstützer des Attentäters erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert für die sieben angeklagten Männer und eine Frau Haftstrafen zwischen zwei und 15 Jahren, außerdem teils Landesverweise. Die Angeklagten sollen Mitglieder einer terroristischen Vereinigung gewesen sein und bei der Beschaffung von Waffen geholfen haben. Bei dem Terroranschlag 2016 war ein Mann mit einem Lastwagen auf der Promenade in Nizza in eine Menschenmenge gefahren und hatte auf sie geschossen. 86 Menschen starben, mehr als 200 wurden verletzt. Das EU-Parlament hat heute Vizepräsidentin Kay Lee wegen Korruptionsverdacht abgesetzt. Der 44-jährigen Griechin wird vorgeworfen, Geld vom Emirat Katar angenommen zu haben. Kay Lee bestreitet die Vorwürfe. Bei einer Razzia in ihrer Brüsseler Wohnung am Wochenende sollen allerdings säckeweise Bargeld gefunden worden sein. Kay Lee sowie drei weitere Verdächtige wurden vorgestern von den belgischen Behörden in Untersuchungshaft genommen. Die internationale Ukraine-Konferenz in Paris hat Hilfszusagen von gut einer Milliarde Euro erbracht. Die Spenden und Sachmittel sollen ab sofort bis zum Ende des Winters geliefert werden. An dem Treffen in Paris nehmen rund 70 Staaten, internationale Organisationen sowie Vertreter der Europäischen Union teil. Konkret soll die Infrastruktur der Ukraine wieder aufgebaut und aufrechterhalten werden. Priorität haben die Strom- und die Wärmeversorgung. Zur Koordination soll künftig eine Plattform den Bedarf der Ukraine gezielt mit Hilfsangeboten aus den Unterstützerländern zusammenführen. Aus Moskau zugeschaltet, dem kalten Moskau, Christoph Wanner. Christoph Volodymyr Zelensky derzeit zusammen mit auch von solcher Unterstützung bei vielen Treffen präsent. Wladimir Putin dagegen, der hat seine große traditionelle Jahresbilanz-Pressekonferenz aus der ganzen Welt, sind da Medienvertreter dabei, für dieses Jahr komplett abgesagt. Wie bewertest du das? Es gibt erstmal hier die offizielle Aussage dazu von Dmitry Peskov, dem Sprecher von Wladimir Putin. Und der hat lediglich gesagt, dass es dieses Jahr keine große Jahrespressekonferenz des russischen Präsidenten geben wird. Gründe hat er keine genannt. Ich denke, dass das ganz klar zusammenhängt mit dem Krieg in der Ukraine und damit, dass Wladimir Putin einfach unangenehme Fragen vermeiden will. Oder auch vermeiden will, dass es da zu spontanen Protestaktionen des einen oder anderen Journalisten kommen könnte. Da könnte jemand zum Beispiel ein Plakat hochheben, schuldig diesen Krieg. Und dann würde das um die ganze Welt gehen. Das wäre für Russland peinlich. Dann geht das auch noch viral im Internet. Also all das wäre sicherlich der Horror für den Kreml. Und deswegen denke ich, vermeidet man jetzt dieses Risiko. Und hat einfach beschlossen, dieses Jahr keine Jahrespressekonferenz zu machen. Nur um einmal sich die Dimension vorzustellen. Letztes Jahr waren da 507 Journalisten aus der ganzen Welt akkreditiert. Das hat über vier Stunden gedauert. Und über 50 Fragen hat sich da Putin stellen lassen. Und es ist einfach das Risiko enorm groß, dass das alles komplett schief geht im Zusammenhang mit dem Krieg und all den Niederlagen, die Russland da hinnehmen musste. Und da hat man einfach gesagt, nee, das machen wir dieses Jahr nicht. Denn der Krieg geht ja nach wie vor weiter. Und in der Region Bachmut, da versucht die russische Armee derzeit, man hat den Eindruck, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und auch wirklich hohen Verlusten offenbar Geländegewinne zu erzielen. Ja, ist das weniger strategisches Interesse, sondern braucht man da unbedingt vor Jahresende noch einen militärischen Erfolg? Ja, sowohl als auch. Also man braucht unbedingt diesen militärischen Erfolg. Das sehe ich auch so wie du. Ich denke, die Niederlagen der letzten Monate, über die ich ja gerade schon gesprochen habe, die sind einfach ein harter Schlag gewesen, auch für die Moral der Russen. Und da will man natürlich jetzt gerade nochmal zum Jahresende doch einen Erfolg erzielen. Und Bachmut ist eben eine wichtige Stadt für die Russen. Sie nennen sie Artyomovsk. Sie wird seit Monaten attackiert und man kommt da eben immer nur in kleinsten Schritten voran, wie du richtig gesagt hast, sehr verlustreich. Vor allem attackieren da die Wagner-Söldner, diese berüchtigte Söldnergruppe und auch ehemalige russische Strafgefangene, die ja die Wagner-Söldner angeworben haben für Geld und dann auch Straffreiheit, wenn sie ein halbes Jahr an der Seite der russischen Soldaten gekämpft haben. Und das sind dann die Sturmtruppen, die da in die Gefechte geschmissen, geworfen werden. Also das ist sehr verlustreich auf beiden Seiten. Und hat aber auch eine strategische Bedeutung, denn Bachmut ist nicht weit weg von Kramatorsk und von Slavins. Das sind nur 30, 40 Kilometer. Das sind zwei ukrainische Großstädte, die auch in dem Bereich Donetsk liegen. Und diese neuralgischen Städte wollen die Russen natürlich auch haben. Denn man muss immer im Hinterkopf haben, am 30. September hat Russland vier ukrainische Gebiete annektiert. Und dazu gehört natürlich auch Donetsk, genauso wie Lugansk, Saporosche und auch Herson. Und die russische Lesart ist eben, dass das alles jetzt zur russischen Föderation gehört. Der Westen akzeptiert das nicht. Die internationale Staatengemeinschaft akzeptiert das nicht. Aber Tatsache bleibt Tatsache. Und wenn man eben diese vier Gebiete kontrollieren will, muss auch Bachmut eines Tages fallen. Und von daher hat diese Stadt tatsächlich auch strategische Bedeutung. Und Peskov, der Sprecher von Wladimir Putin, hat ja auch gesagt, die Ukraine müsse die Realität anerkennen. Diese vier Gebiete seien nun mal jetzt ein Teil Russlands. Und wenn das nicht anerkannt wird, dann wird es auch keinen Frieden geben. Das hat Peskov erst heute gesagt. Christoph, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung und die Informationen nach Moskau. Und wir sind gleich wieder für Sie da. Blicken auf die Geiselnahme von gestern Abend des Attentäters von Halle und die Reaktionen. In wenigen Augenblicken bleiben Sie bei uns. Und wir sind gleich wieder für Sie. Dienstagabend, ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Welt. Rassistisch, antisemitisch und menschenfeindlich. So hat sich der Halle-Attentäter 2019 mit seinem Terroranschlag auf die Synagoge gezeigt. Jetzt hat der 30 Jahre alte Stefan Bayer im Hochsicherheitsgefängnis Burg erneut demonstriert, wie gefährlich er ist. Gestern Abend versuchte er auszubrechen und brachte zwei JVA-Bedienstete in seine Gewalt. Nach Weltinformationen unter anderem mit einer selbstgebauten Schusswaffe. Der Fall wird jetzt vom LKA untersucht. Die JVA-Burg ist das größte und modernste Hochsicherheitsgefängnis in Sachsen-Anhalt. Und doch gelang es einem der Insassen, Stefan Bayer, zwei Justizvollzugsbeamte als Geisel zu nehmen. Bedroht sie mit einer selbstgebauten Waffe, will so aus dem Gefängnis ausbrechen. Im Innenbereich der Anstalt ist der Gefangene so dann nicht weiter vorangekommen. Und durch die geschulte Ansprache von Bediensteten ist es gelungen, gegen kurz nach halb zehn den Gefangenen durch Justizvollzugsbedienstete der JVA-Burg zu überwältigen. Dabei wird der 30-Jährige leicht verletzt. Bayer gilt als unkooperativer und schwieriger Häftling. Deutschlandweit wird er als Attentäter von Halle bekannt. Am 9. Oktober 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, versucht er die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelingt, aufs Gelände zu kommen, ermordet er vor der Synagoge eine Passantin und in einem Imbiss einen 20-Jährigen. Bayer wird zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach dem Vorfall fordert Bundesinnenministerin Faeser die Gefängnisbetreiber auf, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Das ruft diejenigen auf, die Gefängnisse verantworten in Deutschland, auch da nochmal sehr genau hinzugucken. Insbesondere bei so jemandem wie dem Attentäter von Halle, wo wir wissen, dass er schon mal versucht hat, während des Prozesses zu fliehen. Stefan Bayer ist inzwischen in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht worden, wird rund um die Uhr beobachtet. Wie es zu der Geiselnahme kommen konnte, wird jetzt ermittelt. Und Lutz Stordl ist heute Abend direkt vor diesem Hochsicherheitsgefängnis in Burglutz. Die offiziellen Stellen sind ja nach wie vor recht zurückhaltend mit Details. Das LKA aber ermittelt, denn es gibt wirklich viele offene Fragen. Es gibt viele offene Fragen völlig richtig und die sind auch zum jetzigen Zeitpunkt zum Großteil noch offen. Vor allem ist ja im Raum steht, dass dieser Mann in der JVA sich eine schussfähige Waffe gebastelt haben soll. Das ist ein Gerücht im Moment noch. Wir haben keine definitive Bestätigung bislang dafür bekommen. Wir wissen auch nicht, wie dieser waffenähnliche Gegenstand, so soll es wohl in ersten Untersuchungsergebnissen heißen, wie der ausgesehen hat. Er soll aber tatsächlich auch einen Schuss abgegeben haben. Und das muss man sich halt überlegen. Dieser Attentäter, der ja auch schon mit selbst gebastelten Waffen in Halle die Synagoge stören wollte, der hatte also die Möglichkeiten, in diesem Hochsicherheitstrakt wieder eine Waffe zu bauen. Das ist wirklich schwer vorstellbar. Er soll versucht haben, nachdem er einen Wärter als Geißel nehmen konnte, dann seine Flucht aus dieser JVA zu erzwingen. Da muss man dann ganz ehrlich sagen, das ist schwer vorstellbar. Also diese Haftanstalt hier gehört zu den modernsten, die wir in Deutschland haben. Die wurde erst 2009 eingeweiht. Ist technisch, also was die Sicherheit betrifft, auf einem absolut modernen Top-Niveau. Selbst die Eingangstore, also wenn hier ein Auto reinfährt, da werden Herzfrequenzen gemessen. Also wenn da irgendwo in der Kiste jemand liegen würde, das würde sofort auffallen. Also dass er hier wirklich rauskommen könnte, das halte ich für illusorisch. Aber natürlich stellt sich vor allem die Frage, wie es auch um die Sicherheit des Personals in der Anstalt bestellt ist. Wenn es also möglich ist, solche Teile in die Anstalt zu schmuggeln, und da brauchen wir uns nichts vormachen, in jede JVA kommen auf unterschiedlichen Wegen Teile hinein. Aber wenn die selbst so sicherheitsrelevant sind, dass sie eben zum Waffenbau reichen, dann muss man sich hier ein paar Gedanken über die Strukturen machen. Das versucht man zu ermitteln. Es werden jetzt alle Videos ausgewertet, es werden Gespräche mit allen geführt, die hier beteiligt waren. Und klar ist auch erst mal als Konsequenz, Entschuldigung, dass er verlegt werden wird. Das ist ein üblicher Vorgang. Also wenn es in einer JVA zu einer Geiselnahme gekommen ist, dann wird der Täter in eine andere JVA verlegt. In diesem Fall sind Anstalten in Bayern und in Nordrhein-Westfalen im Gespräch. Lutz, danke dir für diese Informationen. Direkt vor die JVA in Burg. Leonie van Rando, zugeschaltet aus dem Bundestag heute Abend. Leonie, wie reagiert denn das politische Berlin auf die Geiselnahme? Wir haben es schon ganz kurz gehört. Unter anderem hat sich die Bundesinnenministerin zu Wort gemeldet. Aber es gibt noch weitere Stimmen. So ist es. Und wir wollen doch direkt einmal nachfragen hier bei Thomas Heilmann, CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Justizsenator hier in Berlin. Guten Abend, Herr Heilmann. Guten Abend. Zunächst also die Frage, die sich jetzt jeder stellt. Wie konnte das passieren, eine Geiselnahme in einer JVA bei einem solchen Schwerstkriminellen? Haben Sie darauf eine Antwort, wie so etwas möglich sein kann? Na ja, in den Gefängnissen sitzen ja nun per Definition immer kriminelle, die auch, wie ich aus meiner eigenen Amtszeit war, sich immer wieder kriminelle Dinge ausdenken. Dennoch ist das ein ziemlich einzigartiger Vorgang, dass es eine Geiselnahme gibt und man sich offensichtlich eine selbst gebastelte Waffe, ich weiß das alles nicht aus erster Hand, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, nehmen kann. Das wird sicher einer Aufklärung bedürfen. Sie sprechen es gerade an, möglicherweise hat es hier also eine selbstgebaute Waffe gegeben. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie wird denn überprüft, was in so einer Gefängniszelle sein darf an Gegenständen? Erzählen Sie uns ein bisschen genauer sozusagen, was darf ein solcher Gefangener besitzen? Was darf da reinkommen in die Zelle? Was könnte möglicherweise auch auf illegalem Weg in so eine Gefängniszelle gelangen, in einem Hochsicherheitstrakt wie dieser JVA Burg? Natürlich darf das nicht so sein, das ist unbestreitbar so. Nun befinden sich in Haftzellen immer wieder Dinge, die da nicht hingehören, allen voran Handys. Davon finden wir mehrere tausend in Deutschland jedes Jahr und das sind die, die wir finden. Und von der Zahl derer, die wir nicht finden, wissen wir nicht. Es gibt viele Wege, wie man das versucht reinzuschmuggeln. Es gibt immer wieder leider auch Mitarbeiter, die sich erpressen lassen und so etwas machen. Es gibt auch Rechtsanwälte, die da beibehilflich sind. Das sind natürlich immer die Ausnahmen von der Regel, aber diese Ausnahmen gibt es leider. Wie das da im konkreten Fall passiert, das weiß ich nicht. Ist ja jeweils ein ungeheuerlicher Vorgang. Sie sprechen es gerade also an, dass möglicherweise da eben auch ein Behördenversagen, also beispielsweise erpressbare Mitarbeiter eine Rolle spielen könnten. Nun wollen wir da nicht spekulieren, aber ganz grundsätzlich, wer trägt denn die Verantwortung, wenn so etwas schief geht in einem derartigen Hochsicherheitstrakt mit einem solchen Schwerstkriminellen? Ja, das kommt natürlich auf die Aufklärung an, was jetzt eigentlich schief gegangen ist. Wenn jetzt ein einzelner Mitarbeiter erpressbar sein sollte, nur um jetzt mal das anfassbar zu machen, das aber gibt kein Indiz, dass ich dafür habe, dann ist das ja kein Behördenversagen, sondern eine individuelle Schuld, die es nun mal bei Menschen gibt. Aber da ich nicht die leiseste Vorstellung habe, wie das nun genau passiert ist, muss man, glaube ich, erst den Sachverhalt aufklären und dann sagen, wer könnte denn dafür gegebenenfalls auch verantwortlich sein. Vielleicht können Sie uns erklären, wie also Schwerstverbrecher untergebracht sind im Vergleich zu, in Anführungsstrichen, normalen Verbrechern, also eben der Attentäter von Halle im Vergleich zu jemandem, der ein geringeres Strafmaß hat. Was gibt es da für besondere Sicherheitsvorkehrungen? Da gibt es ein gestuftes Verfahren. Es gibt, normalerweise sind Gefangene, haben ja einen Rechtsanspruch auf eine Einzelzelle. Es gibt aber dann Fälle, dass man jemanden dazulegt. Es gibt auch überwachte Hafträume, wo sozusagen 24 Stunden am Tag immer jemand so in der Nähe ist, dass er in die Zelle hineingucken kann. Das unterliegt übrigens alles der richterlichen Kontrolle. Das heißt, das kann nicht einfach so angeordnet werden, sondern es braucht immer im Einzelfall Indizien dafür, dass ein Täter besonders gefährlich ist oder, was auch sehr häufig vorkommt, selbstmordgefährdet ist. Auch dann wird er überwacht. Es gibt einzelne Ausnahmefälle, da werden die sogar angeschnallt, weil sie sich so selbstgefährdend verhalten. In dem konkreten Einzelfall kann ich dazu natürlich gar nicht sagen. Sie waren selber Justizsenator hier in Berlin. In Ihrer Amtszeit ist ja auch der Fluchtversuch oder die Flucht zweier Häftlinge aus der JVA in Moabit gefallen. Was läuft grundsätzlich schief in deutschen Gefängnissen, dass sowas eben möglich ist, obwohl man eben versucht, natürlich das zu verhindern? Ja, ganz generell im internationalen Vergleich steht Deutschland auch in den Jahren, nachdem ich jetzt Justizsenator war und keine Verantwortung mehr trage, nicht so schlecht da. Jedes System hat auch mal eine Schwäche. Aber bisher gelingt es übrigens auch in den beiden Fällen, die Sie angesprochen haben, die in meiner Amtszeit waren, sind beide Flüchtigen dann wieder gefasst worden. Also in der Regel ist eine Flucht aus einem Gefängnis, jedenfalls aus einem geschlossenen Vollzug, nicht erfolgreich. Vielen Dank Ihnen, Herr Heilmann, für diese Einblicke. Der ehemalige Justizsenator in Berlin, Thomas Heilmann, er sagt eben nochmal, man muss natürlich abwarten, was jetzt konkret herauskommt. Grundsätzlich seien deutsche Gefängnisse zwar sicher, aber natürlich kann in Einzelfällen da eben auch immer auftreten, dass beispielsweise Mitarbeiter erpressbar sind. Was aber genau passiert ist, das wird sich eben in den nächsten Tagen, möglicherweise Wochen erst herausstellen. Leonie, ganz herzlichen Dank in den Reichstag und auch für das Gespräch mit dem ehemaligen Justizsenator. Und Sachsen-Anhalts-Justizministerin Franziska Weidinger, die gab sich heute mit Informationen zur Geiselnahme selbst sehr zurückhaltend. In erster Linie ging es ihr darum, alle Beteiligten zu loben. Justizvollzugsbedienstete haben den Gefangenen im inneren Bereich der JVA Burg überwältigt und ihn so dann in einen besonders gesicherten Haftraum verbracht. Dank des wirklich guten Zusammenspiels der Justizvollzugsbediensteten vor Ort ist es gelungen, diese herausfordernde Lage stets unter Kontrolle zu halten. Die wiederkehrenden Übungen dort im Justizvollzug haben sich auch in diesem Fall als äußerst positiv erwiesen. Die Bediensteten waren durchgehend handlungssicher. Zusammen mit meiner Kollegin Franka Lefeld habe ich heute mit René Müller über die Geiselnahme selbst und die Situation der Strafvollzugsbediensteten gesprochen. Er zeigte sich überhaupt nicht überrascht, dass es zu einem solchen Vorfall kommen konnte. Gott sei Dank ist es nicht alltäglich, aber es kommt immer wieder vor. Und ich kann insofern, ich habe gerade auch den Bericht Ihres Reporters verfolgt, der dort gleich von Fehlverhalten von den Kolleginnen und Kollegen, übrigens nicht Wärtern, sondern Justizvollzugsbeamten, Wärtern gibt es im Zoo. Wir haben gut ausgebildete Justizvollzugsbeamte und die haben diese Lage offensichtlich auch selbst lösen können und haben sie gut gelöst, denn die Lage wurde noch von eigenen Kräften innerhalb der Justizvollzugsanstalt entschärft und deeskaliert, sodass man dem Geiselnehmer habhaft dort werden konnte, ohne dass wir auswärtige Kräfte brauchen. Ja, das ist der Fall danach, aber so eine Lage sollte doch gar nicht erst entstehen und insbesondere nicht in einer Justizvollzugsanstalt, die ein Hochsicherheitsgefängnis ist und wie wir gehört haben, technisch eben wirklich so gut gerüstet ist, dass es nicht passieren sollte. Also was ist Ihre Erklärung dafür, dass es zu der Lage überhaupt kam? Leider doch. Leider doch. Selbst in einem Hochsicherheitsgefängnis kann so etwas vorkommen, weil wir die Straftäter ja nicht 24 Stunden rund um die Uhr jeden Tag beobachten können. Das schaffen wir personell gar nicht, aber es ist auch rechtlich gar nicht möglich. Auch da muss man leider, aber es ist so, den Straftätern eine gewisse Privatsphäre zugestehen. Es gehe davon aus, dass dort zusätzlich Haftraumkontrollen durchgeführt wurden, das dann natürlich beobachtet wird in seinem ganzen Handeln. Trotzdem ist so eine Situation immer wieder nicht vorhersehbar und kann jederzeit eintreten. Denn Sie müssen sich vorstellen, die Gefangenen sind hinter verschlossenen Türen. Man sieht also vom Flur aus nicht rein in den Haftraum. Wenn man den Haftraum aufmacht und dort steht jemand mit einem selbstgebauten, mit einer Waffe, die unterschiedlich aussieht, und das kann selbst eine Zahnbürste sein, die man zu einer Waffe umfunktionieren kann. Und in diesem Fall wird eine Lage ein, die unsere Kollegen und Kollegen dort nicht vorhersehen können. Sie sprechen jetzt von Privatsphäre und dass man nicht alles einsehen kann. Man muss aber dazu sagen, beim Thema Waffen laut Weltinformation soll der Insasse ja auch verfügt haben über ein Messer, über einen Dosenöffner und über eine Bastelschere. Also war man da vielleicht zu naiv ihm gegenüber, ihm solche Gegenstände überhaupt zugänglich zu machen? Da laufen jetzt ja die Ermittlungen des LKA. Ich gehe davon aus, dass man das genau überprüft. Aber es ist tatsächlich so, dass selbst schwere Gewaltverbrecher und Straftäter im Besitz von Messern sind. Denn womit sollen sie sich sonst das Brot schmieren oder das Steak schneiden, dass sie auch bekommen, die sind natürlich an diese Messer sind gewisse Anforderungen gestellt, die ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern will, aber sie sind eben nicht wie ein normales Messer. Aber andere Sachen wie eine Nagelschere. Natürlich bekommen auch diese Menschen eine Nagelschere. Warum denn nicht? Sie müssen sich ja irgendwie auch die Finger schneiden, die Fingernägel schneiden lassen oder selbst schneiden. Dazu bedarf man solcher Utensilien. Und das kann man leider nicht komplett ausschließen. Ich sagte ja, die Gefangenen sind tatsächlich so erfinderisch in bestimmten Bereichen. Die funktionieren kleinste Sachen, um sie als Waffe zu missbrauchen. Es ist also keine Waffe im herkömmlichen Sinn, sondern tatsächlich etwas Selbstgebautes, was selbstgebasteltes. Ich habe wirklich Verständnis und ich verstehe Sie auch, dass Sie sich vor Ihre Kolleginnen und Kollegen stellen. Und das ist eine schwere Arbeit, eine anspruchsvolle Arbeit in der Justizvollzugsanstalt. Aber nach diesem Fall mich überrascht auch, dass Sie sagen, ja, das kann einfach so passieren, müsste nicht doch auch nach diesem Fall, müssten da nicht irgendwelche Konsequenzen gezogen werden, kann die Arbeit nicht doch verbessert werden und die Sicherheit auch Ihrer Kolleginnen und Kollegen? Auf jeden Fall. Da gebe ich Ihnen ja völlig recht, weil ich denke, auch das wird Gegenstand der Ermittlung sein, war ausreichend Personal vor Ort. Das ist immer die größte Frage. Denn der wichtigste Aspekt an der Sicherheit ist immer ausreichend und gut geschultes Personal. Es gibt Szenarien, gerade zum Thema Geiselnahme, aber auch in anderen Lagen, die durchgespielt werden, wo unsere Kolleginnen und Kollegen in diesem Fall geschult werden. Ich gehe davon aus, dass das passiert ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die Personalausstattung in der JVA Burg ist. Ich kann Ihnen aber sagen, dass deutschlandweit zwischen 2000, also 2000 Bedienstete fehlen uns garantiert, aber bis zu 3000 Bedienstete in den gesamten Professionen. Und das kann tatsächlich vorkommen, dass in einigen Anstalten auf einigen Stationen ein Bediensteter für 30, 40 bis zu 70 Personen zuständig ist. Und da ist die Sicherheitslage dann schon massiv gefährdet. Und insofern gehe ich davon aus, dass es hier hoffentlich nicht der Fall war, aber das werden die Ermittlungen ergeben. Herr Müller, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Danke Ihnen nach Hamburg. Polizei und Staatsanwaltschaft haben heute Morgen elf Wohnungen und Räume von Mitgliedern der sogenannten letzten Generationen in mindestens sechs Bundesländer durchsucht. Grund seien mehrere Attacken der Klimaaktivisten auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird ermittelt wegen Störung öffentlicher Betriebe und des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Gruppe selbst sprach von einem Einschüchterungsversuch. Unternehmensfraktionschef Friedrich Merz hat die Durchsuchungen bei den radikalen Klimaschutzdemonstranten heute unterstützt. Ich will ausdrücklich ebenfalls begrüßen, dass heute Morgen in Deutschland umfassende Hausdurchsuchungen stattgefunden haben gegen die sogenannten Klimaaktivisten, also diejenigen, die sich hier in den letzten Wochen ständig auf Straßen und auf Flughäfen festgeklebt haben. Das hat mit Klimaschutz nichts mehr zu tun. Das sind ebenfalls schwere Straftaten, Eingriffe in den Straßenverkehr, gefährliche Eingriffe in den Luftverkehr, Nötigung, Hausfriedensbruch, Straftatbestände gegen Leib und Leben der Bevölkerung. Auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Das tut er. Ich begrüße das ausdrücklich. Damit ist nicht verbunden eine irgendwie geartete Einschränkung des Demonstrationsrechts. Jeder hat in diesem Land das Recht zu sagen und zu denken, was er will. Aber er muss sich dabei an die Regeln unseres Rechtsstaates halten. Und wenn jemand das mit Gewalt nicht mehr tut, dann muss der Staat seinerseits sein Gewaltmonopol anwenden und durchsetzen. Nach der Großrazzia in der Reichsbürgerszene gibt es weitere Erkenntnisse. So sollen bei den Durchsuchungen deutlich mehr Waffen gefunden worden sein, als bisher bekannt. Außerdem soll das mutmaßliche Terrornetzwerk sogenannte Heimatschutzkompanien gebildet haben. Nach den Sondersitzungen der Bundestagsausschüsse geht es jetzt darum, was mit Blick auf das Waffen- und Disziplinarrecht geändert werden kann oder muss. Und das Bundesverteidigungsministerium will Soldatinnen und Soldaten mit extremistischer Gesinnung künftig einfacher aus dem Dienst entlassen. Mit der Expertise von Ex-Offizieren und Soldaten des KSK sollte der Umsturz gelingen. Die Reichsbürger gründeten wohl 286 Heimatschutzkompanien. Schießübungen in Bayern sollten auf den Ernst vorbereiten. 93 Waffen wurden bei den Razzien von den Behörden beschlagnahmt. Die Linke fordert die Auflösung der KSK-Elite-Truppe und die Bundesregierung will konsequenter gegen rechtsextremistisches Gedankengut in der Truppe vorgehen. Ja, vor allen Dingen müssen die Truppengerichte schneller und besser ausgestattet werden. Wir haben das Problem, wenn solche Fälle vorkommen, dass das oft zwei, drei Jahre dauert, bis der Fall zur Verhandlung kommt. Die AfD wird unter Abgeordneten derweil offen als parlamentarischer Arm der Reichsbürgerszene bezeichnet. Leugnen und Kleinreden dagegen beim Pressestatement der Alternative selbst. Es gebe wichtigere Themen. Eine explodierende Kriminalitätsrate. Also das Ganze ist etwas, womit sich eigentlich eine Innenministerin beschäftigen sollte und nicht irgendwie mit so einem angestrebten Rollatorputsch. Widerspruch kommt prompt aus der CDU-CSU. Das ist hier kein Spaß, sondern das ist eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit. Ich würde es sehr bedauern, wegen der Nähe einiger AfD-Abgeordneter zu dieser Szene hier zu einer Verschärfung der Sicherheitsanforderungen im Deutschen Bundestag kommen zu müssen. Die AfD ist bislang vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft worden. Nun werden Forderungen laut sie vom Verfassungsschutz beobachten. Das EU-Parlament hat Vizepräsidentin Kay Lee wegen Korruptionsverdacht abgesetzt. Der 44-jährigen Griechen wird vorgeworfen, Geld vom Emirat Katar angenommen zu haben. Kay Lee bestreitet die Vorwürfe. Bei einer Razzia in ihrer Brüsseler Wohnung am Wochenende sollen säckeweise Bargeld gefunden worden sein, heißt es. Kay Lee sowie drei weitere Verdächtige wurden am Sonntag von den belgischen Behörden in Untersuchungshaft genommen. US-Forschern ist heute eine Sensation, ein historischer Durchbruch bei der Kernfusion gelungen. Sie erzeugten mit einem experimentellen Fusionsreaktor zum ersten Mal mehr Energie, als während des Prozesses verbraucht wurde. Und genau das könnte der erste Schritt sein zu einem Verfahren, mit dem sich eines Tages klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen erzeugen lässt. Peter Handjes berichtet. Was wäre, wenn wir wie die Sonne endlos Energie erzeugen könnten? Diesem Traum sind Forschende der Kalifornischen National Ignition Facility seit mehr als zehn Jahren auf der Spur. Allerdings mussten sie für den Prozess bisher mehr Energie aufwenden, als am Ende dabei herauskam. Doch inzwischen wollen die US-Wissenschaftler das scheinbar Unmögliche geschafft haben, einen Energieüberschuss, wenn auch im Kleinen. Es ist das erste Mal, dass es überhaupt einem Forschungslabor gelungen ist, egal wo auf dieser Welt. Einfach ausgedrückt, es ist eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts. Anders als bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken besteht bei der Kernfusion keine Gefahr eines nuklearen Unfalls. Sie gilt als sauber und sicher und erzeugt mit einem Gramm Brennstoff etwa so viel Energie wie elf Tonnen Kohle. Für ihre Experimente verwendeten die Forscher die stärkste Laseranlage der Welt, um winzige Mengen von Wasserstoff in 100 Millionen Grad heißes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzten 200 Laserstrahlen das Innere eines nur Millimeter großen Behälters und setzten enorme Mengen an Energie und Wärme frei. Auf diese Weise wurde in Kalifornien unterm Strich angeblich 20 Prozent mehr Energie erzeugt als eingespeist. Ich halte das Ergebnis für wissenschaftlich sehr interessant und spannend und es zeigt auch den Weg auf sozusagen Richtung Kernfusion. Ein Durchbruch von der Art, dass man jetzt schon morgen den Kernfusionsreaktor haben würde, ist es nicht. Bis zu einer industriellen und rentablen Nutzung der Kernfusion rechnen auch die US-Wissenschaftler mit weiteren 20 bis 30 Jahren Forschung und Entwicklung. Und soweit das Wichtigste für den Moment. Nachrichten rund um die Uhr immer auch unter www.welt.de. Bleiben Sie auf jeden Fall bei uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dienstagabend, ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Welt. Rassistisch, antisemitisch und menschenfeindlich. So hat sich der Halle-Attentäter 2019 mit seinem Terroranschlag auf die Synagoge gezeigt. Jetzt hat der 30 Jahre alte Stefan Bayer im Hochsicherheitsgefängnis Burg erneut demonstriert, wie gefährlich er ist. Gestern Abend versuchte er auszubrechen und brachte zwei JVA-Bedienstete in seine Gewalt. Nach Weltinformationen unter anderem mit einer selbstgebauten Schusswaffe. Der Fall wird jetzt vom LKA untersucht. Die JVA-Burg ist das größte und modernste Hochsicherheitsgefängnis in Sachsen-Anhalt. Und doch gelang es einem der Insassen, Stefan Bayer, zwei Justizvollzugsbeamte als Geisel zu nehmen. Bedroht sie mit einer selbstgebauten Waffe, will so aus dem Gefängnis ausbrechen. Im Innenbereich der Anstalt ist der Gefangene so dann nicht weiter vorangekommen. Und durch die geschulte Ansprache von Bediensteten ist es gelungen, gegen kurz nach halb zehn den Gefangenen durch Justizvollzugsbedienstete der JVA-Burg zu überwältigen. Dabei wird der 30-Jährige leicht verletzt. Bayer gilt als unkooperativer und schwieriger Häftling. Deutschlandweit wird er als Attentäter von Halle bekannt. Am 9. Oktober 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, versucht er die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelingt, aufs Gelände zu kommen, ermordet er vor der Synagoge eine Passantin und in einem Imbiss einen 20-Jährigen. Bayer wird zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach dem Vorfall fordert Bundesinnenministerin Faeser die Gefängnisbetreiber auf, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Das ruft diejenigen auf, die Gefängnisse verantworten in Deutschland, auch da nochmal sehr genau hinzugucken. Insbesondere bei so jemandem wie dem Attentäter von Halle, wo wir wissen, dass er schon mal versucht hat, während des Prozesses zu fliehen. Stefan Bayer ist inzwischen in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht worden, wird rund um die Uhr beobachtet. Wie es zu der Geiselnahme kommen konnte, wird jetzt ermittelt. Und Lutz Stordl ist heute Abend direkt vor diesem Hochsicherheitsgefängnis in Burglutz. Die offiziellen Stellen sind ja nach wie vor recht zurückhaltend mit Details. Das LKA aber ermittelt, denn es gibt wirklich viele offene Fragen. Es gibt viele offene Fragen, völlig richtig und die sind auch zum jetzigen Zeitpunkt zum Großteil noch offen. Vor allem ist ja im Raum steht, dass dieser Mann in der JVA sich eine schussfähige Waffe gebastelt haben soll. Das ist ein Gerücht momentan noch. Wir haben keine definitive Bestätigung bislang dafür bekommen. Wir wissen auch nicht, wie dieser waffenähnliche Gegenstand, so soll es wohl in ersten Untersuchungsergebnissen heißen, wie er ausgesehen hat. Er soll aber tatsächlich auch einen Schuss abgegeben haben. Und das muss man sich halt überlegen. Dieser Attentäter, der ja auch schon mit selbst gebastelten Waffen in Halle die Synagoge stören wollte, der hatte also die Möglichkeiten, in diesem Hochsicherheitstrakt wieder eine Waffe zu bauen. Das ist wirklich schwer vorstellbar. Er soll versucht haben, nachdem er einen Wärter als Geißel nehmen konnte, dann seine Flucht aus dieser JVA zu erzwingen. Da muss man dann ganz ehrlich sagen, das ist schwer vorstellbar. Also diese Haftanstalt hier gehört zu den modernsten, die wir in Deutschland haben. Die wurde erst 2009 eingeweiht. Ist technisch, also was die Sicherheit betrifft, auf einem absolut modernen Top-Niveau. Selbst die Eingangstore, also wenn hier ein Auto reinfährt, da werden Herzfrequenzen gemessen. Also wenn da irgendwo in der Kiste jemand liegen würde, das würde sofort auffallen. Also dass er hier wirklich rauskommen könnte, das halte ich für illusorisch. Aber natürlich stellt sich vor allem die Frage, wie es auch um die Sicherheit des Personals in der Anstalt bestellt ist. Wenn es also möglich ist, solche Teile in die Anstalt zu schmuggeln, und da brauchen wir uns nichts vormachen, in jede JVA kommen auf unterschiedlichen Wegen Teile hinein. Aber wenn die selbst so sicherheitsrelevant sind, dass sie eben zum Waffenbau reichen, dann muss man sich hier ein paar Gedanken über die Strukturen machen. Das versucht man zu ermitteln. Es werden jetzt alle Videos ausgewertet, es werden Gespräche mit allen geführt, die hier beteiligt waren. Und klar ist auch erst mal als Konsequenz, Entschuldigung, dass er verlegt werden wird. Das ist ein üblicher Vorgang. Also wenn es in einer JVA zu einer Geiselnahme gekommen ist, dann wird der Täter in eine andere JVA verlegt. In diesem Fall sind Anstalten in Bayern und in Nordrhein-Westfalen im Gespräch. Lutz, danke dir für diese Informationen. Direkt vor die JVA in Burg. Leonie van Rando, zugeschaltet aus dem Bundestag heute Abend. Leonie, wie reagiert denn das politische Berlin auf die Geiselnahme? Wir haben es schon ganz kurz gehört. Unter anderem hat sich die Bundesinnenministerin zu Wort gemeldet. Aber es gibt noch weitere Stimmen. So ist es. Und wir wollen doch direkt einmal nachfragen hier bei Thomas Heilmann, CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Justizsenator hier in Berlin. Guten Abend, Herr Heilmann. Guten Abend. Zunächst also die Frage, die sich jetzt jeder stellt. Wie konnte das passieren, eine Geiselnahme in einer JVA bei einem solchen Schwerstkriminellen? Haben Sie darauf eine Antwort, wie sowas möglich sein kann? Naja, in den Gefängnissen sitzen ja nun per Definition immer Kriminelle, die auch, wie ich aus meiner eigenen Amtszeit war, sich immer wieder kriminelle Dinge ausdenken. Dennoch ist das ein ziemlich einzigartiger Vorgang, dass es eine Geiselnahme gibt und man sich offensichtlich eine selbst gebastelte Waffe, ich weiß das alles nicht aus erster Hand, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, nehmen kann. Das wird sicher einer Aufklärung bedürfen. Sie sprechen es gerade an, möglicherweise hat es hier also eine selbstgebaute Waffe gegeben. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie wird denn überprüft, was in so einer Gefängniszelle sein darf an Gegenständen? Erzählen Sie uns ein bisschen genauer sozusagen, was darf ein solcher Gefangener besitzen? Was darf da reinkommen in die Zelle? Was könnte möglicherweise auch auf illegalem Weg in so eine Gefängniszelle gelangen, in einem Hochsicherheitstrakt wie dieser JVA Burg? Also natürlich darf das nicht so sein, das ist unbestreitbar so. Nun befinden sich in Haftzellen immer wieder Dinge, die da nicht hingehören, allen voran Handys. Davon finden wir mehrere tausend in Deutschland jedes Jahr und das sind die, die wir finden und von der Zahl derer, die wir nicht finden, wissen wir nicht. Es gibt viele Wege, wie man das versucht reinzuschmuggeln. Es gibt immer wieder leider auch Mitarbeiter, die sich erpressen lassen und so etwas machen. Es gibt auch Rechtsanwälte, die da behilflich sind. Das sind natürlich immer die Ausnahmen von der Regel, aber diese Ausnahmen gibt es leider. Wie das da im konkreten Fall passiert ist, weiß ich nicht. Das ist jeweils ein ungeheuerlicher Vorgang. Sie sprechen es gerade also an, dass möglicherweise da eben auch ein Behördenversagen, also beispielsweise erpressbare Mitarbeiter, eine Rolle spielen könnten. Nun wollen wir da nicht spekulieren. Aber ganz grundsätzlich, wer trägt denn die Verantwortung, wenn so etwas schief geht in einem derartigen Hochsicherheitstrakt mit einem solchen Schwerstkriminellen? Ja, das kommt natürlich auf die Aufklärung an, was jetzt eigentlich schiefgegangen ist. Wenn jetzt ein einzelner Mitarbeiter erpressbar sein sollte, nur um jetzt mal das anfassbar zu machen, das aber gibt kein Indiz, dass ich dafür habe, dann ist das ja kein Behördenversagen, sondern eine individuelle Schuld, die es nun mal bei Menschen gibt. Aber da ich nicht die leiseste Vorstellung habe, wie das nun genau passiert ist, muss man, glaube ich, erst den Sachverhalt aufklären und dann sagen, wer könnte denn dafür gegebenenfalls auch verantwortlich sein. Vielleicht können Sie uns erklären, wie also Schwerstverbrecher untergebracht sind im Vergleich zu, in Anführungsstrichen, normalen Verbrechern, also eben der Attentäter von Halle im Vergleich zu jemandem, der ein geringeres Strafmaß hat. Was gibt es da für besondere Sicherheitsvorkehrungen? Da gibt es ein gestuftes Verfahren. Es gibt, normalerweise sind Gefangene, haben ja einen Rechtsanspruch auf eine Einzelzelle. Es gibt aber dann Fälle, dass man jemanden dazulegt. Es gibt auch überwachte Hafträume, wo sozusagen 24 Stunden am Tag immer jemand so in der Nähe ist, dass er in die Zelle hineingucken kann. Das unterliegt übrigens alles der richterlichen Kontrolle. Das heißt, das kann nicht einfach so angeordnet werden, sondern es braucht immer im Einzelfall Indizien dafür, dass ein Täter besonders gefährlich ist oder, was auch sehr häufig vorkommt, selbstmordgefährdet ist. Auch dann wird er überwacht. Es gibt einzelne Ausnahmefälle, da werden die sogar angeschnallt, weil sie sich so selbstgefährdend verhalten. In dem konkreten Einzelfall kann ich dazu natürlich gar nicht sagen. Sie waren selber Justizsenator hier in Berlin. In Ihrer Amtszeit ist ja auch der Fluchtversuch oder die Flucht zweier Häftlinge aus der JVA in Moabit gefallen. Was läuft grundsätzlich schief in deutschen Gefängnissen, dass sowas eben möglich ist, obwohl man eben versucht, natürlich das zu verhindern? Ja, ganz generell im internationalen Vergleich steht Deutschland auch in den Jahren, nachdem ich jetzt Justizsenator war und keine Verantwortung mehr trage, nicht so schlecht da. Jedes System hat auch mal eine Schwäche. Aber bisher gelingt es auch in den beiden Fällen, die Sie angesprochen haben, die in meiner Amtszeit waren, sind beide Flüchtigen dann wieder gefasst worden. Also in der Regel ist eine Flucht aus einem Gefängnis, jedenfalls aus einem geschlossenen Vollzug, nicht erfolgreich. Vielen Dank Ihnen, Herr Heilmann, für diese Einblicke. Der ehemalige Justizsenator in Berlin, Thomas Heilmann, er sagt eben nochmal, man muss natürlich abwarten, was jetzt konkret herauskommt. Grundsätzlich seien deutsche Gefängnisse zwar sicher, aber natürlich kann in Einzelfällen da eben auch immer auftreten, dass beispielsweise Mitarbeiter erpressbar sind. Was aber genau passiert ist, das wird sich eben in den nächsten Tagen, möglicherweise Wochen erst herausstellen. Leonie, ganz herzlichen Dank in den Reichstag und auch für das Gespräch mit dem ehemaligen Justizsenator. Und Sachsen-Anhalts-Justizministerin Franziska Weidinger, die gab sich heute mit Informationen zur Geiselnahme selbst sehr zurückhaltend. In erster Linie ging es ihr darum, alle Beteiligten zu loben. Justizvollzugsbedienstete haben den Gefangenen im inneren Bereich der JVA Burg überwältigt und ihn so dann in einen besonders gesicherten Haftraum verbracht. Dank des wirklich guten Zusammenspiels der Justizvollzugsbediensteten vor Ort ist es gelungen, diese herausfordernde Lage stets unter Kontrolle zu halten. Die wiederkehrenden Übungen dort im Justizvollzug haben sich auch in diesem Fall als äußerst positiv erwiesen. Die Bediensteten waren durchgehend handlungssicher. Zusammen mit meiner Kollegin Franka Lefeld habe ich heute mit René Müller über die Geiselnahme selbst und die Situation der Strafvollzugsbediensteten gesprochen. Er zeigte sich überhaupt nicht überrascht, dass es zu einem solchen Vorfall kommen konnte. Gott sei Dank ist es nicht alltäglich, aber es kommt immer wieder vor. Und ich kann insofern, ich habe gerade auch den Bericht Ihres Reporters verfolgt, der dort gleich von Fehlverhalten von den Kolleginnen und Kollegen, übrigens nicht Wärtern, sondern Justizvollzugsbeamten gibt es im Zoo. Wir haben gut ausgebildete Justizvollzugsbeamte und die haben diese Lage offensichtlich auch selbst lösen können und haben sie gut gelöst. Denn die Lage wurde noch von eigenen Kräften innerhalb der Justizvollzugsanstalt entschärft und deeskaliert, sodass man dem Geiselnehmer habhaft dort werden konnte, ohne dass wir auswärtige Kräfte brauchen. Ja, das ist der Fall danach, aber so eine Lage sollte doch gar nicht erst entstehen und insbesondere nicht in einer Justizvollzugsanstalt, die ein Hochsicherheitsgefängnis ist und wie wir gehört haben, technisch eben wirklich so gut gerüstet ist, dass es nicht passieren sollte. Also was ist Ihre Erklärung dafür, dass es zu der Lage überhaupt kam? Leider doch, leider doch. Selbst in einem Hochsicherheitsgefängnis kann so etwas vorkommen, weil wir die Straftäter ja nicht 24 Stunden rund um die Uhr jeden Tag beobachten können. Das schaffen wir personell gar nicht, aber es ist auch rechtlich gar nicht möglich. Auch da muss man leider, aber es ist so, den Straftätern eine gewisse Privatsphäre zugestehen. Ich gehe davon aus, dass dort zusätzlich Haftraumkontrollen durchgeführt wurden, das dann natürlich beobachtet wird in seinem ganzen Handeln. Trotzdem ist so eine Situation immer wieder nicht vorhersehbar und kann jederzeit eintreten. Denn Sie müssen sich vorstellen, die Gefangenen sind hinter verschlossenen Türen. Man sieht also vom Flur aus nicht rein in den Haftraum. Wenn man den Haftraum aufmacht und dort steht jemand mit einem selbstgebauten, mit einer Waffe, die unterschiedlich aussieht, das kann selbst eine Zahnbürste sein, die man zu einer Waffe umfunktionieren kann. Und in diesem Fall wird eine Lage ein, die unsere Kollegen und Kollegen dort nicht vorhersehen können. Sie sprechen jetzt von Privatsphäre und dass man nicht alles einsehen kann. Man muss aber dazu sagen, beim Thema Waffen laut Weltinformation soll der Insasse ja auch verfügt haben über ein Messer, über einen Dosenöffner und über eine Bastelschere. Also war man da vielleicht zu naiv ihm gegenüber, ihm solche Gegenstände überhaupt zugänglich zu machen? Da laufen jetzt ja die Ermittlungen des LKAs. Ich bin da, gehe davon aus, dass man das genau überprüft. Aber es ist tatsächlich so, dass selbst schwere Gewaltverbrecher und Straftäter in Besitz von Messern sind. Denn womit sollen sie sich sonst das Brot schmieren oder das Steak schneiden, das sie auch bekommen? Wir sind natürlich an diese Messer sind gewisse Anforderungen gestellt, die ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern will. Aber sie sind eben nicht wie ein normales Messer. Aber andere Sachen wie eine Nagelschere. Natürlich bekommen auch diese Menschen eine Nagelschere. Warum denn nicht? Sie müssen sich ja irgendwie auch die Finger schneiden, die Fingernägel schneiden lassen oder selbst schneiden. Dazu bedarf man solcher Utensilien. Und das kann man leider nicht komplett ausschließen. Ich sagte ja, die Gefangenen sind tatsächlich so erfinderisch in bestimmten Bereichen. Die funktionieren kleinste Sachen, um sie als Waffe zu missbrauchen. Es ist also keine Waffe im herkömmlichen Sinn, sondern tatsächlich etwas Selbstgebautes, was Selbstgebasteltes. Ich habe wirklich Verständnis und ich verstehe Sie auch, dass Sie sich vor Ihre Kolleginnen und Kollegen stellen. Und das ist eine schwere Arbeit, eine anspruchsvolle Arbeit in der Justizvollzugsanstalt. Aber nach diesem Fall, mich überrascht auch, dass Sie sagen, ja, das kann einfach so passieren. Müssten nicht doch auch nach diesem Fall, müssten da nicht irgendwelche Konsequenzen gezogen werden? Kann die Arbeit nicht doch verbessert werden? Und die Sicherheit auch Ihrer Kolleginnen und Kollegen? Auf jeden Fall. Da gebe ich Ihnen ja völlig recht. Weil ich denke, auch das wird Gegenstand der Ermittlung sein. War ausreichend Personal vor Ort. Das ist immer die größte Frage. Denn der wichtigste Aspekt an der Sicherheit ist immer ausreichend und gut geschultes Personal. Es gibt Szenarien, gerade zum Thema Geiselnahme, aber auch in anderen Lagen, die durchgespielt werden, wo unsere Kolleginnen und Kollegen in diesem Fall geschult werden. Ich gehe davon aus, dass das passiert ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die Personalausstattung in der JVA Burg ist. Ich kann Ihnen aber sagen, dass deutschlandweit zwischen 2000, also 2000 Bedienstete fehlen uns garantiert, aber bis zu 3000 Bedienstete in den gesamten Professionen. Und es kann tatsächlich vorkommen, dass in einigen Anstalten auf einigen Stationen ein Bediensteter für 30, 40 bis zu 70 Personen zuständig ist. Und da ist die Sicherheitslage dann schon massiv gefährdet. Und insofern gehe ich davon aus, dass das hier hoffentlich nicht der Fall war, aber das werden die Ermittlungen ergeben. Herr Müller, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Danke Ihnen nach Hamburg. Polizei und Staatsanwaltschaft haben heute Morgen elf Wohnungen und Räume von Mitgliedern der sogenannten letzten Generationen in mindestens sechs Bundesländer durchsucht. Grund seien mehrere Attacken der Klimaaktivisten auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird ermittelt wegen Störung öffentlicher Betriebe und des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Gruppe selbst sprach von einem Einschüchterungsversuch. Unternehmensfraktionschef Friedrich Merz hat die Durchsuchungen bei den radikalen Klimaschutzdemonstranten heute unterstützt. Ich will ausdrücklich ebenfalls begrüßen, dass heute Morgen in Deutschland umfassende Hausdurchsuchungen stattgefunden haben gegen die sogenannten Klimaaktivisten. Also diejenigen, die sich hier in den letzten Wochen ständig auf Straßen und auf Flughäfen festgeklebt haben. Das hat mit Klimaschutz nichts mehr zu tun. Das sind ebenfalls schwere Straftaten, Eingriffe in den Straßenverkehr, gefährliche Eingriffe in den Luftverkehr, Nötigung, Hausfriedensbruch, Straftatbestände gegen Leib und Leben der Bevölkerung. Auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Das tut er. Ich begrüße das ausdrücklich. Damit ist nicht verbunden eine irgendwie geartete Einschränkung des Demonstrationsrechts. Jeder hat in diesem Land das Recht zu sagen und zu denken, was er will. Aber er muss sich dabei an die Regeln unseres Rechtsstaates halten. Und wenn jemand das mit Gewalt nicht mehr tut, dann muss der Staat seinerseits sein Gewaltmonopol anwenden und durchsetzen. Nach der Großrazzia in der Reichsbürgerszene gibt es weitere Erkenntnisse. So sollen bei den Durchsuchungen deutlich mehr Waffen gefunden worden sein als bisher bekannt. Außerdem soll das mutmaßliche Terrornetzwerk sogenannte Heimatschutzkompanien gebildet haben. Nach den Sondersitzungen der Bundestagsausschüsse geht es jetzt darum, was mit Blick auf das Waffen- und Disziplinarrecht geändert werden kann oder muss. Und das Bundesverteidigungsministerium will Soldatinnen und Soldaten mit extremistischer Gesinnung künftig einfacher aus dem Dienst entlassen. Mit der Expertise von Ex-Offizieren und Soldaten des KSK sollte der Umsturz gelingen. Die Reichsbürger gründeten wohl 286 Heimatschutzkompanien. Schießübungen in Bayern sollten auf den Ernst vorbereiten. 93 Waffen wurden bei den Razzien von den Behörden beschlagnahmt. Die Linke fordert die Auflösung der KSK-Elite-Truppe und die Bundesregierung will konsequenter gegen rechtsextremistisches Gedankengut in der Truppe vorgehen. Ja, vor allen Dingen müssen die Truppengerichte schneller und besser ausgestattet werden. Wir haben das Problem, wenn solche Fälle vorkommen, dass das oft zwei, drei Jahre dauert, bis der Fall zur Verhandlung kommt. Die AfD wird unter Abgeordneten derweil offen als parlamentarischer Arm der Reichsbürgerszene bezeichnet. Leugnen und Kleinreden dagegen beim Pressestatement der Alternative selbst. Es gebe wichtigere Themen. Eine explodierende Kriminalitätsrate, also das Ganze ist etwas, womit sich eigentlich eine Innenministerin beschäftigen sollte und nicht irgendwie mit so einem angestrebten Rollatorputsch. Widerspruch kommt prompt aus der CDU-CSU. Das ist hier kein Spaß, sondern das ist eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit. Ich würde es sehr bedauern, wegen der Nähe einiger AfD-Abgeordneter zu dieser Szene, hier zu einer Verschärfung der Sicherheitsanforderungen im Deutschen Bundestag kommen zu müssen. Die AfD ist bislang vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft worden. Nun werden Forderungen laut sie vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Das EU-Parlament hat Vizepräsidentin Kay Lee wegen Korruptionsverdacht abgesetzt. Der 44-jährigen Griechin wird vorgeworfen, Geld vom Emirat Katar angenommen zu haben. Kay Lee bestreitet die Vorwürfe. Bei einer Razzia in ihrer Brüsseler Wohnung am Wochenende sollen säckeweise Bargeld gefunden worden sein, heißt es. Kay Lee sowie drei weitere Verdächtige wurden am Sonntag von den belgischen Behörden in Untersuchungshaft genommen. US-Forschern ist heute eine Sensation, ein historischer Durchbruch bei der Kernfusion gelungen. Sie erzeugten mit einem experimentellen Fusionsreaktor zum ersten Mal mehr Energie, als während des Prozesses verbraucht wurde. Und genau das könnte der erste Schritt sein zu einem Verfahren, mit dem sich eines Tages klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen erzeugen lässt. Peter Handjes berichtet. Was wäre, wenn wir wie die Sonne endlos Energie erzeugen könnten? Diesem Traum sind Forschende der Kalifornischen National Ignition Facility seit mehr als zehn Jahren auf der Spur. Allerdings mussten sie für den Prozess bisher mehr Energie aufwenden, als am Ende dabei herauskam. Doch inzwischen wollen die US-Wissenschaftler das scheinbar Unmögliche geschafft haben, einen Energieüberschuss, wenn auch im Kleinen. Es ist das erste Mal, dass es überhaupt einem Forschungslabor gelungen ist, egal wo auf dieser Welt. Einfach ausgedrückt, es ist eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts. Anders als bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken besteht bei der Kernfusion keine Gefahr eines nuklearen Unfalls. Sie gilt als sauber und sicher und erzeugt mit einem Gramm Brennstoff etwa so viel Energie wie elf Tonnen Kohle. Für ihre Experimente verwendeten die Forscher die stärkste Laseranlage der Welt, um winzige Mengen von Wasserstoff in 100 Millionen Grad heißes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzten 200 Laserstrahlen das Innere eines nur Millimeter großen Behälters und setzten enorme Mengen an Energie und Wärme frei. Auf diese Weise wurde in Kalifornien unterm Strich angeblich 20 Prozent mehr Energie erzeugt als eingespeist. Ich halte das Ergebnis für wissenschaftlich sehr interessant und spannend und es zeigt auch den Weg auf sozusagen Richtung Kernfusion. Ein Durchbruch von der Art, dass man jetzt schon morgen den Kernfusionsreaktor haben würde, ist es nicht. Bis zu einer industriellen und rentablen Nutzung der Kernfusion rechnen auch die US-Wissenschaftler mit weiteren 20 bis 30 Jahren Forschung und Entwicklung. Und soweit das Wichtigste für den Moment. Nachrichten rund um die Uhr immer auch unter www.welt.de. Bleiben Sie auf jeden Fall bei uns. Bleiben Sie auf jeden Fall bei uns. Dienstagabend, ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Welt. Und wir beginnen die Sendung ausnahmsweise mit einer wirklich guten Meldung. US-Forscher, nämlich ist heute nach eigenen Angaben ein historischer Durchbruch bei der Kernfusion gelungen. Sie erzeugt mit einem experimentellen Fusionsreaktor zum ersten Mal mehr Energie, als während des Prozesses verbraucht wurde. Und das könnte ein Schritt sein zu einem Verfahren, mit dem sich eines Tages möglicherweise klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen erzeugen lässt. Bitte Hand jetzt mit den Einzelheiten. Was wäre, wenn wir wie die Sonne endlos Energie erzeugen könnten? Diesem Traum sind Forschende der Kalifornischen National Ignition Facility seit mehr als zehn Jahren auf der Spur. Allerdings mussten sie für den Prozess bisher mehr Energie aufwenden, als am Ende dabei herauskam. Doch inzwischen wollen die US-Wissenschaftler das scheinbar Unmögliche geschafft haben, einen Energieüberschuss, wenn auch im Kleinen. Es ist das erste Mal, dass es überhaupt einem Forschungslabor gelungen ist, egal wo auf dieser Welt. Einfach ausgedrückt, es ist eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts. Anders als bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken besteht bei der Kernfusion keine Gefahr eines nuklearen Unfalls. Sie gilt als sauber und sicher und erzeugt mit einem Gramm Brennstoff etwa so viel Energie wie elf Tonnen Kohle. Für ihre Experimente verwendeten die Forscher die stärkste Laseranlage der Welt, um winzige Mengen von Wasserstoff in 100 Millionen Grad heißes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzten 200 Laserstrahlen das Innere eines nur Millimeter großen Behälters und setzten enorme Mengen an Energie und Wärme frei. Auf diese Weise wurde in Kalifornien unterm Strich angeblich 20 Prozent mehr Energie erzeugt als eingespeist. Ich halte das Ergebnis für wissenschaftlich sehr interessant und spannend und es zeigt auch den Weg auf sozusagen Richtung Kernfusion. Ein Durchbruch von der Art, dass man jetzt schon morgen den Kernfusionsreaktor haben würde, ist es nicht. Bis zu einer industriellen und rentablen Nutzung der Kernfusion rechnen auch die US-Wissenschaftler mit weiteren 20 bis 30 Jahren Forschung und Entwicklung. Polizei und Staatsanwaltschaft haben heute Morgen elf Wohnungen und Räume von Mitgliedern der sogenannten letzten Generation in mindestens sechs Bundesländern durchsucht. Grund seien mehrere Attacken der Klimaaktivisten auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird ermittelt wegen Störung öffentlicher Betriebe und des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Gruppe selbst sprach von einem Einschüchterungsversuch. Und Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat heute die Durchsuchungen bei den radikalen Klimaschutzdemonstranten ausdrücklich begrüßt. Ich will ausdrücklich ebenfalls begrüßen, dass heute Morgen in Deutschland umfassende Hausdurchsuchungen stattgefunden haben gegen die sogenannten Klimaaktivisten. Also diejenigen, die sich hier in den letzten Wochen ständig auf Straßen und auf Flughäfen festgeklebt haben. Das hat mit Klimaschutz nichts mehr zu tun. Das sind ebenfalls schwere Straftaten, Eingriffe in den Strafverkehr, gefährliche Eingriffe in den Luftverkehr, Nötigung, Hausfriedensbruch, Straftatbestände gegen Leib und Leben der Bevölkerung. Auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Das tut er. Ich begrüße das ausdrücklich. Damit ist nicht verbunden eine irgendwie geartete Einschränkung des Demonstrationsrechts. Jeder hat in diesem Land das Recht zu sagen und zu denken, was er will. Aber er muss sich dabei an die Regeln unseres Rechtsstaates halten. Und wenn jemand das mit Gewalt nicht mehr tut, dann muss der Staat seinerseits sein Gewaltmonopol anwenden und durchsetzen. Der verurteilte Synagogenattentäter von Halle, Stefan Bayer, hat gestern Abend versucht, aus dem Hochsicherheitsgefängnis Burg bei Magdeburg auszubrechen. Es war bereits ein zweiter Fluchtversuch. Dieses Mal brachte er zwei JVA-Bedienstete in seine Gewalt. Nach Weltinformationen mit einer selbstgebauten Schusswaffe. Bundesinnenministerin Nancy Faeser rief die Verantwortlichen dazu auf, die Sicherheitsmaßnahmen in Justizvollzugsanstalten zu überprüfen. Die JVA Burg ist das größte und modernste Hochsicherheitsgefängnis in Sachsen-Anhalt. Und doch gelang es einem der Insassen, Stefan Bayer, zwei Justizvollzugsbeamte als Geisel zu nehmen. Bedroht sie mit einer selbstgebauten Waffe, will so aus dem Gefängnis ausbrechen. Im Innenbereich der Anstalt ist der Gefangene so dann nicht weiter vorangekommen. Und durch die geschulte Ansprache von Bediensteten ist es gelungen, gegen kurz nach halb zehn, den Gefangenen durch Justizvollzugsbedienstete der JVA Burg zu überwältigen. Dabei wird der 30-Jährige leicht verletzt. Bayer gilt als unkooperativer und schwieriger Häftling. Deutschlandweit wird er als Attentäter von Halle bekannt. Am 9. Oktober 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, versucht er die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelingt, aufs Gelände zu kommen, ermordet er vor der Synagoge eine Passantin und in einem Imbiss einen 20-Jährigen. Bayer wird zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach dem Vorfall fordert Bundesinnenministerin Faeser, die Gefängnisbetreiber auf, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Das ruft diejenigen auf, die Gefängnisse verantworten in Deutschland, auch da nochmal sehr genau hinzugucken. Insbesondere bei so jemandem wie dem Attentäter von Halle, wo wir wissen, dass er schon mal versucht hat, während des Prozesses zu fliehen. Stefan Bayer ist inzwischen in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht worden, wird rund um die Uhr beobachtet. Das wird jetzt ermittelt. Und Lutz Stordl ist heute Abend direkt vor diesem Hochsicherheitsgefängnis in Burglutz. Die offiziellen Stellen sind ja nach wie vor recht zurückhaltend mit Details. Das LKA aber ermittelt, denn es gibt wirklich viele offene Fragen. Es gibt viele offene Fragen, völlig richtig und die sind auch zum jetzigen Zeitpunkt zum Großteil noch offen. Vor allem ist ja im Raum steht, dass dieser Mann in der JVA sich eine schussfähige Waffe gebastelt haben soll. Das ist ein Gerücht momentan noch. Wir haben keine definitive Bestätigung bislang dafür bekommen. Wir wissen auch nicht, wie dieser waffenähnliche Gegenstand, so soll es wohl in ersten Untersuchungsergebnissen heißen, wie er ausgesehen hat. Er soll aber tatsächlich auch einen Schuss abgegeben haben. Und das muss man sich halt überlegen. Dieser Attentäter, der ja auch schon mit selbst gebastelten Waffen in Halle die Synagoge stören wollte, der hatte also die Möglichkeiten, in diesem Hochsicherheitstrakt wieder eine Waffe zu bauen. Das ist wirklich schwer vorstellbar. Er soll versucht haben, nachdem er einen Wärter als Geisel nehmen konnte, dann seine Flucht aus dieser JVA zu erzwingen. Da muss man dann ganz ehrlich sagen, das ist schwer vorstellbar. Also diese Haftanstalt hier gehört zu den modernsten, die wir in Deutschland haben. Die wurde erst 2009 eingeweiht. Das ist technisch, also was die Sicherheit betrifft, auf einem absolut modernen Top-Niveau. Selbst die Eingangstore, also wenn hier ein Auto reinfährt, da werden Herzfrequenzen gemessen. Also wenn da irgendwo in der Kiste jemand liegen würde, das würde sofort auffallen. Also dass er hier wirklich rauskommen könnte, das halte ich für illusorisch. Aber natürlich stellt sich vor allem die Frage, wie es auch um die Sicherheit des Personals in der Anstalt bestellt ist. Wenn es also möglich ist, solche Teile in die Anstalt zu schmuggeln, und da brauchen wir uns nichts vormachen, in jede JVA kommen auf unterschiedlichen Wegen Teile hinein. Aber wenn die selbst so sicherheitsrelevant sind, dass sie eben zum Waffenbau reichen, dann muss man sich hier ein paar Gedanken über die Strukturen machen. Das versucht man zu ermitteln. Es werden jetzt alle Videos ausgewertet. Es werden Gespräche mit allen geführt, die hier beteiligt waren. Und klar, auch erst mal als Konsequenz, Entschuldigung, dass er verlegt werden wird. Das ist ein üblicher Vorgang. Also wenn es in einer JVA zu einer Geiselnahme gekommen ist, dann wird der Täter in eine andere JVA verlegt. In diesem Fall sind Anstalten in Bayern und in Nordrhein-Westfalen im Gespräch. Lutz, danke dir für diese Informationen. Direkt vor die JVA in Burg. Leonie van Rando, zugeschaltet aus dem Bundestag heute Abend. Leonie, wie reagiert denn das politische Berlin auf die Geiselnahme? Wir haben es schon ganz kurz gehört. Unter anderem hat sich die Bundesinnenministerin zu Wort gemeldet. Aber es gibt noch weitere Stimmen. So ist es. Und wir wollen doch direkt einmal nachfragen hier bei Thomas Heilmann, CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Justizsenator hier in Berlin. Guten Abend, Herr Heilmann. Guten Abend. Zunächst also die Frage, die sich jetzt jeder stellt. Wie konnte das passieren? Eine Geiselnahme in einer JVA bei einem solchen Schwerstkriminellen. Haben Sie darauf eine Antwort, wie sowas möglich sein kann? Na ja, die Gefängnisse sitzen ja nun per Definition immer Kriminelle, die auch, wie ich aus meiner eigenen Amtszeit war, sich immer wieder kriminelle Dinge ausdenken. Dennoch ist das ein ziemlich einzigartiger Vorgang, dass es eine Geiselnahme gibt und man sich offensichtlich eine selbst gebastelte Waffe, ich weiß das alles nicht aus erster Hand, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, nehmen kann. Das wird sicher einer Aufklärung bedürfen. Sie sprechen es gerade an. Möglicherweise hat es hier also eine selbstgebaute Waffe gegeben. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie wird denn überprüft, was in so einer Gefängniszelle sein darf an Gegenständen? Erzählen Sie uns ein bisschen genauer sozusagen, was darf ein solcher Gefangener besitzen? Was darf da reinkommen in die Zelle? Was könnte möglicherweise auch auf illegalem Weg in so eine Gefängniszelle gelangen, in einem Hochsicherheitstrakt wie dieser JVA Burg? Natürlich darf das nicht so sein, das ist unbestreitbar so. Nun befinden sich in Haftzellen immer wieder Dinge, die da nicht hingehören, allen voran Handys, davon finden wir mehrere tausend in Deutschland jedes Jahr und das sind die, die wir finden und von der Zahl derer, die wir nicht finden, wissen wir nicht. Es gibt viele Wege, wie man das versucht reinzuschmuggeln. Es gibt immer wieder leider auch Mitarbeiter, die sich erpressen lassen und so etwas machen. Es gibt auch Rechtsanwälte, die dabei behilflich sind. Das sind natürlich immer die Ausnahmen von der Regel, aber diese Ausnahmen gibt es leider. Wie das da im konkreten Fall passiert ist, weiß ich nicht. Ist jeweils ein ungeheuerlicher Vorgang. Sie sprechen es gerade also an, dass möglicherweise da eben auch ein Behördenversagen, also beispielsweise erpressbare Mitarbeiter eine Rolle spielen könnten. Nun wollen wir da nicht spekulieren, aber ganz grundsätzlich, wer trägt denn die Verantwortung, wenn so etwas schief geht in einem derartigen Hochsicherheitstrakt mit einem solchen Schwerstkriminellen? Ja, das kommt natürlich auf die Aufklärung an, was jetzt eigentlich schiefgegangen ist. Wenn jetzt ein einzelner Mitarbeiter erpressbar sein sollte, nur um jetzt mal das anfassbar zu machen, das aber gibt kein Indiz, dass ich dafür habe, dann ist das ja kein Behördenversagen. Sondern eine individuelle Schuld, die es nun mal bei Menschen gibt. Aber da ich nicht die leiseste Vorstellung habe, wie das nun genau passiert ist, muss man glaube ich erst den Sachverhalt aufklären und dann sagen, wer könnte denn dafür gegebenenfalls auch verantwortlich sein. Vielleicht können Sie uns erklären, wie also Schwerstverbrecher untergebracht sind im Vergleich zu in Anführungsstrichen normalen Verbrechern, also eben der Attentäter von Halle im Vergleich zu jemandem, der ein geringeres Strafmaß hat. Was gibt es da für besondere Sicherheitsvorkehrungen? Da gibt es ein gestuftes Verfahren. Normalerweise haben Gefangene einen Rechtsanspruch auf eine Einzelzelle. Es gibt aber dann Fälle, dass man jemanden dazulegt. Es gibt auch überwachte Hafträume, wo sozusagen 24 Stunden am Tag immer jemand so in der Nähe ist, dass er in die Zelle hineingucken kann. Das unterliegt übrigens alles der richterlichen Kontrolle. Das heißt, das kann nicht einfach so angeordnet werden, sondern es braucht immer im Einzelfall Indizien dafür, dass ein Täter besonders gefährlich ist oder was auch sehr häufig vorkommt, selbstmordgefährdet ist. Auch dann wird er überwacht. Es gibt einzelne Ausnahmefälle, da werden die sogar angeschnallt, weil sie sich so sehr gefährdend sich verhalten. In dem konkreten Einzelfall kann ich dazu natürlich gar nicht sagen. Sie waren selber Justizsenator hier in Berlin. In Ihrer Amtszeit ist ja auch der Fluchtversuch oder die Flucht zweier Häftlinge aus der JVA in Moabit gefallen. Was läuft grundsätzlich schief in deutschen Gefängnissen, dass so etwas eben möglich ist, obwohl man eben versucht, natürlich das zu verhindern? Ja, ganz generell im internationalen Vergleich steht Deutschland auch in den Jahren, nachdem ich jetzt Justizsenator war und keine Verantwortung mehr trage, nicht so schlecht da. Jedes System hat auch mal eine Schwäche. Aber bisher gelingt es auch in den beiden Fällen, die Sie angesprochen haben, die in meiner Amtszeit waren, sind beide Flüchtigen dann wieder gefasst worden. Also in der Regel ist eine Flucht aus einem Gefängnis, jedenfalls aus einem geschlossenen Vollzug, nicht erfolgreich. Vielen Dank Ihnen, Herr Heilmann, für diese Einblicke. Der ehemalige Justizsenator in Berlin, Thomas Heilmann, er sagt eben noch mal, man muss natürlich abwarten, was jetzt konkret herauskommt. Grundsätzlich seien deutsche Gefängnisse zwar sicher, aber natürlich kann in Einzelfällen da eben auch immer auftreten, dass beispielsweise Mitarbeiter erpressbar sind. Was aber genau passiert ist, das wird sich eben in den nächsten Tagen, möglicherweise Wochen erst herausstellen. Leonie, ganz herzlichen Dank in den Reichstag und auch für das Gespräch mit dem ehemaligen Justizsenator. Nach der Großrazzia in der Reichsbürgerszene gibt es weitere Erkenntnisse. So sollen bei den Durchsuchungen deutlich mehr Waffen gefunden worden sein als bisher bekannt. Außerdem soll das mutmaßliche Terrornetzwerk sogenannte Heimatschutzkompanien gebildet haben. Nach den Sondersitzungen der Bundestagsausschüsse geht es nun darum, was mit Blick auf das Waffen- und Disziplinarrecht geändert werden kann oder muss. Das Verteidigungsministerium will Soldatinnen und Soldaten mit extremistischer Gesinnung künftig einfacher aus dem Dienst entlassen. Mit der Expertise von Ex-Offizieren und Soldaten des KSK sollte der Umsturz gelingen. Die Reichsbürger gründeten wohl 286 Heimatschutzkompanien. Schießübungen in Bayern sollten auf den Ernst vorbereiten. 93 Waffen wurden bei den Razzien von den Behörden beschlagnahmt. Die Linke fordert die Auflösung der KSK-Elite-Truppe. Und die Bundesregierung will konsequenter gegen rechtsextremistisches Gedankengut in der Truppe vorgehen. Ja, vor allen Dingen müssen die Truppen schneller und besser ausgestattet werden. Wir haben das Problem, wenn solche Fälle vorkommen, dass das oft zwei, drei Jahre dauert, bis der Fall zur Verhandlung kommt. Die AfD wird unter Abgeordneten derweil offen als parlamentarischer Arm der Reichsbürgerszene bezeichnet. Leugnen und Kleinreden dagegen beim Pressestatement der Alternative selbst. Es gebe wichtigere Themen. Eine explodierende Kriminalitätsrate. Also das Ganze ist etwas, womit sich eigentlich eine Innenministerin beschäftigen sollte und nicht irgendwie mit so einem angestrebten Rollator-Putsch. Widerspruch kommt prompt aus der CDU-CSU. Das ist hier kein Spaß, sondern das ist eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit. Ich würde es sehr bedauern, wegen der Nähe einiger AfD-Abgeordneter zu dieser Szene, hier zu einer Verschärfung der Sicherheitsanforderungen im Deutschen Bundestag kommen zu müssen. Die AfD ist bislang vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft worden. Nun werden Forderungen laut sie vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Laut IFO-Institut haben offenbar einige Unternehmen die Inflation genutzt, um ihre Gewinne deutlich zu steigern. Demnach ist das Ausmaß der Inflation nicht allein durch gestiegene Preise für Energie und Vorleistung unerklärbar. Besonders in den Branchen Bau, Handel, Gastgewerbe, Verkehr sowie in der Land- und Forstwirtschaft seien die Preise deutlich stärker erhöht worden, als es zu erwarten gewesen wäre. Sechseinhalb Jahre nach dem Terroranschlag in Nizza werden heute die Urteile gegen die mutmaßlichen Unterstützer des Attentäters erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert für die sieben angeklagten Männer und eine Frau Haftstrafen zwischen zwei und 15 Jahren, außerdem teils Landesverweise. Die Angeklagten sollen Mitglieder einer terroristischen Vereinigung gewesen sein und bei der Beschaffung von Waffen geholfen haben. Bei dem Terroranschlag 2016 war ein Mann mit einem Lastwagen auf der Promenade in Nizza in eine Menschenmenge gefahren und hatte auf sie geschossen. 86 Menschen starben, mehr als 200 wurden verletzt. Das EU-Parlament hat heute Vizepräsidentin Kay Lee wegen Korruptionsverdacht abgesetzt. Der 44-jährigen Griechin wird vorgeworfen, Geld vom Emirat Katar angenommen zu haben. Kay Lee bestreitet die Vorwürfe. Bei einer Razzie an ihrer Brüsseler Wohnung am Wochenende sollen allerdings säckeweise Bargeld gefunden worden sein. Kay Lee sowie drei weitere Verdächtige wurden vorgestern von den belgischen Behörden in Untersuchungshaft genommen. Die internationale Ukraine-Konferenz in Paris hat Hilfszusagen von gut einer Milliarde Euro erbracht. Die Spenden und Sachmittel sollen ab sofort bis zum Ende des Winters geliefert werden. An dem Treffen in Paris nehmen rund 70 Staaten, internationale Organisationen sowie Vertreter der Europäischen Union teil. Konkret soll die Infrastruktur der Ukraine wieder aufgebaut und aufrechterhalten werden. Priorität haben die Strom- und die Wärmeversorgung. Zur Koordination soll künftig eine Plattform den Bedarf der Ukraine gezielt mit Hilfsangeboten aus den Unterstützerländern zusammenführen. Aus Moskau zugeschaltet, dem kalten Moskau, Christoph Wanner. Christoph Volodymyr Selenskyj derzeit zusammen mit auch von solcher Unterstützung bei vielen Treffen präsent. Wladimir Putin dagegen, der hat seine große traditionelle Jahresbilanz-Pressekonferenz aus der ganzen Welt, sind da Medienvertreter dabei, für dieses Jahr komplett abgesagt. Wie bewertest du das? Es gibt erstmal hier die offizielle Aussage dazu von Dmitry Peskov, dem Sprecher von Wladimir Putin. Und der hat lediglich gesagt, dass es dieses Jahr keine große Jahrespressekonferenz des russischen Präsidenten geben wird. Gründe hat er keine genannt. Ich denke, dass das ganz klar zusammenhängt mit dem Krieg in der Ukraine und damit, dass Wladimir Putin einfach unangenehme Fragen vermeiden will oder auch vermeiden will, dass es da zu spontanen Protestaktionen des einen oder anderen Journalisten kommen könnte. Da könnte jemand zum Beispiel ein Plakat hochheben, schuldig diesen Krieg und dann würde das um die ganze Welt gehen. Das wäre für Russland peinlich. Dann geht das auch noch viral im Internet. Also all das wäre sicherlich der Horror für den Kreml. Und deswegen denke ich, vermeidet man jetzt dieses Risiko. Und hat einfach beschlossen, dieses Jahr keine Jahrespressekonferenz zu machen, nur um einmal sich die Dimension vorzustellen. Letztes Jahr waren da 507 Journalisten aus der ganzen Welt akkreditiert. Das hat über vier Stunden gedauert. Und über 50 Fragen hat sich da Putin stellen lassen. Und es ist einfach das Risiko enorm groß, dass das alles komplett schief geht im Zusammenhang mit dem Krieg und all den Niederlagen, die Russland da hinnehmen musste. Und da hat man einfach gesagt, nee, das machen wir dieses Jahr nicht. Denn der Krieg geht ja nach wie vor weiter. Und in der Region Bachmut, da versucht die russische Armee derzeit, man hat den Eindruck, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und auch wirklich hohen Verlusten offenbar Geländegewinne zu erzielen. Ja, ist das weniger strategisches Interesse, sondern braucht man da unbedingt vor Jahresende noch einen militärischen Erfolg? Ja, sowohl als auch. Also man braucht unbedingt diesen militärischen Erfolg. Das sehe ich auch so wie du. Ich denke, die Niederlagen der letzten Monate, über die ich ja gerade schon gesprochen habe, die sind einfach ein harter Schlag gewesen, auch für die Moral der Russen. Und da will man natürlich jetzt gerade noch mal zum Jahresende doch einen Erfolg erzielen. Und Bachmut ist eben eine wichtige Stadt für die Russen. Sie nennen sie Artyomovsk. Sie wird seit Monaten attackiert. Und man kommt da eben immer nur in kleinsten Schritten voran. Wie du richtig gesagt hast, sehr verlustreich. Vor allem attackieren da die Wagner-Söldner, diese berüchtigte Söldner-Gruppe und auch ehemalige russische Strafgefangene, die ja die Wagner-Söldner angeworben haben für Geld und dann auch Straffreiheit, wenn sie ein halbes Jahr an der Seite der russischen Soldaten gekämpft haben. Und das sind dann die Sturmtruppen, die da in die Gefechte geschmissen, geworfen werden. Also das ist sehr verlustreich auf beiden Seiten. Und hat aber auch eine strategische Bedeutung. Denn Bachmut ist nicht weit weg von Kramatorsk und von Slavins. Das sind nur 30, 40 Kilometer. Das sind zwei ukrainische Großstädte, die auch in dem Bereich Donetsk liegen. Und diese neuralgischen Städte, die die Russen natürlich auch haben. Denn man muss immer im Hinterkopf haben, am 30. September hat Russland vier ukrainische Gebiete annektiert. Und dazu gehört natürlich auch Donetsk, genauso wie Lugansk, Saporosche und auch Herson. Und die russische Lesart ist eben, dass das alles jetzt zur russischen Föderation gehört. Der Westen akzeptiert das nicht. Die internationale Staatengemeinschaft akzeptiert das nicht. Aber Tatsache bleibt Tatsache. Und wenn man eben diese vier Gebiete kontrollieren will, muss auch Bachmut eines Tages fallen. Und von daher hat diese Stadt tatsächlich auch strategische Bedeutung. Und Peskov, der Sprecher von Wladimir Putin, hat ja auch gesagt, die Ukraine müsse die Realität anerkennen. Diese vier Gebiete seien nun mal jetzt ein Teil Russlands. Und wenn das nicht anerkannt wird, dann wird es auch keinen Frieden geben. Das hat Peskov erst heute gesagt. Christoph, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung und die Informationen nach Moskau. Und wir sind gleich wieder für Sie da. Blicken auf die Geiselnahme von gestern Abend des Attentäters von Halle und die Reaktionen in wenigen Augenblicken. Bleiben Sie bei uns. Blicken auf die Geiselnahme von gestern Abend des Attentäters von Halle und die Reaktionen in wenigen Augenblicken. Dienstagabend, ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Welt. Rassistisch, antisemitisch und menschenfeindlich. Nicht so hat sich der Halle-Attentäter 2019 mit seinem Terroranschlag auf die Synagoge gezeigt. Jetzt hat der 30 Jahre alte Stefan Bayer im Hochsicherheitsgefängnis Burg erneut demonstriert, wie gefährlich er ist. Gestern Abend versuchte er auszubrechen und brachte zwei JVA-Bedienstete in seine Gewalt. Nach Weltinformationen unter anderem mit einer selbstgebauten Schusswaffe. Der Fall wird jetzt vom LKA untersucht. Die JVA-Burg ist das größte und modernste Hochsicherheitsgefängnis in Sachsen-Anhalt. Und doch gelang es einem der Insassen, Stefan Bayer, zwei Justizvollzugsbeamte als Geisel zu nehmen. Bedroht sie mit einer selbstgebauten Waffe, will so aus dem Gefängnis ausbrechen. Im Innenbereich der Anstalt ist der Gefangene so dann nicht weiter vorangekommen. Und durch die geschulte Ansprache von Bediensteten ist es gelungen, gegen kurz nach halb zehn den Gefangenen durch Justizvollzugsbedienstete der JVA-Burg zu überwältigen. Dabei wird der 30-Jährige leicht verletzt. Bayer gilt als unkooperativer und schwieriger Häftling. Deutschlandweit wird er als Attentäter von Halle bekannt. Am 9. Oktober 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, versucht er die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelingt, aufs Gelände zu kommen, ermordet er vor der Synagoge eine Passantin und in einem Imbiss einen 20-Jährigen. Bayer wird zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach dem Vorfall fordert Bundesinnenministerin Faeser die Gefängnisbetreiber auf, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Das ruft diejenigen auf, die Gefängnisse verantworten in Deutschland, auch da nochmal sehr genau hinzugucken. Insbesondere bei so jemandem wie dem Attentäter von Halle, wo wir wissen, dass er schon mal versucht hat, während des Prozesses zu fliehen. Stefan Bayer ist inzwischen in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht worden, wird rund um die Uhr beobachtet. Wie es zu der Geiselnahme kommen konnte, wird jetzt ermittelt. Und Lutz Stordl ist heute Abend direkt vor diesem Hochsicherheitsgefängnis in Burglutz. Die offiziellen Stellen sind ja nach wie vor recht zurückhaltend mit Details. Das LKA aber ermittelt, denn es gibt wirklich viele offene Fragen. Es gibt viele offene Fragen völlig richtig und die sind auch zum jetzigen Zeitpunkt zum Großteil noch offen. Vor allem ist ja im Raum steht, dass dieser Mann in der JVA sich eine schussfähige Waffe gebastelt haben soll. Das ist ein Gerücht momentan noch. Wir haben keine definitive Bestätigung bislang dafür bekommen. Wir wissen auch nicht, wie dieser waffenähnliche Gegenstand, so soll es wohl in ersten Untersuchungsergebnissen heißen, wie der ausgesehen hat. Er soll aber tatsächlich auch einen Schuss abgegeben haben. Und das muss man sich halt überlegen. Dieser Attentäter, der ja auch schon mit selbst gebastelten Waffen in Halle die Synagoge stören wollte, der hatte also die Möglichkeiten, in diesem Hochsicherheitstrakt wieder eine Waffe zu bauen. Das ist wirklich schwer vorstellbar. Er soll versucht haben, nachdem er einen Wärter als Geisel nehmen konnte, dann seine Flucht aus dieser JVA zu erzwingen. Da muss man dann ganz ehrlich sagen, das ist schwer vorstellbar. Also diese Haftanstalt hier gehört zu den modernsten, die wir in Deutschland haben. Die wurde erst 2009 eingeweiht. Ist technisch, also was die Sicherheit betrifft, auf einem absolut modernen Top-Niveau. Selbst die Eingangstore, also wenn hier ein Auto reinfährt, da werden Herzfrequenzen gemessen. Also wenn da irgendwo in der Kiste jemand liegen würde, das würde sofort auffallen. Also dass er hier wirklich rauskommen könnte, das halte ich für illusorisch. Aber natürlich stellt sich vor allem die Frage, wie es auch um die Sicherheit des Personals in der Anstalt bestellt ist. Wenn es also möglich ist, solche Teile in die Anstalt zu schmuggeln, und da brauchen wir uns nichts vormachen, in jede JVA kommen auf unterschiedlichen Wegen Teile hinein. Aber wenn die selbst so sicherheitsrelevant sind, dass sie eben zum Waffenbau reichen, dann muss man sich hier ein paar Gedanken über die Strukturen machen. Das versucht man zu ermitteln. Es werden jetzt alle Videos ausgewertet, es werden Gespräche mit allen geführt, die hier beteiligt waren. Und klar ist auch erst mal als Konsequenz, Entschuldigung, dass er verlegt werden wird. Das ist ein üblicher Vorgang. Also wenn es in einer JVA zu einer Geiselnahme gekommen ist, dann wird der Täter in eine andere JVA verlegt. In diesem Fall sind Anstalten in Bayern und in Nordrhein-Westfalen im Gespräch. Lutz, danke dir für diese Informationen. Direkt vor die JVA in Burg. Leonie van Rando, zugeschaltet aus dem Bundestag heute Abend. Leonie, wie reagiert denn das politische Berlin auf die Geiselnahme? Wir haben es schon ganz kurz gehört. Unter anderem hat sich die Bundesinnenministerin zu Wort gemeldet. Aber es gibt noch weitere Stimmen. So ist es. Und wir wollen doch direkt einmal nachfragen hier bei Thomas Heilmann, CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Justizsenator hier in Berlin. Guten Abend, Herr Heilmann. Guten Abend. Zunächst also die Frage, die sich jetzt jeder stellt. Wie konnte das passieren, eine Geiselnahme in einer JVA bei einem solchen Schwerstkriminellen? Haben Sie darauf eine Antwort, wie so etwas möglich sein kann? Na ja, nun in den Gefängnissen sitzen ja nun per Definition immer kriminelle, die auch, wie ich aus meiner eigenen Amtszeit war, sich immer wieder kriminelle Dinge ausdenken. Dennoch ist das ein ziemlich einzigartiger Vorgang, dass es eine Geiselnahme gibt und man sich offensichtlich eine selbst gebastelte Waffe, ich weiß das alles nicht aus erster Hand, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, nehmen kann. Das wird sicher einer Aufklärung bedürfen. Sie sprechen es gerade an, möglicherweise hat es hier also eine selbstgebaute Waffe gegeben. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie wird denn überprüft, was in so einer Gefängniszelle sein darf an Gegenständen? Erzählen Sie uns ein bisschen genauer sozusagen, was darf ein solcher Gefangener besitzen? Was darf da reinkommen in die Zelle? Was könnte möglicherweise auch auf illegalem Weg in so eine Gefängniszelle gelangen, in einem Hochsicherheitstrakt wie dieser JVA Burg? Natürlich darf das nicht so sein, das ist unbestreitbar so. Nun befinden sich in Haftzellen immer wieder Dinge, die da nicht hingehören, allen voran Handys. Davon finden wir mehrere tausend in Deutschland jedes Jahr und das sind die, die wir finden. Und von der Zahl derer, die wir nicht finden, wissen wir nicht. Es gibt viele Wege, wie man das versucht reinzuschmuggeln. Es gibt immer wieder leider auch Mitarbeiter, die sich erpressen lassen und so etwas machen. Es gibt auch Rechtsanwälte, die da beibehilflich sind. Das sind natürlich immer die Ausnahmen von der Regel, aber diese Ausnahmen gibt es leider. Wie das da im konkreten Fall passiert ist, weiß ich nicht. Ist jeweils ein ungeheuerlicher Vorgang. Sie sprechen es gerade also an, dass möglicherweise da eben auch ein Behördenversagen, also beispielsweise erpressbare Mitarbeiter, eine Rolle spielen könnten. Nun wollen wir da nicht spekulieren, aber ganz grundsätzlich, wer trägt denn die Verantwortung, wenn so etwas schief geht in einem derartigen Hochsicherheitstrakt mit einem solchen Schwerstkriminellen? Ja, das kommt natürlich auf die Aufklärung an, was jetzt eigentlich schiefgegangen ist. Wenn jetzt ein einzelner Mitarbeiter erpressbar sein sollte, nur um jetzt mal das anfassbar zu machen, das aber gibt kein Indiz, dass ich dafür habe, dann ist das ja kein Behördenversagen, sondern eine individuelle Schuld, die es nun mal bei Menschen gibt. Aber da ich nicht die leiseste Vorstellung habe, wie das nun genau passiert ist, muss man, glaube ich, erst den Sachverhalt aufklären und dann sagen, wer könnte denn dafür gegebenenfalls auch verantwortlich sein. Vielleicht können Sie uns erklären, wie also Schwerstverbrecher untergebracht sind im Vergleich zu, in Anführungsstrichen, normalen Verbrechern, also eben der Attentäter von Halle im Vergleich zu jemandem, der ein geringeres Strafmaß hat. Was gibt es da für besondere Sicherheitsvorkehrungen? Da gibt es ein gestuftes Verfahren. Normalerweise haben Gefangene einen Rechtsanspruch auf eine Einzelzelle. Es gibt aber dann Fälle, dass man jemanden dazulegt. Es gibt auch überwachte Hafträume, wo sozusagen 24 Stunden am Tag immer jemand so in der Nähe ist, dass er in die Zelle hineingucken kann. Das unterliegt übrigens alles der richterlichen Kontrolle. Das heißt, das kann nicht einfach so angeordnet werden, sondern es braucht immer im Einzelfall Indizien dafür, dass ein Täter besonders gefährlich ist oder, was auch sehr häufig vorkommt, selbstmordgefährdet ist. Auch dann wird er überwacht. Es gibt einzelne Ausnahmefälle, da werden die sogar angeschnallt, weil sie sich so selbstgefährdend verhalten. In dem konkreten Einzelfall kann ich dazu natürlich gar nichts sagen. Sie waren selber Justizsenator hier in Berlin. In Ihrer Amtszeit ist ja auch der Fluchtversuch oder die Flucht zweier Häftlinge aus der JVA in Moabit gefallen. Was läuft grundsätzlich schief in deutschen Gefängnissen, dass so etwas eben möglich ist, obwohl man eben versucht, natürlich das zu verhindern? Ganz generell im internationalen Vergleich steht Deutschland auch in den Jahren, nachdem ich jetzt Justizsenator war und keine Verantwortung mehr trage, nicht so schlecht da. Jedes System hat auch mal eine Schwäche. Aber bisher gelingt es auch in den beiden Fällen, die Sie angesprochen haben, die in meiner Amtszeit waren, sind beide Flüchtigen dann wieder gefasst worden. Also in der Regel ist eine Flucht aus einem Gefängnis, jedenfalls aus einem geschlossenen Vollzug, nicht erfolgreich. Vielen Dank Ihnen, Herr Heilmann, für diese Einblicke. Der ehemalige Justizsenator in Berlin, Thomas Heilmann, er sagt eben noch mal, man muss natürlich abwarten, was jetzt konkret herauskommt. Grundsätzlich seien deutsche Gefängnisse zwar sicher, aber natürlich kann in Einzelfällen da eben auch immer auftreten, dass beispielsweise Mitarbeiter erpressbar sind. Und was aber genau passiert ist, das wird sich eben in den nächsten Tagen, möglicherweise Wochen erst herausstellen. Leonie, ganz herzlichen Dank in den Reichstag und auch für das Gespräch mit dem ehemaligen Justizsenator. Und Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger, die gab sich heute mit Informationen zur Geisernahme selbst sehr zurückhaltend. In erster Linie ging es ihr darum, alle Beteiligten zu loben. Justizvollzugsbedienstete haben den Gefangenen im inneren Bereich der JVA Burg überwältigt und ihn so dann in einen besonders gesicherten Haftraum verbracht. Dank des wirklich guten Zusammenspiels der Justizvollzugsbediensteten vor Ort ist es gelungen, diese herausfordernde Lage stets unter Kontrolle zu halten. Die wiederkehrenden Übungen dort im Justizvollzug haben sich auch in diesem Fall als äußerst positiv erwiesen. Die Bediensteten waren durchgehend handlungssicher. Zusammen mit meiner Kollegin Franka Lefeld habe ich heute mit René Müller über die Geisernahme selbst und die Situation der Strafvollzugsbediensteten gesprochen. Er zeigte sich überhaupt nicht überrascht, dass es zu einem solchen Vorfall kommen konnte. Gott sei Dank ist es nicht alltäglich, aber es kommt immer wieder vor. Ich habe gerade auch den Bericht Ihres Reporters verfolgt, der dort gleich von Fehlverhalten von den Kolleginnen und Kollegen übrigens nicht Wärtern, sondern Justizvollzugsbeamten gibt es im Zoo. Wir haben gut ausgebildete Justizvollzugsbeamte und die haben diese Lage offensichtlich auch selbst lösen können und haben sie gut gelöst, denn die Lage wurde noch von eigenen Kräften innerhalb der Justizvollzugsanstalt entschärft und deeskaliert, sodass man dem Geiselnehmer habhaft dort werden konnte, ohne dass wir auswärtige Kräfte brauchen. Ja, das ist der Fall danach, aber so eine Lage sollte doch gar nicht erst entstehen und insbesondere nicht in einer Justizvollzugsanstalt, die ein Hochsicherheitsgefängnis ist und wie wir gehört haben, technisch eben wirklich so gut gerüstet ist, dass es nicht passieren sollte. Also was ist Ihre Erklärung dafür, dass es zu der Lage überhaupt kam? Leider doch. Leider doch. Selbst in einem Hochsicherheitsgefängnis kann so etwas vorkommen. Weil wir die Straftäter ja nicht 24 Stunden rund um die Uhr jeden Tag beobachten können. Das schaffen wir personell gar nicht, aber es ist auch rechtlich gar nicht möglich. Auch da muss man leider, aber es ist so, den Straftätern eine gewisse Privatsphäre zugestehen. Ich gehe davon aus, dass dort zusätzlich Haftraumkontrollen durchgeführt wurden. Das dann natürlich beobachtet wird in seinem ganzen Handeln. Trotzdem ist so eine Situation immer wieder nicht vorhersehbar und kann jederzeit eintreten. Denn Sie müssen sich vorstellen, die Gefangenen sind hinter verschlossenen Türen. Man sieht also vom Flur aus nicht rein in den Haftraum. Wenn man den Haftraum aufmacht und dort steht jemand mit einem selbstgebauten, mit einer Waffe, die unterschiedlich aussieht. Das kann selbst eine Zahnbürste sein, die man zu einer Waffe umfunktionieren kann. Und in diesem Fall wird eine Lage ein, die unsere Kollegen und Kollegen dort nicht vorhersehen können. Sie sprechen jetzt von Privatsphäre und dass man nicht alles einsehen kann. Man muss aber dazu sagen, beim Thema Waffen laut Weltinformation soll der Insasse ja auch verfügt haben, über ein Messer, über einen Dosenöffner und über eine Bastelschere. Also war man da vielleicht zu naiv ihm gegenüber, ihm solche Gegenstände überhaupt zugänglich zu machen? Da laufen jetzt ja die Ermittlungen des LKAs. Ich bin da, gehe davon aus, dass man das genau überprüft. Aber es ist tatsächlich so, dass selbst schwere Gewaltverbrecher und Straftäter im Besitz von Messern sind. Denn womit sollen sie sich sonst das Brot schmieren oder das Steak schneiden, das sie auch bekommen? Wir sind natürlich an diese Messer, sind gewisse Anforderungen gestellt, die ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern will. Aber sie sind eben nicht wie ein normales Messer. Aber andere Sachen wie eine Nagelschere. Natürlich bekommen auch diese Menschen eine Nagelschere. Warum denn nicht? Sie müssen sich ja irgendwie auch die Finger schneiden, die Fingernägel schneiden lassen oder selbst schneiden. Dazu bedarf man solcher Utensilien. Und das kann man leider nicht komplett ausschließen. Ich sagte ja, die Gefangenen sind tatsächlich so erfinderisch in bestimmten Bereichen. Die funktionieren kleinste Sachen, um sie als Waffe zu missbrauchen. Es ist also keine Waffe im herkömmlichen Sinn, sondern tatsächlich etwas Selbstgebautes, was Selbstgebasteltes. Ich habe wirklich Verständnis und ich verstehe Sie auch, dass Sie sich vor Ihre Kolleginnen und Kollegen stellen. Und das ist eine schwere Arbeit, eine anspruchsvolle Arbeit in der Justizvollzugsanstalt. Aber nach diesem Fall, mich überrascht auch, dass Sie sagen, ja, das kann einfach so passieren. Müsste nicht doch auch nach diesem Fall, müssten da nicht irgendwelche Konsequenzen gezogen werden? Kann die Arbeit nicht doch verbessert werden und die Sicherheit auch Ihrer Kolleginnen und Kollegen? Auf jeden Fall. Da gebe ich Ihnen ja völlig recht, weil ich denke, auch das wird Gegenstand der Ermittlung sein. War ausreichend Personal vor Ort? Das ist immer die größte Frage. Denn der wichtigste Aspekt an der Sicherheit ist immer ausreichend und gut geschultes Personal. Es gibt Szenarien, gerade zum Thema Geiselnahme, aber auch in anderen Lagen, die durchgespielt werden, wo unsere Kolleginnen und Kollegen in diesem Fall geschult werden. Ich gehe davon aus, dass das passiert ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die Personalausstattung in der JVA Burg ist. Ich kann Ihnen aber sagen, dass deutschlandweit zwischen 2000, also 2000 Bedienstete fehlen uns garantiert, aber bis zu 3000 Bedienstete in den gesamten Professionen. Und es kann tatsächlich vorkommen, dass in einigen Anstalten auf einigen Stationen ein Bediensteter für 30, 40 bis zu 70 Personen zuständig ist. Und da ist die Sicherheitslage dann schon massiv gefährdet. Und insofern gehe ich davon aus, dass es hier hoffentlich nicht der Fall war, aber das werden die Ermittlungen ergeben. Herr Müller, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Danke Ihnen nach Hamburg. Polizei und Staatsanwaltschaft haben heute Morgen elf Wohnungen und Räume von Mitgliedern der sogenannten letzten Generation in mindestens sechs Bundesländer durchsucht. Grund seien mehrere Attacken der Klimaaktivisten auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird ermittelt wegen Störung öffentlicher Betriebe und des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Gruppe selbst sprach von einem Einschüchterungsversuch. Unternehmensfraktionschef Friedrich Merz hat die Durchsuchungen bei den radikalen Klimaschutzdemonstranten heute unterstützt. Ich will ausdrücklich ebenfalls begrüßen, dass heute Morgen in Deutschland umfassende Hausdurchsuchungen stattgefunden haben gegen die sogenannten Klimaaktivisten, also diejenigen, die sich hier in den letzten Wochen ständig auf Straßen und auf Flughäfen festgeklebt haben. Das hat mit Klimaschutz nichts mehr zu tun. Das sind ebenfalls schwere Straftaten, Eingriffe in den Straßenverkehr, gefährliche Eingriffe in den Luftverkehr, Nötigung, Hausfriedensbruch, Straftatbestände gegen Leib und Leben der Bevölkerung. Auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Das tut er. Ich begrüße das ausdrücklich. Damit ist nicht verbunden eine irgendwie geartete Einschränkung des Demonstrationsrechts. Jeder hat in diesem Land das Recht zu sagen und zu denken, was er will, aber er muss sich dabei an die Regeln unseres Rechtsstaates halten. Und wenn jemand das mit Gewalt nicht mehr tut, dann muss der Staat seinerseits sein Gewaltmonopol anwenden und durchsetzen. Nach der Großrazzia in der Reichsbürgerszene gibt es weitere Erkenntnisse. So sollen bei den Durchsuchungen deutlich mehr Waffen gefunden worden sein als bisher bekannt. Außerdem soll das mutmaßliche Terrornetzwerk sogenannte Heimatschutzkompanien gebildet haben. Nach den Sondersitzungen der Bundestagsausschüsse geht es jetzt darum, was mit Blick auf das Waffen- und Disziplinarrecht geändert werden kann oder muss. Und das Bundesverteidigungsministerium will Soldatinnen und Soldaten mit extremistischer Gesinnung künftig einfacher aus dem Dienst entlassen. Mit der Expertise von Ex-Offizieren und Soldaten des KSK sollte der Umsturz gelingen. Die Reichsbürger gründeten wohl 286 Heimatschutzkompanien. Schießübungen in Bayern sollten auf den Ernst vorbereiten. 93 Waffen wurden bei den Razzien von den Behörden beschlagnahmt. Die Linke fordert die Auflösung der KSK-Elite-Truppe. Und die Bundesregierung will konsequenter gegen rechtsextremistisches Gedankengut in der Truppe vorgehen. Ja, vor allen Dingen müssen die Truppengerichte schneller und besser ausgestattet werden. Wir haben das Problem, wenn solche Fälle vorkommen, dass das oft zwei, drei Jahre dauert, bis der Fall zur Verhandlung kommt. Die AfD wird unter Abgeordneten derweil offen als parlamentarischer Arm der Reichsbürgerszene bezeichnet. Leugnen und Kleinreden dagegen beim Pressestatement der Alternative selbst. Es gebe wichtigere Themen. Eine explodierende Kriminalitätsrate, also das Ganze ist etwas, womit sich eigentlich eine Innenministerin beschäftigen sollte und nicht irgendwie mit so einem angestrebten Rollatorputsch. Widerspruch kommt prompt aus der CDU-CSU. Das ist hier kein Spaß, sondern das ist eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit. Ich würde es sehr bedauern, wegen der Nähe einiger AfD-Abgeordneter zu dieser Szene, hier zu einer Verschärfung der Sicherheitsanforderungen im Deutschen Bundestag kommen zu müssen. Die AfD ist bislang vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft worden. Nun werden Forderungen laut sie vom Verfassungsschutz beobachten. Das EU-Parlament hat Vizepräsidentin Kay Lee wegen Korruptionsverdacht abgesetzt. Der 44-jährigen Griechen wird vorgeworfen, Geld vom Emirat Katar angenommen zu haben. Kay Lee bestreitet die Vorwürfe. Bei einer Razzia in ihrer Brüsseler Wohnung am Wochenende sollen säckeweise Bargeld gefunden worden sein, heißt es. Kay Lee sowie drei weitere Verdächtige wurden am Sonntag von den belgischen Behörden in Untersuchungshaft genommen. US-Forschern ist heute eine Sensation, ein historischer Durchbruch bei der Kernfusion gelungen. Sie erzeugten mit einem experimentellen Fusionsreaktor zum ersten Mal mehr Energie, als während des Prozesses verbraucht wurde. Und genau das könnte der erste Schritt sein zu einem Verfahren, mit dem sich eines Tages klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen erzeugen lässt. Peter Handjes berichtet. Was wäre, wenn wir wie die Sonne endlos Energie erzeugen könnten? Diesem Traum sind Forschende der Kalifornischen National Ignition Facility seit mehr als zehn Jahren auf der Spur. Allerdings mussten sie für den Prozess bisher mehr Energie aufwenden, als am Ende dabei herauskam. Doch inzwischen wollen die US-Wissenschaftler das scheinbar Unmögliche geschafft haben, einen Energieüberschuss, wenn auch im Kleinen. Es ist das erste Mal, dass es überhaupt einem Forschungslabor gelungen ist, egal wo auf dieser Welt. Einfach ausgedrückt, es ist eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts. Anders als bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken besteht bei der Kernfusion keine Gefahr eines nuklearen Unfalls. Sie gilt als sauber und sicher und erzeugt mit einem Gramm Brennstoff etwa so viel Energie wie elf Tonnen Kohle. Für ihre Experimente verwendeten die Forscher die stärkste Laseranlage der Welt, um winzige Mengen von Wasserstoff in 100 Millionen Grad heißes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzten 200 Laserstrahlen das Innere eines nur Millimeter großen Behälters und setzten enorme Mengen an Energie und Wärme frei. Auf diese Weise wurde in Kalifornien unterm Strich angeblich 20 Prozent mehr Energie erzeugt als eingespeist. Ich halte das Ergebnis für wissenschaftlich sehr interessant und spannend und es zeigt auch den Weg auf sozusagen Richtung Kernfusion. Ein Durchbruch von der Art, dass man jetzt schon morgen den Kernfusionsreaktor haben würde, ist es nicht. Bis zu einer industriellen und rentablen Nutzung der Kernfusion rechnen auch die US-Wissenschaftler mit weiteren 20 bis 30 Jahren Forschung und Entwicklung. Und soweit das Wichtigste für den Moment. Nachrichten rund um die Uhr immer auch unter www.welt.de. Bleiben Sie auf jeden Fall bei uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dienstagabend. Ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Welt. Und wir beginnen die Sendung ausnahmsweise mit einer wirklich guten Meldung. US-Forscher, nämlich ist heute nach eigenen Angaben ein historischer Durchbruch bei der Kernfusion gelungen. Sie erzeugt mit einem experimentellen Fusionsreaktor zum ersten Mal mehr Energie, als während des Prozesses verbraucht wurde. Und das könnte ein Schritt sein zu einem Verfahren, mit dem sich eines Tages möglicherweise klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen erzeugen lässt. Bitte hand jetzt mit den Einzelheiten. Was wäre, wenn wir wie die Sonne endlos Energie erzeugen könnten? Diesem Traum sind Forschende der Kalifornischen National Ignition Facility seit mehr als zehn Jahren auf der Spur. Allerdings mussten sie für den Prozess bisher mehr Energie aufwenden, als am Ende dabei herauskam. Doch inzwischen wollen die US-Wissenschaftler das scheinbar Unmögliche geschafft haben, einen Energieüberschuss, wenn auch im Kleinen. Es ist das erste Mal, dass es überhaupt einem Forschungslabor gelungen ist, egal wo auf dieser Welt. Einfach ausgedrückt, es ist eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts. Anders als bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken besteht bei der Kernfusion keine Gefahr eines nuklearen Unfalls. Sie gilt als sauber und sicher und erzeugt mit einem Gramm Brennstoff etwa so viel Energie wie elf Tonnen Kohle. Für ihre Experimente verwendeten die Forscher die stärkste Laseranlage der Welt, um winzige Mengen von Wasserstoff in 100 Millionen Grad heißes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzten 200 Laserstrahlen das Innere eines nur Millimeter großen Behälters und setzten enorme Mengen an Energie und Wärme frei. Auf diese Weise wurde in Kalifornien unterm Strich angeblich 20 Prozent mehr Energie erzeugt als eingespeist. Ich halte das Ergebnis für wissenschaftlich sehr interessant und spannend und es zeigt auch den Weg auf sozusagen Richtung Kernfusion. Ein Durchbruch von der Art, dass man jetzt schon morgen den Kernfusionsreaktor haben würde, ist es nicht. Bis zu einer industriellen und rentablen Nutzung der Kernfusion rechnen auch die US-Wissenschaftler mit weiteren 20 bis 30 Jahren Forschung und Entwicklung. Polizei und Staatsanwaltschaft haben heute Morgen elf Wohnungen und Räume von Mitgliedern der sogenannten letzten Generation in mindestens sechs Bundesländern durchsucht. Grund seien mehrere Attacken der Klimaaktivisten auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird ermittelt wegen Störung öffentlicher Betriebe und des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Gruppe selbst sprach von einem Einschüchterungsversuch. Und Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat heute die Durchsuchungen bei den radikalen Klimaschutzdemonstranten ausdrücklich begrüßt. Ich will ausdrücklich ebenfalls begrüßen, dass heute Morgen in Deutschland umfassende Hausdurchsuchungen stattgefunden haben gegen die sogenannten Klimaaktivisten. Also diejenigen, die sich hier in den letzten Wochen ständig auf Straßen und auf Flughäfen festgeklebt haben. Das hat mit Klimaschutz nichts mehr zu tun. Das sind ebenfalls schwere Straftaten, Eingriffe in den Strafverkehr, gefährliche Eingriffe in den Luftverkehr, Nötigung, Hausfriedensbruch, Straftatbestände gegen Leib und Leben der Bevölkerung. Auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Das tut er. Ich begrüße das ausdrücklich. Damit ist nicht verbunden eine irgendwie geartete Einschränkung des Demonstrationsrechts. Jeder hat in diesem Land das Recht zu sagen und zu denken, was er will. Aber er muss sich dabei an die Regeln unseres Rechtsstaates halten. Und wenn jemand das mit Gewalt nicht mehr tut, dann muss der Staat seinerseits sein Gewaltmonopol anwenden und durchsetzen. Der verurteilte Synagogenattentäter von Halle, Stefan Bayer, hat gestern Abend versucht, aus dem Hochsicherheitsgefängnis Burg bei Magdeburg auszubrechen. Es war bereits ein zweiter Fluchtversuch. Dieses Mal brachte er zwei JVA-Bedienstete in seine Gewalt. Nach Weltinformationen mit einer selbstgebauten Schusswaffe. Bundesinnenministerin Nancy Faeser rief die Verantwortlichen dazu auf, die Sicherheitsmaßnahmen in Justizvollzugsanstalten zu überprüfen. Die JVA Burg ist das größte und modernste Hochsicherheitsgefängnis in Sachsen-Anhalt. Und doch gelang es einem der Insassen, Stefan Bayer, zwei Justizvollzugsbeamte als Geisel zu nehmen. Bedroht sie mit einer selbstgebauten Waffe, will so aus dem Gefängnis ausbrechen. Im Innenbereich der Anstalt ist der Gefangene so dann nicht weiter vorangekommen. Und durch die geschulte Ansprache von Bediensteten ist es gelungen, gegen kurz nach halb zehn, den Gefangenen durch Justizvollzugsbedienstete der JVA Burg zu überwältigen. Dabei wird der 30-Jährige leicht verletzt. Bayer gilt als unkooperativer und schwieriger Häftling. Deutschlandweit wird er als Attentäter von Halle bekannt. Am 9. Oktober 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, versucht er die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelingt, aufs Gelände zu kommen, ermordet er vor der Synagoge eine Passantin und in einem Imbiss einen 20-Jährigen. Bayer wird zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach dem Vorfall fordert Bundesinnenministerin Faeser, die Gefängnisbetreiber auf, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Das ruft diejenigen auf, die Gefängnisse verantworten in Deutschland, auch da nochmal sehr genau hinzugucken. Insbesondere bei so jemandem wie dem Attentäter von Halle, wo wir wissen, dass er schon mal versucht hat, während des Prozesses zu fliehen. Stefan Bayer ist inzwischen in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht worden, wird rund um die Uhr beobachtet. Das wird jetzt ermittelt. Und Lutz Stordl ist heute Abend direkt vor diesem Hochsicherheitsgefängnis in Burglutz. Die offiziellen Stellen sind ja nach wie vor recht zurückhaltend mit Details. Das LKA aber ermittelt, denn es gibt wirklich viele offene Fragen. Es gibt viele offene Fragen, völlig richtig und die sind auch zum jetzigen Zeitpunkt zum Großteil noch offen. Vor allem ist ja im Raum steht, dass dieser Mann in der JVA sich eine schussfähige Waffe gebastelt haben soll. Das ist ein Gerücht momentan noch. Wir haben keine definitive Bestätigung bislang dafür bekommen. Wir wissen auch nicht, wie dieser waffenähnliche Gegenstand, so soll es wohl in ersten Untersuchungsergebnissen heißen, wie er ausgesehen hat. Er soll aber tatsächlich auch einen Schuss abgegeben haben. Und das muss man sich halt überlegen. Dieser Attentäter, der ja auch schon mit selbst gebastelten Waffen in Halle die Synagoge stören wollte, der hatte also die Möglichkeiten, in diesem Hochsicherheitstrakt wieder eine Waffe zu bauen. Das ist wirklich schwer vorstellbar. Er soll versucht haben, nachdem er einen Wärter als Geisel nehmen konnte, dann seine Flucht aus dieser JVA zu erzwingen. Da muss man dann ganz ehrlich sagen, das ist schwer vorstellbar. Also diese Haftanstalt hier gehört zu den modernsten, die wir in Deutschland haben. Die wurde erst 2009 eingeweiht. Und ist technisch, also was die Sicherheit betrifft, auf einem absolut modernen Top-Niveau. Selbst die Eingangstore, also wenn hier ein Auto reinfährt, da werden Herzfrequenzen gemessen. Also wenn da irgendwo in der Kiste jemand liegen würde, das würde sofort auffallen. Also dass er hier wirklich rauskommen könnte, das halte ich für illusorisch. Aber natürlich stellt sich vor allem die Frage, wie es auch um die Sicherheit des Personals in der Anstalt bestellt ist. Wenn es also möglich ist, solche Teile in die Anstalt zu schmuggeln, und da brauchen wir uns nichts vormachen, in jede JVA kommen auf unterschiedlichen Wegen Teile hinein. Aber wenn die selbst so sicherheitsrelevant sind, dass sie eben zum Waffenbau reichen, dann muss man sich hier ein paar Gedanken über die Strukturen machen. Das versucht man zu ermitteln. Es werden jetzt alle Videos ausgewertet. Es werden Gespräche mit allen geführt, die hier beteiligt waren. Und klar, auch erst mal als Konsequenz, Entschuldigung, dass er verlegt werden wird. Das ist ein üblicher Vorgang. Also wenn es in einer JVA zu einer Geiselnahme gekommen ist, dann wird der Täter in eine andere JVA verlegt. In diesem Fall sind Anstalten in Bayern und in Nordrhein-Westfalen im Gespräch. Lutz, danke dir für diese Informationen. Direkt vor die JVA in Burg. Leonie van Rando, zugeschaltet aus dem Bundestag heute Abend. Leonie, wie reagiert denn das politische Berlin auf die Geiselnahme? Wir haben es schon ganz kurz gehört. Unter anderem hat sich die Bundesinnenministerin zu Wort gemeldet. Aber es gibt noch weitere Stimmen. So ist es. Und wir wollen doch direkt einmal nachfragen hier bei Thomas Heilmann, CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Justizsenator hier in Berlin. Guten Abend, Herr Heilmann. Guten Abend. Zunächst also die Frage, die sich jetzt jeder stellt. Wie konnte das passieren? Eine Geiselnahme in einer JVA bei einem solchen Schwerstkriminellen. Haben Sie darauf eine Antwort, wie sowas möglich sein kann? Na ja, die Gefängnisse sitzen ja nun per Definition immer kriminelle, die auch, wie ich aus meiner eigenen Amtszeit war, sich immer wieder kriminelle Dinge ausdenken. Dennoch ist das ein ziemlich einzigartiger Vorgang, dass es eine Geiselnahme gibt und man sich offensichtlich eine selbst gebastelte Waffe, ich weiß das alles nicht aus erster Hand, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, nehmen kann. Das wird sicher einer Aufklärung bedürfen. Sie sprechen es gerade an. Möglicherweise hat es hier also eine selbstgebaute Waffe gegeben. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie wird denn überprüft, was in so einer Gefängniszelle sein darf an Gegenständen? Erzählen Sie uns ein bisschen genauer sozusagen, was darf ein solcher Gefangener besitzen? Was darf da reinkommen in die Zelle? Was könnte möglicherweise auch auf illegalem Weg in so eine Gefängniszelle gelangen, in einem Hochsicherheitstrakt wie dieser JVA Burg? Natürlich darf das nicht so sein, das ist unbestreitbar so. Nun befinden sich in Haftzellen immer wieder Dinge, die da nicht hingehören, allen voran Handys, davon finden wir mehrere tausend in Deutschland jedes Jahr und das sind die, die wir finden und von der Zahl derer, die wir nicht finden, wissen wir nicht. Es gibt viele Wege, wie man das versucht reinzuschmuggeln. Es gibt immer wieder leider auch Mitarbeiter, die sich erpressen lassen und so etwas machen. Es gibt auch Rechtsanwälte, die dabei behilflich sind. Das sind natürlich immer die Ausnahmen von der Regel, aber diese Ausnahmen gibt es leider. Wie das da im konkreten Fall passiert ist, weiß ich nicht. Ist jeweils ein ungeheuerlicher Vorgang. Sie sprechen es gerade also an, dass möglicherweise da eben auch ein Behördenversagen, also beispielsweise erpressbare Mitarbeiter, eine Rolle spielen könnten. Nun wollen wir da nicht spekulieren, aber ganz grundsätzlich, wer trägt denn die Verantwortung, wenn so etwas schief geht in einem derartigen Hochsicherheitstrakt mit einem solchen Schwerstkriminellen? Ja, das kommt natürlich auf die Aufklärung an, was jetzt eigentlich schiefgegangen ist. Wenn jetzt ein einzelner Mitarbeiter erpressbar sein sollte, nur um jetzt mal das anfassbar zu machen, das aber gibt keinen Indiz, dass ich dafür habe, dann ist das ja kein Behördenversagen, sondern eine individuelle Schuld, die es nun mal bei Menschen gibt. Aber da ich nicht die leiseste Vorstellung habe, wie das nun genau passiert ist, muss man, glaube ich, erst den Sachverhalt aufklären und dann sagen, wer könnte denn dafür gegebenenfalls auch verantwortlich sein. Vielleicht können Sie uns erklären, wie also Schwerstverbrecher untergebracht sind im Vergleich zu, in Anführungsstrichen, normalen Verbrechern, also eben der Attentäter von Halle im Vergleich zu jemandem, der ein geringeres Strafmaß hat. Was gibt es da für besondere Sicherheitsvorkehrungen? Da gibt es ein gestuftes Verfahren. Es gibt, normalerweise sind Gefangene, haben ja einen Rechtsanspruch auf eine Einzelzelle. Es gibt aber dann Fälle, dass man jemanden dazulegt. Es gibt auch überwachte Hafträume, wo sozusagen 24 Stunden am Tag immer jemand so in der Nähe ist, dass er in die Zelle hineingucken kann. Das unterliegt demnächst alles der richterlichen Kontrolle. Das heißt, das kann nicht einfach so angeordnet werden, sondern es braucht immer im Einzelfall Indizien dafür, dass ein Täter besonders gefährlich ist oder, was auch sehr häufig vorkommt, selbstmordgefährdet ist. Auch dann wird er überwacht. Es gibt einzelne Ausnahmefälle, da werden die sogar angeschnallt, weil sie sich so sehr gefährdend verhalten. In dem konkreten Einzelfall kann ich dazu natürlich gar nichts sagen. Sie waren selber Justizsenator hier in Berlin. In Ihrer Amtszeit ist ja auch der Fluchtversuch oder die Flucht zweier Häftlinge aus der JVA in Moabit gefallen. Was läuft grundsätzlich schief in deutschen Gefängnissen, dass so etwas eben möglich ist, obwohl man eben versucht, natürlich das zu verhindern? Ganz generell im internationalen Vergleich steht Deutschland auch in den Jahren, nachdem ich jetzt Justizsenator war und keine Verantwortung mehr trage, nicht so schlecht da. Jedes System hat auch mal eine Schwäche. Aber bisher gelingt es auch in den beiden Fällen, die Sie angesprochen haben, die in meiner Amtszeit waren, sind beide Flüchtigen dann wieder gefasst worden. Also in der Regel ist eine Flucht aus einem Gefängnis, jedenfalls aus einem geschlossenen Vollzug, nicht erfolgreich. Vielen Dank Ihnen, Herr Heilmann, für diese Einblicke. Der ehemalige Justizsenator in Berlin, Thomas Heilmann, er sagt eben noch mal, Man muss natürlich abwarten, was jetzt konkret herauskommt. Grundsätzlich seien deutsche Gefängnisse zwar sicher, aber natürlich kann in Einzelfällen da eben auch immer auftreten, dass beispielsweise Mitarbeiter erpressbar sind. Was aber genau passiert ist, das wird sich eben in den nächsten Tagen, möglicherweise Wochen erst herausstellen. Leonie, ganz herzlichen Dank in den Reichstag und auch für das Gespräch mit dem ehemaligen Justizsenator. Nach der Großrazzia in der Reichsbürgerszene gibt es weitere Erkenntnisse. So sollen bei den Durchsuchungen deutlich mehr Waffen gefunden worden sein als bisher bekannt. Außerdem soll das mutmaßliche Terrornetzwerk sogenannte Heimatschutzkompanien gebildet haben. Nach den Sondersitzungen der Bundestagsausschüsse geht es nun darum, was mit Blick auf das Waffen- und Disziplinarrecht geändert werden kann oder muss. Das Verteidigungsministerium will Soldatinnen und Soldaten mit extremistischer Gesinnung künftig einfacher aus dem Dienst entlassen. Mit der Expertise von Ex-Offizieren und Soldaten des KSK sollte der Umsturz gelingen. Die Reichsbürger gründeten wohl 286 Heimatschutzkompanien. Schießübungen in Bayern sollten auf den Ernst vorbereiten. 93 Waffen wurden bei den Razzien von den Behörden beschlagnahmt. Die Linke fordert die Auflösung der KSK-Elite-Truppe. Und die Bundesregierung will konsequenter gegen rechtsextremistisches Gedankengut in der Truppe vorgehen. Ja, vor allen Dingen müssen die Truppen schneller und besser ausgestattet werden. Wir haben das Problem, wenn solche Fälle vorkommen, dass das oft zwei, drei Jahre dauert, bis der Fall zur Verhandlung kommt. Die AfD wird unter Abgeordneten derweil offen als parlamentarischer Arm der Reichsbürgerszene bezeichnet. Leugnen und Kleinreden dagegen beim Pressestatement der Alternative selbst. Es gebe wichtigere Themen. Eine explodierende Kriminalitätsrate. Also das Ganze ist etwas, womit sich eigentlich eine Innenministerin beschäftigen sollte und nicht irgendwie mit so einem angestrebten Rollator-Putsch. Widerspruch kommt prompt aus der CDU-CSU. Das ist hier kein Spaß, sondern das ist eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit. Ich würde es sehr bedauern, wegen der Nähe einiger AfD-Abgeordneter zu dieser Szene, hier zu einer Verschärfung der Sicherheitsanforderungen im Deutschen Bundestag kommen zu müssen. Die AfD ist bislang vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft worden. Nun werden Forderungen laut sie vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Laut IFO-Institut haben offenbar einige Unternehmen die Inflation genutzt, um ihre Gewinne deutlich zu steigern. Demnach ist das Ausmaß der Inflation nicht allein durch gestiegene Preise für Energie und Vorleistung unerklärbar. Besonders in den Branchen Bau, Handel, Gastgewerbe, Verkehr sowie in der Land- und Forstwirtschaft seien die Preise deutlich stärker erhöht worden, als es zu erwarten gewesen wäre. Sechseinhalb Jahre nach dem Terroranschlag in Nizza werden heute die Urteile gegen die mutmaßlichen Unterstützer des Attentäters erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert für die sieben angeklagten Männer und eine Frau Haftstrafen zwischen zwei und 15 Jahren, außerdem teils Landesverweise. Die Angeklagten sollen Mitglieder einer terroristischen Vereinigung gewesen sein und bei der Beschaffung von Waffen geholfen haben. Bei dem Terroranschlag 2016 war ein Mann mit einem Lastwagen auf der Promenade in Nizza in eine Menschenmenge gefahren und hatte auf sie geschossen. 86 Menschen starben, mehr als 200 wurden verletzt. Das EU-Parlament hat heute Vizepräsidentin Kay Lee wegen Korruptionsverdacht abgesetzt. Der 44-jährigen Griechin wird vorgeworfen, Geld vom Emirat Katar angenommen zu haben. Kay Lee bestreitet die Vorwürfe. Bei einer Razzie an ihrer Brüsseler Wohnung am Wochenende sollen allerdings säckeweise Bargeld gefunden worden sein. Kay Lee sowie drei weitere Verdächtige wurden vorgestern von den belgischen Behörden in Untersuchungshaft genommen. Die internationale Ukraine-Konferenz in Paris hat Hilfszusagen von gut einer Milliarde Euro erbracht. Die Spenden und Sachmittel sollen ab sofort bis zum Ende des Winters geliefert werden. An dem Treffen in Paris nehmen rund 70 Staaten, internationale Organisationen sowie Vertreter der Europäischen Union teil. Konkret soll die Infrastruktur der Ukraine wieder aufgebaut und aufrechterhalten werden. Priorität haben die Strom- und die Wärmeversorgung. Zur Koordination soll künftig eine Plattform den Bedarf der Ukraine gezielt mit Hilfsangeboten aus den Unterstützerländern zusammenführen. Aus Moskau zugeschaltet, dem kalten Moskau. Christoph Wanner, Christoph Volodymyr Selenskyj derzeit zusammen mit auch von solcher Unterstützung bei vielen Treffen präsent. Wladimir Putin dagegen, der hat seine große traditionelle Jahresbilanz-Pressekonferenz aus der ganzen Welt, sind da Medienvertreter dabei, für dieses Jahr komplett abgesagt. Wie bewertest du das? Es gibt erstmal hier die offizielle Aussage dazu von Dmitry Peskov, dem Sprecher von Wladimir Putin. Und der hat lediglich gesagt, dass es dieses Jahr keine große Jahrespressekonferenz des russischen Präsidenten geben wird. Gründe hat er keine genannt. Ich denke, dass das ganz klar zusammenhängt mit dem Krieg in der Ukraine und damit, dass Wladimir Putin einfach unangenehme Fragen vermeiden will oder auch vermeiden will, dass es da zu spontanen Protestaktionen des einen oder anderen Journalisten kommen könnte. Da könnte jemand zum Beispiel ein Plakat hochheben, schlussendlich diesen Krieg und dann würde das um die ganze Welt gehen. Das wäre für Russland peinlich. Dann geht das auch noch viral im Internet. Also all das wäre sicherlich der Horror für den Kreml. Und deswegen denke ich, vermeidet man jetzt dieses Risiko und hat einfach beschlossen, dieses Jahr keine Jahrespressekonferenz zu machen, nur um einmal sich die Dimension vorzustellen. Letztes Jahr waren da 507 Journalisten aus der ganzen Welt akkreditiert. Das hat über vier Stunden gedauert und über 50 Fragen hat sich da Putin stellen lassen. Und es ist einfach das Risiko enorm groß, dass das alles komplett schief geht im Zusammenhang mit dem Krieg und all den Niederlagen, die Russland da hinnehmen musste. Und da hat man einfach gesagt, nee, das machen wir dieses Jahr nicht. Denn der Krieg geht ja nach wie vor weiter. Und in der Region Bachmut, da versucht die russische Armee derzeit, man hat den Eindruck, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und auch wirklich hohen Verlusten offenbar Geländegewinne zu erzielen. Ja, ist das weniger strategisches Interesse, sondern braucht man da unbedingt vor Jahresende noch einen militärischen Erfolg? Ja, sowohl als auch. Also man braucht unbedingt diesen militärischen Erfolg. Das sehe ich auch so wie du. Ich denke, die Niederlagen der letzten Monate, über die ich ja gerade schon gesprochen habe, die sind einfach ein harter Schlag gewesen auch für die Moral der Russen. Und da will man natürlich jetzt gerade noch mal zum Jahresende doch einen Erfolg erzielen. Und Bachmut ist eben eine wichtige Stadt für die Russen. Sie nennen sie Artyomovsk. Sie wird seit Monaten attackiert. Und man kommt da eben immer nur in kleinsten Schritten voran. Wie du richtig gesagt hast, sehr verlustreich. Vor allem attackieren da die Wagner-Söldner, diese berüchtigte Söldner-Gruppe. Und auch ehemalige russische Strafgefangene, die ja die Wagner-Söldner angeworben haben für Geld und dann auch Straffreiheit, wenn sie ein halbes Jahr an der Seite der russischen Soldaten gekämpft haben. Und das sind dann die Sturmtruppen, die da in die Gefechte geschmissen, geworfen werden. Also das ist sehr verlustreich auf beiden Seiten. Und hat aber auch eine strategische Bedeutung. Denn Bachmut ist nicht weit weg von Kramatorsk und von Slavins. Das sind nur 30, 40 Kilometer. Das sind zwei ukrainische Großstädte, die auch in dem Bereich Donetsk liegen. Und diese neuralgischen Städte, die Russen natürlich auch haben. Denn man muss immer im Hinterkopf haben, am 30. September hat Russland vier ukrainische Gebiete annektiert. Und dazu gehört natürlich auch Donetsk, genauso wie Lugansk, Saporosche und auch Herson. Und die russische Lesart ist eben, dass das alles jetzt zur russischen Föderation gehört. Der Westen akzeptiert das nicht. Die internationale Staatengemeinschaft akzeptiert das nicht. Aber Tatsache bleibt Tatsache. Und wenn man eben diese vier Gebiete kontrollieren will, muss auch Bachmut eines Tages fallen. Und von daher hat diese Stadt tatsächlich auch strategische Bedeutung. Und Peskov, der Sprecher von Wladimir Putin, hat ja auch gesagt, die Ukraine müsse die Realität anerkennen. Denn diese vier Gebiete seien nun mal jetzt ein Teil Russlands. Und wenn das nicht anerkannt wird, dann wird es auch keinen Frieden geben. Das hat Peskov erst heute gesagt. Christoph, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung und die Informationen nach Moskau. Und wir sind gleich wieder für Sie da. Blicken auf die Geiselnahme von gestern Abend des Attentäters von Halle. Und die Reaktionen in wenigen Augenblicken. Bleiben Sie bei uns. Runter kommen Sie immer. Im Frieden wie im Krieg. Fallschirmjäger einer ganz besonderen Art. Sie werden ausgebildet, um irgendwo fern in der Welt zu kämpfen. Zum Beispiel in Afghanistan. Fachausdruck Freifaller. Die ersten beiden habe ich, die sehe ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf. Im Kampfgebiet am Hindukusch sollen sie, wie es ein deutscher Minister einst formulierte, auch Deutschlands Freiheit verteidigen. Es sind geübte Fallschirmjäger. Die meisten waren schon im Krieg. Jetzt sollen sie ihr Können erweitern. Statt mit dem Fallschirm automatisch zu landen, sollen sie hier lernen, im Gleitflug hinter die feindlichen Linien zu gelangen. Im bayerischen Altenstadt, nahe der Allgäuer Alpen, liegt die Luftlande- und Lufttransportschule der Bundeswehr. Die Schaderschmiede der Freifaller gilt als eine der besten militärischen Ausführungen weltweit. Wer hier landet, hat sich bereits verdient gemacht und strebt nach Höheren. Ich war letztes Jahr in Afghanistan, bis Januar dieses Jahr, ein halbes Jahr, ja. Wochenlang haben die Männer im Windkanal geübt, dann die ersten Sprünge absolviert. Los, hoch, runter, los. Nun geht die Ausbildung in die nächste Phase. Hauptfeldwebel Markus Laut, verheiratet, zwei Kinder, hatte anfangs wegen seiner Körpergröße Probleme. Meine Frau macht natürlich schon den Kopf, was halt passieren könnte. Aber das ist ja auch im Normalen, kann immer was passieren. Für Michael Junge, 26 Jahre alt, Oberfeldwebel, lief bisher alles reibungslos. Wir werden mit Gepäck springen, wir werden bei Nacht springen, die Waffe dabei, dann noch so ein Navigationsträger mit Kompass und GPS wird noch dabei sein. Alle zwölf Lehrgangsteilnehmer sind erfahrene Fallschirmjäger. Im Militärjargon werden sie Automaten genannt. Bei ihnen öffnen sich die Fallschirme von selbst, sobald sie aus dem Flugzeug springen. Freifaller lösen ihren Gleitschirm eigenhändig und können aus großer Höhe sehr weit fliegen. Sieben Wochen dauert die Ausbildung der Elite-Soldaten an der Luftlandesschule im Allgäu. Eine der Übungen, ein Nachtsprung aus 4000 Metern Höhe. Entscheidend dabei ist die genaue Punktlandung. Nachtsprung ist immer was Besonderes. Man trainiert es nicht so häufig. Und dann kommt natürlich dazu, ich springe einfach in ein schwarzes Loch. Ich sehe nichts. Ich sehe unter Umständen meine Landezone nicht. Und dementsprechend sehen auch manchmal die Landungen aus. Das tut manchmal schon sehr weh, wenn man dann auf den Boden einschlägt. Die einzige Orientierungshilfe am Boden, ein Landetee aus kleinen Blinklichtern. Die Männer werden in Vierergruppen eingeteilt. Bei Sonnenuntergang geht es los. Absetzpunkt, Öffnungshöhe des Schirms und Flugrichtung geben die Ausbilder vor. Der Kurs ist 100 Grad. Und wenn er mit 100 Grad fährt, kommt er genau jetzt und zieht er noch drei Kilometer. Das ist der Plan. Das Springen in der Dunkelheit ist gefährlich. Fehler können vom Boden aus weder kontrolliert noch korrigiert werden. Hier geht es um mehr als gute Leergangsnoten. Es geht um Leben und Tod. Für den Abendhimmel vor dem Alpenpanorama haben weder die Männer im Flieger noch ihr Ausbilder einen Blick. Der verfolgt die Sprünge aus der Landezone des Flugzeugs. Die Maschine sitzt über uns. Das heißt, jetzt noch circa 30 Sekunden. Ein Kompass und eine Karte ist alles, was die Männer zur Orientierung haben. Ansonsten herrscht völlige Finsternis. Der erste ist etwas Faszinierendes, wenn man einfach nur die Lichter sieht und es schmerzt sich ein. Das ist eine ganz andere Sprungvariante. Das ist eine ganz andere Sprungvariante. Das ist schön, aber man muss halt alle Sinne beieinander haben dabei. Absprunghöhe 2000 Meter. Nächtlicher Nervenkitzel für die Adrenalin-Junkies in Uniform. Ich mag die Sicht von oben aus dem Flieger, von der Dunkelheit. Das ist schon ein bisschen aufregender. Das ist militärischer jetzt. Kurz bevor der Absetzpunkt, die sogenannte Dropzone, erreicht ist, geben die Piloten ein Zeichen. Für die Schüler heißt das, letzte Vorbereitungen. Fertigmachen zum Sprung. Schaltet die Lampe auf grün, heißt es, raus in die finstere Nacht. Hauptfeldwebel laut, muss als erster springen. Ausbilder GARF nimmt die erste Gruppe von unten ins Visier. Die Soldaten sind nur an kleinen Positionsleuchten am Helm und an den Stiefeln zu erkennen. Doch mit der Flugrichtung ist das nicht ganz einfach. Ich gehe kurz zu hinterher vom Boden. Wir haben hier Nullwind. Wir haben hier Nullwind. Das heißt, wenn ihr zu hoch ankommt, könnt ihr ohne Wartes einen kleinen Schlenker weiter nach Osten machen. Und fahrt dann ganz normal euren Plan. Trotz Plan. Laut Junge und zwei weitere Kameraden schaffen es nicht zum Zielpunkt. Sie landen weit außerhalb der vorgeschriebenen Zone. Es gibt zwei Möglichkeiten. Der Wind ist komplett eingeschlafen oder die Jungs haben die Öffnungshilfe nicht eingehalten. Am Boden darf kein Licht benutzt werden. Die Springer müssen die Landefläche ohne zusätzliche Orientierungshilfe finden. Es ist stockfinster. Ausbilder Garf wartet vergebens auf Rückmeldung von seinen Schülern. Zurückmelden. Welcher Truppnummer? Zwei. Trupp welcher? Eins? Zweiter Trupp, erster Mann. Alles klar. Das ist wahrscheinlich die Anspannung durch die Nacht. Was komplett Neues. Hat vielleicht nicht ganz so hingegangen, wie er sich das vorgestellt hat. Dann wird man nervös. Dann vergisst man natürlich das Elementare. Die zweite und dritte Gruppe landen innerhalb der Zone. Anders als die erste. Oberfeldwebeljunge sucht nach einer Rechtfertigung. Ja, weil die uns Fetten so abgesetzt haben, wie die Schmalen. Deswegen. Und wir haben ja logischerweise eine schnellere Sinkgeschwindigkeit. Ja. Und das hat uns dann halt an Strecke gefehlt. Das Landeziel wurde verfehlt. Mögliche Erklärungen gibt es viele. Also, was war los? Erzähl mir mal. Richard, von dem ersten. Zu spät abgesagt. Lachen wir ja kaputt. Kein Scherz. Ich habe beim ersten Konzentripläu, habe ich nicht richtig erwischt. Weil ich nachgegriffen habe und dann gezogen habe, war ich bei 11, zwischen 1000 und 1100 Meter erst. Und da habe ich halt die Höhe nicht mehr gehabt. Können wir ja gleich auf dem Hillmesser nachvollziehen. Auf dem Höhenmesser ist der Flugverlauf genau dokumentiert. Wenn die Jungs sich dann nicht an die Öffnung hinhalten, dann hängen mehrere auf einer Höhe. Und dann kommt ein kleiner Feder zum anderen. Das summiert sich dann. Und im ungünstigen Fall hat man dann irgendwann mal eine Kappenkollision. Das wäre nicht wirklich gut. Ausreden haben eine kurze Halbwertzeit. Laut Höhenmesser haben alle vier Männer zu spät gezogen. Da kannst du ja nicht hinkommen. Bei 740 Meter hingst du am Schirm. Bei 1200 habe ich hochgekommen. Bei 740 Meter, das Gerät lügt nicht. Im richtigen Sprungeinsatz sind das Entfernungen jetzt von der Landezone so gut 1000 Meter weg. Und die muss ich erstmal in dem Gelände überwinden und muss mich sammeln, mit den anderen zusammenschließen. Und das kann unter Umständen, kann das 5, 6, 7 Stunden in Anspruch nehmen. Aber drei Sachen haben sie gut gemacht. Sie sind gesprungen. Sie haben sich am offenen Schirm geraucht und keiner hat sich bei der Landung verletzt. Wenn still das Mondlicht auf den Hügeln liegt, kommt der eine oder andere schon ins Grübeln. Warum tue ich mir das an? Militärdienst heute ist Verteidigung an fremden Fronten. Man ist viel unterwegs, man ist entweder auf Leergängen im Einsatz oder Vorbereitung für den Einsatz, Nachbereitung vom Einsatz. Es ist schon sehr schwierig, dort eine vernünftige Beziehung zu führen. In dieser Nacht sind die Männer nachdenklich. Zu Hause warten Frau und Kinder. Markus Laut ist vor vier Monaten zum zweiten Mal Vater geworden. Ja, selbstverständlich wäre ich gern bei meiner Frau und meinen Kindern. Aber ja. Ein selbstgewähltes Schicksal. So ist es auch ein Training für die Abwesenheit von zu Hause. Die Schule liegt noch im Dunkeln, als die Soldaten von ihrem nächtlichen Himmelfahrtskommando zurückkehren. Nachdem die Ausrüstung sorgfältig verstaut ist, sammeln sich die Fallschirren. Mit einem Jäger im Schulungsraum. Ausbilder Garf kann seine Enttäuschung kaum verbergen. Langer Tag. Ihr habt gemerkt, dass es ein bisschen stressiger Tag ist. Es sind ein paar Neusagen aufs Zeug zugekommen. Zeiten waren teilweise eng gesteckt. Das wird sich in den nächsten drei Wochen nicht ändern. Allen ist klar, die Sprünge waren alles andere als perfekt. Im Ernstfall riskant. Was nicht sein kann, Leute. Und das noch einmal, dann rumpelt es, das schwöre ich euch. Wir werden noch Nachtsprünge machen. Und ich sehe noch einmal einen, der einen Nachtsprünge macht. Dann rumpelt es aber richtig. Das macht ihr während der Truppfahrt. Die Nummer zwei macht einen 360-Getöne. Nummer drei rauscht jemand in die Kappe rein. Und Kappenkollision heißt Tod. Im Einsatz lauert der Tod überall. Afghanistan. Mehr als zehn Jahre Krieg. Der erste in der Nachkriegsgeschichte der Deutschen. Ein Einsatz unter dem Filmtitel Mission Impossible. Ich glaube, wir haben sich einige getäuscht, was Romantik betrifft hier draußen im Gelände. Also, ja, romantisch will ich es nicht bezeichnen. Ein islamisches Land soll hier von radikalen Islamisten gesäubert werden. Keine leichte Aufgabe. Training für den Krieg am Hindukusch vor Alpenpanorama. In der Luftlande- und Lufttransportschule in Altenstadt steht die nächste Runde der Prüfung an. Diesmal steht das Packen eines Spezialschirms auf dem Programm. So, guten Morgen, meine Herren. Wir werden heute durchführen die Prüfung DROC. Das heißt, wir beginnen unverzögerlich gleich jetzt. Wer fertig ist, kurzes Handzeichen, komme ich vorbei, überprüfe das Ganze. Und wünsche allen natürlich viel Glück. Okay? Auf geht's. Wenn die Soldaten truppweise mit Gepäck abspringen sollen, brauchen sie den sogenannten DROC. Einen Stabilisierungsschirm, der zusätzlich den großen Schirm öffnet. Dieser DROC ist ja nur ein Hilfsschirm, der den Hauptschirm öffnet. So, wenn ich das falsch mache, oder der Schirm sicher nicht, der DROC nicht richtig entfaltet, kann ich auch den Hauptschirm nicht öffnen. Der Schirm geht nicht auf. Und ich muss die Reserve ziehen. Die Reserve ziehen bedeutet, dass die Fallschirmspringer einen Ersatzfallschirm öffnen. Mit diesem Schirm kann man aber weder gleiten noch lenken. Im Einsatz lebensgefährlich. Hauptfeldwebel Dollinger sieht die größte Gefahr in der Nachlässigkeit durch Routine. Wer mehrere, auch schwierige Sprünge gemeistert hat, empfindet das Packen oft als lästige Pflicht. Was haben wir für ein System gepackt? TV9. In der Version KIT? Mit welchem DROC? Äh, packt. Vorab gleich nochmal, gell? Wenn wir das System vorstellen zur Überprüfung, sind alle Teile geschlossen. Das heißt, nichts hier irgendwo rumbaumeln. Das Problem ist, wenn das irgendwo rumbaumelt, haben wir hier ruckzuck eine Beschädigung drauf. Wieder das Stichwort Materialschonung. Die Einschlauchung etwas länger machen. Ruhig zwei Finger breit. Problem, wenn wir das jetzt hier so kurz einschlaufen, irgendwann ist es zu Ende und wir haben noch eine relativ große Restlänge. Deswegen schlaufen wir mindestens zwei Finger breit, passt das 100%. Wenn man die Prüfung hier nicht mit lufttüchtig abschließt, dem ist auch nicht möglich, den Lehrgang weiterhin zu besuchen. Philipp Brinkmann, der jüngste unter den Afghanistan-Veteranen, ist sich seiner Sache sicher. Es wäre ein bisschen blöd, hier durchzufallen, aber ich will mir nicht vorgreifen. Das Packen unter den Argus-Augen der Prüfer ist stressig. Doch im Gelände, unter Zeitdruck, bei Wind und Wetter, ist es sicher noch schwieriger. Auch sauber ausgedeht, jawohl. Knoten ist ganz geschlossen. Das bleibt auch in Zukunft sogar immer ganz wichtig, ganz zu sehen. Offensichtlich haben die Männer ihre Hausaufgaben gemacht. Also, meine Herren, ich darf noch mal ganz herzlich allen gratulieren zum erfolgreichen Bestehen der KIT-Automatik-Trockprüfung. Es hat bei allen gepasst, sprich, wir haben bei jedem den lufttüchtigen Zustand erreicht. Dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als euch ganz viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft zu wünschen auf dem Lehrgang. In der Luftlande- und Lufttransportschule Altenstadt werden alle Fallschirmspringer der Bundeswehr ausgebildet. Für die, die höher hinaus wollen, gibt es die Qualifikation zum Freifaller. Nach den ersten Freisprüngen folgt die nächste Ausbildungsphase. Lass eine oder zwei Sekunden Abstand und dann geht der nächste. Okay, selbstständig raus. Die Anforderungen im siebenwöchigen Lehrgang werden von Mal zu Mal höher. Nach Gepäck- und Nachtsprüngen folgt das Springen in einer Fünfergruppe, im sogenannten Trupprahmen. Schwierig wird es mit fünf Leuten auf jeden Fall, dass der Exit mal passt, dass alle ungefähr auf derselben Höhe oder auf der bestimmten Höhe ziehen, dass sie in der Staffelung schon in der Luft hängen. Wenn das schon nicht klappt, muss man da halt erst wieder regulieren mit der Trimmung und versuchen, da ranzukommen oder abzubremsen, weil die halt auch alle unterschiedlich schwer sind. Das könnte ein bisschen kompliziert werden noch. Immer vier Soldaten und ein Truppführer. 90 links in 3, 2, 1, jetzt mitdrehen gleich, ihr mitdrehen und wieder auf mich zu. In der Luft sind die Soldaten per Funk mit ihrem Truppführer verbunden. Sie müssen auf sein Kommando hören. Ein letztes Mal die Trockenübung am Boden. Militärisch gesehen ist natürlich das Ganze kein Spaß, sondern halt auch für den Einsatz gedacht nachher. Und das ist die Fallschirmspringerei halt einfach nur die Verbringungsart, also die erste Phase vom ganzen Einsatz. Natürlich habe ich über den Tod darüber nachgedacht, was kann passieren bei Ausnahseinsätzen oder Übungen. Nur man sollte sich nicht dazu so zu versteifen. Man verkrampft ja dann, wenn man wirklich nur auf eins da überlegt, wenn ich jetzt was mache, was passiert, dann würde ich sterben, in Anführungszeichen. Wenn die Soldaten in ein Kriegsgebiet springen, geschieht das immer im Trupprahmen. Der Absprung findet in möglichst großer Höhe statt, damit der Feind sie nicht hören und nicht sehen kann. Nach dem Ausstieg öffnen die Männer ihren Gleitfallschirm. So können sie bis zu 50 Kilometer weit gleiten. Das sogenannte High Altitude-Fallschirm. Man muss sich halt hauptsächlich konzentrieren, weil jetzt einige Abläufe beim Sprung zusammenkommen und wir relativ niedrig rausgehen. Dass man halt dran denkt, beim Exit danach sofort aufmachen, konzentrieren, wo sind die anderen und was muss ich machen, die Höhe kontrollieren. Also kommt schon einiges zusammen jetzt. 2000 Meter sind erreicht. Die Vorfreude besiegt die Angst. Naja, wenn man der Statistik nachgeht, ist Autofahren ja gefährlicher als Fallschirm springen, würde ich mal sagen. Aber ich habe das nicht im Kopf. Also ich blende das aus, dass da irgendwo ein Risiko da ist. Sobald die Ampel auf grün schaltet, geht es im 3-Sekunden-Takt in die Tiefe. Die Männer halten Distanz. Doch zu weit dürfen sie auch nicht auseinanderdriften. Vom Landeplatz verfolgen die Ausbilder den Gruppensprung. Doch was sie sehen, entspricht nicht ihren Erwartungen. Die Gruppe ist weit auseinandergerissen. Entweder die Soldaten haben die vorgesehene Höhe für die Öffnung ihrer Schirme nicht eingehalten, oder sie wurden vom Wind abgetrieben. Ja, die ersten beiden habe ich, die sehe ich. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Brinkmann und seine Kameraden werden im Kriegseinsatz viele Kilometer von ihrem vorgesehenen Landepunkt entfernt abspringen müssen. Heute sollen sie nur 2 Kilometer überwinden. Aber auch das scheint nicht einfach. Was macht denn der eine Kamera, der jetzt nach Westen fährt? Sie arbeiten zu wenig mit dem Schirm, wenn man jetzt mal sieht die Formation, wie sie da ankommen. Allein die Abstände zwischen Nummer 2 und 3, das heißt der Dritte, der müsste mehr mit der Trimmung arbeiten, die müssten sich mehr ranarbeiten und sich einfach auch trauern. Sie sind vielleicht auch noch ein bisschen zwirgelig, die enge Kappe an Kappe fahren, das kennen sie halt noch nicht so sehr. Und da muss man sich noch ran gewöhnen. Die Vorgabe beim Trupp springen, alle müssen innerhalb einer 100 Quadratmeter großen Zone landen. Beim ersten Versuch wird die Marke weit verfehlt. Markus Laut landet zwar exakt in der Zone, allerdings allein, ohne seinen Trupp. Auch das ist nicht erlaubt. Offenbar hat er die Ansage beachtet. Weil ich nicht gehört habe, also der Funke einfach nicht ging. Deswegen konnte ich jetzt nicht sagen, weil die alle hinter mir waren. Da war es jetzt so nicht möglich, wirklich dem Truppführer zu folgen. Aus Angst vor einer tödlichen Kollision haben die Soldaten zu viel Abstand gehalten. Was wir beim nächsten Sprung definitiv noch besser machen wollen, ist, dass wir näher zueinander hinfliegen. Die Abstände, die wir am Tag fliegen wollen, sind über das Doppeldecke geringer. Ihr könntet rein theoretisch fast auf meiner Kappe laufen, so dann könnt ihr rück hin. Für die Abschlussprüfung müssen die Männer das Truppspringen perfekt beherrschen. Weil diese Disziplin extrem schwer ist, wird jetzt eine Woche lang trainiert. Wieder und wieder steigen sie in den Himmel und gleiten zur Erde. Die Übung zeigt langsam Wirkung. Die Sprünge werden von Tag zu Tag besser. Die Luftlande- und Lufttransportschule gilt als strenge Ausbildungsstätte. Diesmal haben alle zwölf Soldaten die Prüfung im Truppspringen bestanden. Jetzt müssen sie lernen, über unbekanntem Gebiet abzuspringen. Der erste Sprung, wenn wir da aufgehoben gehen, zur Landzone aufgehoben, da befinden sich bis auf wenige hier gezeigte Hütten. Keine Hindernisse, wir haben noch einen Kugelbaum und da hinten der Wald ist eigentlich außerhalb der Landzone. Der erste Sprung in ein nicht bekanntes Gelände, was auch nicht hier der Absatzplatz Altenstadt ist, den sie ja schon zur Genüge kennen, wird für den einen oder anderen schon nervlich auch eine Belastung werden. Mit dem Bus geht es 30 Kilometer weit nach Penzing. Auf dem Flugplatz der Luftwaffe steht eine Transall für die Fallschirmspringer bereit. Die Soldaten werden heute in voller Montur und mit Gepäck abspringen. 80 Kilogramm zusätzliches Gewicht. Im Ernstfall müssen die Fallschirmspringer zumindest temporär ohne Unterstützung von Fahrzeugen operieren und alles, was sie brauchen, mitschleppen. Das Giraffe, was sie nicht benötigt, kommt auf den Tonner drauf, damit der Tonner weg kann. Auch der Umgangston wird zunehmend militärisch rau. Okay Leute, jetzt sofort alles Material auf den Tonner schmeißen. Wir haben ja gewisse Zeiten einzuhalten und die müssen eingehalten werden. Weil dieser ganze Sprung, der ist bei der Deutschen Flugsicherung jetzt in München angemeldet, da haben wir Zeiten vorgegeben und die müssen gehalten werden, egal was auch immer passiert. Wenn wir die Zeit nämlich nicht halten, dann wird die Flugsicherung nämlich sagen, okay, das war's für euch, wir brauchen den Luftraum. Und deswegen muss man manchmal auch ein bisschen Stress aufbauen. Wer weiß, welcher Stress während der Ausbildung möglichst vermieden? Aufregung kann tödliche Fehler hervorrufen. Also jeder Sprung ist anders und deswegen ist dann auch immer die Anspannung. Wo man sich dann sagen, okay, was kann passieren, läuft alles klappt, falle ich schlicht, also springe ich schlicht hier aus der Maschine. Wieder und wieder werden die Abläufe einstudiert. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr müssen die Abläufe automatisiert sein. Da kommt halt jetzt alles zusammen dann, ja. Mit Truppfahrt und mit Funk, mit vollem Gepäck, längere Strecke. Man muss konzentriert bleiben die ganze Zeit. Nicht, dass man irgendwann denkt, ja, das wird schon passen, wir kommen schon an und dann hängt man auf einmal viel tiefer als der Rest. Wäre relativ ungünstig. Gut 50 Kilo Gepäck, Schwimmen 26 Kilo, Waffe 5 Kilo, Navigationsträger, Helm, sonstige Ausrüstung am Körper, Stiefel, knapp, also 80 Kilo, sagen wir mal. Die Männer müssen eine Stunde vor dem Start in die Maschine. Dann heißt es warten. Mit 21 Kilo, was muss man was? Geduld ist eine der wichtigsten Tugenden der Soldaten. Immer bereit sein, wenn es ernst wird. Beim ersten Sprung ist auch jeder aufgeregt bis zum Gehtnichtmehr, das braucht auch keiner was anderes erzählen. Und ja, man gewöhnt sich schon dran, je öfter man es auch macht, aber es ist trotzdem immer wieder ein Nervenkitzel. Und da muss man auch ruhig bleiben, vor allem wenn es mal Probleme am Schirm gibt oder sonstige andere Sachen. Bei einem Einsatz müssen Freifaller immer mit Lasten ins feindliche Gebiet springen. Sie sind nicht nur Kämpfer, sondern auch Transportesel für Ausrüstung und Nahrung. Sie sind auch gefragt, wenn mittels Tandemsprung Fachpersonal wie Sanitäter oder Agenten in Feindesgebiet geflogen werden. Nach wenigen Flugminuten ist der Absetzpunkt auf 4000 Metern Höhe erreicht. Es ist kalt, laut und windig, doch das nehmen die Soldaten kaum wahr. Hochkonzentriert warten sie auf das Kommando. Dann, endlich, ist es soweit. Bei High Altitude, High Opening Sprüngen werden die Schirme unmittelbar nach dem Verlassen des Flugzeugs geöffnet. Dann steuern die Freiflieger mit ihren Schirmen die Landezone an. Da merkt man auch schon, dass die relativ schnell an einem vorbeirasen. Wenn man dann aufs GPS guckt und so 100 kmh drauf hat, das ist so eine andere Sache als bei der unten mit 40. Sechs Monate gleichgelegen vor den Soldaten. Das dauert 30 Minuten. Aber auf dem Fliegen gilt, die Kommandos vom Truppführer befolgen. Nur so klappt auch die Koordination. 90 links in 3, 2, Achtung, jetzt. Achtung mal, lieber ein paar Töne. Schön die Kontenanz verwahren, geht gleich los. Wo uns ist der Landeplatz und ich werde euch wieder einsammeln, keine Angst. In dem Trupp von Philipp Brinkmann läuft alles glatt. Alle fünf erreichen geordnet die Landezone. Ich bin schon relativ ehrgeizig, was das angeht. Also wenn ich hier sowas mache, dann will ich es auch möglichst richtig machen und auch mit einem guten Abschluss dann. Die Ausbildung der Freifaller geht in die Endphase. Der Ausbilder ist ungehalten. Ich drehe den Weg. Da sage ich jetzt nichts zu. Auch die Springer wissen, die Leistung war nicht optimal. Ja, aber alles in allem fand ich es jetzt nicht so frei. Dann habe ich noch ein bisschen Probleme gehabt, das Release zu finden, zu der passenden Zeit. Ja, ne, also ich fand es nicht so gut. Der Vorgesetzte ist genervt. Offenbar sind die Soldaten von ihren Fähigkeiten so überzeugt, dass sie schlampig werden. Die Hände aus der Tasche. Mitdenken, es macht nicht jeder das, was er will, sondern das, was der Truppführer befiehlt. Und nichts anderes. Es macht keiner sein eigenes Ding. Dann stellt sie mir die Frage, warum ist die Einlandauslösung weg? Ne, will ich jetzt nicht drüber diskutieren. Ja, kann es nicht sein. Die Einlandauslösung wird nicht losgelassen. Es ist oft genug angesprochen worden. Hört auf den Truppführer. Der Truppführer die ganzen Kommandos ein bisschen ruhiger geben, den Trupp mehr Zeit lassen zum Reagieren. Du brauchst so nicht die Schultern zu zucken. Ja, das ist von Arsch. Also das müssen wir nachher besser machen, Leute. Trotzdem, die Ausbilder bleiben bei ihrer sogenannten Low-Stress-Strategy. Extremer Druck kann zwar zu körperlichen Höchstleistungen motivieren, wenn es aber um Konzentration geht, tödlich sein. Es ist frustrierend. Man gibt sich wirklich Mühe, man investiert viel Zeit und Arbeit in die Jungs. Die ganze Arbeit mit dem Schirm wird dann entweder, weil sie es nicht verstanden haben, das weiß ich ja nicht genau, dann sollen sie gefährlichst zu uns kommen und so überreden, ich habe das nicht verstanden, dafür sind wir da. Oder weil sie einfach am Schirm zu faul sind und nicht gescheit arbeiten. Und das riecht dann natürlich selbstverständlich, das riecht richtig auf. Und dann kann ich auch platzen. Der Ausbilder weiß, warum er den Teilnehmern seines Kurses so viel abverlangt. Die Soldaten trainieren für den Ernstfall, zum Beispiel Afghanistan. Ja, dass alles gut geht und er gesund nach Hause kommt, ist eigentlich das Wichtigste. Und vielleicht, dass die Bevölkerung mehr Anteilnahme nimmt. Im Februar 2010 wurde in Seedorf auch Nils Bruns nach Afghanistan entschieden. Dort geriet er mit seiner Einheit in einen Hinterhalt. Es war am Karfreitag 2010, als in Isakiel, wenige Kilometer vom Bundeswehrstützpunkt Shah Dara entfernt, die Taliban eine Patrouille angriffen. Von mehreren Seiten eröffneten sie gleichzeitig das Feuer. Auch die deutschen Soldaten filmen mit Helmkameras das Geschehen und dokumentieren ihre ausweglose Situation. Von mehreren Seiten greifen die Taliban mit Mörsergranaten und Maschinengewehren an. Dann die Katastrophe. Bei einem Ausbruchversuch fährt ein Fahrzeug auf eine Mine. Die bittere Bilanz, drei Tote. Darunter Hauptfeldwebel Nils Bruns. Das Gefecht hat knapp zehn Stunden gedauert. Und dann frage ich mich, wie kann eine Gruppe von 80 Aufständischen die Soldaten über zehn Stunden fesseln. Und es wird keine Unterstützung rausgeschickt. Weder Luft- noch Bodenunterstützung. Keine Hubschrauber, keine Artillerie. Auch die zur Bergung der Verwundeten gerufenen amerikanischen Black Hawk Hubschrauber gerieten unter schweren Beschuss. Es ist zwar schon auf Forst geflogen worden, das ist ja die Drohgebärde, aber die Soldaten haben verzweifelt um ihr Leben gekämpft. Und verloren. Die Taliban konnten damit rechnen, dass es bei Drohgebärden bleibt. Die Gefahr, mit massiven Luftschlägen Zivilisten zu treffen, war zu groß und die Erinnerung an die Bombenabwürfe von Kunduz war im Gedächtnis der Verantwortlichen zu frisch, um ein solches Risiko einzugehen. Pech für die Kameraden. 39 deutsche Soldaten haben seit Beginn unseres Einsatzes ihr Leben in Afghanistan verloren. Ihnen gebührt unsere und meine tiefe Hochachtung. Ich verneige mich vor ihnen. Deutschland verneigt sich vor ihnen. Der Grund für diesen Krieg ist längst in den Hintergrund gerückt. Dass diese ganze Kette, die dann folgte, so letztendlich in mein Leben eingreift, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Und mein Sohn, glaube ich, auch nicht. Man funktioniert, aber man nimmt vieles nicht wahr. Man ist komplett unter Schock. Ja, man handelt nur von Tag zu Tag, von einem Tag zum anderen. In der idyllischen Berglandschaft gerät leicht in Vergessenheit, wofür hier wirklich trainiert wird. Nach sieben Wochen Ausbildung stehen die Soldaten vor der Abschlussprüfung. Der letzte Tag ist nicht gut gelaufen. Das drückt die Stimmung und die Hoffnung. Natürlich tut man sich abends überlegen, wie der Tag gelaufen ist. Sicherlich ist da natürlich auch so Sachen wie, hat sich keiner verletzt? Hat das sauber geklappt beim Truppfahren? Habe ich die einzelnen Tätigkeiten ordentlich gemacht? Also man setzt sich ja nicht hin und tut sich dann vorbeten, wie ist das gelaufen? Sondern das läuft ja automatisch im Kopf ab, wie halt der Tag gelaufen ist. Und somit ist ja auch die Gemütslage, das tut ja auch schon einen da ein bisschen so, ja, schon mitnehmen, ja. Am nächsten Morgen, dem Tag der Abschlussprüfung, strahlt die Sonne. Am Fliegerhorst Landsberg-Lech im bayerischen Penzing herrscht Hochbetrieb. Von hier werden die Soldaten zu ihren letzten Sprüngen starten. Ich erwarte selbstverständlich, dass die Fehler, die gemacht worden sind beim ersten Sprung, dass sie jetzt im zweiten Sprung abgestellt werden. Aber da erwarte ich einfach, dass sie mehr Mühe geben, dass sie das umsetzen und dann besser machen. Die Kursteilnehmer nehmen den missglückten Vortag mit sportlicher Gelassenheit. Wir wissen ja, was falsch gelaufen ist und wir durchdecken uns jetzt einfach, wir machen es jetzt halt dem nächsten dann besser. Und ja, dann klappt es dann auch wieder. Ob man damit dann immer so einverstanden ist oder ob man der gleichen Meinung ist oder nicht. Wenn die Auswärter das so sagen, dann machen wir das so und dann haken wir das so ab und dann ist das so. Ein letztes Mal wird die Ausrüstung gecheckt. Ja, Arschbacken zusammen und dass alles gut läuft. Nach sieben Wochen Ausbildung hofft jeder, alles richtig zu machen. Dann geht es Richtung Sauwald, dem Ausbildungszentrum der Bundeswehr. Das ist so eine Mischung aus Anspannung und Freude natürlich. Man springt jetzt halt auf einen Platz, wo halt auch Hindernisse sind. Links und rechts davon auch Wald. Also da ist jetzt wirklich Konzentration gefragt, dass wir halt sauber im Trupprahmen anlanden und dann auch die Dropzone richtig erwischen. Im Gelände warten bereits Inspektionschef Bremermann und Stabsfeldwebel Halbrot. Diesen Sauwaldhof haben wir jetzt gewählt, weil wir einmal hügeliges Gelände haben. Das kann er von oben nicht erkennen. Das muss er also vorher in der Karte erkennen. Und wir haben natürlich viel Wald, hier viel Wälder. Das heißt, auch für den Springer ist das so, dass jeder Wind anders reagiert auf freien Flächen. Und das muss der Truppführer natürlich mit berechnen. Und deswegen ist es so, dass der Raum jetzt etwas enger wird. Also wir steigern jetzt die Plätze, die werden immer ein bisschen kleiner, sodass wir wirklich da auch auf kleinen Plätzen landen können. Nach wenigen Flugzeiten ist die Sprunghöhe erreicht und die Landezone in Sicht. Vier Minuten. Überprüfen. Bis zu diesem Zeitpunkt hat jeder der Schüler rund 50 Sprünge absolviert. Die Checkliste haben sie verinnerlicht. Noch zwei Minuten. Die Absprunghöhe ist erreicht. Jetzt können sie zeigen, was sie gelernt haben. Bis zum Sauwaldhof müssen 10 Kilometer zurückgelegt werden. Im Gleitflug dauert das rund 45 Minuten. Und diesmal läuft alles glatt. Schau sie an. 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 Ist das nicht klasse? Was gibt es Schöneres als als Inspektionsnacht zu sehen, dass die Ausbildung fruchtet? Als wenn sie das ganze Leben nichts anderes gemacht hätten. Markus Laut und sein Trupp bleiben während des ganzen Fluges eng zusammen. Auch die Landung gelingt allen in der sogenannten Drop Zone. War wirklich gut. Heute ist es ein bisschen zugig oben. War schon sehr frisch. Aber so war wirklich super. Auch dem zweiten Trupp um Philipp Brinkmann gelingt eine perfekte Landung. Ja, war ein richtig geiler Sprung. Das Wetter war gut. Der Flug war gut. Hat alles gepasst heute. Hast du mich mal kurz hier von unten überholt? Von was? Du, mich überholt? Ja, freilich. Ich muss erst mal gucken, welche Gepäck ablassen. Alle gleichzeitig. Ich guck nach unten. Oh, der Kamerad laut. Nein. Da warte ich noch ein bisschen. Alle zwölf Soldaten haben die Generalprobe bei Tageslicht bestanden. Doch die letzte Etappe steht noch aus. Der Nachtsprung. Bei Tag ist es ein, wie soll ich sagen, ein Probesprung für die Nacht, für heute Nacht. Und heute Nacht über dem bayerischen Gelände hier vor Ort, das wird nochmal eine richtige Herausforderung. Der Nachtsprung in den Sauwald kommt den zukünftigen Sprüngen im Einsatz schon sehr nahe. Nur Feindberührung ist nicht zu erwarten. Gestartet wird wieder am Luftlandesstützpunkt Landsberg-Lech bei Penzing. Es ist der letzte Sprung in der Ausbildung. Geht alles gut, bekommen sie die Lizenz zum Freifaller. Also wenn man tagsüber einen Fehler macht, ist es halt noch leichter auszubügeln, weil man halt die Sicht hat. Nachts ist halt das wirklich problematisch, dann wird halt kein Fehler verziehen. Aufgrund, dass da die einzelnen Hütten sind, einzelstehende Bäume und wir wahrscheinlich, glaube ich, keine große Mondeinstrahlung haben. Als es recht dunkel sein wird, wird es, glaube ich, sehr spannend, ja. Dieses Mal müssen sie mit Marschgepäck abspringen. Ein bisschen Vorfreude auf jeden Fall. Das ist so das Hauptgefühl, aber auch ein bisschen Anspannung, wenn man es so noch nie gemacht hat und es halt mal alles zusammenkommt. Zum zweiten Mal fliegen die Männer heute Richtung Sauwald. Noch ist es hell. Es wird Nacht. Wir gehen aus einer Höhe raus 5.000, 6.000 Meter. Es ist da oben minus 20, minus 25 Grad. Kalt. Kalt. Und ich weiß, ich muss eine Dreiviertelstunde in der Höhe, wenn ich sofort ziehe, gleiten. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Absprung. Jetzt ist jeder sich selbst überlassen. Anspannung, Adrenalin pur. Ich schwitze und friere gleichzeitig. 4.000 Meter über der Erde. Irgendwo am Fuß der Allgäuer Alpen. 80 Kilo Gepäck, ein Kompass, eine Karte, ein Funkgerät. Um sie herum nichts als Dunkelheit. Zu erkennen sind die Springer nur an kleinen Positionsleuchten, die sie am Helm und an den Stiefeln tragen. Gib mir jetzt mal deine Geschwindigkeit. Geschwindigkeit 110 kmh. 5,8 Kilometer. Gleitverhältnis 3 zu 1. Alles klar. Dankeschön. Adi, willst du vor mir? Ja. Also der Trupp hat eine Geschwindigkeit von 110 Stundenkilometer drauf. Und haben Gleitverhältnis von 3 zu 1. Das heißt, sie kommen auch so locker hier hin. Und diesmal passt alles. Die sind da ja schon über uns. Ja, ja. Da schiebt dich so. Die Landemarkierung ist für die Springer erst zu sehen, wenn sie unmittelbar in der Nähe sind. Trupp eins hier, Bude. Siehst du schon das Landetee? Landetee liegt zwischen dem Wald und den beiden Hütten. Ja, komm, ich verstanden. Der erste Trupp landet punktgenau. Sie behalten die Nerven und zeigen, sie haben das Zeug zum Freifaller. Der erste Trupp bleibt aus. Keiner weiß, wo die gerade bleiben. Wir haben eine Reserve. Der letzte Trupp kommt gerade rein, aber total zerstreut. Ein schwerer Zwischenfall. Einer musste den Reservefallschirm ziehen. Die Formation hat sich in der Luft verirrt. Jetzt fehlen drei Soldaten. Sind alle da? Nee. War das der letzte, der ganz hinten rein ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo der hinten ist. Man kennt sie ja. Es ist ja nicht, dass sie eine unbekannte Person ist. Man denkt, okay, ist alles in Ordnung? Wie geht's denen? Es ist ja nicht immer so, dass die auf einer Devise landen können und alles in Ordnung. Ob es dann eine Straße ist, ob es Bäume sind. Die Soldaten durchkämmen das Gelände. Dann endlich tauchen die verschollenen Kameraden auf. Niemand hat sich verletzt. Sie sind hinter dem Waldnot gelandet. Zum Glück keine Feinde in der Nähe. Echt gut gemacht. Wir hatten noch keine Funkverbindung, aber ihr seid schon wieder hergefahren. Kurz vor der Landung habe ich dann noch hier so eine Hochspannungsleitung gesehen. So 20, 30 Meter über dem Boden. Oh, das darf es nicht wahr sein. Ich habe nur kurz ausgewichen und eine Pollandung hingelegt. Durch die unvorhergesehene Notlandung konnten die Männer zeigen, dass sie auch mit Problemen professionell umgehen können. Sie haben ihre Angst überwunden und ihre Zweifel besiegt. Ab sofort dürfen sie sich Freifaller nennen. Am nächsten Morgen ist die Stimmung gelöst. Der Aufstieg auf die Kolbenalm ist Tradition. Hier erfolgt seit Jahrzehnten die Übergabe der Lizenz und der goldenen Springernadel. Abschluss einer sieben Wochen langen Tortur mit Höhen und Tiefen. Vor 36 Tagen. Vor 36 Tagen haben wir uns das erste Mal gesehen. Ja, und jetzt stehen wir hier. Und es freut mich unwahrscheinlich, dass alle noch hier vor Ort sind und den Abschluss miterleben können. Ihr werdet zurückkommen in die Einheit und die Männer werden neidisch sein auf euch. Neidisch das, was ihr jetzt mit 50 sprüngen könnt. Tretet selbstbewusst auf. Erklärt ihnen, was sie alles gemacht habt. Und beim Sprungdienst zeigt, was ihr könnt. Ich wünsche euch für die Zukunft alles erdenklich Gute. Den ein oder anderen werde ich hoffentlich auf dem Truppführerlehrgang oder auf dem Tandemlehrgang oder auf dem Ausbildungsleiter Freifall wiedersehen. Erstes Biet, ein Schritt vortreten. Herr Opfeldwebel, herzlichen Glückwunsch. Ich habe gehört, Überschallgeschwindigkeit. Kann das sein? Herzlichen Glückwunsch, hast du klasse gemacht. Vielen Dank. Herr Oberfeldwebel, behalte dein Lächeln einer frohen Natur bei. Alles Gute für die Zukunft. Danke. Hast du gut gemacht. Beim ewig lächelnden. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen des Lehrgangs. Dankeschön. Alle zwölf Fallschirmjäger haben den Härtetest bestanden. Sie sind tauglich. Auch für den Ernstfall. Natürlich ist man ja stolz, dass man den Lehrgang bestanden hat und jetzt alles geschafft hat. Dass ich jede Hürde, die ich mir gesetzt habe, auch gemeistert habe. Dass im Endeffekt alles gepasst hat, unverletzt und erfolgreich alles bestanden hat. Das ist gut, ja. Das Abzeichen wollte ich eigentlich schon immer haben, seit ich beim falschen Jägern bin. Also von daher, Ziel erreicht. Jetzt auf jeden Fall Lehrgang abgeschlossen, erfolgreich abgeschlossen. Ich freue mich halt wirklich sehr, jetzt überhaupt die Lizenz zu haben, dass ich springen darf und sowas. Also allgemein ein Freifall ist halt, wie gesagt, jetzt so der nächste Schritt vom Springen halt. Auf eure Leistung, auf die Leistung des Hörserleiters und der Ausbilder ein dreifach kräftiges Glüh! Ab! Glüh! Ab! Glüh! Ab! 6,7 Brüder! Es kann losgehen, wohin auch immer die Bundeswehr sie schickt. Dienstagabend, ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Welt. Und wir beginnen die Sendung ausnahmsweise mit einer wirklich guten Meldung. US-Forscher, nämlich ist heute nach eigenen Angaben ein historischer Durchbruch bei der Kernfusion gelungen. Sie erzeugt mit einem experimentellen Fusionsreaktor zum ersten Mal mehr Energie, als während des Prozesses verbraucht wurde. Und das könnte ein Schritt sein zu einem Verfahren, mit dem sich eines Tages möglicherweise klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen erzeugen lässt. Bitte hand jetzt mit den Einzelheiten. Was wäre, wenn wir wie die Sonne endlos Energie erzeugen könnten? Diesem Traum sind Forschende der Kalifornischen National Ignition Facility seit mehr als zehn Jahren auf der Spur. Allerdings mussten sie für den Prozess bisher mehr Energie aufwenden, als am Ende dabei herauskam. Doch inzwischen wollen die US-Wissenschaftler das scheinbar Unmögliche geschafft haben, einen Energieüberschuss, wenn auch im Kleinen. Es ist das erste Mal, dass es überhaupt einem Forschungslabor gelungen ist, egal wo auf dieser Welt. Einfach ausgedrückt, es ist eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts. Anders als bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken besteht bei der Kernfusion keine Gefahr eines nuklearen Unfalls. Sie gilt als sauber und sicher und erzeugt mit einem Gramm Brennstoff etwa so viel Energie wie elf Tonnen Kohle. Für ihre Experimente verwendeten die Forscher die stärkste Laseranlage der Welt, um winzige Mengen von Wasserstoff in 100 Millionen Grad heißes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzten 200 Laserstrahlen das Innere eines nur Millimeter großen Behälters und setzten enorme Mengen an Energie und Wärme frei. Auf diese Weise wurde in Kalifornien unterm Strich angeblich 20 Prozent mehr Energie erzeugt als eingespeist. Ich halte das Ergebnis für wissenschaftlich sehr interessant und spannend und es zeigt auch den Weg auf sozusagen Richtung Kernfusion. Ein Durchbruch von der Art, dass man jetzt schon morgen den Kernfusionsreaktor haben würde, ist es nicht. Bis zu einer industriellen und rentablen Nutzung der Kernfusion rechnen auch die US-Wissenschaftler mit weiteren 20 bis 30 Jahren Forschung und Entwicklung. Polizei und Staatsanwaltschaft haben heute Morgen elf Wohnungen und Räume von Mitgliedern der sogenannten letzten Generation in mindestens sechs Bundesländern durchsucht. Grund seien mehrere Attacken der Klimaaktivisten auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird ermittelt wegen Störung öffentlicher Betriebe und des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Gruppe selbst sprach von einem Einschüchterungsversuch. Und Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat heute die Durchsuchungen bei den radikalen Klimaschutzdemonstranten ausdrücklich begrüßt. Ich will ausdrücklich ebenfalls begrüßen, dass heute Morgen in Deutschland umfassende Hausdurchsuchungen stattgefunden haben gegen die sogenannten Klimaaktivisten. Also diejenigen, die sich hier in den letzten Wochen ständig auf Straßen und auf Flughäfen festgeklebt haben. Das hat mit Klimaschutz nichts mehr zu tun. Das sind ebenfalls schwere Straftaten, Eingriffe in den Strafverkehr, gefährliche Eingriffe in den Luftverkehr, Nötigung, Hausfriedensbruch, Straftatbestände gegen Leib und Leben der Bevölkerung. Auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Das tut er. Ich begrüße das ausdrücklich. Damit ist nicht verbunden eine irgendwie geartete Einschränkung des Demonstrationsrechts. Jeder hat in diesem Land das Recht zu sagen und zu denken, was er will. Aber er muss sich dabei an die Regeln unseres Rechtsstaates halten. Und wenn jemand das mit Gewalt nicht mehr tut, dann muss der Staat seinerseits sein Gewaltmonopol anwenden und durchsetzen. Der verurteilte Synagogenattentäter von Halle, Stephan Bayer, hat gestern Abend versucht, aus dem Hochsicherheitsgefängnis Burg bei Magdeburg auszubrechen. Es war bereits ein zweiter Fluchtversuch. Dieses Mal brachte er zwei JVA-Bedienstete in seine Gewalt. Nach Weltinformationen mit einer selbstgebauten Schusswaffe. Bundesinnenministerin Nancy Faeser rief die Verantwortlichen dazu auf, die Sicherheitsmaßnahmen in Justizvollzugsanstalten zu überprüfen. Die JVA-Burg ist das größte und modernste Hochsicherheitsgefängnis in Sachsen-Anhalt. Und doch gelang es einem der Insassen, Stephan Bayer, zwei Justizvollzugsbeamte als Geisel zu nehmen. Bedroht sie mit einer selbstgebauten Waffe, will so aus dem Gefängnis ausbrechen. Im Innenbereich der Anstalt ist der Gefangene so dann nicht weiter vorangekommen. Und durch die geschulte Ansprache von Bediensteten ist es gelungen, gegen kurz nach halb zehn den Gefangenen durch Justizvollzugsbedienstete der JVA-Burg zu überwältigen. Dabei wird der 30-Jährige leicht verletzt. Bayer gilt als unkooperativer und schwieriger Häftling. Deutschlandweit wird er als Attentäter von Halle bekannt. Am 9. Oktober 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, versucht er die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelingt, aufs Gelände zu kommen, ermordet er vor der Synagoge eine Passantin und in einem Imbiss einen 20-Jährigen. Bayer wird zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach dem Vorfall fordert Bundesinnenministerin Faeser die Gefängnisbetreiber auf, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Das ruft diejenigen auf, die Gefängnisse verantworten in Deutschland, auch da nochmal sehr genau hinzugucken. Insbesondere bei so jemandem wie dem Attentäter von Halle, wo wir wissen, dass er schon mal versucht hat, während des Prozesses zu fliehen. Stefan Bayer ist inzwischen in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht worden, wird rund um die Uhr beobachtet. Wie es zu der Geiselnahme kommen konnte, wird jetzt ermittelt. Und Lutz Stordl ist heute Abend direkt vor diesem Hochsicherheitsgefängnis in Burglutz. Die offiziellen Stellen sind ja nach wie vor recht zurückhaltend mit Details. Das LKA aber ermittelt, denn es gibt wirklich viele offene Fragen. Es gibt viele offene Fragen, völlig richtig, und die sind auch zum jetzigen Zeitpunkt zum Großteil noch offen. Vor allem ist ja im Raum steht, dass dieser Mann in der JVA sich eine schussfähige Waffe gebastelt haben soll. Das ist ein Gerücht momentan noch. Wir haben keine definitive Bestätigung bislang dafür bekommen. Wir wissen auch nicht, wie dieser waffenähnliche Gegenstand, so soll es wohl in ersten Untersuchungsergebnissen heißen, wie er ausgesehen hat. Er soll aber tatsächlich auch einen Schuss abgegeben haben. Und das muss man sich halt überlegen. Dieser Attentäter, der ja auch schon mit selbst gebastelten Waffen in Halle die Synagoge stören wollte, der hatte also die Möglichkeiten, in diesem Hochsicherheitstrakt wieder eine Waffe zu bauen. Das ist wirklich schwer vorstellbar. Er soll versucht haben, nachdem er einen Wärter als Geisel nehmen konnte, dann seine Flucht aus dieser JVA zu erzwingen. Da muss man dann ganz ehrlich sagen, das ist schwer vorstellbar. Also diese Haftanstalt hier gehört zu den modernsten, die wir in Deutschland haben. Die wurde erst 2009 eingeweiht. Ist technisch, also was die Sicherheit betrifft, auf einem absolut modernen Top-Niveau. Selbst die Eingangstore, also wenn hier ein Auto reinfährt, da werden Herzfrequenzen gemessen. Also wenn da irgendwo in der Kiste jemand liegen würde, das würde sofort auffallen. Also dass er hier wirklich rauskommen könnte, das halte ich für illusorisch. Aber natürlich stellt sich vor allem die Frage, wie es auch um die Sicherheit des Personals in der Anstalt bestellt ist. Wenn es also möglich ist, solche Teile in die Anstalt zu schmuggeln und da brauchen wir uns nichts vormachen. In jede JVA kommen auf unterschiedlichen Wegen Teile hinein. Aber wenn die selbst so sicherheitsrelevant sind, dass sie eben zum Waffenbau reichen, dann muss man sich hier ein paar Gedanken über die Strukturen machen. Das versucht man zu ermitteln. Es werden jetzt alle Videos ausgewertet. Es werden Gespräche mit allen geführt, die hier beteiligt waren. Und klar, auch erst mal als Konsequenz, dass er verlegt werden wird. Das ist ein üblicher Vorgang. Also wenn es in einer JVA zu einer Geiselnahme gekommen ist, dann wird der Täter in eine andere JVA verlegt. In diesem Fall sind Anstalten in Bayern und in Nordrhein-Westfalen im Gespräch. Lutz, danke dir für diese Informationen. Direkt vor die JVA in Burg. Leonie van Rando zugeschaltet aus dem Bundestag heute Abend. Leonie, wie reagiert denn das politische Berlin auf die Geiselnahme? Wir haben es schon ganz kurz gehört. Unter anderem hat sich die Bundesinnenministerin zu Wort gemeldet. Aber es gibt noch weitere Stimmen. So ist es. Und wir wollen doch direkt einmal nachfragen hier bei Thomas Heilmann, CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Justizsenator hier in Berlin. Guten Abend, Herr Heilmann. Guten Abend. Zunächst also die Frage, die sich jetzt jeder stellt. Wie konnte das passieren, eine Geiselnahme in einer JVA bei einem solchen Schwerstkriminellen? Haben Sie darauf eine Antwort, wie sowas möglich sein kann? Na ja, die Gefängnisse sitzen ja nun per Definition immer kriminelle, die auch, wie ich aus meiner eigenen Amtszeit war, sich immer wieder kriminelle Dinge ausdenken. Dennoch ist das ein ziemlich einzigartiger Vorgang, dass es eine Geiselnahme gibt und man sich offensichtlich eine selbst gebastelte Waffe, ich weiß das alles nicht aus erster Hand, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, nehmen kann. Das wird sicher einer Aufklärung bedürfen. Sie sprechen es gerade an. Möglicherweise hat es hier also eine selbstgebaute Waffe gegeben. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie wird denn überprüft, was in so einer Gefängniszelle sein darf an Gegenständen? Erzählen Sie uns ein bisschen genauer sozusagen, was darf ein solcher Gefangener besitzen? Was darf da reinkommen in die Zelle? Was könnte möglicherweise auch auf illegalem Weg in so eine Gefängniszelle gelangen, in einem Hochsicherheitstrakt wie dieser JVA Burg? Natürlich darf das nicht so sein, das ist unbestreitbar so. Nun befinden sich in Haftzellen immer wieder Dinge, die da nicht hingehören, allen voran Handys. Davon finden wir mehrere Tausend in Deutschland jedes Jahr und das sind die, die wir finden und von der Zahl derer, die wir nicht finden, wissen wir nicht. Es gibt viele Wege, wie man das versucht reinzuschmuggeln. Es gibt immer wieder leider auch Mitarbeiter, die sich erpressen lassen und so etwas machen. Es gibt auch Rechtsanwälte, die dabei behilflich sind. Das sind natürlich immer die Ausnahmen von der Regel, aber diese Ausnahmen gibt es leider. Wie das da im konkreten Fall passiert ist, weiß ich nicht. Ist jeweils ein ungeheuerlicher Vorgang. Sie sprechen gerade also an, dass möglicherweise da eben auch ein Behördenversagen, also beispielsweise erpressbare Mitarbeiter eine Rolle spielen könnten. Nun wollen wir da nicht spekulieren, aber ganz grundsätzlich, wer trägt denn die Verantwortung, wenn so etwas schief geht in einem derartigen Hochsicherheitstrakt mit einem solchen Schwerstkriminellen? Ja, das kommt natürlich auf die Aufklärung an, was jetzt eigentlich schief gegangen ist. Wenn jetzt ein einzelner Mitarbeiter erpressbar sein sollte, nur um jetzt mal das anfassbar zu machen, das aber gibt keinen Indiz, dass ich dafür habe, dann ist das ja kein Behördenversagen, sondern eine individuelle Schuld, die es nun mal bei Menschen gibt. Aber da ich nicht die leiseste Vorstellung habe, wie das nun genau passiert ist, muss man, glaube ich, erst den Sachverhalt aufklären und dann sagen, wer könnte denn dafür gegebenenfalls auch verantwortlich sein. Vielleicht können Sie uns erklären, wie also Schwerstverbrecher untergebracht sind im Vergleich zu, in Anführungsstrichen, normalen Verbrechern, also eben der Attentäter von Halle im Vergleich zu jemandem, der ein geringeres Strafmaß hat. Was gibt es da für besondere Sicherheitsvorkehrungen? Da gibt es ein gestuftes Verfahren. Normalerweise haben Gefangene einen Rechtsanspruch auf eine Einzelzelle. Es gibt aber dann Fälle, dass man jemanden dazulegt. Es gibt auch überwachte Hafträume, wo sozusagen 24 Stunden am Tag immer jemand so in der Nähe ist, dass er in die Zelle hineingucken kann. Das unterliegt übrigens alles der richterlichen Kontrolle. Das heißt, das kann nicht einfach so angeordnet werden, sondern es braucht immer im Einzelfall Indizien dafür, dass ein Täter besonders gefährlich ist. Oder, was auch sehr häufig vorkommt, selbstmordgefährdet ist. Auch dann wird er überwacht. Es gibt einzelne Ausnahmefälle, da werden die sogar angeschnallt, weil sie sich so sehr gefährdend verhalten. In dem konkreten Einzelfall kann ich dazu natürlich gar nicht sagen. Sie waren selber Justizsenator hier in Berlin. In Ihrer Amtszeit ist ja auch der Fluchtversuch oder die Flucht zweier Häftlinge aus der JVA in Moabit gefallen. Was läuft grundsätzlich schief in deutschen Gefängnissen, dass sowas eben möglich ist, obwohl man eben versucht, natürlich das zu verhindern? Ja, ganz generell im internationalen Vergleich steht Deutschland auch in den Jahren, nachdem ich jetzt Justizsenator war und keine Verantwortung mehr trage, nicht so schlecht da. Jedes System hat auch mal eine Schwäche. Aber bisher gelingt es auch in den beiden Fällen, die Sie angesprochen haben, die in meiner Amtszeit waren, sind beide Flüchtigen dann wieder gefasst worden. Also in der Regel ist eine Flucht aus einem Gefängnis, jedenfalls aus einem geschlossenen Vollzug, nicht erfolgreich. Vielen Dank Ihnen, Herr Heilmann, für diese Einblicke. Der ehemalige Justizsenator in Berlin, Thomas Heilmann, er sagt eben nochmal, man muss natürlich abwarten, was jetzt konkret herauskommt. Und grundsätzlich seien deutsche Gefängnisse zwar sicher, aber natürlich kann in Einzelfällen da eben auch immer auftreten, dass beispielsweise Mitarbeiter erpressbar sind. Was aber genau passiert ist, das wird sich eben in den nächsten Tagen, möglicherweise Wochen erst herausstellen. Leonie, ganz herzlichen Dank in den Reichstag und auch für das Gespräch mit dem ehemaligen Justizsenator. Nach der Großrazzia in der Reichsbürgerszene gibt es weitere Erkenntnisse. So sollen bei den Durchsuchungen deutlich mehr Waffen gefunden worden sein als bisher bekannt. Außerdem soll das mutmaßliche Terrornetzwerk sogenannte Heimatschutzkompanien gebildet haben. Nach den Sondersitzungen der Bundestagsausschüsse geht es nun darum, was mit Blick auf das Waffen- und Disziplinarrecht geändert werden kann oder muss. Das Verteidigungsministerium will Soldatinnen und Soldaten mit extremistischer Gesinnung künftig einfacher aus dem Dienst entlassen. Mit der Expertise von Ex-Offizieren und Soldaten des KSK sollte der Umsturz gelingen. Die Reichsbürger gründeten wohl 286 Heimatschutzkompanien. Schießübungen in Bayern sollten auf den Ernst vorbereiten. 93 Waffen wurden bei den Razzien von den Behörden beschlagnahmt. Die Linke fordert die Auflösung der KSK-Elite-Truppe und die Bundesregierung will konsequenter gegen rechtsextremistisches Gedankengut in der Truppe vorgehen. Ja, vor allen Dingen müssen die Truppen schneller und besser ausgestattet werden. Wir haben das Problem, wenn solche Fälle vorkommen, dass das oft zwei, drei Jahre dauert, bis der Fall zur Verhandlung kommt. Die AfD wird unter Abgeordneten derweil offen als parlamentarischer Arm der Reichsbürgerszene bezeichnet. Leugnen und Kleinreden dagegen beim Pressestatement der Alternative selbst. Es gäbe wichtigere Themen. Eine explodierende Kriminalitätsrate. Also das Ganze ist etwas, womit sich eigentlich eine Innenministerin beschäftigen sollte und nicht irgendwie mit so einem angestrebten Rollatorputsch. Widerspruch kommt prompt aus der CDU-CSU. Das ist hier kein Spaß, sondern das ist eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit. Ich würde es sehr bedauern, wegen der Nähe einiger AfD-Abgeordneter zu dieser Szene hier zu einer Verschärfung der Sicherheitsanforderungen im Deutschen Bundestag kommen zu müssen. Die AfD ist bislang vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft worden. Nun werden Forderungen laut sie vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Laut IFO-Institut haben offenbar einige Unternehmen die Inflation genutzt, um ihre Gewinne deutlich zu steigern. Demnach ist das Ausmaß der Inflation nicht allein durch gestiegene Preise für Energie und Vorleistung unerklärbar. Besonders in den Branchen Bau, Handel, Gastgewerbe, Verkehr sowie in der Land- und Forstwirtschaft seien die Preise deutlich stärker erhöht worden, als es zu erwarten gewesen wäre. Sechseinhalb Jahre nach dem Terroranschlag in Nizza werden heute die Urteile gegen die mutmaßlichen Unterstützer des Attentäters erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert für die sieben angeklagten Männer und eine Frau Haftstrafen zwischen zwei und 15 Jahren, außerdem teils Landesverweise. Die Angeklagten sollen Mitglieder einer terroristischen Vereinigung gewesen sein und bei der Beschaffung von Waffen geholfen haben. Bei dem Terroranschlag 2016 war ein Mann mit einem Lastwagen auf der Promenade in Nizza in eine Menschenmenge gefahren und hatte auf sie geschossen. 86 Menschen starben, mehr als 200 wurden verletzt. Das EU-Parlament hat heute Vizepräsidentin Kay Lee wegen Korruptionsverdacht abgesetzt. Der 44-jährigen Griechin wird vorgeworfen, Geld vom Emirat Katar angenommen zu haben. Kay Lee bestreitet die Vorwürfe. Bei einer Razzie an ihrer Brüsseler Wohnung am Wochenende sollen allerdings säckeweise Bargeld gefunden worden sein. Kay Lee sowie drei weitere Verdächtige wurden vorgestern von den belgischen Behörden in Untersuchungshaft genommen. Die internationale Ukraine-Konferenz in Paris hat Hilfszusagen von gut einer Milliarde Euro erbracht. Die Spenden und Sachmittel sollen ab sofort bis zum Ende des Winters geliefert werden. An dem Treffen in Paris nehmen rund 70 Staaten, internationale Organisationen sowie Vertreter der Europäischen Union teil. Konkret soll die Infrastruktur der Ukraine wieder aufgebaut und aufrechterhalten werden. Priorität haben die Strom- und die Wärmeversorgung. Zur Koordination soll künftig eine Plattform den Bedarf der Ukraine gezielt mit Hilfsangeboten aus den Unterstützerländern zusammenführen. Aus Moskau zugeschaltet, dem kalten Moskau, Christoph Wanner. Christoph Volodymyr-Selensky derzeit zusammen mit auch von solcher Unterstützung bei vielen Treffen präsent. Wladimir Putin dagegen, der hat seine große traditionelle Jahresbilanz-Pressekonferenz aus der ganzen Welt, sind da Medienvertreter dabei, für dieses Jahr komplett abgesagt. Wie bewertest du das? Es gibt erstmal hier die offizielle Aussage dazu von Dmitry Peskov, dem Sprecher von Wladimir Putin. Und der hat lediglich gesagt, dass es dieses Jahr keine große Jahrespressekonferenz des russischen Präsidenten geben wird. Gründe hat er keine genannt. Ich denke, dass das ganz klar zusammenhängt mit dem Krieg in der Ukraine und damit, dass Wladimir Putin einfach unangenehme Fragen vermeiden will. Oder auch vermeiden will, dass es da zu spontanen Protestaktionen des einen oder anderen Journalisten kommen könnte. Da könnte jemand zum Beispiel ein Plakat hochheben, ständlich diesen Krieg. Und dann würde das um die ganze Welt gehen. Das wäre für Russland peinlich. Dann geht das auch noch viral im Internet. Also all das wäre sicherlich der Horror für den Kreml. Und deswegen denke ich, vermeidet man jetzt dieses Risiko. Und hat einfach beschlossen, dieses Jahr keine Jahrespressekonferenz zu machen. Nur um einmal sich die Dimension vorzustellen. Letztes Jahr waren da 507 Journalisten aus der ganzen Welt akkreditiert. Das hat über vier Stunden gedauert. Und über 50 Fragen hat sich da Putin stellen lassen. Und es ist einfach das Risiko enorm groß, dass das alles komplett schief geht im Zusammenhang mit dem Krieg und all den Niederlagen, die Russland da hinnehmen musste. Und da hat man einfach gesagt, nee, das machen wir dieses Jahr nicht. Denn der Krieg geht ja nach wie vor weiter. Und in der Region Bachmut, da versucht die russische Armee derzeit, man hat den Eindruck, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und auch wirklich hohen Verlusten offenbar Geländegewinne zu erzielen. Ja, ist das weniger strategisches Interesse, sondern braucht man da unbedingt vor Jahresende noch einen militärischen Erfolg? Ja, sowohl als auch. Also man braucht unbedingt diesen militärischen Erfolg. Das sehe ich auch so wie du. Ich denke, die Niederlagen der letzten Monate, über die ich ja gerade schon gesprochen habe, die sind einfach ein harter Schlag gewesen, auch für die Moral der Russen. Und da will man natürlich jetzt gerade nochmal zum Jahresende doch einen Erfolg erzielen. Und Bachmut ist eben eine wichtige Stadt für die Russen. Sie nennen sie Artyomovsk. Sie wird seit Monaten attackiert und man kommt da eben immer nur in kleinsten Schritten voran, wie du richtig gesagt hast, sehr verlustreich. Vor allem attackieren da die Wagner-Söldner, diese berüchtigte Söldnergruppe und auch ehemalige russische Strafgefangene, die ja die Wagner-Söldner angeworben haben für Geld und dann auch Straffreiheit, wenn sie ein halbes Jahr an der Seite der russischen Soldaten gekämpft haben. Und das sind dann die Sturmtruppen, die da in die Gefechte geschmissen, geworfen werden. Also das ist sehr verlustreich auf beiden Seiten. Und hat aber auch eine strategische Bedeutung, denn Bachmut ist nicht weit weg von Kramatorsk und von Slavins. Das sind nur 30, 40 Kilometer. Das sind zwei ukrainische Großstädte, die auch in dem Bereich Donetsk liegen. Und diese neuralgischen Städte wollen die Russen natürlich auch haben. Denn man muss immer im Hinterkopf haben, am 30. September hat Russland vier ukrainische Gebiete annektiert. Und dazu gehört natürlich auch Donetsk, genauso wie Lugansk, Saporosche und auch Herson. Und die russische Lesart ist eben, dass das alles jetzt zur russischen Föderation gehört. Der Westen akzeptiert das nicht. Die internationale Staatengemeinschaft akzeptiert das nicht. Aber Tatsache bleibt Tatsache. Und wenn man eben diese vier Gebiete kontrollieren will, muss auch Bachmut eines Tages fallen. Und von daher hat diese Stadt tatsächlich auch strategische Bedeutung. Und Peskov, der Sprecher von Wladimir Putin, hat ja auch gesagt, die Ukraine müsse die Realität anerkennen. Diese vier Gebiete seien nun mal jetzt ein Teil Russlands. Und wenn das nicht anerkannt wird, dann wird es auch keinen Frieden geben. Das hat Peskov erst heute gesagt. Christoph, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung und die Informationen nach Moskau. Und wir sind gleich wieder für Sie da. Blicken auf die Geiselnahme von gestern Abend des Attentäters von Halle und die Reaktionen. In wenigen Augenblicken bleiben Sie bei uns. Und wir sind gleich wieder für Sie. Dienstagabend, ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Welt. Rassistisch, antisemitisch und menschenfeindlich. So hat sich der Halle-Attentäter 2019 mit seinem Terroranschlag auf die Synagoge gezeigt. Jetzt hat der 30 Jahre alte Stefan Bayer im Hochsicherheitsgefängnis Burg erneut demonstriert, wie gefährlich er ist. Gestern Abend versuchte er auszubrechen und brachte zwei JVA-Bedienstete in seine Gewalt. Nach Weltinformationen unter anderem mit einer selbstgebauten Schusswaffe. Der Fall wird jetzt vom LKA untersucht. Die JVA-Burg ist das größte und modernste Hochsicherheitsgefängnis in Sachsen-Anhalt. Und doch gelang es einem der Insassen, Stefan Bayer, zwei Justizvollzugsbeamte als Geisel zu nehmen. Bedroht sie mit einer selbstgebauten Waffe, will so aus dem Gefängnis ausbrechen. Im Innenbereich der Anstalt ist der Gefangene so dann nicht weiter vorangekommen. Und durch die geschulte Ansprache von Bediensteten ist es gelungen, gegen kurz nach halb zehn den Gefangenen durch Justizvollzugsbedienstete der JVA-Burg zu überwältigen. Dabei wird der 30-Jährige leicht verletzt. Bayer gilt als unkooperativer und schwieriger Häftling. Deutschlandweit wird er als Attentäter von Halle bekannt. Am 9. Oktober 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, versucht er die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelingt, aufs Gelände zu kommen, ermordet er vor der Synagoge eine Passantin und in einem Imbiss einen 20-Jährigen. Bayer wird zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach dem Vorfall fordert Bundesinnenministerin Faeser die Gefängnisbetreiber auf, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Das ruft diejenigen auf, die Gefängnisse verantworten in Deutschland, auch da nochmal sehr genau hinzugucken. Insbesondere bei so jemandem wie dem Attentäter von Halle, wo wir wissen, dass er schon mal versucht hat, während des Prozesses zu fliehen. Stefan Bayer ist inzwischen in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht worden, wird rund um die Uhr beobachtet. Wie es zu der Geiselnahme kommen konnte, wird jetzt ermittelt. Und Lutz Stordl ist heute Abend direkt vor diesem Hochsicherheitsgefängnis in Burglutz. Die offiziellen Stellen sind ja nach wie vor recht zurückhaltend mit Details. Das LKA aber ermittelt, denn es gibt wirklich viele offene Fragen. Es gibt viele offene Fragen völlig richtig und die sind auch zum jetzigen Zeitpunkt zum Großteil noch offen. Vor allem ist ja im Raum steht, dass dieser Mann in der JVA sich eine schussfähige Waffe gebastelt haben soll. Das ist ein Gerücht momentan noch. Wir haben keine definitive Bestätigung bislang dafür bekommen. Wir wissen auch nicht, wie dieser waffenähnliche Gegenstand, so soll es wohl in ersten Untersuchungsergebnissen heißen, wie der ausgesehen hat. Er soll aber tatsächlich auch einen Schuss abgegeben haben. Und das muss man sich halt überlegen. Dieser Attentäter, der ja auch schon mit selbst gebastelten Waffen in Halle die Synagoge stören wollte, der hatte also die Möglichkeiten, in diesem Hochsicherheitstrakt wieder eine Waffe zu bauen. Das ist wirklich schwer vorstellbar. Er soll versucht haben, nachdem er einen Wärter als Geisel nehmen konnte, dann seine Flucht aus dieser JVA zu erzwingen. Da muss man dann ganz ehrlich sagen, das ist schwer vorstellbar. Also diese Haftanstalt hier gehört zu den modernsten, die wir in Deutschland haben. Die wurde erst 2009 eingeweiht. Ist technisch, also was die Sicherheit betrifft, auf einem absolut modernen Top-Niveau. Selbst die Eingangstore, also wenn hier ein Auto reinfährt, da werden Herzfrequenzen gemessen. Also wenn da irgendwo in der Kiste jemand liegen würde, das würde sofort auffallen. Also dass er hier wirklich rauskommen könnte, das halte ich für illusorisch. Aber natürlich stellt sich vor allem die Frage, wie es auch um die Sicherheit des Personals in der Anstalt bestellt ist. Wenn es also möglich ist, solche Teile in die Anstalt zu schmuggeln, und da brauchen wir uns nichts vormachen, in jede JVA kommen auf unterschiedlichen Wegen Teile hinein. Aber wenn die selbst so sicherheitsrelevant sind, dass sie eben zum Waffenbau reichen, dann muss man sich hier ein paar Gedanken über die Strukturen machen. Das versucht man zu ermitteln. Es werden jetzt alle Videos ausgewertet, es werden Gespräche mit allen geführt, die hier beteiligt waren. Und klar ist auch erst mal als Konsequenz, Entschuldigung, dass er verlegt werden wird. Das ist ein üblicher Vorgang. Also wenn es in einer JVA zu einer Geiselnahme gekommen ist, dann wird der Täter in eine andere JVA verlegt. In diesem Fall sind Anstalten in Bayern und in Nordrhein-Westfalen im Gespräch. Lutz, danke dir für diese Informationen. Direkt vor die JVA in Burg. Leonie van Rando, zugeschaltet aus dem Bundestag heute Abend. Leonie, wie reagiert denn das politische Berlin auf die Geiselnahme? Wir haben es schon ganz kurz gehört. Unter anderem hat sich die Bundesinnenministerin zu Wort gemeldet. Aber es gibt noch weitere Stimmen. So ist es. Und wir wollen doch direkt einmal nachfragen hier bei Thomas Heilmann, CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Justizsenator hier in Berlin. Guten Abend, Herr Heilmann. Guten Abend. Zunächst also die Frage, die sich jetzt jeder stellt. Wie konnte das passieren, eine Geiselnahme in einer JVA bei einem solchen Schwerstkriminellen? Haben Sie darauf eine Antwort, wie so etwas möglich sein kann? Na ja, in den Gefängnissen sitzen ja nun per Definition immer kriminelle, die auch, wie ich aus meiner eigenen Amtszeit war, sich immer wieder kriminelle Dinge ausdenken. Dennoch ist das ein ziemlich einzigartiger Vorgang, dass es eine Geiselnahme gibt und man sich offensichtlich eine selbst gebastelte Waffe, ich weiß das alles nicht aus erster Hand, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, nehmen kann. Das wird sicher einer Aufklärung bedürfen. Sie sprechen es gerade an, möglicherweise hat es hier also eine selbstgebaute Waffe gegeben. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie wird denn überprüft, was in so einer Gefängniszelle sein darf an Gegenständen? Erzählen Sie uns ein bisschen genauer sozusagen, was darf ein solcher Gefangener besitzen? Was darf da reinkommen in die Zelle? Was könnte möglicherweise auch auf illegalem Weg in so eine Gefängniszelle gelangen, in einem Hochsicherheitstrakt wie dieser JVA Burg? Natürlich darf das nicht so sein, das ist unbestreitbar so. Nun befinden sich in Haftzellen immer wieder Dinge, die da nicht hingehören, allen voran Handys. Davon finden wir mehrere tausend in Deutschland jedes Jahr und das sind die, die wir finden. Und von der Zahl derer, die wir nicht finden, wissen wir nicht. Es gibt viele Wege, wie man das versucht reinzuschmuggeln. Es gibt immer wieder leider auch Mitarbeiter, die sich erpressen lassen und so etwas machen. Es gibt auch Rechtsanwälte, die da beibehilflich sind. Das sind natürlich immer die Ausnahmen von der Regel, aber diese Ausnahmen gibt es leider. Wie das da im konkreten Fall passiert ist, weiß ich nicht. Ist jeweils ein ungeheuerlicher Vorgang. Sie sprechen es gerade also an, dass möglicherweise da eben auch ein Behördenversagen, also beispielsweise erpressbare Mitarbeiter eine Rolle spielen könnten. Nun wollen wir da nicht spekulieren, aber ganz grundsätzlich, wer trägt denn die Verantwortung, wenn so etwas schief geht in einem derartigen Hochsicherheitstrakt mit einem solchen Schwerstkriminellen? Ja, das kommt natürlich auf die Aufklärung an, was jetzt eigentlich schiefgegangen ist. Wenn jetzt ein einzelner Mitarbeiter erpressbar sein sollte, nur um jetzt mal das anfassbar zu machen, das aber gibt kein Indiz, dass ich dafür habe, dann ist das ja kein Behördenversagen, sondern eine individuelle Schuld, die es nun mal bei Menschen gibt. Aber da ich nicht die leiseste Vorstellung habe, wie das nun genau passiert ist, muss man, glaube ich, erst den Sachverhalt aufklären und dann sagen, wer könnte denn dafür gegebenenfalls auch verantwortlich sein. Vielleicht können Sie uns erklären, wie also Schwerstverbrecher untergebracht sind im Vergleich zu, in Anführungsstrichen, normalen Verbrechern, also eben der Attentäter von Halle im Vergleich zu jemandem, der ein geringeres Strafmaß hat. Was gibt es da für besondere Sicherheitsvorkehrungen? Da gibt es ein gestuftes Verfahren. Normalerweise haben Gefangene einen Rechtsanspruch auf eine Einzelzelle. Es gibt aber dann Fälle, dass man jemanden dazulegt. Es gibt auch überwachte Hafträume, wo sozusagen 24 Stunden am Tag immer jemand so in der Nähe ist, dass er in die Zelle hineingucken kann. Das unterliegt übrigens alles der richterlichen Kontrolle. Das heißt, das kann nicht einfach so angeordnet werden, sondern es braucht immer im Einzelfall Indizien dafür, dass ein Täter besonders gefährlich ist oder, was auch sehr häufig vorkommt, selbstmordgefährdet ist. Auch dann wird er überwacht. Es gibt einzelne Ausnahmefälle, da werden die sogar angeschnallt, weil sie sich so selbstgefährdend verhalten. In dem konkreten Einzelfall kann ich dazu natürlich gar nichts sagen. Sie waren selber Justizsenator hier in Berlin. In Ihrer Amtszeit ist ja auch der Fluchtversuch oder die Flucht zweier Häftlinge aus der JVA in Moabit gefallen. Was läuft grundsätzlich schief in deutschen Gefängnissen, dass so etwas eben möglich ist, obwohl man eben versucht, natürlich das zu verhindern? Ganz generell im internationalen Vergleich steht Deutschland auch in den Jahren, nachdem ich jetzt Justizsenator war und keine Verantwortung mehr trage, nicht so schlecht da. Jedes System hat auch mal eine Schwäche. Aber bisher gelingt es auch in den beiden Fällen, die Sie angesprochen haben, die in meiner Amtszeit waren, sind beide Flüchtigen dann wieder gefasst worden. Also in der Regel ist eine Flucht aus einem Gefängnis, jedenfalls aus einem geschlossenen Vollzug, nicht erfolgreich. Vielen Dank Ihnen, Herr Heilmann, für diese Einblicke. Der ehemalige Justizsenator in Berlin, Thomas Heilmann, er sagt eben noch mal, man muss natürlich abwarten, was jetzt konkret herauskommt. Grundsätzlich seien deutsche Gefängnisse zwar sicher, aber natürlich kann in Einzelfällen da eben auch immer auftreten, dass beispielsweise Mitarbeiter erpressbar sind. Und was aber genau passiert ist, das wird sich eben in den nächsten Tagen, möglicherweise Wochen erst herausstellen. Leonie, ganz herzlichen Dank in den Reichstag und auch für das Gespräch mit dem ehemaligen Justizsenator. Und Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger, die gab sich heute mit Informationen zur Geisernahme selbst sehr zurückhaltend. In erster Linie ging es ihr darum, alle Beteiligten zu loben. Justizvollzugsbedienstete haben den Gefangenen im inneren Bereich der JVA Burg überwältigt und ihn so dann in einen besonders gesicherten Haftraum verbracht. Dank des wirklich guten Zusammenspiels der Justizvollzugsbediensteten vor Ort ist es gelungen, diese herausfordernde Lage stets unter Kontrolle zu halten. Die wiederkehrenden Übungen dort im Justizvollzug haben sich auch in diesem Fall als äußerst positiv erwiesen. Die Bediensteten waren durchgehend handlungssicher. Zusammen mit meiner Kollegin Franka Lefeld habe ich heute mit René Müller über die Geisernahme selbst und die Situation der Strafvollzugsbediensteten gesprochen. Er zeigte sich überhaupt nicht überrascht, dass es zu einem solchen Vorfall kommen konnte. Gott sei Dank ist es nicht alltäglich, aber es kommt immer wieder vor. Ich habe gerade auch den Bericht Ihres Reporters verfolgt, der dort gleich von Fehlverhalten von den Kolleginnen und Kollegen übrigens nicht Wärtern, sondern Justizvollzugsbeamten gibt es im Zoo. Wir haben gut ausgebildete Justizvollzugsbeamte und die haben diese Lage offensichtlich auch selbst lösen können und haben sie gut gelöst, denn die Lage wurde noch von eigenen Kräften innerhalb der Justizvollzugsanstalt entschärft und deeskaliert, sodass man dem Geiselnehmer habhaft dort werden konnte, ohne dass wir auswärtige Kräfte brauchen. Ja, das ist der Fall danach, aber so eine Lage sollte doch gar nicht erst entstehen und insbesondere nicht in einer Justizvollzugsanstalt, die ein Hochsicherheitsgefängnis ist und wie wir gehört haben, technisch eben wirklich so gut gerüstet ist, dass es nicht passieren sollte. Also was ist Ihre Erklärung dafür, dass es zu der Lage überhaupt kam? Leider doch. Leider doch. Selbst in einem Hochsicherheitsgefängnis kann so etwas vorkommen. Weil wir die Straftäter ja nicht 24 Stunden rund um die Uhr jeden Tag beobachten können. Das schaffen wir personell gar nicht, aber es ist auch rechtlich gar nicht möglich. Auch da muss man leider, aber es ist so, den Straftätern eine gewisse Privatsphäre zugestehen. Ich gehe davon aus, dass dort zusätzlich Haftraumkontrollen durchgeführt wurden. Das dann natürlich beobachtet wird in seinem ganzen Handeln. Trotzdem ist so eine Situation immer wieder nicht vorhersehbar und kann jederzeit eintreten. Denn Sie müssen sich vorstellen, die Gefangenen sind hinter verschlossenen Türen. Man sieht also vom Flur aus nicht rein in den Haftraum. Wenn man den Haftraum aufmacht und dort steht jemand mit einem selbstgebauten, mit einer Waffe, die unterschiedlich aussieht. Das kann selbst eine Zahnbürste sein, die man zu einer Waffe umfunktionieren kann. Und in diesem Fall wird eine Lage ein, die unsere Kollegen und Kollegen dort nicht vorhersehen können. Sie sprechen jetzt von Privatsphäre und dass man nicht alles einsehen kann. Man muss aber dazu sagen, beim Thema Waffen laut Weltinformation soll der Insasse ja auch verfügt haben, über ein Messer, über einen Dosenöffner und über eine Bastelschere. Also war man da vielleicht zu naiv ihm gegenüber, ihm solche Gegenstände überhaupt zugänglich zu machen? Da laufen jetzt ja die Ermittlungen des LKAs. Ich bin da, gehe davon aus, dass man das genau überprüft. Aber es ist tatsächlich so, dass selbst schwere Gewaltverbrecher und Straftäter im Besitz von Messern sind. Denn womit sollen sie sich sonst das Brot schmieren oder das Steak schneiden, das sie auch bekommen? Wir sind natürlich an diese Messer, sind gewisse Anforderungen gestellt, die ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern will. Aber sie sind eben nicht wie ein normales Messer. Aber andere Sachen wie eine Nagelschere. Natürlich bekommen auch diese Menschen eine Nagelschere. Warum denn nicht? Sie müssen sich ja irgendwie auch die Finger schneiden, die Fingernägel schneiden lassen oder selbst schneiden. Dazu bedarf man solcher Utensilien. Und das kann man leider nicht komplett ausschließen. Ich sagte ja, die Gefangenen sind tatsächlich so erfinderisch in bestimmten Bereichen. Die funktionieren kleinste Sachen, um sie als Waffe zu missbrauchen. Es ist also keine Waffe im herkömmlichen Sinn, sondern tatsächlich etwas Selbstgebautes, was selbstgebasteltes. Ich habe wirklich Verständnis und ich verstehe Sie auch, dass Sie sich vor Ihre Kolleginnen und Kollegen stellen. Und das ist eine schwere Arbeit, eine anspruchsvolle Arbeit in der Justizvollzugsanstalt. Aber nach diesem Fall, mich überrascht auch, dass Sie sagen, ja, das kann einfach so passieren. Müsste nicht doch auch nach diesem Fall, müssten da nicht irgendwelche Konsequenzen gezogen werden? Kann die Arbeit nicht doch verbessert werden und die Sicherheit auch Ihrer Kolleginnen und Kollegen? Auf jeden Fall. Da gebe ich Ihnen ja völlig recht, weil ich denke, auch das wird Gegenstand der Ermittlung sein. War ausreichend Personal vor Ort? Das ist immer die größte Frage. Denn der wichtigste Aspekt an der Sicherheit ist immer ausreichend und gut geschultes Personal. Es gibt Szenarien, gerade zum Thema Geiselnahme, aber auch in anderen Lagen, die durchgespielt werden, wo unsere Kolleginnen und Kollegen in diesem Fall geschult werden. Ich gehe davon aus, dass das passiert ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die Personalausstattung in der JVA Burg ist. Ich kann Ihnen aber sagen, dass deutschlandweit zwischen 2000, also 2000 Bedienstete fehlen uns garantiert, aber bis zu 3000 Bedienstete in den gesamten Professionen. Und es kann tatsächlich vorkommen, dass in einigen Anstalten auf einigen Stationen ein Bediensteter für 30, 40 bis zu 70 Personen zuständig ist. Und da ist die Sicherheitslage dann schon massiv gefährdet. Und insofern gehe ich davon aus, dass es hier hoffentlich nicht der Fall war, aber das werden die Ermittlungen ergeben. Herr Müller, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Danke Ihnen nach Hamburg. Polizei und Staatsanwaltschaft haben heute Morgen elf Wohnungen und Räume von Mitgliedern der sogenannten letzten Generationen in mindestens sechs Bundesländer durchsucht. Grund seien mehrere Attacken der Klimaaktivisten auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird ermittelt wegen Störung öffentlicher Betriebe und des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Gruppe selbst sprach von einem Einschüchterungsversuch. Unternehmensfraktionschef Friedrich Merz hat die Durchsuchungen bei den radikalen Klimaschutzdemonstranten heute unterstützt. Ich will ausdrücklich ebenfalls begrüßen, dass heute Morgen in Deutschland umfassende Hausdurchsuchungen stattgefunden haben gegen die sogenannten Klimaaktivisten, also diejenigen, die sich hier in den letzten Wochen ständig auf Straßen und auf Flughäfen festgeklebt haben. Das hat mit Klimaschutz nichts mehr zu tun. Das sind ebenfalls schwere Straftaten, Eingriffe in den Straßenverkehr, gefährliche Eingriffe in den Luftverkehr, Nötigung, Hausfriedensbruch, Straftatbestände gegen Leib und Leben der Bevölkerung. Auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Das tut er. Ich begrüße das ausdrücklich. Damit ist nicht verbunden eine irgendwie geartete Einschränkung des Demonstrationsrechts. Jeder hat in diesem Land das Recht zu sagen und zu denken, was er will. Aber er muss sich dabei an die Regeln unseres Rechtsstaates halten. Und wenn jemand das mit Gewalt nicht mehr tut, dann muss der Staat seinerseits sein Gewaltmonopol anwenden und durchsetzen. Nach der Großrazzia in der Reichsbürgerszene gibt es weitere Erkenntnisse. So sollen bei den Durchsuchungen deutlich mehr Waffen gefunden worden sein als bisher bekannt. Außerdem soll das mutmaßliche Terrornetzwerk sogenannte Heimatschutzkompanien gebildet haben. Nach den Sondersitzungen der Bundestagsausschüsse geht es jetzt darum, was mit Blick auf das Waffen- und Disziplinarrecht geändert werden kann oder muss. Und das Bundesverteidigungsministerium will Soldatinnen und Soldaten mit extremistischer Gesinnung künftig einfacher aus dem Dienst entlassen. Mit der Expertise von Ex-Offizieren und Soldaten des KSK sollte der Umsturz gelingen. Die Reichsbürger gründeten wohl 286 Heimatschutzkompanien. Schießübungen in Bayern sollten auf den Ernst vorbereiten. 93 Waffen wurden bei den Razzien von den Behörden beschlagnahmt. Die Linke fordert die Auflösung der KSK-Elite-Truppe. Und die Bundesregierung will konsequenter gegen rechtsextremistisches Gedankengut in der Truppe vorgehen. Ja, vor allen Dingen müssen die Truppengerichte schneller und besser ausgestattet werden. Wir haben das Problem, wenn solche Fälle vorkommen, dass das oft zwei, drei Jahre dauert, bis der Fall zur Verhandlung kommt. Die AfD wird unter Abgeordneten derweil offen als parlamentarischer Arm der Reichsbürgerszene bezeichnet. Leugnen und Kleinreden dagegen beim Pressestatement der Alternative selbst. Es gebe wichtigere Themen. Eine explodierende Kriminalitätsrate, also das Ganze ist etwas, womit sich eigentlich eine Innenministerin beschäftigen sollte und nicht irgendwie mit so einem angestrebten Rollatorputsch. Widerspruch kommt prompt aus der CDU-CSU. Das ist hier kein Spaß, sondern das ist eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit. Ich würde es sehr bedauern, wegen der Nähe einiger AfD-Abgeordneter zu dieser Szene, hier zu einer Verschärfung der Sicherheitsanforderungen im Deutschen Bundestag kommen zu müssen. Die AfD ist bislang vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft worden. Nun werden Forderungen laut sie vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Das EU-Parlament hat Vizepräsidentin Kay Lee wegen Korruptionsverdacht abgesetzt. Der 44-jährigen Griechen wird vorgeworfen, Geld vom Emirat Katar angenommen zu haben. Kay Lee bestreitet die Vorwürfe. Bei einer Razzia in ihrer Brüsseler Wohnung am Wochenende sollen säckeweise Bargeld gefunden worden sein, heißt es. Kay Lee sowie drei weitere Verdächtige wurden am Sonntag von den belgischen Behörden in Untersuchungshaft genommen. US-Forschern ist heute eine Sensation, ein historischer Durchbruch bei der Kernfusion gelungen. Sie erzeugten mit einem experimentellen Fusionsreaktor zum ersten Mal mehr Energie, als während des Prozesses verbraucht wurde. Und genau das könnte der erste Schritt sein zu einem Verfahren, mit dem sich eines Tages klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen erzeugen lässt. Peter Handjes berichtet. Was wäre, wenn wir wie die Sonne endlos Energie erzeugen könnten? Diesem Traum sind Forschende der Kalifornischen National Ignition Facility seit mehr als zehn Jahren auf der Spur. Allerdings mussten sie für den Prozess bisher mehr Energie aufwenden, als am Ende dabei herauskam. Doch inzwischen wollen die US-Wissenschaftler das scheinbar Unmögliche geschafft haben, einen Energieüberschuss, wenn auch im Kleinen. Es ist das erste Mal, dass es überhaupt einem Forschungslabor gelungen ist, egal wo auf dieser Welt. Einfach ausgedrückt, es ist eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts. Anders als bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken besteht bei der Kernfusion keine Gefahr eines nuklearen Unfalls. Sie gilt als sauber und sicher und erzeugt mit einem Gramm Brennstoff etwa so viel Energie wie elf Tonnen Kohle. Für ihre Experimente verwendeten die Forscher die stärkste Laseranlage der Welt, um winzige Mengen von Wasserstoff in 100 Millionen Grad heißes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzten 200 Laserstrahlen das Innere eines nur Millimeter großen Behälters und setzten enorme Mengen an Energie und Wärme frei. Auf diese Weise wurde in Kalifornien unterm Strich angeblich 20 Prozent mehr Energie erzeugt als eingespeist. Ich halte das Ergebnis für wissenschaftlich sehr interessant und spannend und es zeigt auch den Weg auf sozusagen Richtung Kernfusion. Ein Durchbruch von der Art, dass man jetzt schon morgen den Kernfusionsreaktor haben würde, ist es nicht. Bis zu einer industriellen und rentablen Nutzung der Kernfusion rechnen auch die US-Wissenschaftler mit weiteren 20 bis 30 Jahren Forschung und Entwicklung. Und so weit das Wichtigste für den Moment. Nachrichten rund um die Uhr immer auch unter www.welt.de. Bleiben Sie auf jeden Fall bei uns. Schnell Unverwüstlich Und tödlich Das Flugzeug hat den Westen geschockt. Die MiGs waren eine wichtige Waffe der Sowjetunion und ihrer Verbündeten. Die MiGs galten als das beste sowjetische Jagdflugzeug. Entwickelt als Reaktion auf eine schreckliche Bedrohung. Stalin wusste, dass er eine neue Art Flugzeug braucht. Dieses Flugzeug stellte die Luftüberlegenheit der USA in Frage. Die MiGs kamen von hinten und holten ihn einfach vom Himmel. Die MiGs gehörten zu den fortschrittlichsten Jagdflugzeugen ihrer Zeit. Die nordvietnamesischen MiG-21-Piloten waren zu allem entschlossen. Mit diesem Flugzeug hatten die Gegner der USA eine echte Chance. Ein Abschuss reichte, um allen zu beweisen, dass sie ein ernstzunehmender Gegner waren. 2. August 1990 Saddam Husseins Armee besetzt Kuwait und fordert damit die internationale Gemeinschaft heraus. Im Januar 1991 reagieren die USA und ihre Koalitionspartner. Die US-Generäle wissen, Luftüberlegenheit ist der Schlüssel zum Sieg. Aber das wird nicht einfach. Die Iraker haben eine schlagkräftige Luftwaffe mit modernen Flugzeugen aus sowjetischer Produktion. Unter anderem die Düsenjäger MiG-29 Fulcrum. Die MiGs. Diese leistungsstarken russischen Kampfjets sind seit dem Koreakrieg ein gefährlicher Gegner der amerikanischen Luftwaffe. Die MiG-29 ist die neueste Generation. Ein schnelles und tödliches Jagdflugzeug, das es mit allen anderen Kampfflugzeugen aufnehmen kann. Sie sollen Luftüberlegenheit herstellen. Ihre Hauptziele sind Bomber und andere wichtige Ziele. Er ist nur 17 Meter lang und 11 Meter breit. Trotzdem ist dieser kompakte Jet enorm kampfstark. Als Abfangjäger ist sie mit Luft-Luft-Raketen bestückt. Zusätzlich hat sie eine 30-Millimeter-Kanone mit 100 Schuss. Die MiG-29 wurde relativ preiswert angeboten und in großen Stückzahlen produziert. Sie war und sie ist immer noch in vielen Ländern auf der ganzen Welt im Einsatz. Die Iraker haben diese Jets während des Irak-Iran-Krieges gekauft, in den 80er Jahren. Daher waren die irakischen Piloten ziemlich erfahren im Umgang mit den MiGs. 17. Januar 1991. Die Koalition unter Führung der USA beginnt einen massiven Luftkrieg. Viele der irakischen Kampfflugzeuge werden noch am Boden zerstört. Aber einige MiGs sind noch einsatzbereit. Sie wollten unbedingt ein Flugzeug der Koalition abschießen. Colonel Cesar Rodriguez hat mehr als 25 Jahre lang F-15-Jets in der US Air Force geflogen. Ein Abschuss reichte ihnen, um allen zu beweisen, dass sie ein ernstzunehmender Gegner waren. Luftwaffenstützpunkt Tabuk, Saudi-Arabien. Ein Koalitionsgeschwader von 60 Flugzeugen hebt in Richtung Irak ab. Ihr Ziel ist ein irakisches Waffenlager am Rande von Bagdad. Das Ziel war ein unterirdisches Munitionslager, in dem Luft-zu-Luft- und Luft-zu-Boden-Waffen lagerten. Und außerdem Waffen des irakischen Heeres. Die Piloten wissen, sobald die Iraker sie entdecken, schicken sie ihre MiGs. Zwei F-15-Jets bilden deswegen die Nachhut. Wir sollten aufpassen, dass alle wieder heil nach Hause kommen. Das war unsere Aufgabe. Nach einem kurzen Flug erreichen die Angreifer ihr Ziel und werfen ihre Bomben ab. Rodriguez und sein Flügelmann haben eine gute Sicht auf das, was am Boden geschieht. Es war unglaublich, wie das Munitionslager in die Luft flog. Wie ein großes Feuerwerk. Das kann man sich nicht vorstellen. Die Piloten wollen gerade zum Stützpunkt zurückkehren, als sie plötzlich Gesellschaft bekommen. Erst entdeckten wir einige nicht identifizierbare Objekte nord-nordöstlich unserer Position. Wir kamen näher und unsere Radargeräte erkannten zwei getrennte Signale. Und dann identifizierten wir sie als zwei MiG-29. Die feindlichen Flugzeuge steuern direkt auf die amerikanischen Kampfjets zu. Bevor Rodriguez und sein Flügelmann reagieren können, drehen die beiden MiGs aber plötzlich wieder ab. Sie drehten um und flogen zurück Richtung Bagdad. Die F-15 nehmen die Verfolgung auf. Kurz darauf merken sie, dass sie in eine Falle gelockt worden sind. Uns wurde schnell klar, dass uns die MiGs in die Luftverteidigungszone von Bagdad locken wollten. Unser Radar warnte uns vor den Raketenstellungen. Auf die F-15 warten hunderte von radargesteuerten Bodenluftraketen, bereit, die amerikanischen Piloten abzuschießen. Wir sitzen also in der Falle. Und wie kommen wir da wieder raus? Rodriguez kann entweder die MiGs weiter verfolgen und riskieren, abgeschossen zu werden, oder er kehrt um und lässt die Fulcrums entkommen. Meine erste Reaktion war, okay, wir brechen ab, nichts wie weg, bringt nichts. Aber bevor ich Abbruch sagen konnte, meldet sich auf einmal das AWACS. Das AWACS ist ein Frühwarnsystem an Bord von Luftüberwachungsflugzeugen. In knapp 13 Kilometern Entfernung ist eine dritte MiG-29 entdeckt worden, die sich schnell nähert. Nur noch wenige Sekunden, bis er auf mich schießen kann. Nicht Minuten, Sekunden. Mir war klar, das wird jetzt knapp. Rodriguez weiß, wenn eine MiG-29 Fulcrum einen ersten Mal im Visier hat, ist eine Flucht nahezu unmöglich. Die MiG-29 ist ein Macht-2-plus-fähiges Flugzeug. Also doppelte Schallgeschwindigkeit. Echt schnell. Und sehr gefährlich im Nahkampf. Besonders mit einem fähigen Piloten. Die kurzen Flügel machen die MiG enorm wendig. Und die zwei Klimov RD-33 Düsentriebwerke liefern mehr als 13 Tonnen Schub. Die Kombination aus Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit machen die MiG-29 im Nahkampf so extrem gefährlich. In 3000 Metern Höhe über dem Irak haben es Colonel Cesar Rodriguez und sein Flügelmann mit einem gefährlichen Gegner zu tun. Wir gingen davon aus, dass das ein absoluter Top-Pilot war. Wir mussten alles geben, um ihn zu schlagen. Die sich nähernde MiG-29 sind davon entfernt, Rodriguez vom Himmel zu schießen. Sein Radar hatte mich erfasst. Ich musste handeln. Rodriguez zieht nach links und geht in den Sturzflug. Wenn er das Radar der MiG austricksen kann, hat er vielleicht eine Chance. Das Radar der MiG-29 ist darauf ausgelegt, den freien Himmel zu scannen, wo es wenige Störungen gibt. Ich habe das Radar gezwungen, in Richtung Boden zu gucken, um es ihm schwerer zu machen, mich zu treffen. Rodriguez muss der irakischen MiG entkommen. Es geht um Leben oder Tod. Für mich ging es um alles. Der Feind hatte mich im Visier. Das ist die gefährlichste Situation in einem Luftkampf. Jetzt kann er nur noch auf seinen Flügelmann hoffen. Ich sitze in der Klemme und kann eigentlich nur noch reagieren. Ohne meinen Flügelmann bin ich aufgeschmissen. Er ist fünf Kilometer hinter mir und schießt eine Rakete auf die MiG ab. Sekunden später erreicht die Wärmesuchrakete die MiG. Wir hatten eine MiG abgeschossen. Über Funk gab ich durch, Treffer versenkt. Wir fragten uns, was als nächstes kommt. Es ist noch nicht ausgestanden. Das AWACS-Frühwarnsystem teilt Rodriguez mit, dass eine weitere MiG im Anflug ist. Dieses Mal sind die F-15-Piloten vorbereitet. Wir hatten zwei Möglichkeiten. Entweder wir drehen nach Süden ab oder wir kämpfen. Ich habe mich fürs Kämpfen entschieden. Rodriguez und die MiG liefern sich am Himmel einen wilden Tanz. Beide versuchen sich jeweils hinter den anderen zu setzen. Plötzlich geht die MiG-29 in den Sturzflug, um so dem Radar der F-15 zu entkommen. Der Pilot dachte wohl, dass ich kurz davor war, ihn mit der Bordkanone abzuschießen. Oder eine Rakete abzufeuern. Rodriguez sieht noch, wie der MiG-Pilot im letzten Moment wieder hochziehen will. Aber es ist zu spät. Seine Nachbrenner haben geglüht. Er hat alles versucht, um die Nachbrenner des Flugzeugs über den Horizont zu kriegen. Aber es hat nicht funktioniert. Er endete als Feuerball am Boden. Danach habe ich überlegt, was da eigentlich gerade passiert ist. Und da ist mir dann klar geworden, dass ich selbst nur Sekunden davon entfernt war, zum Opfer zu werden. Rodriguez Luftkampf ist nur einer von vielen Dogfights zwischen einer MiG und einem US-Jet. Aber als zum ersten Mal eine MiG abhob, ging es noch nicht darum, amerikanische Jets abzufangen. September 1939. Mit dem deutschen Überfall auf Polen beginnt der Zweite Weltkrieg. Kurz zuvor hatten Deutschland und die Sowjetunion einen Nicht-Angriffsvertrag geschlossen, den Hitler-Stalin-Pakt. Das Abkommen schockt den Westen. Die einstigen Gegner sind plötzlich Verbündete. Stalin geht allerdings davon aus, dass das nicht lange so bleiben wird. Stalin war immer klar, dass seine Vereinbarungen mit Hitler nur vorübergehend sind. Roger Conor ist Kurator am Smithsonian Air and Space Museum. Stalin wusste, dass er seine Streitkräfte aufrüsten musste. Vor allem die deutsche Luftwaffe hatte in Polen ihre Überlegenheit gezeigt. Vor allem ein Flugzeug der Deutschen macht ihm Sorgen. Die Messerschmitt Bf 109. Die Bf 109 hatte eine gute Höhenleistung und eine beeindruckende Bewaffnung, eine gute Reichweite und sehr gute Manövrierfähigkeit. Sie war ein echtes Allround-Hochleistungsflugzeug. Die kleinen Einsitzer der Sowjets waren der Bf 109 einfach nicht gewachsen. Wenn die Nazis eines Tages angreifen, braucht die sowjetische Luftwaffe ein neues Flugzeug, das es mit den Deutschen aufnehmen kann. Dafür mussten neue Konstruktionen entwickelt werden, mit besserer Höhenleistung, Reichweite und verbesserter Bewaffnungsmöglichkeit. Im Januar 1940 verlangt Stalin ein neues Kampfflugzeug, das mit denen der Deutschen Luftwaffe mithalten kann. Stalin beauftragte Artyom Mikoyan, einen Freund der Familie, mit dem Entwurf des neuen Kampfflugzeugs. Mikoyan hatte Erfahrungen bei der Luftwaffe gesammelt, hatte gute Kontakte und er war ein begabter Konstrukteur. Er war eine gute Wahl. Mikoyans rechte Hand ist Mikhail Goyevich, ein erfahrener Chefkonstrukteur, der dafür bekannt ist, an ihm gestellte Aufgaben zu erfüllen. Mikoyan und Goyevich waren ein effektives Team. Mikoyan kümmerte sich um die Produktion und um alles Politische. Goyevich war der geniale Ingenieur, der wusste, was man braucht, um ein leistungsfähiges Kampfflugzeug in die Luft zu bringen. Moskau, April 1940. Mikoyan und Goyevich stellen ihren Entwurf vor, die I-200. Die I-200 war vielversprechend. Ein schnelles Flugzeug, das auf dem Papier mit der Bf 109 mithalten könnte. Die Erwartungen an das neue Flugzeug sind hoch. Doch Tests enthüllen die Fehler des Prototyps. Die Sicht war schlecht. Es war nicht die stabilste Konstruktion und schon am Boden schwer zu handhaben. Die Bremsen waren mies. Alles in allem kein gutes Gesamtpaket. Vielversprechend, aber noch nicht einsatzfähig. Aber für Stalin ist ein neues Flugzeug mit Fehlern besser als gar keins. Er wollte den Deutschen etwas entgegensetzen und so ging das Flugzeug in Produktion. Dezember 1940, nahe Moskau. Das MiG-Konstruktionsteam stellt seinen neuen Kampfjet vor. Die MiG-1. Da begann die Sowjetunion damit, die Flugzeuge mit den Anfangsbuchstaben der Nachnamen der Konstrukteure zu benennen. M für Mikoyan, I für und, G für Gurevich. Alexander Velowitsch war über 13 Jahre leitender Ingenieur im MiG-Konstruktionsbüro. Die MiG-1 war eigentlich noch ein Rohentwurf mit einigen Macken. Sie wurde in der Produktion noch ständig weiterentwickelt. Mikoyan und Gurevich entwickeln die MiG-1 ständig weiter. Sie verbessern unter anderem Sicht, Stabilität und Flugleistungen. Das Ergebnis ist die MiG-3. Es wird zur Praxis den neuen aufeinanderfolgenden Flugzeugmodellen ungerade Zahlen zu geben. Die MiG-3 hatte viele Verbesserungen gegenüber der MiG-1. Die meisten Probleme waren gelöst. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 640 Kilometern pro Stunde ist die MiG-3 fast genauso schnell wie die BF-109. Weil es der deutschen Messerschmitt BF-109 gewachsen war, galt die MiG als das sowjetische Kampfflugzeug. Moskau ist beeindruckt und befiehlt Mikoyan und Gurevich sofort mit der Massenproduktion ihres neuen Flugzeugs zu beginnen. Aber die neuen MiGs sind noch nicht im Kampf erprobt. Juni 1941. Der Frieden zwischen den Deutschen und den Sowjets ist endgültig gebrochen. Die Nazis überfallen die Sowjetunion. Hitler befiehlt massive Luftangriffe. Eine Katastrophe. Auch für die sowjetische Luftwaffe. Die Sowjetunion wurde von der deutschen Invasion überrascht. Die sowjetische Luftwaffe erlitt große Verluste. Die sowjetischen Piloten hatten nur sechs Monate Zeit, um zu lernen, die neuen MiGs zu fliegen. Sie sind den erfahrenen deutschen Piloten nicht gewachsen. Im ersten Kriegsjahr hatte die deutsche Luftwaffe an der Ostfront praktisch absolute Luftüberlegenheit. In den folgenden Monaten rückt die deutsche Armee immer tiefer in die Sowjetunion vor und gefährlich nah an Moskau heran. Die Sowjets brauchen jetzt vor allem Luft-Boden-Kampfflugzeuge. Die MiGs sind aber Jagdflugzeuge. Ende 1941 war die Ilyushin IL-2 Sturmowik das nützlichste Kampfflugzeug. Es war sehr wirkungsvoll gegen deutsche Panzer und Bodentruppen. Im Dezember 1941 stellt Moskau den Wert der MiGs infrage und befiehlt, die Produktion einzustellen. Stalin befahl, die für die MiG-3 vorgesehenen Motoren in Ilyushin IL-2 Flugzeuge einzubauen. Die Produktion der MiG-3 wurde eingestellt. Das Mikoyan- und Gurjevic-Konstruktionsteam war jahrelang ohne Auftrag. Aber die Ingenieure wollen nicht aufgeben. Stattdessen arbeiten sie am nächsten Modell. Sie nutzten die Gelegenheit, um mit neuen Technologien zu experimentieren und neue Prototypen zu entwickeln. Das führte zu einer neuen Generation von Kampfflugzeugen. Sie konnten einige kritische Probleme lösen. Es gab mehrere MiG-Prototypen, wie die MiG-5 und die MiG-7 in der zweiten Hälfte des Krieges. Aber sie haben es nie in die Produktion geschafft. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg geht es wieder richtig los. 1945. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Zwischen den Sowjets und ihren ehemaligen westlichen Verbündeten wächst das Misstrauen. Mit Kriegsende hatten die Vereinigten Staaten bewiesen, eine echte Supermacht zu sein. Die Sowjetunion sah ihre Einflusszone, besonders in Osteuropa, potenziell bedroht. Die größte Bedrohung geht von Amerikas neuer Superwaffe aus. Und den Bombern, die sie direkt in die Sowjetunion fliegen können. Moskau war sehr besorgt über die Möglichkeiten der US-Luftwaffe, B-29-Bomber zum Abwurf von Atombomben einzusetzen. Stalin erkannte, dass er neue Abfangjäger brauchte, um sich gegen diese Bomber zu verteidigen. Und das bedeutete Strahltriebwerke. Während des Zweiten Weltkriegs waren Strahltriebwerke noch in der Entwicklung. Nach dem Krieg macht der Westen schnelle Fortschritte und hängt die sowjetische Luftfahrtindustrie ab. Sowohl Großbritannien als auch die Vereinigten Staaten waren sehr weit in der Triebwerksentwicklung. Es war offensichtlich, dass die Westmächte auf dem Gebiet einen großen Vorsprung gegenüber den Sowjets hatten. Stalin wollte natürlich unbedingt so schnell wie möglich aufholen. Stalin interessierte sich besonders für ein bestimmtes Triebwerk, das Rolls-Royce Neen. Eine hochmoderne Konstruktion mit knapp 2,3 Tonnen Schubkraft. Das Neen-Triebwerk war für die Massenproduktion geeignet. Es stellte eine deutliche Leistungsverbesserung dar und war vielseitig einsetzbar. Moskau schickt Mikoyan und eine Delegation von Ingenieuren zu Verkaufsgesprächen nach England. Stalin weiß, wenn es zum Geschäftsabschluss kommt, ist das der Durchbruch, den die sowjetische Luftwaffe braucht. Die Sowjets brauchen diese Strahltriebwerkstechnologie, um ihre Flugzeuge auf das Niveau der westlichen Modelle zu bringen. September 1946. Das Vereinigte Königreich. Premierminister Clement Adderley sucht im Osten nach neuen Abnehmern für britische Flugzeuge. Und nach potenziellen Partnern. Die britische Luftfahrtindustrie war sehr besorgt über die Dominanz der Amerikaner. Daher wollten die Briten so viele internationale Kunden wie möglich gewinnen. Adderley sah im Verkauf der Nien-Triebwerke eine Chance, durch diesen Technologietransfer die wirtschaftlichen Beziehungen zum Ostblock zu verbessern. Die Sowjets schließen den Kauf schnell ab und lassen 25 Nien-Triebwerke nach Moskau schicken. Was die Sowjets mit den Triebwerken anstellen würden, war den Westmächten ziemlich egal. Sie hielten die sowjetischen Konstruktionen für sehr rückständig und primitiv. Deswegen machten sie sich keine Sorgen, dass über Nacht ein neuer sowjetischer Superjäger auftauchen würde. Aber hinter dem eisernen Vorhang arbeiten die Sowjets mit Hochdruck daran, von der neuen Technologie zu profitieren. Der Westen wird bald erfahren, dass er seinen Gegner unterschätzt hat. Das war wohl einer der größten Fehler Großbritanniens im Kalten Krieg. Oktober 1950. Die Vereinigten Staaten sind im Krieg mit Nordkorea und seinen chinesischen Verbündeten. Die B-29-Bomber sind ständig im Einsatz, mit dem Ziel, die Kommunisten in die Knie zu zwingen. Die Sowjetunion beobachtet das Geschehen mit wachsender Sorge. Wenn Nordkorea fällt, wäre auch das kommunistische China bedroht. Das könnte der Beginn des Dritten Weltkriegs sein. Schließlich ist Stalin bereit, die Nordkoreaner militärisch zu unterstützen. Aber das muss im Geheimen geschehen. Stalins beste Option war, Kampfflugzeuge und Piloten zu schicken. Aber er musste sicher gehen, dass niemand davon erfährt. Moskau entsendet mehrere sowjetische Jagdfliege-Einheiten nach Nordkorea. Die Piloten starten in chinesischen Uniformen und unter koreanischem Hoheitszeichen. Sie fliegen die MiG-15. Ein Kampfflugzeug, dem der Westen noch nicht begegnet ist. Die MiG-15 hat die Westmächte komplett geschockt. 10 Meter lang und nur 3,7 Meter hoch. Die kleine MiG-15 macht großen Eindruck. Sie hat zwei 23-Millimeter-Kanonen und eine 37-Millimeter-Kanone. Schon ein Treffer kann ein Flugzeug zum Absturz bringen. Die Waffen sind nur ein Teil der Gleichung. Vor allem ihre Geschwindigkeit macht sie so gefährlich. Die MiG-15 hat eine Steigleistung von über 2500 Metern pro Minute. Hauptsächlich dank ihres Triebwerks mit Radialverdichter, wie beim Neen-Triebwerk. Das Triebwerk, der MiG-15, ist ein Nachbau des Neen-Triebwerks von Rolls-Royce. Es produziert 2,3 Tonnen Schub und beschleunigt den Kampfjet auf fast 1050 Kilometer pro Stunde. Sie hatte eine Aufgabe, einen B-29-Bomber abzuschießen. Im Koreakrieg soll sie dazu die Gelegenheit bekommen. 1951, Provinz Antung, China. Die sowjetischen MiG-15 sind nahe der koreanischen Grenze stationiert. Allein im April schießen sie mehr als 20 alliierte Flugzeuge ab. Der nordkoreanische Luftraum über diesem Gebiet ist für die Amerikaner brandgefährlich geworden. Das war die MiG-Gasse. Lieutenant Earl McGill diente im Koreakrieg als B-29-Pilot. Dort war es so gut wie sicher, dass man MiGs begegnen würde. Die USA wollen China und die Sowjetunion nicht provozieren. Das gibt den MiGs einen entscheidenden Vorteil. Sie werden nicht verfolgt. Wir durften nicht nach China fliegen, weil sonst die Sowjetunion sich einmischen könnte. Das hätte zum Atomkrieg führen können. So hatten die MiGs eine für uns unantastbare Zuflucht. Die amerikanischen Bomber halten sich aus der Gegend fern. Sie konzentrieren sich stattdessen auf andere Gebiete. Aber als der Krieg weitergeht, fürchten die Amerikaner, dass der Einsatzbereich der MiGs wachsen wird. Um das zu verhindern, müssen sie zurück in die MiG-Gasse. 23. Oktober 1951. Okinawa, Japan. Neun B-29-Bomber starten in Richtung Korea. Sie sollen den Flugplatz Nam-Si bombardieren, den die Nordkoreaner gerade mitten in der MiG-Gasse bauen. Die US Air Force fürchtet, dass die MiG-Gasse zu einer MiG-Autobahn wird, wenn der Flugplatz in Betrieb geht. Wir mussten verhindern, dass die MiGs ihre Reichweite vergrößern und Ziele im Süden angreifen. Das hatte hohe Priorität. Fünf Stunden nach dem Start erreichen die neuen B-29-Bomber den nordkoreanischen Luftraum. 34 F-86 Sabre und 55 F-84 Thunderjets schließen sich ihnen an. Das Geschwader umfasst nun fast 100 Flugzeuge. Die F-84 flogen recht tief und gaben den B-29-Bombern Deckung, während die F-86 höher flogen, um die MiGs abzufangen. Die B-29 erreichen ihr Ziel und werfen ihre Bomben ab. Schnell taucht ein Geschwader von 60 MiG-15 auf. Sie ignorieren die Kampfjet-Eskorte und stürzen sich direkt auf die Bomber. Ein Pilot sagt über Funk, die MiGs sind an uns dran. Im nächsten Moment waren sie schon hinter ihm und schossen ihn ab. Der Geleitschutz muss sich neu formieren. Die MiGs nutzen die Gelegenheit, mit ihren Bordkanonen auf die Bomber zu feuern. Der große Vorteil der MiG-15 war die größere Reichweite und Feuerkraft ihrer Bordkanonen. Sie konnte eine B-29 abschießen, bevor die B-29 nah genug herankam, um selber zu feuern. Die B-29-Schützen versuchen ihr Bestes. Aber die MiG-15 sind kleine, flinke Jäger und dank ihrer Pfeilflügel äußerst wendig. Die MiG-15 war der erste russische Kampfjet mit angewinkelten Tragflächen. Und zwar um 35 Grad. Das erhöhte ihre Maximalgeschwindigkeit, weil die Flügel wie ein Messer durch die Luft schneiden. Die MiG-15 sahen tödlicher Effizienz zu und erteilen den Amerikanern eine bittere Lektion. Sechs Flugzeuge gingen verloren. Drei wurden abgeschossen und drei irreparabel beschädigt. So viele Bomber hatten die Amerikaner während eines einzigen Einsatzes im ganzen Krieg noch nicht verloren. Die MiG-15 hat den Westen geschockt. Die Sowjets hatten jetzt ein Kampfflugzeug, das nicht nur eine Bedrohung für die US-Bomber war, sondern auch ihren Vorzeigedüsenjäger, die F-86, herausfordern konnte. Die Amerikaner müssen den MiG-15 bald etwas entgegensetzen, oder sie riskieren den Kampf um die Luftüberlegenheit zu verlieren. Korea, Juli 1953. Norden und Süden einigen sich auf einen Waffenstillstand. Süd- und Nordkorea sind seitdem durch eine demilitarisierte Zone getrennt. Rebecca Grant hat über 20 Jahre die Geschichte der US-Luftwaffe studiert. Der Süden war aber weiter in Alarmbereitschaft. Und auch das Problem mit der MiG-15 bestand weiterhin. Die Amerikaner wollen unbedingt eine sowjetische MiG in die Finger bekommen. Sie bieten MiG-Piloten aus Nordkorea Asyl an, wenn sie mit einer MiG in den Süden desertieren. Nur wenige Monate nach dem Waffenstillstand geht ein nordkoreanischer Pilot das Risiko ein. 21. September 1953 in der Nähe von Pyongyang, Nordkorea. Der Pilot Noh Kumsok startet in einer MiG-15 und fliegt nach Süden direkt auf eine amerikanische Luftwaffenbasis zu. Kumsok ist extrem angespannt. Er weiß, dass er in großer Gefahr ist. Er will landen, kommt aber aus der falschen Richtung. Zur gleichen Zeit will gerade eine F-86 landen. Dessen Pilot sieht, dass ein fremdes Flugzeug direkt auf ihn zukommt. Und es ist eine MiG-15. Bodentruppen stürmen herbei, während Kumsok seine MiG über das Rollfeld steuert, parkt, die Triebwerke abstellt und sich ergibt. Noh Kumsok wird eine Berühmtheit. Er ist Nordkorea entkommen und die Amerikaner kriegen eine MiG-15, die sie genau untersuchen, auseinandernehmen und auch fliegen können, um herauszufinden, wie sie sie besiegen können. Der erste Stopp der MiG-15 ist Okinawa. Hier testen amerikanische Piloten das Flugverhalten der Maschine. Dann wird sie zur Wright-Patterson Air Force Base in Ohio gebracht, wo Ingenieure die Technik genau analysieren. Es geht dabei vor allem um eins, die MiG-15 in zukünftigen Konflikten zu schlagen. Aber die Amerikaner wissen nicht, dass ihre MiG-15 schon veraltet ist. In Moskau hat das MiG-Konstrukteursteam bereits einen Nachfolger entwickelt. Die MiG-17. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 1.100 Kilometern pro Stunde und einem neu designten Flügel ist die MiG-17 wie eine aufgebohrte MiG-15. Die MiG-17 hat einen 45 Grad steilen Pfeilflügel gegenüber 35 Grad bei der MiG-15. Dadurch hat das Flugzeug noch mehr Stabilität bei extrem hohen Geschwindigkeiten. Bei der MiG-17 setzen die Sowjets erstmals eine Technologie ein, die den Jet auf unglaubliche Geschwindigkeiten bringt, den Nachbrenner. Der Nachbrenner bringt 30 Prozent mehr Schub, und zwar indem hinter der Turbine zusätzlich Treibstoff ins Triebwerk eingespritzt wird. Die MiG-17 ist robust, schnell, günstig und konstruiert, um Bomber abzufangen. Die Sowjets beginnen, sie an andere kommunistische Länder zu verkaufen. Die MiG-Serie eignet sich vor allem für den Einsatz in Dritte-Welt-Länder, die wenig Infrastruktur haben, wenig Geld und keine besonders gut ausgebildeten Piloten. Der Westen kontert mit Jets, die höher und noch schneller fliegen. Die MiG-Konstrukteure gehen zurück an ihre Zeichenbretter. Nur zwei Jahre später stellen sie ihren bis dahin schnellsten und modernsten Düsenjäger vor. Die MiG-21. Die MiG-21 war der Vorzeigekampfjet der Sowjetunion. Sie erreicht Mach 2 und steigt in nur drei bis vier Minuten auf 18.000 Meter. Mit knapp sechs Tonnen Schub erinnert dieser Jet eher an eine Rakete als an ein Flugzeug. Als Pilot fühlt man sich wie in einer Rakete. Das ist eines der am schnellsten beschleunigenden Flugzeuge, die ich je geflogen bin. Für so hohe Geschwindigkeiten braucht man ein Schallscholben. Bei eineinhalbfachen Sekunden wird dieser Kegel an der Spitze ausgefahren. Das verhindert, dass zu schnell zu viel Luft ins Triebwerk strömt und es ausbläst. In Luftkämpfen sieht sie aus wie eine tanzende Speerspitze. Das verdankt sie vor allem ihren einzigartigen Tragflächen. Der Delta-Flügel ist um 65 bis 68 Grad gepfeilt. Die Vorderkante ist gerade. Das macht dieses Flugzeug so schnell und wendig. Wenn sie ihren Gegner im Visier hat, kann die MiG-21 ihn mit ihrer 23-Millimeter-Kanone oder mit bis zu vier Luft-Luft-Raketen abschießen. Dieses Flugzeug kann mit Radar- oder Wärmesuchraketen bestückt werden. Die meisten Flugzeuge wurden von der MiG-21 mit solchen Raketen abgeschossen. Die MiG-21 ist bei ihren Feinden gefürchtet. Bei ihren Piloten und Mechanikern ist sie dagegen äußerst beliebt. Flug und Wartung der MiGs waren unkompliziert. Deshalb setzten sie so viele Dritte-Welt-Staaten ein. Länder auf der ganzen Welt kaufen die sowjetischen MiGs. Darunter auch Nordvietnam. 1965 besitzt die nordvietnamesische Luftwaffe lediglich 36 MiGs. Drei Jahre später sind es schon 180. Die Vietnamesen attackieren die Amerikaner mit MiG-17 und MiG-21. Sie fliegen schnelle und verheerende Angriffe gegen die US-Formationen. Sie agierten meistens aus dem Hinterhalt. Die MiG-17s griffen plötzlich aus großer Höhe an, von hinten, oder sie stiegen von unten mit sehr großer Geschwindigkeit auf. Die MiG-21 hat noch ein zusätzliches Ass im Ärmel. Raketen. Die MiG-21 hatte Raketen an Bord. Die Nordvietnamesen konnten schnell heranfliegen, eine oder zwei Raketen abschießen und wieder verschwinden. So konnten sie der Air Force schwere Verluste zufügen. Während des Krieges kommt es immer wieder zu Luftkämpfen zwischen der MiG-21 und amerikanischen Jets mit unterschiedlichen Ausgängen. Bei den Abschussraten liegen beide Seiten gleich auf. In manchen Situationen sind die MiGs sogar im Vorteil. Doch die MiG-Konstrukteure wollen kein Unentschieden. Sie wollen siegen. 1970 stellt das Mikoyan-Gurjevic-Konstruktionsbüro ein weiteres Ziel zur Vor, die MiG-25. Mit 20 Tonnen Leergewicht ist die MiG-25 fast so schwer wie vier MiG-21. Wie gut die MiG-21 war, wussten die amerikanischen Piloten. Als sie von der MiG-25 hörten, rechneten sie mit dem Schlimmsten. Der US-Geheimdienst erfährt, dass die MiG-25 Macht 3 erreicht und über 20.000 Meter hochfliegen kann. Wenn die MiG-25 so hochfliegen kann, ist jedes Flugzeug der US-Airforce in Gefahr. Wir brauchten unbedingt etwas ganz Neues, um gegen die MiG-25 anzukommen. Das Pentagon legt mit zwei neuen Luftüberlegenheitsjägern nach. Der F-15 Eagle und der F-16 Falcon. Moskau ist entschlossen, nicht zurückzustecken. Die nächste MiG sollte der beste Kampfjet der Welt werden. Sie nehmen das Beste aus der Luft- und Raumfahrttechnik in Sachen Design, Manövrierfähigkeit, Triebwerke, Waffen, Radar. Genau wie die MiG-15 wird das Ergebnis ein Schock für den Westen. Oktober 1977. Die Sowjets stellen der Welt die neue MiG-29 vor. Mit zwei Triebwerken ist sie extrem agil. Und zum ersten Mal hat eine MiG von Anfang an modernste Radartechnik, Elektronik und Waffen an Bord. Das katapultiert sie an die Spitze. Die MiG-29 ist wie ihre Vorgänger robust und zuverlässig und kann praktisch überall auf der Welt eingesetzt werden. Gleichzeitig ist sie auf dem neuesten Stand der Technik. Verbündete der Sowjetunion wie Ungarn, Polen und die DDR kaufen das neue Flugzeug und stationieren es in unmittelbarer Nähe zu amerikanischen Stützpunkten. Die USA beobachten die Aufrüstung mit wachsender Besorgnis. Wir waren am Rande des Dritten Weltkrieges. In Korea oder Vietnam dauerte es Jahre herauszufinden, wie man die MiGs besiegen kann. Jetzt mussten die Piloten sofort bereit sein. 1977. Praktisch rund um den Globus sind sowjetische MiGs stationiert. Sie könnten jederzeit gegen die USA zum Einsatz kommen. Das Pentagon startet ein streng geheimes Piloten-Trainingsprogramm. Sein Name? Constant Pack. Seine Piloten werden die Roten Adler genannt. Unsere Aufgabe war es, die US-Kampfpiloten für den Luftkampf gegen die MiGs zu trainieren. Colonel Carl Wittenberg war MiG-Pilot und Ausbilder im Constant Pack-Programm. Der Ruf der MiGs war legendär. Ziel des Programms war es, den Piloten die Angst vor den MiGs zu nehmen, um gegen sie antreten zu können. Dafür lernen Wittenberg und seine Kollegen verschiedene MiG-Modelle zu fliegen. In ihnen spielen sie die Gegner in simulierten Luftkämpfen mit anderen Piloten. Unsere Piloten hatten noch nie eine MiG gesehen, geschweige denn gegen eine gekämpft. Danach wussten sie, eine MiG ist auch nur ein Flugzeug. Und waren besser darauf vorbereitet, einer im Kampf zu begegnen. Das Programm bleibt geheim, aber was die Piloten gelernt haben, geben sie weiter. Nach dem Training haben wir mit den Piloten, gegen die wir geflogen sind, den Einsatz ausgewertet. Sie sollten alles wissen, was sie brauchen und diese Erfahrungen auch an ihre Kameraden weitergeben. Sie entwickelten eine allgemeingültige Taktik und führten sie offiziell bei Staffeln von Air Force und Navy ein. Damit alle Piloten die MiGs besiegen konnten. In den folgenden 20 Jahren schießen US-Piloten im Einsatz mehrere MiGs ab, während amerikanische Kampfflugzeuge ungeschoren davonkommen. Das geheime Training hat sich offenbar gelohnt. Einige glauben, es hätte eher an der schlechteren Technik der MiGs gelegen. Andere sehen wirtschaftliche Gründe. In den 90er Jahren brach die Sowjetunion zusammen. Die wirtschaftliche Lage war katastrophal und stürzte die russische Luftfahrtindustrie in eine schwere Krise. Das MiG-Konstruktionsbüro hatte es wirklich schwer. Sie bekamen kaum noch Aufträge und konnten die MiG-Serie nicht mehr richtig weiterentwickeln. Um die Jahrtausendwende erwacht der Mythos MiG zu neuem Leben. Wladimir Putin wird russischer Präsident. Er verspricht, die russische Luftwaffe wieder zu altem Ruhm zu führen. Unter Putin wird wieder in eine neue Technologie investiert. Bessere Triebwerke und Raketen werden entwickelt und in eine Kampfjetplattform integriert. Putin stellt die Mittel für die Entwicklung zur Verfügung. 2007 präsentieren die MiG-Ingenieure ihren neuesten Wurf. Die MiG-35. Die MiG-35 ist im Wesentlichen eine MiG-29, aber mit besserer Elektronik, Waffen- und Manövrierfähigkeit. Mit rund 40 Millionen Dollar kostet die MiG-35 weniger als halb so viel wie Amerikas neuestes Kampfflugzeug, die F-35. Die MiG-35 richtet sich an Länder, die eine Luftwaffe brauchen, aber nicht die Mittel haben, mit einer Luftwaffe wie der der USA konkurrieren zu können. Ob in einem Luftkampf gegen andere Jäger oder wenn sie Bombe abfangen, die MiGs können mit den westlichen Flugzeugen mithalten. Sie sind vielleicht nicht die elegantesten, aber extrem wehrhaft. Robust, zuverlässig und manchmal sogar revolutionär. Die MiGs sind für ihre Gegner stets eine Herausforderung. Die MiGs haben uns gezwungen, ständig bessere Taktiken zu entwickeln, unsere Piloten besser auszubilden und bessere Flugzeuge zu bauen, um die Luftüberlegenheit zu sichern. Von ihren Anfängen bis heute. Die MiGs haben immer einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die MiG-36-J한데에 клиентmatisten. Die MiG-36-J Die MiG-36-J Dienstagabend, ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Welt. Rassistisch, antisemitisch und menschenfeindlich, so hat sich der Halle-Attentäter 2019 mit seinem Terroranschlag auf die Synagoge gezeigt. Jetzt hat der 30 Jahre alte Stefan Bayer im Hochsicherheitsgefängnis Burg erneut demonstriert, wie gefährlich er ist. Gestern Abend versuchte er auszubrechen und brachte zwei JVA-Bedienstete in seine Gewalt. Nach Weltinformationen unter anderem mit einer selbstgebauten Schusswaffe. Der Fall wird jetzt vom LKA untersucht. Die JVA Burg ist das größte und modernste Hochsicherheitsgefängnis in Sachsen-Anhalt. Und doch gelang es einem der Insassen, Stefan Bayer, zwei Justizvollzugsbeamte als Geisel zu nehmen. Bedroht sie mit einer selbstgebauten Waffe, will so aus dem Gefängnis ausbrechen. Im Innenbereich der Anstalt ist der Gefangene so dann nicht weiter vorangekommen. Und durch die geschulte Ansprache von Bediensteten ist es gelungen, gegen kurz nach halb zehn, den Gefangenen durch Justizvollzugsbedienstete der JVA Burg zu überwältigen. Dabei wird der 30-Jährige leicht verletzt. Bayer gilt als unkooperativer und schwieriger Häftling. Deutschlandweit wird er als Attentäter von Halle bekannt. Am 9. Oktober 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, versucht er die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelingt, aufs Gelände zu kommen, ermordet er vor der Synagoge eine Passantin und in einem Imbiss einen 20-Jährigen. Bayer wird zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach dem Vorfall fordert Bundesinnenministerin Faeser, die Gefängnisbetreiber auf, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Das ruft diejenigen auf, die Gefängnisse verantworten in Deutschland, auch da nochmal sehr genau hinzugucken. Insbesondere bei so jemandem wie dem Attentäter von Halle, wo wir wissen, dass er schon mal versucht hat, während des Prozesses zu fliehen. Stefan Bayer ist inzwischen in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht worden, wird rund um die Uhr beobachtet. Wie es zu der Geiselnahme kommen konnte, wird jetzt ermittelt. Und Lutz Stordl ist heute Abend direkt vor diesem Hochsicherheitsgefängnis in Burglutz. Die offiziellen Stellen sind ja nach wie vor recht zurückhaltend mit Details. Das LKA aber ermittelt, denn es gibt wirklich viele offene Fragen. Es gibt viele offene Fragen völlig richtig und die sind auch zum jetzigen Zeitpunkt zum Großteil noch offen. Vor allem ist ja im Raum steht, dass dieser Mann in der JVA sich eine schussfähige Waffe gebastelt haben soll. Das ist ein Gerücht im Moment noch. Wir haben keine definitive Bestätigung bislang dafür bekommen. Wir wissen auch nicht, wie dieser waffenähnliche Gegenstand, so soll es wohl in ersten Untersuchungsergebnissen heißen, wie er ausgesehen hat. Er soll aber tatsächlich auch einen Schuss abgegeben haben. Und das muss man sich halt überlegen. Dieser Attentäter, der ja auch schon mit selbst gebastelten Waffen in Halle die Synagoge stören wollte, der hatte also die Möglichkeiten, in diesem Hochsicherheitstrakt wieder eine Waffe zu bauen. Das ist wirklich schwer vorstellbar. Er soll versucht haben, nachdem er einen Wärter als Geißel nehmen konnte, dann seine Flucht aus dieser JVA zu erzwingen. Da muss man dann ganz ehrlich sagen, das ist schwer vorstellbar. Also diese Haftanstalt hier gehört zu den modernsten, die wir in Deutschland haben. Die wurde erst 2009 eingeweiht. Das ist technisch, also was die Sicherheit betrifft, auf einem absolut modernen Top-Niveau. Selbst die Eingangstore, also wenn hier ein Auto reinfährt, da werden Herzfrequenzen gemessen. Also wenn da irgendwo in der Kiste jemand liegen würde, das würde sofort auffallen. Also dass er hier wirklich rauskommen könnte, das halte ich für illusorisch. Aber natürlich stellt sich vor allem die Frage, wie es auch um die Sicherheit des Personals in der Anstalt bestellt ist. Wenn es also möglich ist, solche Teile in die Anstalt zu schmuggeln, und da brauchen wir uns nichts vormachen, in jede JVA kommen auf unterschiedlichen Wegen Teile hinein. Aber wenn die selbst so sicherheitsrelevant sind, dass sie eben zum Waffenbau reichen, dann muss man sich hier ein paar Gedanken über die Strukturen machen. Das versucht man zu ermitteln. Es werden jetzt alle Videos ausgewertet. Es werden Gespräche mit allen geführt, die hier beteiligt waren. Und klar ist auch erst mal als Konsequenz, dass er verlegt werden wird. Das ist ein üblicher Vorgang. Also wenn es in einer JVA zu einer Geiselnahme gekommen ist, dann wird der Täter in eine andere JVA verlegt. In diesem Fall sind Anstalten in Bayern und in Nordrhein-Westfalen im Gespräch. Lutz, danke dir für diese Informationen. Direkt vor die JVA in Burg. Leonie van Rando, zugeschaltet aus dem Bundestag heute Abend. Leonie, wie reagiert denn das politische Berlin auf die Geiselnahme? Wir haben es schon ganz kurz gehört. Unter anderem hat sich die Bundesinnenministerin zu Wort gemeldet. Aber es gibt noch weitere Stimmen. So ist es. Und wir wollen doch direkt einmal nachfragen hier bei Thomas Heilmann, CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Justizsenator hier in Berlin. Guten Abend, Herr Heilmann. Guten Abend. Zunächst also die Frage, die sich jetzt jeder stellt. Wie konnte das passieren, eine Geiselnahme in einer JVA bei einem solchen Schwerstkriminellen? Haben Sie darauf eine Antwort, wie sowas möglich sein kann? Na ja, die Gefängnisse sitzen ja nun per Definition immer kriminelle, die auch, wie ich aus meiner eigenen Amtszeit war, sich immer wieder kriminelle Dinge ausdenken. Dennoch ist das ein ziemlich einzigartiger Vorgang, dass es eine Geiselnahme gibt und man sich offensichtlich eine selbst gebastelte Waffe, ich weiß das alles nicht aus erster Hand, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, nehmen kann. Das wird sicher einer Aufklärung bedürfen. Sie sprechen es gerade an, möglicherweise hat es hier also eine selbstgebaute Waffe gegeben. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie wird denn überprüft, was in so einer Gefängniszelle sein darf an Gegenständen? Erzählen Sie uns ein bisschen genauer sozusagen, was darf ein solcher Gefangener besitzen? Was darf da reinkommen in die Zelle? Was könnte möglicherweise auch auf illegalem Weg in so eine Gefängniszelle gelangen, in einem Hochsicherheitstrakt wie dieser JVA Burg? Natürlich darf das nicht so sein, das ist unbestreitbar so. Nun befinden sich in Haftzellen immer wieder Dinge, die da nicht hingehören, allen voran Handys, davon finden wir mehrere tausend in Deutschland jedes Jahr. Und das sind die, die wir finden und von der Zahl derer, die wir nicht finden, wissen wir nicht. Es gibt viele Wege, wie man das versucht reinzuschmuggeln. Es gibt immer wieder leider auch Mitarbeiter, die sich erpressen lassen und so etwas machen. Es gibt auch Rechtsanwälte, die da beibehilflich sind. Das sind natürlich immer die Ausnahmen von der Regel, aber diese Ausnahmen gibt es leider. Wie das da im konkreten Fall passiert ist, weiß ich nicht. Das ist jeweils ein ungeheuerlicher Vorgang. Sie sprechen es gerade also an, dass möglicherweise da eben auch ein Behördenversagen, also beispielsweise erpressbare Mitarbeiter, eine Rolle spielen könnten. Nun wollen wir da nicht spekulieren. Aber ganz grundsätzlich, wer trägt denn die Verantwortung, wenn so etwas schief geht in einem derartigen Hochsicherheitstrakt mit einem solchen Schwerstkriminellen? Ja, das kommt natürlich auf die Aufklärung an, was jetzt eigentlich schiefgegangen ist. Wenn jetzt ein einzelner Mitarbeiter erpressbar sein sollte, nur um jetzt mal das anfassbar zu machen, das aber gibt keinen Indiz, dass ich dafür habe, dann ist das ja kein Behördenversagen, sondern eine individuelle Schuld, die es nun mal bei Menschen gibt. Aber da ich nicht die leiseste Vorstellung habe, wie das nun genau passiert ist, muss man, glaube ich, erst den Sachverhalt aufklären und dann sagen, wer könnte denn dafür gegebenenfalls auch verantwortlich sein. Vielleicht können Sie uns erklären, wie also Schwerstverbrecher untergebracht sind im Vergleich zu, in Anführungsstrichen, normalen Verbrechern, also eben der Attentäter von Halle im Vergleich zu jemandem, der ein geringeres Strafmaß hat. Was gibt es da für besondere Sicherheitsvorkehrungen? Da gibt es ein gestuftes Verfahren. Normalerweise haben Gefangene einen Rechtsanspruch auf eine Einzelzelle. Es gibt aber dann Fälle, dass man jemanden dazulegt. Es gibt auch überwachte Hafträume, wo sozusagen 24 Stunden am Tag immer jemand so in der Nähe ist, dass er in die Zelle hineingucken kann. Das unterliegt ihm jetzt alles der richterlichen Kontrolle. Das heißt, das kann nicht einfach so angeordnet werden, sondern es braucht immer im Einzelfall Indizien dafür, dass ein Täter besonders gefährlich ist oder, was auch sehr häufig vorkommt, selbstmordgefährdet ist. Auch dann wird er überwacht. Es gibt einzelne Ausnahmefälle, da werden die sogar angeschnallt, weil sie sich so selbstgefährdend verhalten. In dem konkreten Einzelfall kann ich Ihnen dazu natürlich gar nichts sagen. Sie waren selber Justizsenator hier in Berlin. In Ihrer Amtszeit ist ja auch der Fluchtversuch oder die Flucht zweier Häftlinge aus der JVA in Moabit gefallen. Was läuft grundsätzlich schief in deutschen Gefängnissen, dass sowas eben möglich ist, obwohl man eben versucht, natürlich das zu verhindern? Ja, ganz generell im internationalen Vergleich steht Deutschland auch in den Jahren, nachdem ich jetzt Justizsenator war und keine Verantwortung mehr trage, nicht so schlecht da. Jedes System hat auch mal eine Schwäche. Aber bisher gelingt es auch in den beiden Fällen, die Sie angesprochen haben, die in meiner Amtszeit waren, sind beide Flüchtigen dann wieder gefasst worden. Also in der Regel ist eine Flucht aus einem Gefängnis, jedenfalls aus einem geschlossenen Vollzug, nicht erfolgreich. Vielen Dank Ihnen, Herr Heilmann, für diese Einblicke. Der ehemalige Justizsenator in Berlin, Thomas Heilmann, er sagt eben noch mal, man muss natürlich abwarten, was jetzt konkret herauskommt. Grundsätzlich seien deutsche Gefängnisse zwar sicher, aber natürlich kann in Einzelfällen da eben auch immer auftreten, dass beispielsweise Mitarbeiter erpressbar sind. Was aber genau passiert ist, das wird sich eben in den nächsten Tagen, möglicherweise Wochen erst herausstellen. Leonie, ganz herzlichen Dank in den Reichstag und auch für das Gespräch mit dem ehemaligen Justizsenator. Und Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger, die gab sich heute mit Informationen zur Geiselnahme selbst sehr zurückhaltend. In erster Linie ging es ihr darum, alle Beteiligten zu loben. Justizvollzugsbedienstete haben den Gefangenen im inneren Bereich der JVA Burg überwältigt und ihn so dann in einen besonders gesicherten Haftraum verbracht. Dank des wirklich guten Zusammenspiels der Justizvollzugsbediensteten vor Ort ist es gelungen, diese herausfordernde Lage stets unter Kontrolle zu halten. Die wiederkehrenden Übungen dort im Justizvollzug haben sich auch in diesem Fall als äußerst positiv erwiesen. Die Bediensteten waren durchgehend handlungssicher. Zusammen mit meiner Kollegin Franka Lefeld habe ich heute mit René Müller über die Geiselnahme selbst und die Situation der Strafvollzugsbediensteten gesprochen. Er zeigte sich überhaupt nicht überrascht, dass es zu einem solchen Vorfall kommen konnte. Gott sei Dank ist es nicht alltäglich, aber es kommt immer wieder vor. Ich habe gerade auch den Bericht Ihres Reporters verfolgt, der dort gleich von Fehlverhalten von den Kolleginnen und Kollegen, übrigens nicht Wärtern, sondern Justizvollzugsbeamten gibt es im Zoo. Wir haben gut ausgebildete Justizvollzugsbeamte und die haben diese Lage offensichtlich auch selbst lösen können und haben sie gut gelöst. Denn die Lage wurde noch von eigenen Kräften innerhalb der Justizvollzugsanstalt entschärft und deeskaliert, sodass man dem Geiselnehmer habhaft dort werden konnte, ohne dass wir auswärtige Kräfte brauchen. Ja, das ist der Fall danach, aber so eine Lage sollte doch gar nicht erst entstehen und insbesondere nicht in einer Justizvollzugsanstalt, die ein Hochsicherheitsgefängnis ist und wie wir gehört haben, technisch eben wirklich so gut gerüstet ist, dass es nicht passieren sollte. Also was ist Ihre Erklärung dafür, dass es zu der Lage überhaupt kam? Leider doch, leider doch. Selbst in einem Hochsicherheitsgefängnis kann so etwas vorkommen, weil wir die Straftäter ja nicht 24 Stunden rund um die Uhr jeden Tag beobachten können. Das schaffen wir personell gar nicht, aber es ist auch rechtlich gar nicht möglich. Auch da muss man leider, aber es ist so, den Straftätern eine gewisse Privatsphäre zugestehen. Ich gehe davon aus, dass dort zusätzlich Haftraumkontrollen durchgeführt wurden, das dann natürlich beobachtet wird in seinem ganzen Handeln. Trotzdem ist so eine Situation immer wieder nicht vorhersehbar und kann jederzeit eintreten. Denn Sie müssen sich vorstellen, die Gefangenen sind hinter verschlossenen Türen. Man sieht also vom Flur aus nicht rein in den Haftraum. Wenn man den Haftraum aufmacht und dort steht jemand mit einem selbstgebauten, mit einer Waffe, die unterschiedlich aussieht, das kann selbst eine Zahnbürste sein, die man zu einer Waffe umfunktionieren kann. Und in diesem Fall wird eine Lage ein, die unsere Kollegen und Kollegen dort nicht vorhersehen können. Sie sprechen jetzt von Privatsphäre und dass man nicht alles einsehen kann. Man muss aber dazu sagen, beim Thema Waffen laut Weltinformation soll der Insasse ja auch verfügt haben über ein Messer, über einen Dosenöffner und über eine Bastelschere. Also war man da vielleicht zu naiv ihm gegenüber, ihm solche Gegenstände überhaupt zugänglich zu machen? Da laufen jetzt ja die Ermittlungen des LKA. Ich bin da, gehe davon aus, dass man das genau überprüft. Aber es ist tatsächlich so, dass selbst schwere Gewaltverbrecher und Straftäter in Besitz von Messern sind. Denn womit sollen sie sich sonst das Brot schmieren oder das Steak schneiden, das sie auch bekommen? Wir sind natürlich an diese Messer sind gewisse Anforderungen gestellt, die ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern will. Aber sie sind eben nicht wie ein normales Messer. Aber andere Sachen wie eine Nagelschere. Natürlich bekommen auch diese Menschen eine Nagelschere. Warum denn nicht? Sie müssen sich ja irgendwie auch die Finger schneiden, die Fingernägel schneiden lassen oder selbst schneiden. Dazu bedarf man solcher Utensilien. Und das kann man leider nicht komplett ausschließen. Ich sagte ja, die Gefangenen sind tatsächlich so erfinderisch in bestimmten Bereichen. Die funktionieren kleinste Sachen, um sie als Waffe zu missbrauchen. Es ist also keine Waffe im herkömmlichen Sinn, sondern tatsächlich etwas Selbstgebautes, was Selbstgebasteltes. Ich habe wirklich Verständnis und ich verstehe Sie auch, dass Sie sich vor Ihre Kolleginnen und Kollegen stellen. Und das ist eine schwere Arbeit, eine anspruchsvolle Arbeit in der Justizvollzugsanstalt. Aber nach diesem Fall, mich überrascht auch, dass Sie sagen, ja, das kann einfach so passieren. Müssten nicht doch auch nach diesem Fall, müssten da nicht irgendwelche Konsequenzen gezogen werden? Dann kann die Arbeit nicht doch verbessert werden und die Sicherheit auch Ihrer Kolleginnen und Kollegen? Auf jeden Fall. Da gebe ich Sie ja völlig recht, weil ich denke, auch das wird Gegenstand der Ermittlung sein. War ausreichend Personal vor Ort. Das ist immer die größte Frage. Denn das Wichtigste, der wichtigste Aspekt an der Sicherheit ist immer ausreichend und gut geschultes Personal. Es gibt Szenarien, gerade zum Thema Geiselnahme, aber auch in anderen Lagen, die durchgespielt werden, wo unsere Kolleginnen und Kollegen in diesem Fall geschult werden. Ich gehe davon aus, dass das passiert ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die Personalausstattung in der JVA Burg ist. Ich kann Ihnen aber sagen, dass deutschlandweit zwischen 2000, also 2000 Bedienstete fehlen uns garantiert, aber bis zu 3000 Bedienstete in den gesamten Professionen. Und es kann tatsächlich vorkommen, dass in einigen Anstalten, auf einigen Stationen ein Bediensteter für 30, 40 bis zu 70 Personen zuständig ist. Und da ist die Sicherheitslage dann schon massiv gefährdet. Und insofern gehe ich davon aus, dass das hier hoffentlich nicht der Fall war, aber das werden die Ermittlungen ergeben. Herr Müller, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Danke Ihnen nach Hamburg. Die Gruppe selbst sprach von einem Einschüchterung. Unternehmensfraktionschef Friedrich Merz hat die Durchsuchungen bei den radikalen Klimaschutzdemonstranten heute unterstützt. Ich will ausdrücklich ebenfalls begrüßen, dass heute Morgen in Deutschland umfassende Hausdurchsuchungen stattgefunden haben gegen die sogenannten Klimaaktivisten, also diejenigen, die sich hier in den letzten Wochen ständig auf Straßen und auf Flughäfen festgeklebt haben. Das hat mit Klimaschutz nichts mehr zu tun. Das sind ebenfalls schwere Straftaten, Eingriffe in den Straßenverkehr, gefährliche Eingriffe in den Luftverkehr, Nötigung, Hausfriedensbruch, Straftatbestände gegen Leib und Leben der Bevölkerung. Auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Das tut er. Ich begrüße das ausdrücklich. Damit ist nicht verbunden eine irgendwie geartete Einschränkung des Demonstrationsrechts. Jeder hat in diesem Land das Recht zu sagen und zu denken, was er will. Aber er muss sich dabei an die Regeln unseres Rechtsstaates halten. Und wenn jemand das mit Gewalt nicht mehr tut, dann muss der Staat seinerseits sein Gewaltmonopol anwenden und durchsetzen. Nach der Großrazzia in der Reichsbürgerszene gibt es weitere Erkenntnisse. So sollen bei den Durchsuchungen deutlich mehr Waffen gefunden worden sein als bisher bekannt. Außerdem soll das mutmaßliche Terrornetzwerk sogenannte Heimatschutzkompanien gebildet haben. Nach den Sondersitzungen der Bundestagsausschüsse geht es jetzt darum, was mit Blick auf das Waffen- und Disziplinarrecht geändert werden kann oder muss. Und das Bundesverteidigungsministerium will Soldatinnen und Soldaten mit extremistischer Gesinnung künftig einfacher aus dem Dienst entlassen. Mit der Expertise von Ex-Offizieren und Soldaten des KSK sollte der Umsturz gelingen. Die Reichsbürger gründeten wohl 286 Heimatschutzkompanien. Schießübungen in Bayern sollten auf den Ernst vorbereiten. 93 Waffen wurden bei den Razzien von den Behörden beschlagnahmt. Die Linke fordert die Auflösung der KSK-Elite-Truppe. Und die Bundesregierung will konsequenter gegen rechtsextremistisches Gedankengut in der Truppe vorgehen. Ja, vor allem müssen die Truppengerichte schneller und besser ausgestattet werden. Wir haben das Problem, wenn solche Fälle vorkommen, dass das oft zwei, drei Jahre dauert, bis der Fall zur Verhandlung kommt. Die AfD wird unter Abgeordneten derweil offen als parlamentarischer Arm der Reichsbürgerszene bezeichnet. Leugnen und Kleinreden dagegen beim Pressestatement der Alternative selbst. Es gäbe wichtigere Themen. Eine explodierende Kriminalitätsrate. Also das Ganze ist etwas, womit sich eigentlich eine Innenministerin beschäftigen sollte und nicht irgendwie mit so einem angestrebten Rollatorputsch. Widerspruch kommt prompt aus der CDU-CSU. Das ist hier kein Spaß, sondern das ist eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit. Ich würde es sehr bedauern, wegen der Nähe einiger AfD-Abgeordneter zu dieser Szene hier zu einer Verschärfung der Sicherheitsanforderungen im Deutschen Bundestag kommen zu müssen. Die AfD ist bislang vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft worden. Nun werden Forderungen laut sie vom Verfassungsschutz beobachten. Das EU-Parlament hat Vizepräsidentin Kay Lee wegen Korruptionsverdacht abgesetzt. Der 44-jährigen Griechin wird vorgeworfen, Geld vom Emirat Katar angenommen zu haben. Kay Lee bestreitet die Vorwürfe. Bei einer Razzie an ihrer Brüsseler Wohnung am Wochenende sollen säckeweise Bargeld gefunden worden sein, heißt es. Kay Lee sowie drei weitere Verdächtige wurden am Sonntag von den belgischen Behörden in Untersuchungshaft genommen. US-Forschern ist heute eine Sensation, ein historischer Durchbruch bei der Kernfusion gelungen. Sie erzeugten mit einem experimentellen Fusionsreaktor zum ersten Mal mehr Energie, als während des Prozesses verbraucht wurde. Und genau das könnte der erste Schritt sein zu einem Verfahren, mit dem sich eines Tages klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen erzeugen lässt. Peter Hantjes berichtet. Was wäre, wenn wir wie die Sonne endlos Energie erzeugen könnten? Diesem Traum sind Forschende der Kalifornischen National Ignition Facility seit mehr als zehn Jahren auf der Spur. Allerdings mussten sie für den Prozess bisher mehr Energie aufwenden, als am Ende dabei herauskam. Doch inzwischen wollen die US-Wissenschaftler das scheinbar Unmögliche geschafft haben, einen Energieüberschuss, wenn auch im Kleinen. Es ist das erste Mal, dass es überhaupt einem Forschungslabor gelungen ist, egal wo auf dieser Welt. Einfach ausgedrückt, es ist eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts. Anders als bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken besteht bei der Kernfusion keine Gefahr eines nuklearen Unfalls. Sie gilt als sauber und sicher und erzeugt mit einem Gramm Brennstoff etwa so viel Energie wie elf Tonnen Kohle. Für ihre Experimente verwendeten die Forscher die stärkste Laseranlage der Welt, um winzige Mengen von Wasserstoff in 100 Millionen Grad heißes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzten 200 Laserstrahlen das Innere eines nur Millimeter großen Behälters und setzten enorme Mengen an Energie und Wärme frei. Auf diese Weise wurde in Kalifornien unterm Strich angeblich 20 Prozent mehr Energie erzeugt als eingespeist. Ich halte das Ergebnis für wissenschaftlich sehr interessant und spannend. Und es zeigt auch den Weg auf sozusagen Richtung Kernfusion. Ein Durchbruch von der Art, dass man jetzt schon morgen den Kernfusionsreaktor haben würde, ist es nicht. Bis zu einer industriellen und rentablen Nutzung der Kernfusion rechnen auch die US-Wissenschaftler mit weiteren 20 bis 30 Jahren Forschung und Entwicklung. Und soweit das Wichtigste für den Moment. Nachrichten rund um die Uhr immer auch unter www.welt.de. Bleiben Sie auf jeden Fall bei uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dienstagabend ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Welt. Rassistisch, antisemitisch und menschenfeindlich. So hat sich der Halle-Attentäter 2019 mit seinem Terroranschlag auf die Synagoge gezeigt. Jetzt hat der 30 Jahre alte Stefan Bayer im Hochsicherheitsgefängnis Burg erneut demonstriert, wie gefährlich er ist. Gestern Abend versuchte er auszubrechen und brachte zwei JVA-Bedienstete in seine Gewalt. Nach Weltinformationen unter anderem mit einer selbstgebauten Schusswaffe. Der Fall wird jetzt vom LKA untersucht. Die JVA-Burg ist das größte und modernste Hochsicherheitsgefängnis in Sachsen-Anhalt. Und doch gelang es einem der Insassen, Stefan Bayer, zwei Justizvollzugsbeamte als Geisel zu nehmen. Bedroht sie mit einer selbstgebauten Waffe, will so aus dem Gefängnis ausbrechen. Im Innenbereich der Anstalt ist der Gefangene so dann nicht weiter vorangekommen. Und durch die geschulte Ansprache von Bediensteten ist es gelungen, gegen kurz nach halb zehn den Gefangenen durch Justizvollzugsbedienstete der JVA-Burg zu überwältigen. Dabei wird der 30-Jährige leicht verletzt. Bayer gilt als unkooperativer und schwieriger Häftling. Deutschlandweit wird er als Attentäter von Halle bekannt. Am 9. Oktober 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, versucht er die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelingt, aufs Gelände zu kommen, ermordet er vor der Synagoge eine Passantin und in einem Imbiss einen 20-Jährigen. Bayer wird zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach dem Vorfall fordert Bundesinnenministerin Faeser die Gefängnisbetreiber auf, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Das ruft diejenigen auf, die Gefängnisse verantworten in Deutschland, auch da nochmal sehr genau hinzugucken. Insbesondere bei so jemandem wie dem Attentäter von Halle, wo wir wissen, dass er schon mal versucht hat, während des Prozesses zu fliehen. Stefan Bayer ist inzwischen in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht worden, wird rund um die Uhr beobachtet. Wie es zu der Geiselnahme kommen konnte, wird jetzt ermittelt. Und Lutz Stordl ist heute Abend direkt vor diesem Hochsicherheitsgefängnis in Burglutz. Die offiziellen Stellen sind ja nach wie vor recht zurückhaltend mit Details. Das LKA aber ermittelt, denn es gibt wirklich viele offene Fragen. Es gibt viele offene Fragen, völlig richtig und die sind auch zum jetzigen Zeitpunkt zum Großteil noch offen. Vor allem ist ja im Raum steht, dass dieser Mann in der JVA sich eine schussfähige Waffe gebastelt haben soll. Das ist ein Gerücht momentan noch. Wir haben keine definitive Bestätigung bislang dafür bekommen. Wir wissen auch nicht, wie dieser waffenähnliche Gegenstand, so soll es wohl in ersten Untersuchungsergebnissen heißen, wie er ausgesehen hat. Er soll aber tatsächlich auch einen Schuss abgegeben haben. Und das muss man sich halt überlegen. Dieser Attentäter, der ja auch schon mit selbst gebastelten Waffen in Halle die Synagoge stören wollte, der hatte also die Möglichkeiten, in diesem Hochsicherheitstrakt wieder eine Waffe zu bauen. Das ist wirklich schwer vorstellbar. Er soll versucht haben, nachdem er einen Wärter als Geißel nehmen konnte, dann seine Flucht aus dieser JVA zu erzwingen. Da muss man dann ganz ehrlich sagen, das ist schwer vorstellbar. Also diese Haftanstalt hier gehört zu den modernsten, die wir in Deutschland haben. Die wurde erst 2009 eingeweiht. Ist technisch, also was die Sicherheit betrifft, auf einem absolut modernen Top-Niveau. Selbst die Eingangstore, also wenn hier ein Auto reinfährt, da werden Herzfrequenzen gemessen. Also wenn da irgendwo in der Kiste jemand liegen würde, das würde sofort auffallen. Also dass er hier wirklich rauskommen könnte, das halte ich für illusorisch. Aber natürlich stellt sich vor allem die Frage, wie es auch um die Sicherheit des Personals in der Anstalt bestellt ist. Wenn es also möglich ist, solche Teile in die Anstalt zu schmuggeln, und da brauchen wir uns nichts vormachen, in jede JVA kommen auf unterschiedlichen Wegen Teile hinein. Aber wenn die selbst so sicherheitsrelevant sind, dass sie eben zum Waffenbau reichen, dann muss man sich hier ein paar Gedanken über die Strukturen machen. Das versucht man zu ermitteln. Es werden jetzt alle Videos ausgewertet, es werden Gespräche mit allen geführt, die hier beteiligt waren. Und klar ist auch erst mal als Konsequenz, Entschuldigung, dass er verlegt werden wird. Das ist ein üblicher Vorgang. Also wenn es in einer JVA zu einer Geiselnahme gekommen ist, dann wird der Täter in eine andere JVA verlegt. In diesem Fall sind Anstalten in Bayern und in Nordrhein-Westfalen im Gespräch. Lutz, danke dir für diese Informationen. Direkt vor die JVA in Burg. Leonie van Rando, zugeschaltet aus dem Bundestag heute Abend. Leonie, wie reagiert denn das politische Berlin auf die Geiselnahme? Wir haben es schon ganz kurz gehört. Unter anderem hat sich die Bundesinnenministerin zu Wort gemeldet. Aber es gibt noch weitere Stimmen. So ist es. Und wir wollen doch direkt einmal nachfragen hier bei Thomas Heilmann, CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Justizsenator hier in Berlin. Guten Abend, Herr Heilmann. Guten Abend. Zunächst also die Frage, die sich jetzt jeder stellt. Wie konnte das passieren, eine Geiselnahme in einer JVA bei einem solchen Schwerstkriminellen? Haben Sie darauf eine Antwort, wie so etwas möglich sein kann? Na ja, in den Gefängnissen sitzen ja nun per Definition immer Kriminelle, die auch, wie ich aus meiner eigenen Amtszeit war, sich immer wieder kriminelle Dinge ausdenken. Dennoch ist das ein ziemlich einzigartiger Vorgang, dass es eine Geiselnahme gibt und man sich offensichtlich eine selbst gebastelte Waffe, ich weiß das alles nicht aus erster Hand, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, nehmen kann. Das wird sicher einer Aufklärung bedürfen. Sie sprechen es gerade an, möglicherweise hat es hier also eine selbstgebaute Waffe gegeben. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie wird denn überprüft, was in so einer Gefängniszelle sein darf an Gegenständen? Erzählen Sie uns ein bisschen genauer sozusagen, was darf ein solcher Gefangener besitzen? Was darf da reinkommen in die Zelle? Was könnte möglicherweise auch auf illegalem Weg in so eine Gefängniszelle gelangen, in einem Hochsicherheitstrakt wie dieser JVA Burg? Natürlich darf das nicht so sein, das ist unbestreitbar so. Nun befinden sich in Haftzellen immer wieder Dinge, die da nicht hingehören, allen voran Handys. Davon finden wir mehrere tausend in Deutschland jedes Jahr und das sind die, die wir finden. Und von der Zahl derer, die wir nicht finden, wissen wir nicht. Es gibt viele Wege, wie man das versucht reinzuschmuggeln. Es gibt immer wieder leider auch Mitarbeiter, die sich erpressen lassen und so etwas machen. Es gibt auch Rechtsanwälte, die da beibehilflich sind. Das sind natürlich immer die Ausnahmen von der Regel, aber diese Ausnahmen gibt es leider. Wie das da im konkreten Fall passiert ist, weiß ich nicht. Ist ja jeweils ein ungeheuerlicher Vorgang. Sie sprechen es gerade also an, dass möglicherweise da eben auch ein Behördenversagen, also beispielsweise erpressbare Mitarbeiter eine Rolle spielen könnten. Nun wollen wir da nicht spekulieren, aber ganz grundsätzlich, wer trägt denn die Verantwortung, wenn so etwas schief geht in einem derartigen Hochsicherheitstrakt mit einem solchen Schwerstkriminellen? Ja, das kommt natürlich auf die Aufklärung an, was jetzt eigentlich schief gegangen ist. Wenn jetzt ein einzelner Mitarbeiter erpressbar sein sollte, nur um jetzt mal das anfassbar zu machen, das aber gibt kein Indiz, dass ich dafür habe, dann ist das ja kein Behördenversagen, sondern eine individuelle Schuld, die es nun mal bei Menschen gibt. Aber da ich nicht die leiseste Vorstellung habe, wie das nun genau passiert ist, muss man, glaube ich, erst den Sachverhalt aufklären und dann sagen, wer könnte denn dafür gegebenenfalls auch verantwortlich sein. Vielleicht können Sie uns erklären, wie also Schwerstverbrecher untergebracht sind im Vergleich zu, in Anführungsstrichen, normalen Verbrechern, also eben der Attentäter von Halle im Vergleich zu jemandem, der ein geringeres Strafmaß hat. Was gibt es da für besondere Sicherheitsvorkehrungen? Da gibt es ein gestuftes Verfahren. Es gibt, normalerweise sind Gefangene, haben ja einen Rechtsanspruch auf eine Einzelzelle. Es gibt aber dann Fälle, dass man jemanden dazulegt. Es gibt auch überwachte Hafträume, wo sozusagen 24 Stunden am Tag immer jemand so in der Nähe ist, dass er in die Zelle hineingucken kann. Das unterliegt übrigens alles der richterlichen Kontrolle. Das heißt, das kann nicht einfach so angeordnet werden, sondern es braucht immer im Einzelfall Indizien dafür, dass ein Täter besonders gefährlich ist oder, was auch sehr häufig vorkommt, selbstmordgefährdet ist. Auch dann wird er überwacht. Es gibt einzelne Ausnahmefälle, da werden die sogar angeschnallt, weil sie sich so selbstgefährdend verhalten. In den konkreten Einzelfällen kann ich dazu natürlich gar nicht sagen. Sie waren selber Justizsenator hier in Berlin. In Ihrer Amtszeit ist ja auch der Fluchtversuch oder die Flucht zweier Häftlinge aus der JVA in Moabit gefallen. Was läuft grundsätzlich schief in deutschen Gefängnissen, dass so etwas eben möglich ist, obwohl man eben versucht, natürlich das zu verhindern? Ganz generell im internationalen Vergleich steht Deutschland auch in den Jahren, nachdem ich jetzt Justizsenator war und keine Verantwortung mehr trage, nicht so schlecht da. Jedes System hat auch mal eine Schwäche. Aber bisher gelingt es auch in den beiden Fällen, die Sie angesprochen haben, die in meiner Amtszeit waren, sind beide Flüchtigen dann wieder gefasst worden. In der Regel ist eine Flucht aus einem Gefängnis, jedenfalls aus einem geschlossenen Vollzug, nicht erfolgreich. Vielen Dank Ihnen, Herr Heilmann, für diese Einblicke. Der ehemalige Justizsenator in Berlin, Thomas Heilmann, er sagt eben noch mal, man muss natürlich abwarten, was jetzt konkret herauskommt. Grundsätzlich seien deutsche Gefängnisse zwar sicher, aber natürlich kann in Einzelfällen da eben auch immer auftreten, dass beispielsweise Mitarbeiter erpressbar sind. Und was aber genau passiert ist, das wird sich eben in den nächsten Tagen, möglicherweise Wochen erst herausstellen. Leonie, ganz herzlichen Dank in den Reichstag und auch für das Gespräch mit dem ehemaligen Justizsenator. Und Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger, die gab sich heute mit Informationen zur Geiselnahme selbst sehr zurückhaltend. In erster Linie ging es ihr darum, alle Beteiligten zu loben. Justizvollzugsbedienstete haben den Gefangenen im inneren Bereich der JVA Burg überwältigt und ihn so dann in einen besonders gesicherten Haftraum verbracht. Dank des wirklich guten Zusammenspiels der Justizvollzugsbediensteten vor Ort ist es gelungen, um diese herausfordernde Lage stets unter Kontrolle zu halten. Die wiederkehrenden Übungen dort im Justizvollzug haben sich auch in diesem Fall als äußerst positiv erwiesen. Die Bediensteten waren durchgehend handlungssicher. Zusammen mit meiner Kollegin Franka Lefeld habe ich heute mit René Müller über die Geiselnahme selbst und die Situation der Strafvollzugsbediensteten gesprochen. Er zeigte sich überhaupt nicht überrascht, dass es zu einem solchen Vorfall kommen konnte. Gott sei Dank ist es nicht alltäglich, aber es kommt immer wieder vor. Ich habe gerade auch den Bericht Ihres Reporters verfolgt, der dort gleich von Fehlverhalten von den Kolleginnen und Kollegen übrigens nicht Wärtern, sondern Justizvollzugsbeamten gibt es im Zoo. Wir haben gut ausgebildete Justizvollzugsbeamte und die haben diese Lage offensichtlich auch selbst lösen können und haben sie gut gelöst, denn die Lage wurde noch von eigenen Kräften innerhalb der Justizvollzugsanstalt entschärft und deeskaliert, sodass man dem Geiselnehmer habhaft dort werden konnte, ohne dass wir auswärtige Kräfte brauchen. Ja, das ist der Fall danach, aber so eine Lage sollte doch gar nicht erst entstehen und insbesondere nicht in einer Justizvollzugsanstalt, die ein Hochsicherheitsgefängnis ist und wie wir gehört haben, technisch eben wirklich so gut gerüstet ist, dass es nicht passieren sollte. Also was ist Ihre Erklärung dafür, dass es zu der Lage überhaupt kam? Leider doch. Leider doch. Selbst in einem Hochsicherheitsgefängnis kann so etwas vorkommen. Weil wir die Straftäter ja nicht 24 Stunden rund um die Uhr jeden Tag beobachten können. Das schaffen wir personell gar nicht, aber es ist auch rechtlich gar nicht möglich. Auch da muss man leider, aber es ist so, den Straftätern eine gewisse Privatsphäre zugestehen. Ich gehe davon aus, dass dort zusätzlich Haftraumkontrollen durchgeführt wurden. Das dann natürlich beobachtet wird in seinem ganzen Handeln. Trotzdem ist so eine Situation immer wieder nicht vorhersehbar und kann jederzeit eintreten. Denn Sie müssen sich vorstellen, die Gefangenen sind hinter verschlossenen Türen. Man sieht also vom Flur aus nicht rein in den Haftraum. Wenn man den Haftraum aufmacht und dort steht jemand mit einem selbstgebauten, mit einer Waffe, die unterschiedlich aussieht. Das kann selbst eine Zahnbürste sein, die man zu einer Waffe umfunktionieren kann. Und in diesem Fall wird eine Lage ein, die unsere Kollegen und Kollegen dort nicht vorhersehen können. Sie sprechen jetzt von Privatsphäre und dass man nicht alles einsehen kann. Man muss aber dazu sagen, beim Thema Waffen laut Weltinformation soll der Insasse ja auch verfügt haben über ein Messer, über einen Dosenöffner und über eine Bastelschere. Also war man da vielleicht zu naiv ihm gegenüber, ihm solche Gegenstände überhaupt zugänglich zu machen? Da laufen jetzt ja die Ermittlungen des LKA. Ich bin da, gehe davon aus, dass man das genau überprüft. Aber es ist tatsächlich so, dass selbst schwere Gewaltverbrecher und Straftäter in Besitz von Messern sind. Denn womit sollen sie sich sonst das Brot schmieren oder das Steak schneiden, das sie auch bekommen? Wir sind natürlich an diese Messer sind gewisse Anforderungen gestellt, die ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern will. Aber sie sind eben nicht wie ein normales Messer. Aber andere Sachen wie eine Nagelschere. Natürlich bekommen auch diese Menschen eine Nagelschere. Warum denn nicht? Sie müssen sich ja irgendwie auch die Finger schneiden, die Fingernägel schneiden lassen oder selbst schneiden. Dazu bedarf man solcher Utensilien. Und das kann man leider nicht komplett ausschließen. Ich sagte ja, die Gefangenen sind tatsächlich so erfinderisch in bestimmten Bereichen. Die funktionieren kleinste Sachen, um sie als Waffe zu missbrauchen. Es ist also keine Waffe im herkömmlichen Sinn, sondern tatsächlich etwas Selbstgebautes, was Selbstgebasteltes. Ich habe wirklich Verständnis und ich verstehe Sie auch, dass Sie sich vor Ihre Kolleginnen und Kollegen stellen. Und das ist eine schwere Arbeit, eine anspruchsvolle Arbeit in der Justizvollzugsanstalt. Aber nach diesem Fall, mich überrascht auch, dass Sie sagen, ja, das kann einfach so passieren. Müssten nicht doch auch nach diesem Fall, müssten da nicht irgendwelche Konsequenzen gezogen werden? Dann kann die Arbeit nicht doch verbessert werden und die Sicherheit auch Ihrer Kolleginnen und Kollegen? Auf jeden Fall. Da gebe ich Ihnen ja völlig recht, weil ich denke, auch das wird Gegenstand der Ermittlung sein. War ausreichend Personal vor Ort. Das ist immer die größte Frage. Denn das Wichtigste, der wichtigste Aspekt an der Sicherheit ist immer ausreichend und gut geschultes Personal. Es gibt Szenarien, gerade zum Thema Geiselnahme, aber auch in anderen Lagen, die durchgespielt werden, wo unsere Kolleginnen und Kollegen in diesem Fall geschult werden. Ich gehe davon aus, dass das passiert ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die Personalausstattung in der JVA Burg ist. Ich kann Ihnen aber sagen, dass deutschlandweit zwischen 2000, also 2000 Bedienstete fehlen uns garantiert, aber bis zu 3000 Bedienstete in den gesamten Professionen. Und es kann tatsächlich vorkommen, dass in einigen Anstalten auf einigen Stationen ein Bediensteter für 30, 40 bis zu 70 Personen zuständig ist. Und da ist die Sicherheitslage dann schon massiv gefährdet. Und insofern gehe ich davon aus, dass es hier hoffentlich nicht der Fall war, aber das werden die Ermittlungen ergeben. Herr Müller, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Danke Ihnen nach Hamburg. Die Gruppe selbst sprach von einem Einschüchterung. Unternehmensfraktionschef Friedrich Merz hat die Durchsuchungen bei den radikalen Klimaschutzdemonstranten heute unterstützt. Ich will ausdrücklich ebenfalls begrüßen, dass heute Morgen in Deutschland umfassende Hausdurchsuchungen stattgefunden haben gegen die sogenannten Klimaaktivisten, also diejenigen, die sich hier in den letzten Wochen ständig auf Straßen und auf Flughäfen festgeklebt haben. Das hat mit Klimaschutz nichts mehr zu tun. Das sind ebenfalls schwere Straftaten, Eingriffe in den Straßenverkehr, gefährliche Eingriffe in den Luftverkehr, Nötigung, Hausfriedensbruch, Straftatbestände gegen Leib und Leben der Bevölkerung. Auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Das tut er. Ich begrüße das ausdrücklich. Damit ist nicht verbunden eine irgendwie geartete Einschränkung des Demonstrationsrechts. Jeder hat in diesem Land das Recht zu sagen und zu denken, was er will. Aber er muss sich dabei an die Regeln unseres Rechtsstaates halten. Und wenn jemand das mit Gewalt nicht mehr tut, dann muss der Staat seinerseits sein Gewaltmonopol anwenden und durchsetzen. Nach der Großrazzia in der Reichsbürgerszene gibt es weitere Erkenntnisse. So sollen bei den Durchsuchungen deutlich mehr Waffen gefunden worden sein als bisher bekannt. Außerdem soll das mutmaßliche Terrornetzwerk sogenannte Heimatschutzkompanien gebildet haben. Nach den Sondersitzungen der Bundestagsausschüsse geht es jetzt darum, was mit Blick auf das Waffen- und Disziplinarrecht geändert werden kann oder muss. Und das Bundesverteidigungsministerium will Soldatinnen und Soldaten mit extremistischer Gesinnung künftig einfacher aus dem Dienst entlassen. Mit der Expertise von Ex-Offizieren und Soldaten des KSK sollte der Umsturz gelingen. Die Reichsbürger gründeten wohl 286 Heimatschutzkompanien. Schießübungen in Bayern sollten auf den Ernst vorbereiten. 93 Waffen wurden bei den Razzien von den Behörden beschlagnahmt. Die Linke fordert die Auflösung der KSK-Elite-Truppe. Und die Bundesregierung will konsequenter gegen rechtsextremistisches Gedankengut in der Truppe vorgehen. Ja, vor allen Dingen müssen die Truppengerichte schneller und besser ausgestattet werden. Wir haben das Problem, wenn solche Fälle vorkommen, dass das oft zwei, drei Jahre dauert, bis der Fall zur Verhandlung kommt. Die AfD wird unter Abgeordneten derweil offen als parlamentarischer Arm der Reichsbürgerszene bezeichnet. Leugnen und Kleinreden dagegen beim Pressestatement der Alternative selbst. Es gebe wichtigere Themen. Eine explodierende Kriminalitätsrate, also das Ganze ist etwas, womit sich eigentlich eine Innenministerin beschäftigen sollte und nicht irgendwie mit so einem angestrebten Rollatorputsch. Widerspruch kommt prompt aus der CDU-CSU. Das ist hier kein Spaß, sondern das ist eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit. Ich würde es sehr bedauern, wegen der Nähe einiger AfD-Abgeordneter zu dieser Szene, hier zu einer Verschärfung der Sicherheitsanforderungen im Deutschen Bundestag kommen zu müssen. Die AfD ist bislang vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft worden. Nun werden Forderungen laut sie vom Verfassungsschutz beobachten. Das EU-Parlament hat Vizepräsidentin Kay Lee wegen Korruptionsverdacht abgesetzt. Der 44-jährigen Griechin wird vorgeworfen, Geld vom Emirat Katar angenommen zu haben. Kay Lee bestreitet die Vorwürfe. Bei einer Razzie an ihrer Brüsseler Wohnung am Wochenende sollen säckeweise Bargeld gefunden worden sein, heißt es. Kay Lee sowie drei weitere Verdächtige wurden am Sonntag von den belgischen Behörden in Untersuchungshaft genommen. US-Forschern ist heute eine Sensation, ein historischer Durchbruch bei der Kernfusion gelungen. Sie erzeugten mit einem experimentellen Fusionsreaktor zum ersten Mal mehr Energie, als während des Prozesses verbraucht wurde. Und genau das könnte der erste Schritt sein zu einem Verfahren, mit dem sich eines Tages klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen erzeugen lässt. Peter Handjes berichtet. Was wäre, wenn wir wie die Sonne endlos Energie erzeugen könnten? Diesem Traum sind Forschende der Kalifornischen National Ignition Facility seit mehr als zehn Jahren auf der Spur. Allerdings mussten sie für den Prozess bisher mehr Energie aufwenden, als am Ende dabei herauskam. Doch inzwischen wollen die US-Wissenschaftler das scheinbar Unmögliche geschafft haben, einen Energieüberschuss, wenn auch im Kleinen. Es ist das erste Mal, dass es überhaupt einem Forschungslabor gelungen ist, egal wo auf dieser Welt. Einfach ausgedrückt, es ist eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts. Anders als bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken besteht bei der Kernfusion keine Gefahr eines nuklearen Unfalls. Sie gilt als sauber und sicher und erzeugt mit einem Gramm Brennstoff etwa so viel Energie wie elf Tonnen Kohle. Für ihre Experimente verwendeten die Forscher die stärkste Laseranlage der Welt, um winzige Mengen von Wasserstoff in 100 Millionen Grad heißes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzten 200 Laserstrahlen das Innere eines nur Millimeter großen Behälters und setzten enorme Mengen an Energie und Wärme frei. Auf diese Weise wurde in Kalifornien unterm Strich angeblich 20 Prozent mehr Energie erzeugt als eingespeist. Ich halte das Ergebnis für wissenschaftlich sehr interessant und spannend und es zeigt auch den Weg auf sozusagen Richtung Kernfusion. Ein Durchbruch von der Art, dass man jetzt schon morgen den Kernfusionsreaktor haben würde, ist es nicht. Bis zu einer industriellen und rentablen Nutzung der Kernfusion rechnen auch die US-Wissenschaftler mit weiteren 20 bis 30 Jahren Forschung und Entwicklung. Und soweit das Wichtigste für den Moment. Nachrichten rund um die Uhr immer auch unter www.welt.de. Bleiben Sie auf jeden Fall bei uns. Es wird gekämpft, an der Front, aber nicht nur dort. Die Ruhe, die in Berdiansk auf den ersten Blick herrscht, täuscht. Mit Waffen und mit Worten, Fakten und Lügen. Es ist eine Flut von Informationen. Aus Moskau und aus Kiew. Das Ziel, das die Soldaten jetzt ins Visier genommen haben, ist russische Artillerie. Es ist auch ein Krieg um die Wahrheit. Angriffsspuren in Donetsk. Splitter haben dieses Hotel im Zentrum der Separatistenhochburg beschädigt. Ein paar Meter weiter haben sie eine Frau getötet. Bilder der prorussischen Kämpfer. Die Passantin sei Opfer ukrainischer Attacken, sagt der Separatistensprecher. Seine Verbündeten, die russischen Militärs, haben rund 50 internationale Reporter in die besetzten ukrainischen Gebiete eingeladen. Alle Drehorte im Kriegsgebiet gibt die Armee vor, wie auch die meisten Gesprächspartner. Sie transportieren fast nur das russische Narrativ. Das ist wieder einmal ein Kriegsverbrechen. Ich nenne das so, weil das Verbrechen der Beschuss von Militärs durchgeführt wurde. Wir kämpfen hier seit 2014 und noch nie wurden, wie jetzt, Trauerfeiern attackiert. Spezialkräfte sind für unsere Sicherheit verantwortlich, immer in unserer Nähe. Eine wirklich umfassende, objektive Berichterstattung ist unter diesen Umständen kaum möglich. Nun, trotzdem ist es sinnvoll, wie ich finde, hin und wieder auch mit russischen Militärs solche Journalistenreisen zu machen. Denn man kann mit hohen russischen Militärs immer wieder sprechen und versteht besser, wie sich der Krieg weiterentwickeln wird. Die Militärs sagen uns, dass man sich von ukrainischen Gegenoffensiven nicht beeindrucken lasse. Sie seien zum Scheitern verurteilt. Die informativen Gespräche mit russischen Offizieren finden immer jenseits der Kameras statt. Meistens in den Drehpausen. Sobald die Kameras laufen, wird das Propagandaprogramm abgespult. Ein Kohlebergwerk in der ukrainischen Provinz Lugansk. Sie ist komplett unter russischer Kontrolle. Die Botschaft dieser Bilder, wir haben trotz des Krieges alles im Griff. Business as usual in den Betrieben. Von den Interviews mit den Arbeitern erwarten wir wenig. Platte Antworten pro-russischer Hurra-Patrioten. Doch es kommt anders. Wir haben den Schwebezustand satt. Wir wissen nicht, zu wem wir gehören. Was ist Ihnen näher? Russland oder die Ukraine? Ich weiß es nicht. Ich will nur, dass die Kämpfe aufhören. Das ist meine Meinung. Wir müssen wieder in Frieden leben. Das Töten muss gestoppt werden. Keinerlei pro-russische Euphorie. Nur der Wunsch nach Frieden. In diesem Gestüt in der Provinz Lugansk treffen wir erstmals auf bekennende Russland-Fans. Syriol. Im Pferdestall mit schwer bewaffneten Spezialkräften der Eliteeinheit CCO. Die Liebe der Gestützleiter zu Moskau scheint vor allem auf Geld zu basieren. Denn jahrelang stand dieses Gut am Rande des Ruins. Jetzt passt die Finanzierung. Wir können die Stelle renovieren. Auch Futter haben wir wieder. Produzieren es zum Teil sogar selbst. Es ist ein kolossaler Unterschied zu früher. Die Unterschiede mit dem, was es war, ist ein kolossal. Propagandaszenen. Eine bizarre Scheinidylle inmitten eines mörderischen Krieges. Auch die Ukrainer verstehen sich auf die Kunst des Inszenierens und präsentieren offen und gerne ihre Verteidigungsfähigkeit. Wir sind unterwegs mit einer Raketenwerfer-Einheit im südlichen Donbass. Die Soldaten bringen das sogenannte Grat-System in Stellung. Der Abschusswinkel wird berechnet und eingestellt. Alles muss schnell gehen. Denn die Artillerie steht quasi ungeschützt auf freiem Feld. Der Kampagne ist als ausländisches Fernsehteam eingeladen, direkt an der Front dabei zu sein. Das sind die Bilder, die die Welt sehen soll. Sekunden nach der ersten Raketensalve erhält die Einheit neue Koordinaten. Das Ziel, das die Soldaten jetzt ins Visier genommen haben, ist russische Artillerie. Ungefähr 10, 12 Kilometer in dieser Richtung. 24 Raketen feuern die Soldaten ab. Doch das Waffensystem ist ungenau und alt, weit älter als die Männer, die es bedienen. Die Geschosse landen im Umkreis von rund 100 Metern des angepeilten Einschlagortes. Als wir uns in sichereres Gebiet einige Kilometer entfernt von der Front zurückziehen, wissen wir nicht, ob die russischen Stellungen getroffen wurden oder nicht. Der ukrainische Kommandeur ist jedoch überraschend schnell mit seinen Erfolgsmeldungen. Ja, wir haben die Information erhalten, dass wir alle Ziele zerstört haben. Die Russen haben übrigens kurz nachdem ihr weggefahren seid, auf uns gefeuert. Aber sie wissen nichts, mit ihren Händen anzufangen, lacht er. Sie haben weder uns noch unseren Raketenwerfer erwischt. Die können nichts. Siegesmeldungen und Siegesposen. Eigene Verluste, zerstörte Waffen, tote Soldaten. Die ukrainische Regierung veröffentlicht keine Zahlen. Was die russische Seite angeht, ist Kiew dafür umso aktueller. Das ist die Website des Generalstabs der Armee. Jeden Tag wird aufgelistet, was die Invasoren verloren haben, an Gerät und an Menschenleben. Die Zahl der angeblich getöteten russischen Soldaten inzwischen nahe 50.000. Abgeschossene Flugzeuge und Helikopter, zerstörte Haubitzen und Panzer, Transportfahrzeuge und Luftabwehrgeschosse. Die Zahlen sind längst fünfstellig und decken sich kaum mit den Erkenntnissen ausländischer Geheimdienste, beispielsweise der CIA. Was die eigenen Verluste angeht, die Ukraine verbreitet zwar keine Falschmeldungen, sie veröffentlicht aber auch nicht die blutige Wahrheit. Frontopfer auf dieser Pick-up-Ladefläche, das sind die Bilder, die wir und vor allem die Menschen im eigenen Land nicht sehen sollen. Wir sind ohne offizielle Erlaubnis in einem Militärkrankenhaus in Bachmut, der momentan umkämpftesten Stadt der Ukraine. Die Ärzte, alles Freiwillige, haben uns die Drehgenehmigung erteilt. Schnell bekommen wir einen Druck, welche Opfer die Ukrainer bringen müssen. Jede Stunde, jeden Tag. Soldaten mit zerfetzten Gliedmaßen kommen an. Lebensgefährlichen Verletzungen im Bauch- und Brustbereich. Im Laufe des Nachmittags sind es Dutzende. In keiner offiziellen Statistik werden diese Kämpfer genannt. Er wurde von zahlreichen Schrapnellen getroffen, auch in der Brust. Wir müssen seine Blutungen stoppen und verabreichen ihm starke Schmerzmittel. Die Anästhesisten geben ihm außerdem Antibiotika. Das Ziel ist es, ihn in einen stabilen Zustand zu versetzen. Danach warten wir auf ein Evakuierungsteam, das ihn in ein größeres Krankenhaus bringt. Die Ärzte berichten uns, was Kiew niemals zugeben würde. 60 bis 70 Schwerverletzte sind es allein hier pro Tag, in einem einzigen Krankenhaus, in einer einzigen Frontstadt. Die gesamte Frontlinie ist 1200 Kilometer lang. Weniger unklar als die wirkliche Zahl der ukrainischen Opfer ist jedoch eines, wer für das Blutvergießen verantwortlich ist. Und die folgenden Worte dieses Arztes müssen wir nicht übersetzen. Okay, Wladimir Putin. This is for you. Show nachhui. Die Ukrainer lassen internationale TV-Teams viel näher ran als die Russen. Doch nun nähert sich auch unsere Pressegruppe der 1200 Kilometer langen Frontlinie. Schutzwesten sind Pflicht, Handyverbot. Alle Geräte wurden eingesammelt. Es soll verhindert werden, dass die Gegenseite unseren Standort ausmacht. Es geht ins Untersuchungsgefängnis und Kriegsgefangenenlager Jelenowka, im besetzten Teil der Provinz Danetsk. Ein seit kurzem traurig berühmter Ort. Hier hat sich am 28. Juli eine Tragödie ereignet. Hinter mir in diesem Raum sind 53 ukrainische Kriegsgefangene bei einer Explosion ums Leben gekommen. Wie sich das Ganze zugetragen hat in den Augen der russischen Militärs, das werden sie uns jetzt erzählen. Bei den getöteten Kriegsgefangenen handelt es sich um Männer des nationalistischen ukrainischen Bataillons Assov. Die Erzfeinde der russischen Militärs. Sie haben Separatistenführer Deniz Puschilin als Interviewpartner organisiert. Sein Job, die Verbreitung des Kreml-Narrativs. Die US-Armee habe ihre eigenen Leute mit dem US-Mehrfachen-Werfer-Heimars hingerichtet. Das hier ist leider nicht das einzige Verbrechen der Ukrainer des ukrainischen Regimes. Jeden Tag werden verschiedene sensible Objekte attackiert. Vor allem in Wohngebieten großer Städte. Wir haken nochmal bei Separatistenführer Puschilin nach. Uns ist nicht klar, warum die Ukrainer ihre eigenen Leute hingerichtet haben sollen. Welches Motiv hat die Staatsmacht in Kiew, ihre eigenen Kämpfer umzubringen? Das Motiv ist klar. Sie sollen zum Schweigen gebracht werden. Denn sie waren nicht nur selbst im Verbrechen verwickelt. Sie kannten auch die Namen und Dienstgrade ihrer Auftraggeber. Nach unseren Informationen hat zu denen auch teilweise Zelensky gehört. Heimars. Woher wissen sie das? Wir haben Raketenteile gefunden. Es waren Heimars. Beweise bleibt der Separatistenführer unserer internationalen Journalistengruppe gegenüber schuldig. Infame Lügen heißt es aus Kiew. Die Ukraine beschuldigt ihrerseits die russischen Militärs für den Tod der Kriegsgefangenen verantwortlich zu sein. Man habe sie beseitigt, um Folter und Mord zu vertuschen. Aussage gegen Aussage. Der Tod der ukrainischen Kriegsgefangenen ist umgeben von Nebel. Verwirrspiele, Desinformation, Fake News, wie so häufig in diesem Krieg. Wir sind im Südosten der Ukraine unterwegs in der Provinz Kherson. Die Region, von der es wochenlang hieß, die große Gegenoffensive stehe kurz bevor. Und vor wenigen Tagen dann, sie habe begonnen. Russische Truppen seien eingekesselt. Moskau dementiert. Was wir zumindest an diesem Frontabschnitt erleben, ist vor allem ein Abnutzungskrieg mit nur leichten Verschiebungen der jeweiligen Linien. Die Besatzung dieser Panzerhaubitze des Typs Gwotzdika hat nur wenige Minuten Zeit, um die russischen Stellungen in sieben Kilometern Entfernung zu schwächen. Drei Schuss. Mehr dazu nicht, bevor der russische Gegenangriff erfolgen dürfte. Dann ist der Reichweite der Russen. Wenig später spricht ein Soldat überraschend offen über seine Gefühle. Ich könnte behaupten, das sei alles normal und kein Problem für mich, aber das ist nicht der Fall. Ich habe Angst, denn ich möchte nicht sterben. Das einzige, was du nicht tun darfst, ist in Panik zu geraten, aber nur Idioten haben keine Angst. Solche Sätze eines Soldaten bekommen die ukrainischen Fernsehzuschauer kaum oder zumindest selten zu hören. Dort läuft 24 Stunden am Tag rund um die Uhr der sogenannte News-Marathon. 30 TV, Internet und auch Radiostationen haben sich zusammengeschlossen und senden allesamt dieselben Inhalte und Botschaften. Identische Nachrichten, teils sogar identische Programme. Wir haben schon gezeigt, was die richtige Möglichkeit ist. Die Sender geben den Zuschauern ständig Updates zur Lage an der Front. Es kommen verschiedene Experten zu Wort, die einschätzen, wie sich der Krieg weiterentwickeln wird. Und dann geht es unheimlich viel um das Thema Kultur. Was gerade läuft, da wird diskutiert, wie russische Kultur, russische Sprache aus dem Leben in der Ukraine verbannt werden kann und ob Russisch generell in unserem Land noch existieren sollte. Und ob die russische Kultur im ukrainischen Territorium generell sein sollte. Solche Propagandavideos sind feste, immer wiederkehrende Elemente des Programms. Der heldenhafte Kampf der Soldaten. Sogar singende und tanzende Sicherheitskräfte sind zu sehen. Die Nation wird medial aufs Durchhalten eingeschworen. Die Zusammenlegung der Programme spart einerseits Geld, andererseits soll auch mit einer Stimme gesprochen und der übermächtig erscheinenden russischen Propagandamaschine die Stirn geboten werden. Ein schmaler Grat. Was ich als problematisch ansehe, ist die Art und Weise, wie unsere Medien über die russische Armee sprechen. Sie tun so, als wäre die nur Müll, Abfall und damit degradieren wir eigentlich unsere eigenen Truppen. Denn die Frage ist ja, wenn der Gegner so schwach ist und nur Idioten sind, wie kann es sein, dass sie Teile unseres Territoriums besetzt halten und dass wir das bis heute nicht ändern konnten? Auch draußen auf den Straßen fernab der Front, wie beispielsweise hier in der Stadt Dnipro, werden die Menschen dauerhaft mit dem Krieg konfrontiert. Zehntausende solcher Plakate sind zu sehen. Freiwillige werden gesucht, für Armee, für die Polizei. Frontsoldaten werden geehrt, die Frauen im Militär. Auch hier ist die mal ausgesprochene, mal unausgesprochene Botschaft durchhalten, kämpfen und siegen. Durchhalten, kämpfen, siegen. Dieses Motto gilt auch jenseits der Front. Die russischen Militärs zeigen unserer Journalistengruppe, wie sie die Bevölkerung eroberter Gebiete für sich gewinnen wollen. Stichwort schneller Wiederaufbau. In Mariupol, der Großstadt am Asowschen Meer, haben vor dem Krieg einmal rund 500.000 Menschen gewohnt. Dann wurde die Stadt durch die Kämpfe fast vollkommen zerstört. Jetzt laufen am Stadtrand hier die Wiederaufbauarbeiten im Eiltempo. Die Botschaft dieser Bilder, Russland ist gekommen, um zu bleiben. Fünf neue Wohnhäuser sollen hier bis Dezember stehen. Ein Bruchteil dessen, was in Mariupol gebraucht wird. Der Bauleiter wirkt im Gespräch etwas angespannt, bloß nichts Falsches sagen. Wie viele Leute arbeiten hier? Im Moment sind auf der Baustelle mehr als 1.900 Arbeiter tätig. Wer bekommt die Häuser? Das entscheidet die Stadtverwaltung von Mariupol. Ist der Auftraggeber das Verteidigungsministerium? Das darf ich nicht sagen. Mit welchen Schwierigkeiten haben sie es zu tun? Probleme bereitet das Wetter, die Hitze. Die Leute werden schnell müde. Woher kommt das Baumaterial? Das meiste aus der Russischen Föderation. Die südukrainische Nachbarprovinz Zaporozhye am Asowschen Meer. Wieder Propagandaszenen, wieder eine Scheinidylle. Auch in Zaporozhye gilt, Russland ist gekommen, um zu bleiben. Hier steht, wir sind ein Volk. Die Hafenstadt Berdiansk ist voll von solchen Plakaten. Sehr bald wird es in Zaporozhye und in der etwas westlicheren Provinz Kherson wohl sogenannte Referenten geben. Beide Gebiete sollen geschluckt in die russische Föderation integriert werden. Es wird also im Eiltempo russifiziert. Russisches Geld, russische Mobilfunkanbieter und russische Pässe. Wir haben schon 2500 Pässe ausgegeben. Wie viele Leute leben in Berdiansk? Ungefähr 90.000 in Berdiansk mit Umland 130.000 bis 140.000. Viele, die einen guten Job, reibungslos ihre Rente oder Kindergeld wollen, holen sich die russische Staatsbürgerschaft. Häufig ist die treibende Kraft Pragmatismus. Die russische Hymne aus dem Smartphone, dazu der Treueschwur. Erst danach gibt es den russischen Reisepass. Was soll ich sagen, ich bin durch und durch Ukrainerin. Aber so will es das Schicksal. Ich möchte darüber eigentlich nicht sprechen. Bei weitem nicht alle Menschen hier sind bereit, sich zu unterwerfen. Im Untergrund wächst der Widerstand. Die Ruhe, die in Berdiansk auf den ersten Blick herrscht, täuscht. Denn in der Provinz Zaporozhye ist die ukrainische Partisanenbewegung äußerst stark. Regelmäßig werden Anschläge verübt auf russische Soldaten, auf russische Beamte und auf Ukrainer, die in den Augen der Partisanen Kollaborateure sind. Ähnlich, vielleicht sogar noch prekärer ist die Lage in der Nachbarprovinz Kherson. Doch Russland wehrt sich, weitet die Jagd auf Partisanen aus. Wer erwischt wird, bekommt die volle Wucht des Sicherheitsapparats zu spüren. Von seinem Kurs wird sich der Kreml durch die Untergrundkämpfer sicher nicht abbringen lassen. Und der heißt Zerschlagung der Ukraine. Dass diese Zerschlagung nicht ansatzweise bevorsteht, sehen wir in der Frontstadt Siversk in der Ostukraine. Sechs Kilometer entfernt stehen die russischen Truppen. Siversk wird seit Wochen beschossen, zahlreiche Gebäude sind ausgebombt, aber die Verteidigungslinie hält. Soldaten begleiten uns. Was wir drehen, mit wem wir sprechen, entscheiden wir alleine. Nur zeitlich sind die Grenzen. 45 Minuten, dann müssen wir wieder raus aus dem militärischen Sperrgebiet. Auch zu anderen Frontabschnitten zu Verteidigungsanlagen, wie hier in der südlichen Hafenstadt Odessa, haben Journalisten Zugang, wenn der Pressestab der Armee zustimmt. Oft werden dann auch Waffen aus westlicher Produktion gezeigt, verbunden mit einer immer wieder von Soldaten vorgetragenen Forderung, die man in Kiew gerne hört. Wir benötigen vor allem Munition für unser Training und für den Ernstfall und noch mehr Waffen, um uns verteidigen zu können. Und wenn die Russen aus der Luft angreifen, brauchen wir die entsprechenden Abwehrsysteme. Die Soldaten scheinen verinnerlicht zu haben, was ihr Präsident Tag ein, Tag aus predigt. Die Ukraine brauche mehr Hilfe aus dem Westen. Volodymyr Zelensky, seit Kriegsbeginn vor über einem halben Jahr, spricht der ukrainische Präsident jeden Abend zu seinen Landsleuten und zur Welt. Beim Messenger-Dienst Telegram hat er mehr als eine Million Follower, bei Facebook sind es drei Millionen. Seine Zustimmungsrate liegt bei über 80 Prozent. Was er sagt, gilt vielen Ukrainern als unumstößliche Wahrheit. Wenn sie überleben wollen, ist es Zeit für die russischen Soldaten zu fliehen. Wenn sie nicht auf mich hören, werden sich unsere Landesverteidiger, die Besetzer, holen. Wir sind zu Gast im Präsidentenpalast. Zelensky-Chefberater Andrzej Smirnov empfängt uns. Frage an ihn, gebraucht die ukrainische Seite die Kriegswaffe Propaganda? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Warum sollten wir das tun? Russland ist ein Terrorstaat. Es ist doch offensichtlich, dass die Russen mit ihrer Propaganda scheitern. Vertreter aus Europa waren hier, haben sich selber einen Überblick verschafft, haben die Orte besucht, die hier bombardiert wurden. In nicht allen, aber vielen Fällen ist das zutreffend. Hier, im Zentrum der in der südlichen Ukraine gelegenen Großstadt Mykolaev, ist nachts eine Rakete eingeschlagen. Sie hat nur um wenige Meter dieses zehngeschossige Wohnhaus verfehlt. Die Druckwelle hat die Fenster bersten lassen. In der Stadt Mykolaev gibt es eine Vielzahl von militärischen Einrichtungen. Das Gebiet, das hier allerdings so hart getroffen wurde, das sind ausschließlich Wohngebiete und keine militärischen Einrichtungen, die hier auch nur ansatzweise in der Nähe wären. Die Bewohner des Hauses hatten Glück, es gab keine Toten oder Schwerverletzten. Ich danke Gott, dass ich die einzige bin, die die Angst haben. Aber es war schrecklich, die Schreie, die Angst. Dass hunderte, tausende zivile Gebäude von russischen Geschossen in diesem Krieg getroffen wurden, ist unbestritten. Und nur nachvollziehbar ist, dass die Ukraine dies der Welt zeigen will. In der Stadt Nikopol veranstalten die Behörden regelmäßig Touren für die Presse. Die Reporter werden zu Kriegsschauplätzen gebracht. Keine Propaganda, wohl aber der Versuch, Berichterstattung zu lenken. Und in manchen Fällen auch zu unterbinden. Dies ist ein Ort, an dem ausländische Kamerateams nicht willkommen sind. All die Menschen, die sich an diesem Morgen am Stadtrand von Saporizhia mit ihren Autos eingefunden haben, fahren nach Osten. In die Gebiete, die von russischen Truppen besetzt sind. Sie waren geflüchtet, jetzt kehren sie zurück. Weil noch Angehörige da sind oder weil sie einfach nach Hause wollen. Rund tausend sind es pro Tag. Schnell sind Sicherheitskräfte da, die uns höflich aber bestimmt bitten zu gehen. Bilder freiwilliger Rückkehrer, unerwünscht. Und es gibt noch einen weiteren Grund. Denn es sind auch Männer im wehrfähigen Alter. Eigentlich alle, die unter 60 sind, dürfen das Land nicht verlassen. Hier sehen wir Familienväter, die mit ihren Kindern auch die Grenze sozusagen, diese inoffizielle Grenze, tatsächlich überschreiten. Auch das will man eigentlich so nicht zeigen. Und das ist der Grund, warum man uns jetzt gesagt hat, wir dürfen hier die Kamera nicht weiter benutzen. Was bekommt die Welt zu sehen von diesem Krieg? Was ist Propaganda? Was ist Wahrheit? Für Außenstehende oftmals schwer zu beurteilen und auch für die Menschen in der Region. In der Ukraine und in Russland. Kiew und Moskau kämpfen auf den Schlachtfeldern, genauso erbittert aber auch an der Informationsfront dieses Krieges. Dienstagabend ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Welt. Und wir beginnen die Sendung ausnahmsweise mit einer wirklich guten Meldung. US-Forscher, nämlich ist heute nach eigenen Angaben ein historischer Durchbruch bei der Kernfusion gelungen. Sie erzeugt mit einem experimentellen Fusionsreaktor zum ersten Mal mehr Energie, als während des Prozesses verbraucht wurde. Und das könnte ein Schritt sein zu einem Verfahren, mit dem sich eines Tages möglicherweise klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen erzeugen lässt. Bitte handt jetzt mit den Einzelheiten. Was wäre, wenn wir wie die Sonne endlos Energie erzeugen könnten? Diesem Traum sind Forschende der Kalifornischen National Ignition Facility seit mehr als zehn Jahren auf der Spur. Allerdings mussten sie für den Prozess bisher mehr Energie aufwenden, als am Ende dabei herauskam. Doch inzwischen wollen die US-Wissenschaftler das scheinbar Unmögliche geschafft haben, einen Energieüberschuss, wenn auch im Kleinen. Es ist das erste Mal, dass es überhaupt einem Forschungslabor gelungen ist, egal wo auf dieser Welt. Einfach ausgedrückt, es ist eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts. Anders als bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken besteht bei der Kernfusion keine Gefahr eines nuklearen Unfalls. Sie gilt als sauber und sicher und erzeugt mit einem Gramm Brennstoff etwa so viel Energie wie elf Tonnen Kohle. Für ihre Experimente verwendeten die Forscher die stärkste Laseranlage der Welt, um winzige Mengen von Wasserstoff in 100 Millionen Grad heißes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzen 200 Laserstrahlen das Innere eines nur Millimeter großen Behälters und setzten enorme Mengen an Energie und Wärme frei. Auf diese Weise wurde in Kalifornien unterm Strich angeblich 20 Prozent mehr Energie erzeugt als eingespeist. Ich halte das Ergebnis für wissenschaftlich sehr interessant und spannend und es zeigt auch den Weg auf sozusagen Richtung Kernfusion. Ein Durchbruch von der Art, dass man jetzt schon morgen den Kernfusionsreaktor haben würde, ist es nicht. Bis zu einer industriellen und rentablen Nutzung der Kernfusion rechnen auch die US-Wissenschaftler mit weiteren 20 bis 30 Jahren Forschung und Entwicklung. Polizei und Staatsanwaltschaft haben heute Morgen elf Wohnungen und Räume von Mitgliedern der sogenannten letzten Generation in mindestens sechs Bundesländern durchsucht. Grund seien mehrere Attacken der Klimaaktivisten auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird ermittelt wegen Störung öffentlicher Betriebe und des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Gruppe selbst sprach von einem Einschüchterungsversuch. Und Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat heute die Durchsuchungen bei den radikalen Klimaschutzdemonstranten ausdrücklich begrüßt. Ich will ausdrücklich ebenfalls begrüßen, dass heute Morgen in Deutschland umfassende Hausdurchsuchungen stattgefunden haben gegen die sogenannten Klimaaktivisten. Also diejenigen, die sich hier in den letzten Wochen ständig auf Straßen und auf Flughäfen festgeklebt haben. Das hat mit Klimaschutz nichts mehr zu tun. Das sind ebenfalls schwere Straftaten, Eingriffe in den Strafverkehr, gefährliche Eingriffe in den Luftverkehr, Nötigung, Hausfriedensbruch, Straftatbestände gegen Leib und Leben der Bevölkerung. Auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Das tut er. Ich begrüße das ausdrücklich. Damit ist nicht verbunden eine irgendwie geartete Einschränkung des Demonstrationsrechts. Jeder hat in diesem Land das Recht zu sagen und zu denken, was er will. Aber er muss sich dabei an die Regeln unseres Rechtsstaates halten. Und wenn jemand das mit Gewalt nicht mehr tut, dann muss der Staat seinerseits sein Gewaltmonopol anwenden und durchsetzen. Der verurteilte Synagogenattentäter von Halle, Stefan Bayer, hat gestern Abend versucht, aus dem Hochsicherheitsgefängnis Burg bei Magdeburg auszubrechen. Es war bereits ein zweiter Fluchtversuch. Dieses Mal brachte er zwei JVA-Bedienstete in seine Gewalt. Nach Weltinformationen mit einer selbstgebauten Schusswaffe. Bundesinnenministerin Nancy Faeser rief die Verantwortlichen dazu auf, die Sicherheitsmaßnahmen in Justizvollzugsanstalten zu überprüfen. Die JVA Burg ist das größte und modernste Hochsicherheitsgefängnis in Sachsen-Anhalt. Und doch gelang es einem der Insassen, Stefan Bayer, zwei Justizvollzugsbeamte als Geisel zu nehmen. Bedroht sie mit einer selbstgebauten Waffe, will so aus dem Gefängnis ausbrechen. Im Innenbereich der Anstalt ist der Gefangene so dann nicht weiter vorangekommen. Und durch die geschulte Ansprache von Bediensteten ist es gelungen, gegen kurz nach halb zehn, den Gefangenen durch Justizvollzugsbedienstete der JVA Burg zu überwältigen. Dabei wird der 30-Jährige leicht verletzt. Bayer gilt als unkooperativer und schwieriger Häftling. Deutschlandweit wird er als Attentäter von Halle bekannt. Am 9. Oktober 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, versucht er die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelingt, aufs Gelände zu kommen, ermordet er vor der Synagoge eine Passantin und in einem Imbiss einen 20-Jährigen. Bayer wird zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach dem Vorfall fordert Bundesinnenministerin Faeser die Gefängnisbetreiber auf, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Das ruft diejenigen auf, die Gefängnisse verantworten in Deutschland, auch da nochmal sehr genau hinzugucken. Insbesondere bei so jemandem wie dem Attentäter von Halle, wo wir wissen, dass er schon mal versucht hat, während des Prozesses zu fliehen. Stefan Bayer ist inzwischen in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht worden, wird rund um die Uhr beobachtet. Wie es zu der Geiselnahme kommen konnte, wird jetzt ermittelt. Und Lutz Stordl ist heute Abend direkt vor diesem Hochsicherheitsgefängnis in Burglutz. Die offiziellen Stellen sind ja nach wie vor recht zurückhaltend mit Details. Das LKA aber ermittelt, denn es gibt wirklich viele offene Fragen. Es gibt viele offene Fragen, völlig richtig. Und die sind auch zum jetzigen Zeitpunkt zum Großteil noch offen. Vor allem ist ja im Raum steht, dass dieser Mann in der JVA sich eine schussfähige Waffe gebastelt haben soll. Das ist ein Gerücht im Moment noch. Wir haben keine definitive Bestätigung bislang dafür bekommen. Wir wissen auch nicht, wie dieser waffenähnliche Gegenstand, so soll es wohl in ersten Untersuchungsergebnissen heißen, wie er ausgesehen hat. Er soll aber tatsächlich auch einen Schuss abgegeben haben. Und das muss man sich halt überlegen. Dieser Attentäter, der ja auch schon mit selbst gebastelten Waffen in Halle die Synagoge stören wollte, der hatte also die Möglichkeiten, in diesem Hochsicherheitstrakt wieder eine Waffe zu bauen. Das ist wirklich schwer vorstellbar. Er soll versucht haben, nachdem er einen Wärter als Geisel nehmen konnte, dann seine Flucht aus dieser JVA zu erzwingen. Da muss man dann ganz ehrlich sagen, das ist schwer vorstellbar. Also diese Haftanstalt hier gehört zu den modernsten, die wir in Deutschland haben. Die wurde erst 2009 eingeweiht. Ist technisch, also was die Sicherheit betrifft, auf einem absolut modernen Top-Niveau. Selbst die Eingangstore, also wenn hier ein Auto reinfährt, da werden Herzfrequenzen gemessen. Also wenn da irgendwo in der Kiste jemand liegen würde, das würde sofort auffallen. Also dass er hier wirklich rauskommen könnte, das halte ich für illusorisch. Aber natürlich stellt sich vor allem die Frage, wie es auch um die Sicherheit des Personals in der Anstalt bestellt ist. Wenn es also möglich ist, solche Teile in die Anstalt zu schmuggeln, und da brauchen wir uns nichts vormachen, in jede JVA kommen auf unterschiedlichen Wegen Teile hinein. Aber wenn die selbst so sicherheitsrelevant sind, dass sie eben zum Waffenbau reichen, dann muss man sich hier ein paar Gedanken über die Strukturen machen. Das versucht man zu ermitteln. Es werden jetzt alle Videos ausgewertet. Es werden Gespräche mit allen geführt, die hier beteiligt waren. Und klar, auch erst mal als Konsequenz, Entschuldigung, dass er verlegt werden wird. Das ist ein üblicher Vorgang. Also wenn es in einer JVA zu einer Geiselnahme gekommen ist, dann wird der Täter in eine andere JVA verlegt. In diesem Fall sind Anstalten in Bayern und in Nordrhein-Westfalen im Gespräch. Lutz, danke dir für diese Informationen. Direkt vor die JVA in Burg. Leonie van Rando, zugeschaltet aus dem Bundestag heute Abend. Leonie, wie reagiert denn das politische Berlin auf die Geiselnahme? Wir haben es schon ganz kurz gehört. Unter anderem hat sich die Bundesinnenministerin zu Wort gemeldet. Aber es gibt noch weitere Stimmen. So ist es. Und wir wollen doch direkt einmal nachfragen hier bei Thomas Heilmann, CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Justizsenator hier in Berlin. Guten Abend, Herr Heilmann. Guten Abend. Zunächst also die Frage, die sich jetzt jeder stellt. Wie konnte das passieren, eine Geiselnahme in einer JVA bei einem solchen Schwerstkriminellen? Haben Sie darauf eine Antwort, wie sowas möglich sein kann? Naja, in den Gefängnissen sitzen ja nun per Definition immer Kriminelle, die auch, wie ich aus meiner eigenen Amtszeit war, sich immer wieder kriminelle Dinge ausdenken. Dennoch ist das ein ziemlich einzigartiger Vorgang, dass es eine Geiselnahme gibt und man sich offensichtlich eine selbst gebastelte Waffe, ich weiß das alles nicht aus erster Hand, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, nehmen kann. Das wird sicher einer Aufklärung bedürfen. Sie sprechen es gerade an, möglicherweise hat es hier also eine selbstgebaute Waffe gegeben. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie wird denn überprüft, was in so einer Gefängniszelle sein darf an Gegenständen? Erzählen Sie uns ein bisschen genauer sozusagen, was darf ein solcher Gefangener besitzen? Was darf da reinkommen in die Zelle? Was könnte möglicherweise auch auf illegalem Weg in so eine Gefängniszelle gelangen, in einem Hochsicherheitstrakt wie dieser JVA Burg? Natürlich darf das nicht so sein, das ist unbestreitbar so. Nun befinden sich in Haftzellen immer wieder Dinge, die da nicht hingehören, allen voran Handys. Davon finden wir mehrere tausend in Deutschland jedes Jahr und das sind die, die wir finden. Und von der Zahl derer, die wir nicht finden, wissen wir nicht. Es gibt viele Wege, wie man das versucht reinzuschmuggeln. Es gibt immer wieder leider auch Mitarbeiter, die sich erpressen lassen und so etwas machen. Es gibt auch Rechtsanwälte, die da behilflich sind. Das sind natürlich immer die Ausnahmen von der Regel, aber diese Ausnahmen gibt es leider. Wie das da im konkreten Fall passiert ist, weiß ich nicht. Das ist jeweils ein ungeheuerlicher Vorgang. Sie sprechen es gerade also an, dass möglicherweise da eben auch ein Behördenversagen, also beispielsweise erpressbare Mitarbeiter eine Rolle spielen könnten. Nun wollen wir da nicht spekulieren, aber ganz grundsätzlich, wer trägt denn die Verantwortung, wenn so etwas schief geht in einem derartigen Hochsicherheitstrakt mit einem solchen Schwerstkriminellen? Ja, das kommt natürlich auf die Aufklärung an, was jetzt eigentlich schiefgegangen ist. Wenn jetzt ein einzelner Mitarbeiter erpressbar sein sollte, nur um jetzt mal das anfassbar zu machen, das aber gibt kein Indiz, dass ich dafür habe, dann ist das ja kein Behördenversagen, sondern eine individuelle Schuld, die es nun mal bei Menschen gibt. Aber da ich nicht die leiseste Vorstellung habe, wie das nun genau passiert ist, muss man, glaube ich, erst den Sachverhalt aufklären und dann sagen, wer könnte denn dafür gegebenenfalls auch verantwortlich sein. Vielleicht können Sie uns erklären, wie also Schwerstverbrecher untergebracht sind im Vergleich zu, in Anführungsstrichen, normalen Verbrechern, also eben der Attentäter von Halle im Vergleich zu jemandem, der ein geringeres Strafmaß hat. Was gibt es da für besondere Sicherheitsvorkehrungen? Da gibt es ein gestuftes Verfahren. Es gibt, normalerweise sind Gefangene, haben ja einen Rechtsanspruch auf eine Einzelzelle. Es gibt aber dann Fälle, dass man jemanden dazulegt. Es gibt auch überwachte Hafträume, wo sozusagen 24 Stunden am Tag immer jemand so in der Nähe ist, dass er in die Zelle hineingucken kann. Das unterliegt übrigens alles der richterlichen Kontrolle. Das heißt, das kann nicht einfach so angeordnet werden, sondern es braucht immer im Einzelfall Indizien dafür, dass ein Täter besonders gefährlich ist oder, was auch sehr häufig vorkommt, selbstmordgefährdet ist. Auch dann wird er überwacht. Es gibt einzelne Ausnahmefälle, da werden die sogar angeschnallt, weil sie sich so selbstgefährdend verhalten. In dem konkreten Einzelfall kann ich dazu natürlich gar nichts sagen. Sie waren selber Justizsenator hier in Berlin. In Ihrer Amtszeit ist ja auch der Fluchtversuch oder die Flucht zweier Häftlinge aus der JVA in Moabit gefallen. Was läuft grundsätzlich schief in deutschen Gefängnissen, dass sowas eben möglich ist, obwohl man eben versucht natürlich, das zu verhindern? Ja, ganz generell im internationalen Vergleich steht Deutschland auch in den Jahren, nachdem ich jetzt Justizsenator war und keine Verantwortung mehr trage, nicht so schlecht da. Ja, jedes System hat auch mal eine Schwäche. Aber bisher gelingt es übrigens auch in den beiden Fällen, die Sie angesprochen haben, die in meiner Amtszeit waren, sind beide Flüchtigen dann wieder gefasst worden. Also in der Regel ist eine Flucht aus einem Gefängnis, jedenfalls aus einem geschlossenen Vollzug, nicht erfolgreich. Vielen Dank Ihnen, Herr Heilmann, für diese Einblicke. Der ehemalige Justizsenator in Berlin, Thomas Heilmann, er sagt eben noch mal, man muss natürlich abwarten, was jetzt konkret herauskommt. Grundsätzlich seien deutsche Gefängnisse zwar sicher, aber natürlich kann in Einzelfällen da eben auch immer auftreten, dass beispielsweise Mitarbeiter erpressbar sind. Was aber genau passiert ist, das wird sich eben in den nächsten Tagen, möglicherweise Wochen erst herausstellen. Leonie, ganz herzlichen Dank in den Reichstag und auch für das Gespräch mit dem ehemaligen Justizsenator. Nach der Großrazzia in der Reichsbürgerszene gibt es weitere Erkenntnisse. So sollen bei den Durchsuchungen deutlich mehr Waffen gefunden worden sein als bisher bekannt. Außerdem soll das mutmaßliche Terrornetzwerk sogenannte Heimatschutzkompanien gebildet haben. Nach den Sondersitzungen der Bundestagsausschüsse geht es nun darum, was mit Blick auf das Waffen- und Disziplinarrecht geändert werden kann oder muss. Das Verteidigungsministerium will Soldatinnen und Soldaten mit extremistischer Gesinnung künftig einfacher aus dem Dienst entlassen. Mit der Expertise von Ex-Offizieren und Soldaten des KSK sollte der Umsturz gelingen. Die Reichsbürger gründeten wohl 286 Heimatschutzkompanien. Schießübungen in Bayern sollten auf den Ernst vorbereiten. 93 Waffen wurden bei den Razzien von den Behörden beschlagnahmt. Die Linke fordert die Auflösung der KSK-Elite-Truppe. Und die Bundesregierung will konsequenter gegen rechtsextremistisches Gedankengut in der Truppe vorgehen. Ja, vor allen Dingen müssen die Truppen schneller und besser ausgestattet werden. Wir haben das Problem, wenn solche Fälle vorkommen, dass das oft zwei, drei Jahre dauert, bis der Fall zur Verhandlung kommt. Die AfD wird unter Abgeordneten derweil offen als parlamentarischer Arm der Reichsbürgerszene bezeichnet. Leugnen und Kleinreden dagegen beim Pressestatement der Alternative selbst. Es gebe wichtigere Themen. Eine explodierende Kriminalitätsrate, also das Ganze ist etwas, womit sich eigentlich eine Innenministerin beschäftigen sollte und nicht irgendwie mit so einem angestrebten Rollator-Putsch. Widerspruch kommt prompt aus der CDU-CSU. Das ist hier kein Spaß, sondern das ist eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit. Ich würde es sehr bedauern, wegen der Nähe einiger AfD-Abgeordneter zu dieser Szene hier zu einer Verschärfung der Sicherheitsanforderungen im Deutschen Bundestag kommen zu müssen. Die AfD ist bislang vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft worden. Nun werden Forderungen laut sie vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Laut IFO-Institut haben offenbar einige Unternehmen die Inflation genutzt, um ihre Gewinne deutlich zu steigern. Demnach ist das Ausmaß der Inflation nicht allein durchgestiegene Preise für Energie und Vorleistung unerklärbar. Besonders in den Branchen Bau, Handel, Gastgewerbe, Verkehr sowie in der Land- und Forstwirtschaft seien die Preise deutlich stärker erhöht worden, als es zu erwarten gewesen wäre. Sechseinhalb Jahre nach dem Terroranschlag in Nizza werden heute die Urteile gegen die mutmaßlichen Unterstützer des Attentäters erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert für die sieben angeklagten Männer und eine Frau Haftstrafen zwischen zwei und 15 Jahren, außerdem teils Landesverweise. Die Angeklagten sollen Mitglieder einer terroristischen Vereinigung gewesen sein und bei der Beschaffung von Waffen geholfen haben. Bei dem Terroranschlag 2016 war ein Mann mit einem Lastwagen auf der Promenade in Nizza in eine Menschenmenge gefahren und hatte auf sie geschossen. 86 Menschen starben, mehr als 200 wurden verletzt. Das EU-Parlament hat heute Vizepräsidentin Kay Lee wegen Korruptionsverdacht abgesetzt. Der 44-jährigen Griechin wird vorgeworfen, Geld vom Emirat Katar angenommen zu haben. Kay Lee bestreitet die Vorwürfe. Bei einer Razzia in ihrer Brüsseler Wohnung am Wochenende sollen allerdings säckeweise Bargeld gefunden worden sein. Kay Lee sowie drei weitere Verdächtige wurden vorgestern von den belgischen Behörden in Untersuchungshaft genommen. Die internationale Ukraine-Konferenz in Paris hat Hilfszusagen von gut einer Milliarde Euro erbracht. Die Spenden und Sachmittel sollen ab sofort bis zum Ende des Winters geliefert werden. An dem Treffen in Paris nehmen rund 70 Staaten, internationale Organisationen sowie Vertreter der Europäischen Union teil. Konkret soll die Infrastruktur der Ukraine wieder aufgebaut und aufrechterhalten werden. Priorität haben die Strom- und die Wärmeversorgung. Zur Koordination soll künftig eine Plattform den Bedarf der Ukraine gezielt mit Hilfsangeboten aus den Unterstützerländern zusammenführen. Aus Moskau zugeschaltet, dem kalten Moskau, Christoph Wanner, Christoph Volodymyr Zelensky derzeit zusammen mit auch von solcher Unterstützung bei vielen Treffen präsent. Wladimir Putin dagegen, der hat seine große traditionelle Jahresbilanz-Pressekonferenz aus der ganzen Welt, sind da Medienvertreter dabei, für dieses Jahr komplett abgesagt. Wie bewertest du das? Es gibt erstmal hier die offizielle Aussage dazu von Dmitry Peskov, dem Sprecher von Wladimir Putin. Und der hat lediglich gesagt, dass es dieses Jahr keine große Jahrespressekonferenz des russischen Präsidenten geben wird. Gründe hat er keine genannt. Ich denke, dass das ganz klar zusammenhängt mit dem Krieg in der Ukraine und damit, dass Wladimir Putin einfach unangenehme Fragen vermeiden will. Oder auch vermeiden will, dass es da zu spontanen Protestaktionen des einen oder anderen Journalisten kommen könnte. Da könnte jemand zum Beispiel ein Plakat hochheben, schuldig diesen Krieg. Und dann würde das um die ganze Welt gehen. Das wäre für Russland peinlich. Dann geht das auch noch viral im Internet. Also all das wäre sicherlich der Horror für den Kreml. Und deswegen denke ich, vermeidet man jetzt dieses Risiko. Und hat einfach beschlossen, dieses Jahr keine Jahrespressekonferenz zu machen. Nur um einmal sich die Dimension vorzustellen. Letztes Jahr waren da 507 Journalisten aus der ganzen Welt akkreditiert. Das hat über vier Stunden gedauert. Und über 50 Fragen hat sich da Putin stellen lassen. Und es ist einfach das Risiko enorm groß, dass das alles komplett schief geht im Zusammenhang mit dem Krieg und all den Niederlagen, die Russland da hinnehmen musste. Und da hat man einfach gesagt, nee, das machen wir dieses Jahr nicht. Denn der Krieg geht ja nach wie vor weiter. Und in der Region Bachmut, da versucht die russische Armee derzeit, man hat den Eindruck, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und auch wirklich hohen Verlusten offenbar Geländegewinne zu erzielen. Ja, ist das weniger strategisches Interesse, sondern braucht man da unbedingt vor Jahresende noch einen militärischen Erfolg? Ja, sowohl als auch. Also man braucht unbedingt diesen militärischen Erfolg. Das sehe ich auch so wie du. Ich denke, die Niederlagen der letzten Monate, über die ich ja gerade schon gesprochen habe, die sind einfach ein harter Schlag gewesen auch für die Moral der Russen. Und da will man natürlich jetzt gerade noch mal zum Jahresende doch einen Erfolg erzielen. Und Bachmut ist eben eine wichtige Stadt für die Russen. Sie nennen sie Artyomovsk. Sie wird seit Monaten attackiert und man kommt da eben immer nur in kleinsten Schritten voran. Wie du richtig gesagt hast, sehr verlustreich. Vor allem attackieren da die Wagner-Söldner, diese berüchtigte Söldnergruppe und auch ehemalige russische Strafgefangene, die ja die Wagner-Söldner angeworben haben für Geld und dann auch Straffreiheit, wenn sie ein halbes Jahr an der Seite der russischen Soldaten gekämpft haben. Und das sind dann die Sturmtruppen, die da in die Gefechte geschmissen, geworfen werden. Also das ist sehr verlustreich auf beiden Seiten. Und hat aber auch eine strategische Bedeutung. Denn Bachmut ist nicht weit weg von Kramatorsk und von Slavins. Das sind nur 30, 40 Kilometer. Das sind zwei ukrainische Großstädte, die auch in dem Bereich Donetsk liegen. Und diese neuralgischen Städte wollen natürlich die Russen natürlich auch haben. Denn man muss immer im Hinterkopf haben, am 30. September hat Russland vier ukrainische Gebiete annektiert. Und dazu gehört natürlich auch Donetsk, genauso wie Lugansk, Zaporozhye und auch Herson. Und die russische Lesart ist eben, dass das alles jetzt zur russischen Föderation gehört. Der Westen akzeptiert das nicht. Die internationale Staatengemeinschaft akzeptiert das nicht. Aber Tatsache bleibt Tatsache. Und wenn man eben diese vier Gebiete kontrollieren will, muss auch Bachmut eines Tages fallen. Und von daher hat diese Stadt tatsächlich auch strategische Bedeutung. Und Peskov, der Sprecher von Wladimir Putin, hat ja auch gesagt, die Ukraine müsse die Realität anerkennen. Diese vier Gebiete seien nun mal jetzt ein Teil Russlands. Und wenn das nicht anerkannt wird, dann wird es auch keinen Frieden geben. Das hat Peskov erst heute gesagt. Christoph, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung und die Informationen nach Moskau. Und wir sind gleich wieder für Sie da. Blicken auf die Geiselnahme von gestern Abend des Attentäters von Halle und die Reaktionen. In wenigen Augenblicken bleiben Sie bei uns. Und wir sind gleich wieder für Sie da. Dienstagabend. Ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Welt. Rassistisch, antisemitisch und menschenfeindlich. So hat sich der Halle-Attentäter 2019 mit seinem Terroranschlag auf die Synagoge gezeigt. Jetzt hat der 30 Jahre alte Stefan Bayer im Hochsicherheitsgefängnis Burg erneut demonstriert, wie gefährlich er ist. Gestern Abend versuchte er auszubrechen und brachte zwei JVA-Bedienstete in seine Gewalt. Nach Weltinformationen unter anderem mit einer selbstgebauten Schusswaffe. Der Fall wird jetzt vom LKA untersucht. Die JVA-Burg ist das größte und modernste Hochsicherheitsgefängnis in Sachsen-Anhalt. Und doch gelang es einem der Insassen, Stefan Bayer, zwei Justizvollzugsbeamte als Geisel zu nehmen. Bedroht sie mit einer selbstgebauten Waffe, will so aus dem Gefängnis ausbrechen. Im Innenbereich der Anstalt ist der Gefangene so dann nicht weiter vorangekommen. Und durch die geschulte Ansprache von Bediensteten ist es gelungen, gegen kurz nach halb zehn den Gefangenen durch Justizvollzugsbedienstete der JVA-Burg zu überwältigen. Dabei wird der 30-Jährige leicht verletzt. Bayer gilt als unkooperativer und schwieriger Häftling. Deutschlandweit wird er als Attentäter von Halle bekannt. Am 9. Oktober 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, versucht er die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelingt, aufs Gelände zu kommen, ermordet er vor der Synagoge eine Passantin und in einem Imbiss einen 20-Jährigen. Bayer wird zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach dem Vorfall fordert Bundesinnenministerin Faeser die Gefängnisbetreiber auf, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Das ruft diejenigen auf, die Gefängnisse verantworten in Deutschland, auch da nochmal sehr genau hinzugucken. Insbesondere bei so jemandem wie dem Attentäter von Halle, wo wir wissen, dass er schon mal versucht hat, während des Prozesses zu fliehen. Stefan Bayer ist inzwischen in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht worden, wird rund um die Uhr beobachtet. Wie es zu der Geiselnahme kommen konnte, wird jetzt ermittelt. Und Lutz Stordl ist heute Abend direkt vor diesem Hochsicherheitsgefängnis in Burglutz. Die offiziellen Stellen sind ja nach wie vor recht zurückhaltend mit Details. Das LKA aber ermittelt, denn es gibt wirklich viele offene Fragen. Es gibt viele offene Fragen völlig richtig und die sind auch zum jetzigen Zeitpunkt zum Großteil noch offen. Vor allem ist ja im Raum steht, dass dieser Mann in der JVA sich eine schussfähige Waffe gebastelt haben soll. Das ist ein Gerücht im Moment noch. Wir haben keine definitive Bestätigung bislang dafür bekommen. Wir wissen auch nicht, wie dieser waffenähnliche Gegenstand, so soll es wohl in ersten Untersuchungsergebnissen heißen, wie er ausgesehen hat. Er soll aber tatsächlich auch einen Schuss abgegeben haben. Und das muss man sich halt überlegen. Dieser Attentäter, der ja auch schon mit selbst gebastelten Waffen in Halle die Synagoge stören wollte, der hatte also die Möglichkeiten, in diesem Hochsicherheitstrakt wieder eine Waffe zu bauen. Das ist wirklich schwer vorstellbar. Er soll versucht haben, nachdem er einen Wärter als Geisel nehmen konnte, dann seine Flucht aus dieser JVA zu erzwingen. Da muss man dann ganz ehrlich sagen, das ist schwer vorstellbar. Also diese Haftanstalt hier gehört zu den modernsten, die wir in Deutschland haben. Die wurde erst 2009 eingeweiht. Ist technisch, also was die Sicherheit betrifft, auf einem absolut modernen Top-Niveau. Selbst die Eingangstore, also wenn hier ein Auto reinfährt, da werden Herzfrequenzen gemessen. Also wenn da irgendwo in der Kiste jemand liegen würde, das würde sofort auffallen. Also dass er hier wirklich rauskommen könnte, das halte ich für illusorisch. Aber natürlich stellt sich vor allem die Frage, wie es auch um die Sicherheit des Personals in der Anstalt bestellt ist. Wenn es also möglich ist, solche Teile in die Anstalt zu schmuggeln, und da brauchen wir uns nichts vormachen, in jede JVA kommen auf unterschiedlichen Wegen Teile hinein. Aber wenn die selbst so sicherheitsrelevant sind, dass sie eben zum Waffenbau reichen, dann muss man sich hier ein paar Gedanken über die Strukturen machen. Das versucht man zu ermitteln. Es werden jetzt alle Videos ausgewertet, es werden Gespräche mit allen geführt, die hier beteiligt waren. Und klar ist auch erst mal als Konsequenz, Entschuldigung, dass er verlegt werden wird. Das ist ein üblicher Vorgang. Also wenn es in einer JVA zu einer Geiselnahme gekommen ist, dann wird der Täter in eine andere JVA verlegt. In diesem Fall sind Anstalten in Bayern und in Nordrhein-Westfalen im Gespräch. Lutz, danke dir für diese Informationen. Direkt vor die JVA in Burg. Leonie van Rando, zugeschaltet aus dem Bundestag heute Abend. Leonie, wie reagiert denn das politische Berlin auf die Geiselnahme? Wir haben es schon ganz kurz gehört. Unter anderem hat sich die Bundesinnenministerin zu Wort gemeldet. Aber es gibt noch weitere Stimmen. So ist es. Und wir wollen doch direkt einmal nachfragen hier bei Thomas Heilmann, CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Justizsenator hier in Berlin. Guten Abend, Herr Heilmann. Guten Abend. Zunächst also die Frage, die sich jeder stellt. Wie konnte das passieren, eine Geiselnahme in einer JVA bei einem solchen Schwerstkriminellen? Haben Sie darauf eine Antwort, wie so etwas möglich sein kann? Na ja, die Gefängnisse sitzen ja nun per Definition immer kriminelle, die auch, wie ich aus meiner eigenen Amtszeit war, sich immer wieder kriminelle Dinge ausdenken. Dennoch ist das ein ziemlich einzigartiger Vorgang, dass es eine Geiselnahme gibt und man sich offensichtlich eine selbst gebastelte Waffe, ich weiß das alles nicht aus erster Hand, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, nehmen kann. Das wird sicher einer Aufklärung bedürfen. Sie sprechen es gerade an, möglicherweise hat es hier also eine selbstgebaute Waffe gegeben. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie wird denn überprüft, was in so einer Gefängniszelle sein darf an Gegenständen? Erzählen Sie uns ein bisschen genauer sozusagen, was darf ein solcher Gefangener besitzen? Was darf da reinkommen in die Zelle? Was könnte möglicherweise auch auf illegalem Weg in so eine Gefängniszelle gelangen, in einem Hochsicherheitstrakt wie dieser JVA Burg? Natürlich darf das nicht so sein, das ist unbestreitbar so. Nun befinden sich in Haftzellen immer wieder Dinge, die da nicht hingehören, allen voran Handys, davon finden wir mehrere tausend in Deutschland jedes Jahr. Und das sind die, die wir finden und von der Zahl derer, die wir nicht finden, wissen wir nicht. Es gibt viele Wege, wie man das versucht reinzuschmuggeln. Es gibt immer wieder leider auch Mitarbeiter, die sich erpressen lassen und so etwas machen. Es gibt auch Rechtsanwälte, die da beibehilflich sind. Das sind natürlich immer die Ausnahmen von der Regel, aber diese Ausnahmen gibt es leider. Wie das da im konkreten Fall passiert ist, weiß ich nicht. Das ist jeweils ein ungeheuerlicher Vorgang. Sie sprechen es gerade also an, dass möglicherweise da eben auch ein Behördenversagen, also beispielsweise erpressbare Mitarbeiter, eine Rolle spielen könnten. Nun wollen wir da nicht spekulieren, aber ganz grundsätzlich, wer trägt denn die Verantwortung, wenn so etwas schief geht in einem derartigen Hochsicherheitstrakt mit einem solchen Schwerstkriminellen? Ja, das kommt natürlich auf die Aufklärung an, was jetzt eigentlich schief gegangen ist. Wenn jetzt ein einzelner Mitarbeiter erpressbar sein sollte, nur um jetzt mal das anfassbar zu machen, das aber gibt keinen Indiz, dass ich dafür habe, dann ist das ja kein Behördenversagen, sondern eine individuelle Schuld, die es nun mal bei Menschen gibt. Aber da ich nicht die leiseste Vorstellung habe, wie das nun genau passiert ist, muss man, glaube ich, erst den Sachverhalt aufklären und dann sagen, wer könnte denn dafür gegebenenfalls auch verantwortlich sein. Vielleicht können Sie uns erklären, wie also Schwerstverbrecher untergebracht sind im Vergleich zu, in Anführungsstrichen, normalen Verbrechern, also eben der Attentäter von Halle im Vergleich zu jemandem, der ein geringeres Strafmaß hat. Was gibt es da für besondere Sicherheitsvorkehrungen? Da gibt es ein gestuftes Verfahren. Es gibt, normalerweise sind Gefangene, haben ja einen Rechtsanspruch auf eine Einzelzelle. Es gibt aber dann Fälle, dass man jemanden dazulegt. Es gibt auch überwachte Hafträume, wo sozusagen 24 Stunden am Tag immer jemand so in der Nähe ist, dass er in die Zelle hineingucken kann. Das unterliegt übrigens alles der richterlichen Kontrolle. Das heißt, das kann nicht einfach so angeordnet werden, sondern es braucht immer im Einzelfall Indizien dafür, dass ein Täter besonders gefährlich ist oder, was auch sehr häufig vorkommt, selbstmordgefährdet ist. Auch dann wird er überwacht. Es gibt einzelne Ausnahmefälle, da werden die sogar angeschnallt, weil sie sich so selbst gefährdend verhalten. In den konkreten Einzelfallen kann ich Ihnen dazu natürlich gar nichts sagen. Sie waren selber Justizsenator hier in Berlin. In Ihrer Amtszeit ist ja auch der Fluchtversuch oder die Flucht zweier Häftlinge aus der JVA in Moabit gefallen. Was läuft grundsätzlich schief in deutschen Gefängnissen, dass so etwas eben möglich ist, obwohl man eben versucht, natürlich das zu verhindern? Ganz generell im internationalen Vergleich steht Deutschland auch in den Jahren, nachdem ich jetzt Justizsenator war und keine Verantwortung mehr trage, nicht so schlecht da. Jedes System hat auch mal eine Schwäche. Aber bisher gelingt es auch in den beiden Fällen, die Sie angesprochen haben, die in meiner Amtszeit waren, sind beide Flüchtigen dann wieder gefasst worden. Also in der Regel ist eine Flucht aus einem Gefängnis, jedenfalls aus einem geschlossenen Vollzug, nicht erfolgreich. Vielen Dank Ihnen, Herr Heilmann, für diese Einblicke. Der ehemalige Justizsenator in Berlin, Thomas Heilmann, er sagt eben noch mal, man muss natürlich abwarten, was jetzt konkret herauskommt. Grundsätzlich seien deutsche Gefängnisse zwar sicher, aber natürlich kann in Einzelfällen da eben auch immer auftreten, dass beispielsweise Mitarbeiter erpressbar sind. Und was aber genau passiert ist, das wird sich eben in den nächsten Tagen, möglicherweise Wochen erst herausstellen. Leonie, ganz herzlichen Dank in den Reichstag und auch für das Gespräch mit dem ehemaligen Justizsenator. Und Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger, die gab sich heute mit Informationen zur Geiselnahme selbst sehr zurückhaltend. In erster Linie ging es ihr darum, alle Beteiligten zu loben. Justizvollzugsbedienstete haben den Gefangenen im inneren Bereich der JVA Burg überwältigt und ihn so dann in einen besonders gesicherten Haftraum verbracht. Dank des wirklich guten Zusammenspiels der Justizvollzugsbediensteten vor Ort ist es gelungen, diese herausfordernde Lage stets unter Kontrolle zu halten. Die wiederkehrenden Übungen dort im Justizvollzug haben sich auch in diesem Fall als äußerst positiv erwiesen. Die Bediensteten waren durchgehend handlungssicher. Tja, zusammen mit meiner Kollegin Franka Lefeld habe ich heute mit René Müller über die Geiselnahme selbst und die Situation der Strafvollzugsbediensteten gesprochen. Er zeigte sich überhaupt nicht überrascht, dass es zu einem solchen Vorfall kommen konnte. Gott sei Dank ist es nicht alltäglich, aber es kommt immer wieder vor. Und ich kann insofern, ich habe gerade auch den Bericht Ihres Reporters verfolgt, der dort gleich von Fehlverhalten von den Kolleginnen und Kollegen, übrigens nicht Wärtern, sondern Justizvollzugsbeamten gibt es im Zoo. Wir haben gut ausgebildete Justizvollzugsbeamte und die haben diese Lage offensichtlich auch selbst lösen können und haben sie gut gelöst. Denn die Lage wurde noch von eigenen Kräften innerhalb der Justizvollzugsanstalt entschärft und deeskaliert, sodass man dem Geiselnehmer habhaft dort werden konnte, ohne dass wir auswärtige Kräfte brauchen. Ja, das ist der Fall danach, aber so eine Lage sollte doch gar nicht erst entstehen und insbesondere nicht in einer Justizvollzugsanstalt, die ein Hochsicherheitsgefängnis ist und wie wir gehört haben, technisch eben wirklich so gut gerüstet ist, dass es nicht passieren sollte. Also was ist Ihre Erklärung dafür, dass es zu der Lage überhaupt kam? Leider doch. Leider doch. Selbst in einem Hochsicherheitsgefängnis kann so etwas vorkommen, weil wir die Straftäter ja nicht 24 Stunden rund um die Uhr jeden Tag beobachten können. Das schaffen wir personell gar nicht, aber es ist auch rechtlich gar nicht möglich. Auch da muss man leider, aber es ist so, den Straftätern eine gewisse Privatsphäre zugestehen. Ich gehe davon aus, dass dort zusätzlich Haftraumkontrollen durchgeführt wurden, das dann natürlich beobachtet wird in seinem ganzen Handeln. Trotzdem ist so eine Situation immer wieder nicht vorhersehbar und kann jederzeit eintreten. Denn Sie müssen sich vorstellen, die Gefangenen sind hinter verschlossenen Türen. Man sieht also vom Flur aus nicht rein in den Haftraum. Wenn man den Haftraum aufmacht und dort steht jemand mit einem selbstgebauten, mit einer Waffe, die unterschiedlich aussieht, das kann selbst eine Zahnbürste sein, die man zu einer Waffe umfunktionieren kann. Und in diesem Fall wird eine Lage ein, die unsere Kollegen und Kollegen dort nicht vorhersehen können. Sie sprechen jetzt von Privatsphäre und dass man nicht alles einsehen kann. Man muss aber dazu sagen, beim Thema Waffen laut Weltinformation soll der Insasse ja auch verfügt haben über ein Messer, über einen Dosenöffner und über eine Bastelschere. Also war man da vielleicht zu naiv ihm gegenüber, ihm solche Gegenstände überhaupt zugänglich zu machen? Da laufen jetzt ja die Ermittlungen des LKAs. Ich bin da, gehe davon aus, dass man das genau überprüft. Aber es ist tatsächlich so, dass selbst schwere Gewaltverbrecher und Straftäter im Besitz von Messern sind. Denn womit sollen sie sich sonst das Brot schmieren oder das Steak schneiden, das sie auch bekommen? Wir sind natürlich an diese Messer sind gewisse Anforderungen gestellt, die ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern will. Aber sie sind eben nicht wie ein normales Messer. Aber andere Sachen wie eine Nagelschere. Natürlich bekommen auch diese Menschen eine Nagelschere. Warum denn nicht? Sie müssen sich ja irgendwie auch die Finger schneiden, die Fingernägel schneiden lassen oder selbst schneiden. Dazu bedarf man solcher Utensilien. Und das kann man leider nicht komplett ausschließen. Ich sagte ja, die Gefangenen sind tatsächlich so erfinderisch in bestimmten Bereichen. Die funktionieren kleinste Sachen, um sie als Waffe zu missbrauchen. Es ist also keine Waffe im herkömmlichen Sinn, sondern tatsächlich etwas Selbstgebautes, was Selbstgebasteltes. Ich habe wirklich Verständnis und ich verstehe Sie auch, dass Sie sich vor Ihre Kolleginnen und Kollegen stellen. Und das ist eine schwere Arbeit, eine anspruchsvolle Arbeit in der Justizvollzugsanstalt. Aber nach diesem Fall, mich überrascht auch, dass Sie sagen, ja, das kann einfach so passieren. Müsste nicht doch auch nach diesem Fall, müssten da nicht irgendwelche Konsequenzen gezogen werden? Dann kann die Arbeit nicht doch verbessert werden und die Sicherheit auch Ihrer Kolleginnen und Kollegen? Auf jeden Fall. Da gebe ich Ihnen ja völlig recht, weil ich denke, auch das wird Gegenstand der Ermittlung sein. War ausreichend Personal vor Ort. Das ist immer die größte Frage. Denn der wichtigste Aspekt an der Sicherheit ist immer ausreichend und gut geschultes Personal. Es gibt Szenarien, gerade zum Thema Geiselnahme, aber auch in anderen Lagen, die durchgespielt werden, wo unsere Kolleginnen und Kollegen in diesem Fall geschult werden. Ich gehe davon aus, dass das passiert ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die Personalausstattung in der JVA Burg ist. Ich kann Ihnen aber sagen, dass deutschlandweit zwischen 2000, also 2000 Bedienstete fehlen uns garantiert, aber bis zu 3000 Bedienstete in den gesamten Professionen. Und es kann tatsächlich vorkommen, dass in einigen Anstalten, auf einigen Stationen ein Bediensteter für 30, 40 bis zu 70 Personen zuständig ist. Und da ist die Sicherheitslage dann schon massiv gefährdet. Und insofern gehe ich davon aus, dass das hier hoffentlich nicht der Fall war, aber das werden die Ermittlungen ergeben. Herr Müller, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Danke Ihnen nach Hamburg. Die Gruppe selbst sprach von einem Einschüchterung. Unternehmensfraktionschef Friedrich Merz hat die Durchsuchungen bei den radikalen Klimaschutzdemonstranten heute unterstützt. Ich will ausdrücklich ebenfalls begrüßen, dass heute Morgen in Deutschland umfassende Hausdurchsuchungen stattgefunden haben gegen die sogenannten Klimaaktivisten, also diejenigen, die sich hier in den letzten Wochen ständig auf Straßen und auf Flughäfen festgeklebt haben. Das hat mit Klimaschutz nichts mehr zu tun. Das sind ebenfalls schwere Straftaten, Eingriffe in den Straßenverkehr, gefährliche Eingriffe in den Luftverkehr, Nötigung, Hausfriedensbruch, Straftatbestände gegen Leib und Leben der Bevölkerung. Auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Das tut er. Ich begrüße das ausdrücklich. Damit ist nicht verbunden eine irgendwie geartete Einschränkung des Demonstrationsrechts. Jeder hat in diesem Land das Recht zu sagen und zu denken, was er will. Aber er muss sich dabei an die Regeln unseres Rechtsstaates halten. Und wenn jemand das mit Gewalt nicht mehr tut, dann muss der Staat seinerseits sein Gewaltmonopol anwenden und durchsetzen. Nach der Großrazzia in der Reichsbürgerszene gibt es weitere Erkenntnisse. So sollen bei den Durchsuchungen deutlich mehr Waffen gefunden worden sein als bisher bekannt. Außerdem soll das mutmaßliche Terrornetzwerk sogenannte Heimatschutzkompanien gebildet haben. Nach den Sondersitzungen der Bundestagsausschüsse geht es jetzt darum, was mit Blick auf das Waffen- und Disziplinarrecht geändert werden kann oder muss. Und das Bundesverteidigungsministerium will Soldatinnen und Soldaten mit extremistischer Gesinnung künftig einfacher aus dem Dienst entlassen. Mit der Expertise von Ex-Offizieren und Soldaten des KSK sollte der Umsturz gelingen. Die Reichsbürger gründeten wohl 286 Heimatschutzkompanien. Schießübungen in Bayern sollten auf den Ernst vorbereiten. 93 Waffen wurden bei den Razzien von den Behörden beschlagnahmt. Die Linke fordert die Auflösung der KSK-Elite-Truppe. Und die Bundesregierung will konsequenter gegen rechtsextremistisches Gedankengut in der Truppe vorgehen. Ja, vor allem müssen die Truppengerichte schneller und besser ausgestattet werden. Wir haben das Problem, wenn solche Fälle vorkommen, dass das oft zwei, drei Jahre dauert, bis der Fall zur Verhandlung kommt. Die AfD wird unter Abgeordneten derweil offen als parlamentarischer Arm der Reichsbürgerszene bezeichnet. Leugnen und Kleinreden dagegen beim Pressestatement der Alternative selbst. Es gäbe wichtigere Themen. Eine explodierende Kriminalitätsrate. Also das Ganze ist etwas, womit sich eigentlich eine Innenministerin beschäftigen sollte und nicht irgendwie mit so einem angestrebten Rollatorputsch. Widerspruch kommt prompt aus der CDU-CSU. Das ist hier kein Spaß, sondern das ist eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit. Ich würde es sehr bedauern, wegen der Nähe einiger AfD-Abgeordneter zu dieser Szene, hier zu einer Verschärfung der Sicherheitsanforderungen im Deutschen Bundestag kommen zu müssen. Die AfD ist bislang vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft worden. Nun werden Forderungen laut sie vom Verfassungsschutz beobachten. Das EU-Parlament hat Vizepräsidentin Kay Lee wegen Korruptionsverdacht abgesetzt. Der 44-jährigen Griechin wird vorgeworfen, Geld vom Emirat Katar angenommen zu haben. Kay Lee bestreitet die Vorwürfe. Bei einer Razzia in ihrer Brüsseler Wohnung am Wochenende sollen säckeweise Bargeld gefunden worden sein, heißt es. Kay Lee sowie drei weitere Verdächtige wurden am Sonntag von den belgischen Behörden in Untersuchungshaft genommen. US-Forschern ist heute eine Sensation, ein historischer Durchbruch bei der Kernfusion gelungen. Sie erzeugten mit einem experimentellen Fusionsreaktor zum ersten Mal mehr Energie, als während des Prozesses verbraucht wurde. Und genau das könnte der erste Schritt sein zu einem Verfahren, mit dem sich eines Tages klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen erzeugen lässt. Peter Hantjes berichtet. Was wäre, wenn wir wie die Sonne endlos Energie erzeugen könnten? Diesem Traum sind Forschende der Kalifornischen National Ignition Facility seit mehr als zehn Jahren auf der Spur. Allerdings mussten sie für den Prozess bisher mehr Energie aufwenden, als am Ende dabei herauskam. Doch inzwischen wollen die US-Wissenschaftler das scheinbar Unmögliche geschafft haben, einen Energieüberschuss, wenn auch im Kleinen. Es ist das erste Mal, dass es überhaupt einem Forschungslabor gelungen ist, egal wo auf dieser Welt. Einfach ausgedrückt, es ist eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts. Anders als bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken besteht bei der Kernfusion keine Gefahr eines nuklearen Unfalls. Sie gilt als sauber und sicher und erzeugt mit einem Gramm Brennstoff etwa so viel Energie wie elf Tonnen Kohle. Für ihre Experimente verwendeten die Forscher die stärkste Laseranlage der Welt, um winzige Mengen von Wasserstoff in 100 Millionen Grad heißes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzten 200 Laserstrahlen das Innere eines nur Millimeter großen Behälters und setzten enorme Mengen an Energie und Wärme frei. Auf diese Weise wurde in Kalifornien unterm Strich angeblich 20 Prozent mehr Energie erzeugt als eingespeist. Ich halte das Ergebnis für wissenschaftlich sehr interessant und spannend und es zeigt auch den Weg auf sozusagen Richtung Kernfusion. Ein Durchbruch von der Art, dass man jetzt schon morgen den Kernfusionsreaktor haben würde, ist es nicht. Bis zu einer industriellen und rentablen Nutzung der Kernfusion rechnen auch die US-Wissenschaftler mit weiteren 20 bis 30 Jahren Forschung und Entwicklung. Und soweit das Wichtigste für den Moment. Nachrichten rund um die Uhr immer auch unter www.welt.de. Bleiben Sie auf jeden Fall bei uns. Die Angst vor dem atomaren Abgrund ist zurückgekehrt. Eine Angst, die bei der einen Generation fast vergessen war und eine Angst, die die jüngere Generation noch gar nicht kannte. Wladimir Putin überfällt die Ukraine. Schon wenige Tage nach dem Angriff erhöht er die Alarmbereitschaft seiner Atomstreitkräfte. Bewusst löst er damit Entsetzen im Westen aus. Mit seinem Arsenal an Atomwaffen versucht Putin, seine ausgemachten Gegner zu erpressen und den Schach zu halten. Drei Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten Krieges ist die Drohung mit dem Weltuntergang zu einem Mittel russischer Politik geworden. Mitte Februar 2022. Eine knappe Woche vor dem Überfall auf die Ukraine kündigt Russland eine Übung seiner Atomstreitkräfte an. Die Zuverlässigkeit der Nuklearwaffen soll getestet werden, teilt das russische Verteidigungsministerium mit. Die Aufsicht über das Manöver führt der Oberbefehlshaber Wladimir Putin persönlich. Teil seiner Strategie, den Westen zu verunsichern und Einfluss und Kontrolle über einen Teil Europas zurückzugewinnen. In diesem Zusammenhang darf man nicht vergessen, dass Putin zum ersten Mal öffentlich und explizit mit seinen Ultimaten an die Amerikaner und an die NATO im Dezember letzten Jahres seine strategischen Ziele klargemacht hat. Die da heißen Zurückentwicklung der europäischen Sicherheitsordnung auf die Linien von 1997, also vor dem Beitritt neuer Mitgliedstaaten damals, Polen, baltische Staaten, Rumänien und andere. Beim Waffentest mit dabei der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko. Von mehreren Stützpunkten aus werden ballistische Raketen und Marschflugkörper abgeschossen. Waffen, die auch Atomsprengköpfe tragen können. Wladimir Putin lässt seine nuklearen Muskeln spielen. Gleichzeitig versichert er, keine Angriffswerte gegen die Ukraine zu haben. Eine Lüge. Ein paar Tage später überfällt er seinen souveränen Nachbarstaat. Seitdem begleiten atomare Drohgebärden den Krieg in der Ukraine. Sie sind Teil der russischen Strategie und nichts anderes als eine perfide Waffe. Eine nukleare Keule, die den Westen einschüchtern soll. Seit Kriegsbeginn können wir über 20 Drohungen zählen. Das sind sowohl Übungen als auch Reden oder andere Positionierungen. Und man kann aus diesen nuklearen Drohungen vor allen Dingen sehen, dass Russland dieser Krieg sehr wichtig ist. Und dass es sehr viel Wert darauf legt, dass die westlichen Staaten, allen voran die USA, nicht intervenieren. Russland möchte sehr klar die Botschaft vermitteln, wir wollen keine Intervention, haltet euch raus. Keine Intervention heißt, kein direktes Eingreifen des Westens oder der NATO in den Krieg. Zweiter Adressat des nuklearen Säbelrasselns ist die Öffentlichkeit. Dort soll Angst und Unruhe gesät werden. Zu Russlands Droh-Szenarien muss man wohl auch den Einsatz der Lenkwaffe Kinschall zählen. Die Luftbodenrakete mit dem NATO-Codenamen AS24 Killjoy, Spielverderber, kann auch mit einem nuklearen Gefechtskopf bestückt werden. Die Kinschallangriffe auf Ziele in der Ukraine haben eher symbolischen Charakter. Russland will hier ein vordergründig hochmodernes Waffensystem präsentieren. Doch mit den technologisch ausgefeilten Hyperschallgleitkörpern, die interkontinental eingesetzt werden sollen, hat die Kinschall wenig gemeinsam. Der Flugkörper basiert auf der Iskander Boden-Bodenrakete. Die Kinschall wird aus der Luft abgeworfen und startet dann ihr Triebwerk. Sie kann angeblich gegnerische Raketenabwehr ausweichen. Geschätzte Reichweite 500 bis 1000 Kilometer. Die Kinschall ist keine Hightech-Wunderwaffe, sondern basiert auf Militärtechnologie aus den 1980er Jahren. Bisher sehen wir eben viele nukleare Drohgebärden von Russland. Wir sehen aber nicht, dass Russland sich hier wirklich auf einen Einsatz von Nuklearwaffen vorbereitet. Das heißt, hier sind eben Trägersysteme nach wie vor nicht mit Sprengköpfen gepaart. Nukleare Sprengköpfe, eben dieser nicht-strategischen Nuklearwaffen, die befinden sich normalerweise in Zentrallipos und da scheinen sie auch nach wie vor zu liegen. Trotzdem bleiben Russlands Droh-Szenarien nicht ohne Wirkung. Plötzlich ist die alte Angst vor dem atomaren Abgrund wieder da. Wladimir Putin baut auf diese Angst. Man vergisst die Lage und die Risiken aus Sicht der russischen Führung zu beurteilen. Und das ist entscheidend. Sollte Russland daran denken, eine Nuklearwaffe einzusetzen, musste sie aus ihrer Sicht mit einer Reaktion des Westens rechnen, der ihr zum Schaden reichen könnte und den sie nicht beeinflussen und vorhersehren können. Das wird sie tun und daher sollten wir nicht in Lavrovs und Putins Falle tappen, die das genau erwirken wollen, durch mögliche Andeutungen zum Einsatz, Furcht in den Gesellschaften und den Parlamenten zu erzielen und damit richtige Entscheidungen zu verändern und zu beeinflussen. Doch Putins Plan scheint aufzugehen. Manche Politiker und Teile der Bevölkerung sehen sich gefährlich nah an einem Atomkrieg. Über 30 Jahre nach dem endgültigen Zerfall der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges gibt es plötzlich wieder eine Nachfrage nach Schutzbunkern. Die düsteren Warnungen aus Moskau schüren die Kriegsangst. Wir können hier von einer sogenannten nuklearen Erpressung sprechen. Das heißt, es werden nukleare Botschaften gesendet von Russland, nukleare Drohungen. Und in der Öffentlichkeit entsteht damit natürlich die Angst vor einer nuklearen Eskalation. Und das soll Angst schüren, das soll Verwirrung schüren und letztlich die Öffentlichkeiten dazu bringen, Druck auf die eigene Regierung aufzubauen, dass sie die Ukraine weniger unterstützt, um eine Eskalation zu vermeiden, möglicherweise weniger streng mit Russland ist, um eine Eskalation zu vermeiden und sich aus diesem Konflikt rauszuhalten. Das heißt, wenn wir jetzt tatsächlich darauf einsteigen und weniger Unterstützung für die Ukraine bereitstellen oder unsere Politik gegenüber Russland und der Ukraine überdenken, würden wir eigentlich genau das machen, worauf Russland hinaus will. Putins Armee scheitert bei ihrem Überfall auf die Ukraine. Die Verteidiger wehren sich erfolgreich, auch durch westliche Militärhilfe. Gerade die Lieferung schwerer Waffen verleitet Russland zu weiteren Drohungen im nuklearen Schatten, während es militärisch immer brutaler gegen die Ukraine vorgeht. Und während tausende ukrainischer Zivilisten, alte, Frauen und Kinder dem russischen Aggressor zum Opfer fallen, liegen in manchem deutschen Wohnzimmer die Nerven blank. Und so tappt auch eine Gruppe von Briefeschreibern in die von Moskau gelegte Nuklearfalle. Mit Putin verhandeln, statt der Ukraine zu helfen, das ist die Forderung. Die Annahme, dass Russland ernsthaftes Interesse an Verhandlungen hätte, finde ich angesichts der Tatsachen naiv. Russland hatte vor dem Kriegsausbruch die Möglichkeit, eine Verhandlungslösung zu finden, diesen Krieg nicht zu beginnen. Es gab viele Besuche von Kanzler Scholz, von Präsident Macron, von amerikanischer Seite. Und Russland hat diese Möglichkeit nicht genutzt. Es hat willentlich diesen Krieg eskaliert. Es führt nicht nur einen Angriffskrieg, es führt einen Vernichtungskrieg, wenn wir die Bilder aus Butcher sehen oder aus Mariupol. In den Verhandlungen bislang hat Russland kein ernsthaftes Interesse an den Themen gezeigt. Die Ukraine hat weitreichende Vorschläge, beispielsweise die Neutralität, auf die Russland nicht eingegangen ist. Das heißt, zu glauben, es gäbe eine Verhandlungslösung mit einem Staat wie Russland, der die Ukraine die eigene Staatlichkeit abspricht, die Identität abspricht und den Staat eigentlich auslöschen möchte, finde ich naiv. Russlands atomares Waffenarsenal bildet das einzig noch verbliebene Fundament von Wladimir Putins Supermachtanspruch. In der russischen Militärdoktrin behält sich das Land ausdrücklich das Recht für einen sogenannten Ersteinsatz einer Nuklearwaffen vor. Das klingt zuerst einmal erschreckend, doch diese Option ist auch fester Bestandteil der westlichen Abschreckungsstrategie. Der Ersteinsatz wird ja derzeit unter dem Begriff eines möglichen taktischen Atomwaffeneinsatzes in der Öffentlichkeit diskutiert. Wie ich finde, leider auch von Politikern, die damit eher Angst schüren und die Apokalypse beschwören, als erläutern, was es damit auf sich hat. Der Einsatz von Atomwaffen würde, wie die NATO ausdrücklich festgestellt hat, jeden Konflikt fundamental verändern. Und das bedeutet, dass Putin mit einer Reaktion zu rechnen hätte, die er vorher nicht antizipieren kann und die möglicherweise oder ganz sicher für ihn mit einem zu hohen Risiko verbunden wäre. Der Ursprung der Angst vor einem Atomschlag liegt über ein Dreivierteljahrhundert zurück. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs beginnen die Sieger einen neuen Krieg. Einen kalten Krieg. Die Front lief mitten durch Berlin. Die geteilte Stadt war immer wieder das Zentrum der Auseinandersetzung zwischen Ost und West. Im August 1949, vier Jahre nach dem amerikanischen Atombombenabwurf auf Nagasaki, zündete die Sowjetunion ihre erste nukleare Waffe. Die Amerikaner waren schockiert. Sie waren nun nicht mehr die einzige Atommacht der Welt. Was folgte, waren Jahrzehnte kalter Krieg unter dem Zeichen der Atombombe. Das Überleben der Menschheit war bedroht durch das Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion und ihren jeweiligen Verbündeten. Tausende atomar bestückte Marschflugkörper und Mittelstreckenraketen ergänzten die Arsenale. Jeden Moment hätte ein Atomkrieg ausbrechen können. Erst mit der Auflösung der Sowjetunion und dem Zerfall des Warschauer Paktes verringerte sich die Zahl der Atomspringköpfe der beiden Supermächte USA und Russland. Von weltweit knapp 50.000 im Jahr 1991 auf etwa 12.000 im Jahr 2022. Mit dem Verschwinden der riesigen Zahlen der Amerikaner waren, verschwand auch langsam die Angst vor dem weltweit geführten Krieg, der die Menschheit wohl weitestgehend auslöschen würde. Doch unter Putins Regentschaft verkehrte sich das. Immer öfter greifen russische Politiker und Militärs in außenpolitischen Konflikten wieder auf die nukleare Keule zurück. Im Jahr 2007 schlug der Rechtsnationalist Wladimir Schirinovsky vor, eine Atombombe über dem Nordatlantik abzuwerfen. Der dadurch entstehende Tsunami sollte Großbritannien überschwemmen. Der Putin-vertraute Schirinovsky ist mittlerweile tot, doch seine Idee blieb weiter. Die neueste Version dieses Flutwellenszenarios verbreitet aktuell das russische Staatsfernsehen. Wieder ist Großbritannien das Ziel. Die britischen Inseln sollen mithilfe einer Unterwasserdrohne mit Atomsprengkorb vernichtet werden. Poseidon heißt der Streckgespenst. NATO-Codename Kanyon. Ein mit Kernantrieb versehener 20-Meter-Torpedo, der mit bis zu 100 Megatonnen Sprengkraft eigentlich gegnerische Flottenverbände vernichten soll. Auch mit dem angeblich nicht aufzuhaltenden Super-Torpedo wird von russischer Seite her immer wieder Angst geschürt. Scheinbar nebenbei verkündete Wladimir Putin 2015 bei einer Rede vor Generälen die Existenz dieser Weltuntergangsmaschine. Wissend, dass die USA sich Sorgen machen würden. Und so war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch der Atom-Tsunami in der aktuellen russischen Kriegspropaganda wieder auftaucht. In den letzten Jahren haben in russischen Militärkreisen Debatten zu der Konzeption von Abschreckung stattgefunden. Das heißt, zu dem Thema, wann würde Russland Nuklearwaffen einsetzen. Und darin wurde vielfach diskutiert, dass eben Nuklearwaffen eine Funktion des Eskalationsmanagements haben. Das heißt, die Drohung mit Nuklearwaffen soll eben die Ausweitung von Konflikten verhindern. Also beispielsweise eine Drohung von Nuklearwaffen in einem lokalen Konflikt wie dem in der Ukraine soll dazu führen, dass eben außenstehende Staaten da nicht weiter rein intervenieren und dieser Konflikt sich nicht zu einem regionalen Konflikt ausweiten kann. Trotz Widerstarken und Modernisierung. In der konventionellen Kampfkraft ist Russland der NATO weit unterlegen. In der Militärtechnologie hinken die russischen Streitkräfte hinter der NATO hinterher. Dazu kommt eine weit geringere Anzahl an Soldaten, die in großen Teilen schlechter ausgerüstet und ausgebildet sind und in ihrer Masse auch eine schlechte Kampfmoral zeigen. Die desaströsen Leistungen der russischen Einheiten bei ihrem Angriff auf die Ukraine belegen diese Streichen. Man kann sagen, die russische Union ist nicht dabei, den Krieg zu gewinnen. Und die Ukrainer durch ihre Vorberatung über acht Jahre, durch ihre heroische Verteidigungswillen und Verteidigungsfähigkeit, durch ihre Flexibilität und schließlich auch durch Waffenlieferungen durch den Westen, sind nicht dabei, den Krieg zu verlieren. Putins Streitkräfte sind nur noch ein Schatten der einst so stolzen Roten Armee aus Sowjetzeiten. Der alljährliche Auftritt auf dem Roten Platz gleicht so auch immer mehr einem Zinnsoldatenspiel für den Potentaten Wladimir Putin. Der größte Rückhalt von Russlands Sicherheits- und Außenpolitik ist daher sein nukleares Waffenarsenal. Und so dient die latente und sich wiederholende Androhung einer atomaren Eskalation auch als verbale Rückendeckung beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Dabei weiß Putin genau, dass eine wirkliche atomare Eskalation eine entsprechende Reaktion aus dem Westen nach sich ziehen würde. Es ist klar, dass es zu einer Reaktion kommen würde. Wie sie genau aussieht, wird nicht ausbuchstabiert, weil es zu dieser strategischen Ambivalenz gehört, dass sich Russland nicht darauf einstellen kann, wie genau die Reaktion aussehen würde. Aber es ist klar, dass es eine Reaktion der USA geben würde, auch der anderen Nuklearstaaten und auch im Rahmen der NATO, die abgestimmt werden würde. Das heißt, sowohl eine politische als auch eine militärische Reaktion wäre wahrscheinlich. Auch die massive Unterstützung der Ukraine durch moderne Waffen aus dem Westen ist anscheinend keine rote Linie für Wladimir Putin. Trotz der immensen Verluste und dem stockenden Angriff seiner Armee. Selbst die Lieferung schwerer Waffen, wie Panzer und moderne Artillerie, bewegt den Kreml zwar zu neuen Drohgebärden, die er aber immer wieder relativiert. Eine atomare Auseinandersetzung scheint auch für Russland keine Option zu sein. Die russischen Drohungen sind nicht so eindeutig, wie es häufig hier wirkt, sondern Russland scheint auch bislang kein Interesse an einer Eskalation, einer nuklearen Eskalation zu haben, weil es die Mechanismen der gegenseitigen Abschreckung sehr gut versteht. Der zweite Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist zu sagen, dass wir eine Drohung auf rhetorisch-politischer Ebene haben, die bislang aber militärisch nicht hinterlegt ist. Das heißt, wir haben keine Verlegung der Sprengköpfe beispielsweise. Wir haben keine besonderen Aktivitäten im militärischen Bereich, erhöhte Alarmbereitschaft oder ähnliches. Putins nukleare Drohungen finden momentan allein auf politischer Ebene statt. Auf militärischer Ebene eskaliert Russland dennoch, auf altbekannte Weise. Blinde Zerstörungswut, die sich umso mehr steigert, je erfolgloser die Truppe operiert. Jegliche Einmischung in den Krieg gegen die Ukraine ziehe Konsequenzen nach sich, die ihr in ihrer Geschichte noch nie erlebt habt, warnte Wladimir Putin. Ein Code am Westen für den Einsatz von Atomwaffen, ausgesprochen in dem Bewusstsein, dass die Konten für diesen Schritt enorm hoch wären. April 2022. Russland testet seine neueste Interkontinentarrakete Sarmat. NATO-Codename SSX-30-Satan-2. Im laufenden Krieg eine Demonstration der Stärke. Für Militärexperten aber nicht besonders bedrohlich. Dabei scheint es sich aber eher um einen Routine-Test gehandelt zu haben, der schon seit einiger Zeit geplant war. Sarmat ist eben eine neue, schwere Interkontinental-Rakete, die Russland in den letzten Jahren entwickelt hat. Hier gab es allerdings einige Probleme auch bei der Entwicklung. Eigentlich sollten die Tests schon in den letzten Jahren abgeschlossen werden. Nun mussten sie nach hinten verschoben werden. Es ist natürlich schon auffällig, dass Russland so einen Test während eines Krieges durchführt. Die USA haben schließlich ihre Raketentests abgesagt. Hier nicht in diese Eskalationsrhetorik einzusteigen, aber hier scheint es sich wirklich eher um einen Routine-Test gehandelt zu haben. Die Drohung mit Atomwaffen hat in Russland fast schon Tradition. Bereits 2008 warnte Putin, falls die Ukraine der NATO beitrete, Atomraketen auf den Nachbarstaat auszurichten. Polen bedroht er ebenfalls wiederholt mit seiner nuklearen Keule. Grund war eine mögliche Stationierung eines US-Raketenabwehrsystems. Warschows Außenminister Radoslaw Sikorski richtete daraufhin die ironische Bitte an Moskau, Russland möge doch seine Drohungen mit einem Nuklearschlag auf eine im Quartal beschränken. Anfang Mai 2022. Inmitten der neu angesetzten russischen Offensive in der Ukraine kündigt Moskau eine Raketenübung in Kaliningrad an. Simuliert werden soll der Einsatz von Raketen vom Typ Iskander, die nuklear bestückt werden können. Aus der russischen Enklave heraus wäre Berlin ein erreichbares Ziel. Eine bewusst gegen Deutschland gerichtete Warnung. Das russische Abschreckungsszenario wirkt sofort. In deutschen Medien werden Grafiken veröffentlicht, die die Auswirkungen einer auf Berlin abgeworfenen Atombombe erklären. Auch wenn Sicherheitsforscher den Einsatz von Nuklearwaffen für nahezu ausgeschlossen halten. Das Verteidigungsministerium in Russland spricht hier nicht explizit von Nuklearwaffen. Das heißt, wir wissen nicht genau, was hier simuliert wurde. Das Problem ist, dass wir eben nicht genau wissen, ob in Kaliningrad auch nukleare Sprengköpfe gelagert sind. Das heißt, in Kaliningrad befinden sich diese Iskander-Raketensysteme kurzer Reichweite. Das heißt, sie haben eine Reichweite von ungefähr 500 Kilometern. Das heißt, sie können Ziele in Europa treffen. Wir wissen aber nicht, ob sie auch zusammen mit Nuklearwaffen gelagert werden. Am Ende nur ein weiteres Europa-Manöver aus Moskau. Im Land steht unter russischem Druck. Trotz angekündigter Vergelbungen ist den Beitritt zur NATO. Ebenso wie Schweden, das dabei in einer historischen Wende seine Neutralität aufgibt. Überraschend sieht Wladimir Putin durch den NATO-Beitritt der beiden Länder keine Bedrohung für Russland, auch wenn er vor einer Reaktion warnt. Es ist eigentlich bemerkenswert, dass Putin die Ukraine angegriffen hat, auch mit dem entscheidenden Argument, dass er verhindern müsse, dass die Ukraine der NATO beitritt und die NATO sich damit an die Grenzen Russlands weiter vorschiebt und damit Russland bedrohen könnte. In dem Beitritt Schwedens und Finnlands, eines Landes, das eine 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland ja hat, sieht er dagegen keine große Bedrohung. Das entlarvt eigentlich seine Argumentation und seine Begründung für den Angriff gegen die Ukraine. Die Kämpfe in der Ukraine gehen weiter. Doch auch die russische Großoffensive auf die Ostukraine läuft sich tot. Der Vormarsch in Donbass stockt. Die ukrainischen Verteidiger verlieren Mariupol, gewinnen aber wichtige Gebiete im Nordosten zurück. Russland steht vor einem Dilemma. Doch zu einem Einsatz von Atomwaffen wird Wladimir Putin sich wohl nicht hinreißen lassen. Die Angst vor einer Eskalation und die Sorge insbesondere vor einer nuklearen Eskalation ist nachvollziehbar. Und es ist völlig normal, dass man vor einem solchen Szenario Angst hat. Die Frage ist, wie man mit dieser Angst umgeht. Ob man sich dem russischen Versuch, diese Angst zu instrumentalisieren, hingibt. Oder ob man versucht, das zwar sehr ernst zu nehmen, aber nicht in Panik zu verfallen. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine ist der Krieg nach Europa zurückgekehrt. Und mit ihm die Angst vor der atomaren Apokalypse. Eine Angst, die gezielt durch den russischen Staat unter seinem Präsidenten und Oberbefehlshaber Wladimir Putin gesät wird. Putin steht vor den Trümmern seiner Vision eines neuen russischen Reiches. Und so wird der Westen wohl noch lange mit den atomaren Drohgebärden des Mannes leben müssen, der seiner Armee eine Kathedrale des Sieges gebaut hat, die wohl in Wahrheit eine Kathedrale des Krieges ist. Wer Weltraumabenteuer liebt, findet in unserem Sonnensystem eine ganze Reihe attraktiver Ziele. Zum Beispiel Merkur. Der kleinste, sonnennächste Planet. Einschlägen aus dem All ist er schutzlos ausgeliefert. Mangels Atmosphäre. Seine Tagseite ist 600 Grad heißer als die Nachtseite. Dann ist da die Zwillingsschwester der Erde, Venus. Die Erde war sehr ähnlich, nur leider würden wir dort durchgebraten und zerquetscht. Außerdem ist die Luft giftig. Beide Planeten sind hölleschwer zu erforschen. Aber vielleicht wäre der rote Planet etwas. Die Mars-Rover haben überraschend viele Gemeinsamkeiten mit der Erde aufgezeigt. Vermutlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich die ersten Menschen dort niederlassen. Durch Raumsonden wissen wir auch, dass der Asteroidengürtel jenseits des Mars gar nicht so lebensfeindlich und viel dynamischer ist, als Forscher glaubten. Dies ist die Geschichte furchtloser kleiner Maschinen, die wir vom blauen Planeten in Bereiche aussenden, in die bisher kein Mensch vordringen kann. Bis ans Ende des Sonnensystems und noch darüber hinaus. Zwei Gesteinsplaneten sind der Sonne näher als die Erde. Den Astronomen gaben Venus und Merkur lange Rätsel auf. Merkur kreist so nah um die Sonne, dass man beim Blick durch das Teleskop geblendet werden könnte. Nur zwei Sonden haben ihn bislang erreicht. Am 2. November 1973 wartet Mariner 10 auf der Trägerrakete Atlas Centaur auf ihren Start. Als erste Raumsonde überhaupt soll sie ein Swing-By-Manöver durchführen. Bei einem Swing-By-Manöver fliegt die Sonde nah an einem Planeten vorbei und nutzt dessen Gravitationskraft, um zu beschleunigen. Auf dem Weg zum Merkur sollte Venus die Sonde Richtung Sonne schleudern. Von Beginn an geht etliches schief. Die Heizung des Kamerasystems ist defekt und kann nicht neu gestartet werden. Es gibt so viele Pannen, dass ein Wissenschaftler die Sonde als neurotisch bezeichnet. Jede unserer Sonden hat ihre eigene Persönlichkeit. Man muss mit ihren Macken umgehen können. Für die damalige Ingenieurskunst war die Sache extrem kompliziert. Das Kontrollteam kann die Probleme schließlich lösen. Am 29. März 1974 fliegt Mariner 10 am Merkur vorbei und fotografiert seine Oberfläche aus nur 700 Kilometern entfernt. Zum ersten Mal, dass er den ganzen Planeten dem Menschen zu erkennen ist. Auf den ersten Blick ähnelt Merkur unserem Mond. Aber seine Eigenschaften sind völlig einzigartig. Merkurs zerklüftete Oberfläche gibt Aufschluss darüber, wie unser Sonnensystem entstand. Auch unsere Erde. Im Laufe ihrer Entstehung wurden die inneren Planeten von Gesteinsbrocken aus dem All regelrecht bombardiert. Auf der Erde sind die meisten Spuren solcher Einschläge längst abgetragen. Anders auf dem Merkur, der keine Atmosphäre hat. 1975, ein Jahr nach ihren ersten Aufnahmen, geht der Sonde der Treibstoff aus. Das Kontrollteam schafft es aber, sie noch zweimal am Merkur vorbeizusteuern und so auch Aufnahmen von seinem Südpol zu machen. Über 40 Prozent der Oberfläche konnten erfasst werden. Und das vom Merkur, eine wirkliche Pionierleistung. Die Wissenschaftler verabschieden sich vom Mariner 10 und schalten die Transmitter ab. Vermutlich kreist die Sonde noch heute um die Sonne und wird von ihrer Strahlung langsam gebraten. Es dauert 36 Jahre, bis wir uns wieder zum Merkur wagen. Diesmal ist die Mission verzwickter. Die Sonde soll in den Orbit des Planeten eintreten. Nicht nur vorbeifliegen. Aber der Merkur ist mit 172.000 Kilometern pro Stunde der schnellste Planet und sehr nahe an der Sonne. In seinen Orbit zu gelangen, wäre eine Glanzleistung. Der Weg dorthin ist beschwerlich. Die Sonde wird Messenger genannt. Sie ist mit modernster Technik ausgestattet. Mit dem Start, 2004, bietet sich Messenger auf eine siebenjährige Reise. Sieben Jahre. Zum Mars brauchen wir Monate. Wer Richtung Sonne reist, wird von ihrer immensen Schwerkraft permanent beschleunigt. Man braucht enorm viel Treibstoff, um in den Orbit einzubremsen. Wir nutzten die Gravitationskräfte der Venus, um die Sonde abzubremsen. Das klappt aber nicht auf Anhieb. Wir machten zwei Swing-By-Manöver bei der Venus und drei beim Merkur. Erst bei der vierten Runde reichte der Treibstoff gerade so aus, um die Sonde in den Orbit um Merkur einzuschwenken. Am 18. März 2011 erreicht Messenger den Merkur-Orbit. Das war eine tolle Sonde. Die Technik war faszinierend. Besonders der Sonnenschild, der über 300 Grad Celsius aushalten musste. Die Mission der Raumsonde ist auf ein Jahr ausgelegt. Aber das ist ihr nicht genug. Zwei Jahre lang kartiert Messenger die gesamte Oberfläche des Merkur. Auch die bislang unbekannte Hälfte. Und liefert spektakuläre Ansichten. Wir fanden Wassereis an den Polen, am Nordpol, da wo die Sonne nie scheint. Und nicht gerade wenig Wasser. Billionen von Tonnen vermutlich. Wie kommt es dorthin? Eine Theorie besagt, über vereiste Kometen, die einschlugen. So sollen sich auch die Ozeane auf der Erde gebildet haben. Als unser Sonnensystem entstand, gab es überall Wasser. Der Merkur ist voller Einschlagskater aus dem großen Bombardement. Aus dem Wasser wurde Eis. Und das bleibt gefroren, solange es nicht der Sonne ausgesetzt ist. 2012 stellt Messenger fest, dass der Merkur eine Kugel aus Eisen ist. Umhüllt von einer dünnen Gesteinskruste. Sein Eisenkern macht 85% seines Radios aus. Zum Vergleich, beim Erdkern sind es gerade einmal 50%. In Merkurs Kern zirkuliert Metallschmelze und erzeugt ein ziemlich kräftiges Magnetfeld. Im Frühjahr 2015 geht auch Messenger schließlich der Treibstoff aus. Und die NASA verabschiedet sich von ihrer Sonde. Wir haben viele Jahre damit verbracht, die Sonde zu entwickeln und zu testen. Das gehört dann zum Alltag. Und plötzlich ist sie weg. Am 30. April schlägt die Sonde mit etwa 15.000 Kilometern pro Stunde auf dem Merkur auf. Auf dem Weg nach unten schießt sie noch diese letzten Bilder. Natürlich waren wir traurig. Aber auch stolz. Die Ergebnisse brachten uns in der Forschung weiter, als wir je erhofft hatten. Wem der Merkur nicht zusagt, der kann es mit unserem Zwillingsplaneten, der Venus, versuchen. Sie ist fast genauso groß wie die Erde und ihr am nächsten. Zumindest dachte das der Mensch, vor dem Raumfahrtzeitalter. Von der Erde aus sieht man nur die Atmosphäre der Venus. Die Menschen stellten sich einen Planeten mit viel Luft, üppiger Vegetation und weiten Ozeanen vor. Als wir ihn schließlich erreichen, müssen wir erkennen, der Zwilling ist das Gegenteil der Erde. Vollkommen lebensfeindlich. Vielleicht ein Ausblick auf unsere eigene düstere Zukunft? In der dicken Atmosphäre ist ein gigantischer Treibhauseffekt am Werk. Auf der Oberfläche ist es so heiß, dass Blei, Zinn oder Zink schmelzen. Vulkanische sparen giftige Dämpfe aus. Damit nicht genug, würde schon allein der Druck der Atmosphäre einen Menschen zerquetschen. Ein Großteil dessen, was wir über die Venus wissen, stammt von der Sowjetunion. Sie startet zahlreiche Sonden, die aber entweder versagen oder aufgrund der aberwitzigen Bedingungen auf der Venus zerstört werden. Eine Sonde landet schließlich erfolgreich und liefert einige Minuten lang Daten. Der Kalte Krieg wirkte sich auch auf die Raumfahrt aus. Die Sowjets wollten Raumsonden zur Venus und zum Mars senden. Sie waren ziemlich geschickt darin, zumindest was die Venus angeht. Venera 4, die vierte Venus-Sonde, schaffte es relativ weit in die Atmosphäre der Venus einzudringen, bevor sie zerstört wurde. Sie übermittelte Daten und regte damit eine Diskussion über die Zusammensetzung der Atmosphäre auf der Venus an. Am 15. Dezember 1970 schließlich landet Venera 7 als erste Raumsonde auf einem anderen Planeten. Die Befürchtungen bestätigen sich. Auf der Oberfläche der Venus herrschen 500 Grad Celsius. Der Druck in der Atmosphäre ist 90 Mal so hoch wie der auf der Erde. Es ist so heiß, dass es auf den Bergen Metall regnet. Die höchste Bergkette auf der Venus ist Maxwell Montes, mit einer Gipfelhöhe von 10.800 Metern. Venera 7 besteht aus Metalllegierungen, die dem Druck eines Tiefseetauchgangs standhalten. Sie überlebt 50 Minuten auf der Venus. Die Oberfläche der Venus gleicht geschmolzenem Blei. Der Druck ist höher als der am Grund der Weltmeere. Die ersten Sonden wurden also überhitzt und zerquetscht gleichzeitig. Die Sowjets lassen sich nicht entmutigen und schicken weiterhin Sonden zur Venus. 1975 schießt Venera 9 das erste Foto von der Oberfläche des Planeten. Bis 1984 liefern 13 sowjetische Sonden erfolgreich Daten von unserem Nachbarplaneten. Acht von ihnen schaffen die Landung und vier übertragen sogar Bilder. Eine bemerkenswerte Leistung angesichts der höllischen Bedingungen. Und dann folgen die Vega-Missionen der Sowjets. Mit sehr hochgesteckten Zielen. Vega 1 und 2 sollen in der Venus-Atmosphäre jeweils neben einer Landesonde auch einen Ballon mit einem Durchmesser von dreieinhalb Metern absetzen. 1985 gelingt die Mission. Die Sonden landen und die beiden Ballons treiben zwei Tage lang in den Winden der Venus-Atmosphäre. 55 Kilometer über der Oberfläche sammeln ihre Sensoren Daten. So legen sie rund 12.000 Kilometer zurück. In dieser Höhe ist das Wetter vergleichsweise mild. Es ist sonnig und die Temperaturen sind erdähnlich. Doch die Wolken bestehen aus Schwefelsäure und wirbeln mit 320 Kilometern pro Stunde umher. Mehr als drei Jahrzehnte sind seitdem vergangen. Ohne auch nur eine Venus-Landung. Kein Ballon ist jemals wieder durch ihre Atmosphäre geflogen. Einige Orbiter konnten dennoch beinahe ihre gesamte Oberfläche kartieren. Dazu zählen die Sonden Magellan der NASA, Venus-Express der ESA und aktuell Japans Akatsuki. Der Traum, dass eines Tages auch Menschen die Venus besuchen, lebt fort. Allerdings ist der andere direkte Nachbar der Erde deutlich einladender. Im Film Der Marsianer kämpft ein Wissenschaftler ums Überleben, nachdem er auf dem roten Planeten zurückgelassen wurde. Das ist natürlich Fiktion. Aber wussten sie, dass tatsächlich bereits drei Wissenschaftler zum Mars geschickt wurden? Zwei Geologen und ein Chemiker? Ihre Namen lauten Spirit, Opportunity und Curiosity. Forscher, die keine Angst kennen. Sie haben unsere Herzen längst erobert. Die niedlichen Mars-Rover der NASA. Angefangen hat alles mit Sojourner. 1997 gab das Roboterfahrzeug sein Debüt auf dem roten Planeten. Seine größeren Nachfolger, die Zwillinge Spirit und Opportunity, übertreffen alle Erwartungen. Opportunity ist noch immer im Einsatz. Curiosity, der jüngste und größte Rover, ist ebenfalls seit mehreren Jahren auf Forschungsreise. Sojourner wurde mit der Pathfinder-Mission zum Mars gebracht. Nach der Landung entließ Pathfinder den Rover zu einem auf sieben Tage angesetzten Ausflug auf dem roten Planeten. Sojourner fuhr dann 83 Tage herum, machte Bilder und analysierte Boden und Atmosphäre. Pathfinder zeigte uns, wie wichtig es ist, auf der Oberfläche eines Planeten mobil zu sein. Man sieht etwas Interessantes, kann hinfahren und eine Probe nehmen. Sojourner fand heraus, dass das vulkanische Gestein auf dem Mars dem der Erde ähnelt. Wissenschaftler hatten das vermutet. Der rote Planet durchlief vor langer Zeit eine ähnliche Evolution wie der unsere. 2003 wird Sojourner in die Robot Hall of Fame aufgenommen. Im gleichen Jahr startet vom Kennedy Space Center die nächste Rover-Generation. Spirit und Opportunity. Zwischen den beiden Starts liegt etwa ein Monat. Nach einer siebenmonatigen Reise erreicht Spirit als erster den Mars. Mit einer Geschwindigkeit von über 25.000 Kilometern pro Stunde rast er auf den Mars zu. Sein Hitzeschild wird dabei so heiß wie die Oberfläche der Sonne. Und dann öffnet sich sein Überschall-Fallschirm. Dem Kontrollteam auf der Erde steht eine holprige Landung bevor. Der Hitzeschild löst sich. In weniger als einer tausendstel Sekunde entfalten sich die Airbags. Und dann prallt Spirit auf. Und springt und hüpft. 28 Mal. Ganz schön komisch, wenn man sich vorstellt, dass da ein 400-Millionen-Dollar-Rover drinsteckt und gerade auf dem Mars rumhüpft. Aber es hat funktioniert. Die Airbags lassen die Luft entweichen und die Solarpaneele klappen auf, um den Rover mit Energie zu versorgen. Spirit hebt den Kopf, eine Panoramakamera, und verschickt die erste Ich-bin-hier-Postkarte. Dann blickt er nach Hause und macht die erste Aufnahme von der Erde, die je von einem anderen Planeten aus geschossen wurde. Die Freude des Kontrollteames hält sich nicht lange an. Die Täuscher lassen Spirit in einem Krater landen, von dem sie hoffen, er sei einst ein See gewesen. Aber sie finden nicht den geringsten Hinweis auf Wasser. Wir erfanden nichts außer vulkanischem Material und Basalt. Das war eine Riesenenttäuschung. Drei Wochen später landet Opportunity auf der anderen Seite des Mars. Ähnlich hart, ebenfalls heil. Nicht nur das Team der Rover-Mission ist begeistert. Die putzigen Rover wirken wie aus einem Comic-Film entsprungen und lösen in der Öffentlichkeit einen regelrechten Hype aus. Die Rover sind hinreißend. Sie sind knuffig, furchtlos. Und sie machen das Ganze für uns. Wie kann man da nicht von ihnen fasziniert sein? Die Golfwagen großen Rover Spirit und Opportunity sind als umherstreifende Geologen konzipiert. Mit ihren Instrumenten können sie nicht nur Proben entnehmen, sie untersuchen sie gleich an Bord. Mit Spektrometer und Mikroskop. Die größte Hoffnung? Der Nachweis von flüssigem Wasser. Spirit hatte es wirklich nicht leicht. Bei ihm lief alles schief. Er landete im vulkanische Material. Dabei wollten wir Seeablagerungen finden. Spirits Pechsträhne scheint nicht abzureißen. Im Dezember 2007 geht eines seiner Räder kaputt. Sein Kontrollteam weiß aber damit umzugehen. Wir fuhren meistens rückwärts und zogen das rechte Vorderrad wie eine Sträflingskugel hinterher. Das stellte sich als Glücksfall heraus, weil wir so das Oberflächenmaterial aufschürften und sahen, was darunter war. Normalerweise wäre der Rover einfach darüber gefahren. So machte Spirit seine größte Entdeckung. Und das ist, was Spirit seine größte Entdeckung macht. Spirit findet ein Gestein namens Opalines Silikat. Für seine Entstehung müssen Hitze und Wasser vorhanden sein. Auch Opportunity macht fantastische Entdeckungen. Ganz ohne Sträflingskugel. Opportunity landet und entdeckt ein vollkommen geformtes Gestein. Opportunity landet auf einer Hochebene namens Meridiani Planum. Der Rover findet sogenannte Blaubeeren, kleine Kugeln aus Hematit. Das bildet sich in Gewässern aus. Opportunity ist offensichtlich am Rand eines ehemaligen salzigen Meeres gelandet. Für die uns bekannten Lebensformen jedoch zu salzig und säurehaltig. Nachdem er seinen Landeplatz, den Igelkrater, gründlich untersucht hat, fährt Opportunity weiter zum Endurance-Krater. Wieder findet er Spuren von einstigem Wasser. Wieder zu salzig für Leben. Am Victoria-Krater, über sechs Kilometer vom Landeplatz entfernt, ist er endlich am Ziel. Wir konnten dort Spuren von pH-neutralem Wasser nachweisen. Also Wasser, das man trinken könnte, das hier vor dreieinhalb bis vier Milliarden Jahren fluss. Das ist spannend, denn hier herrschten ideale Bedingungen für Leben. Hier gab es fließendes Wasser, Energiequellen, die Temperatur passte, und jetzt konnten wir auch noch Süßwasser nachweisen. Das genau zu der Zeit dort vorhanden war, als auch auf der Erde Leben entstand. Spirit und Opportunity entdecken aber noch mehr. Sie fotografieren erdähnliche Wolken am Mars-Himmel. Finden einen Meteoriten, den ersten auf einem anderen Planeten, und weisen nach, was Wissenschaftler schon lange vermutet haben. Sandwirbel tanzen ständig über den Mars. Sogenannte Staubteufel. Die Staubteufel halten die beiden Rover nicht auf. Sie funktionieren länger als geplant. Viel länger. 2009, nach fünf Missionsverlängerungen, bleibt Spirit im weichen Mars-Sand stecken. Sendet aber weiterhin Daten. Erst 2010 endet seine Kommunikation mit der Erde. Und ein Jahr später wird er für tot erklärt. Mehr als fünf Jahre lang schickte Spirit Forschungsergebnisse zur Erde und legte etwa acht Kilometer zurück. Wir hatten von Anfang an mit Spirit gearbeitet. Jetzt können wir ihm nicht mehr helfen. Er ist auf sich allein gestellt. Wir erhalten kein Signal mehr von ihm. Wir haben über ein Jahr nach ihm gesucht. Jeden Tag haben wir über das Deep Space Network nach ihm gelauscht, verschickten 1400 Befehle. Keine Antwort. Wir haben es versucht. Wir wissen nicht, was mit ihm am Ende geschah. Fast so, als wäre ein geliebter Mensch vermisst und man weiß nicht, ob er tot ist oder noch lebt. Man kann einfach nicht abschließen. Opportunity dagegen ist nach wie vor unermüdlich im Einsatz. Ursprünglich sollte er nur 600 Meter weit kommen. Inzwischen hat er in anderthalb Jahrzehnten mehr als 40 Kilometer zurückgelegt. Damit legt er die Latte für zukünftige Rover sehr hoch. Beide Rover lebten länger als vorgesehen. Einer davon arbeitet noch immer. Eine Meisterleistung der Ingenieure. Curiosity muss sich anstrengen, um Opportunity zu schlagen. Curiosity ist ein NASA-Rover der nächsten Generation. Über Jahre sorgfältig zusammengebaut. Am 5. August 2012 tritt Curiosity in die Marsatmosphäre ein. Mit einer Geschwindigkeit von 23.000 Kilometern pro Stunde, geschützt in einer Kapsel. Wie bei den Vorgängern entfaltet sich ein Fallschirm. Der Hitzeschild wird abgeworfen. Aber diesmal gibt es keine Airbags und keinen Aufprall. Der Fallschirm löst sich. Triebwerke starten. Und der Skycrane lässt Curiosity sanft auf den Boden herab. Dort wird das Versorgungskabel abgetrennt. Wie eine Nabelschnur. Und der Fallschirm löst sich. Curiosity muss nicht erst von einem Länder entladen werden. Er kann sofort losfahren. Opportunity ist der Geologe. Und Curiosity der Chemiker auf dem Mars. Curiositys Arbeitsweise ist moderner als die seiner Vorgänger. Er berührt das Gestein nicht, sondern feuert Laser und Röntgenstrahlen ab. Curiosity schießt einen Laserstrahl auf einen Stein, der etwa sieben Meter entfernt ist. Dabei wird Material verbrannt und lichtfrei gesetzt. Die Supercam untersucht dessen Wellenlänge und bestimmt die Elemente. Das nennt sich Laseremissionsspektroskopie. Man schießt mit Lasern auf einen Stein. Curiosity hat zwei Instrumente, die geochemische Untersuchungen durchführen. Außerdem sucht Curiosity nach Mineralen in den pulverisierten Steinen. Die NASA lässt Curiosity im Gale-Krater landen. Weil es dort möglicherweise früher einmal Wasser gab. Der Rover soll Klarheit verschaffen. Curiosity fährt auf den fünf Kilometer hohen Aeolis Mons zu, der sich mitten im Gale-Krater befindet. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt knapp 150 Meter in der Stunde. Auf seiner langen Reise über die Ebene trifft der Rover auf ein Dünenfeld. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Curiosity umfährt die Dünen, bevor er seine Reise Richtung Aeolis Mons fortsetzt. Auf dem Weg entdeckt er Formationen, die ziemlich sicher durch Grundwasser gebildet wurden. Sein Weg zum Gipfel führt den Rover an immer jüngeren Gesteinsschichten vorbei. Sie offenbaren die Geschichte des Planeten. In vier Jahren sendet Curiosity mehr als 125.000 Bilder. Feuert fast 400.000 Mal seinen Laser ab und legt knapp 14 Kilometer zurück. Auch er leistet weit mehr, als von ihm erwartet wurde. Curiosity hat Aeolis Mons gründlich erforscht und herausgefunden, dass es durchaus Gebiete auf dem Mars gibt, die für Leben geeignet waren. Wir brennen jetzt natürlich auf die nächste Mission, nämlich nach Beweisen zu suchen, dass es auf dem Mars einst Leben gegeben hat. Das wird der Job des Mars-2020-Rovers. Dieser Rover hat noch keinen richtigen Namen. Er wird auf dem Entwurf von Curiosity basieren. Aber auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand. Hoffentlich werden auf dieser Mission die großen Fragen beantwortet. Gibt es heute noch Wasser auf dem Mars? Und vielleicht sogar Leben? Für mehr als zwei Milliarden Dollar soll der Mars-2020-Rover den uralten Traum verwirklichen. Leben und Arbeiten auf dem Mars. Neue Welten und neue Möglichkeiten erschließen. Auf jeden Fall tritt, pardon, rollt er in großen Spuren. Sojourner, Spirit, Opportunity und Curiosity sind schon wahre Stars. Sie vertreten uns auf dem Mars und zeigen menschliche Eigenschaften. Sie sind pflichtbewusst, furchtlos und lustig. Wir schreiben ihnen Persönlichkeiten und Charakterzüge zu und das verbindet sie noch mehr mit uns. Richtige Schätzchen. Eine letzte Station müssen die tapferen Forscher noch durchqueren, bevor sie zu den Gasriesen des äußeren Sonnensystems kommen. Der Asteroidengürtel. Geht es nach Hollywood, gleich dieser Weltraumstreifen zwischen Mars und Jupiter, einem Minenfeld aus Felsklumpen. Undurchdringbar für Raumschiffe. Die Wahrheit sieht ganz anders aus. In diesem Ring gibt es zwar Millionen Asteroiden, von kleinen Steinchen bis hin zu Protoplaneten. Aber die durchschnittliche Entfernung zwischen ihnen beträgt fast eine Million Kilometer. 2014 erreicht die ESA-Raumsonde Rosetta nach 10-jähriger Reise den Kometen 67P, der durchs All rast. Auch bekannt als Churyumov-Grasimenko. Seine zerklüftete Oberfläche macht die spektakulärste Phase der Rosetta-Mission zu einer gewaltigen Herausforderung. Der erste Veränderung auf einem Kometen mit Lander und Labor. Phile wird in 22 Kilometern Höhe abgeworfen. Es folgen sieben Stunden freier Fall. Seine Flugbahn hängt von der Abwurfgeschwindigkeit und der Gravitation des Kometen ab. Jedes Signal an Rosetta braucht etwa 40 Minuten. Präzision ist hier das A und O. Um 17.03 Uhr zeigt die Telemetrie an, dass Phile auf dem Planeten angekommen ist. Das Problem? Nach dem siebenstündigen Fall berührt Phile zwar die Oberfläche des Kometen, doch seine Verankerungsharpunen feuern nicht. Der Lander prallt zweimal ab und steigt über einen Kilometer weit in die Höhe. Noch bevor klar ist, ob Phile festen Boden erreicht hat oder ins All geschleudert wurde, kommt Rosetta auf der anderen Seite des Kometen an. Der Kontakt zum Lander bricht ab. Es herrscht Funkstille bis zum Morgen. Dann wird Rosetta wieder am Horizont des Kometen aufsteigen. Zehn Jahre haben sie auf diesen Moment gewartet. Aber keiner im Kontrollraum weiß, ob die Pioniermission gelungen ist. Am Morgen teilt Rosetta mit, der Lander steht auf dem Komet 60 Stunden. Alle Instrumente werden aktiviert. Ein großer Teil der geplanten wissenschaftlichen Daten wird zur Erde übermittelt. Darunter der Beweis, dass Kometen schweres Wasser mit sich führen können. Damit ist aber die Mission von Rosetta nicht beendet. Immerhin befinden sich elf Instrumente an Bord der Sonde. Zwei Jahre lang liefert sie den Wissenschaftlern der ESA Daten, Kometenstaub und Bilder. Der Komet scheint sich vor ihren Augen zu verändern. Er sagte, der Krater ist verschwunden. Wir sahen das Bild an und Holger sagte, Moment, hier ist gerade ein anderer Krater auf. So war das. Jemand entdeckte eine Veränderung auf einem Bild und man vergliche es mit einer anderen Aufnahme. Manche waren kaum zu erkennen. Nicht alle Veränderungen sind unauffällig. Durch plötzliche Gasaustritte werden große Gesteinsbrocken bis zu 15 Meter über die Oberfläche geschleudert. Eine Untersuchung zeigt, wie der Zusammenbruch einer Klippe weißes Material freigelegt hat. Vermutlich Eis. Und dann bringen die letzten Bilder von Rosetta eine wahre Überraschung zutage. Für mich ist das wie eine Zeitmaschine. Wir erkennen, wie sich zu Beginn unseres Sonnensystems kleinste Partikel zusammenfügten, um größere Partikel zu bilden. Kometen sind wie ein Fenster zur Vergangenheit. Eine Zeitgapsel aus dem Ursprung, als unser Sonnensystem entstand. Über die Erforschung der Kometen erfahren wir, welche Bedingungen damals herrschten. Wir kommen sehr nah an den Kern heran und können dort zum ersten Mal Messungen durchführen. Dann analysieren die Wissenschaftler etwas Staub, den Rosettas Instrumente eingesammelt haben, und entdecken darin Glycin. Bei diesem Kohlenstoff handelt es sich um komplexes Material. Der Komet bewegt sich in einer kalten Umgebung. Daher erwartet man auf ihn keine Warmphasen. Dieses Material könnte in der Nähe der Sonne entstanden und auf den Kometen gelangt sein. Für uns kam das überraschend, weil wir diesen Prozess von mineralischem, aber nicht von organischem Material kennen. Scheinbar können auch organische Substanzen über lange Strecken durch das Sonnensystem transportiert werden. Anfang September entdeckt das Team Phile wieder. Der Lander steht im Schatten eines Überhangs. Eines seiner Beine ragt hervor und ist im Sonnenlicht zu sehen. Einen Monat später soll Rosetta auf den Kometen prallen und abgeschaltet werden. Während dieses Sturzes werden letzte Messungen durchgeführt und extrem detaillierte Bilder geschossen. Das letzte Bild entstand 80 Meter über der Oberfläche. Rosetta war extrem schnell. Es lief wie in einem Zeitraffer. Es kamen ein Bild nach dem anderen. Und das ist das letzte vollständige Foto, das uns am Tag des Aufpralls erreichte. Das ist das letzte Bild von Rosetta. Der Asteroidengürtel besteht aus mehr als nur Kometen und Asteroiden. 2007 startet die NASA die Dawn-Mission, um die Objekte Vesta und Ceres zu studieren. Die Dawn-Mission soll diese zwei Protoplaneten erforschen. Ihre Entwicklung stoppte vor Milliarden Jahren. Es ist wie ein Schnappschuss aus der Zeit, als sich das Sonnensystem bildete. Ein Jahrzehnt später liefert Dawn Informationen über die Entstehung von Gesteinsplaneten. Und mögliche Hinweise auf den Ursprung des Lebens. Mit ihrem hochmodernen Ionenantrieb ist Dawn die erste Sonde, die weit entfernt von der Erde nacheinander zwei verschiedene Himmelskörper umkreist. Nachdem sie Vesta untersucht hat, reist die Sonde fast drei Jahre lang zu Ceres. Der Ionenantrieb verschafft ihr einzigartige Bewegungsfreiheit. Weit draußen im Asteroidengürtel zieht Ceres seine Bahnen. Der einsame Zwergplanet mit einem Durchmesser von 950 Kilometern verändert unser Verständnis des Asteroidengürtels. Möglicherweise eröffnet er uns sogar den Zugang zum Ursprung des Lebens. Man dachte lange, Ceres sei ein kalter Gesteinsbrocken, übersät von Kratern. Aber im Februar 2017 entdecken Wissenschaftler etwas, das ihr Wissen über den Asteroidengürtel auf den Kopf stellt. Organische Moleküle. Zwei Jahrhunderte lang war Ceres nur ein kleiner Lichtschein am Sternenhimmel. Mittlerweile haben wir ein detailreiches Porträt einer komplexen und faszinierenden fremden Welt vor Augen. Dawn kreist in einer Höhe von 385 Kilometern um Ceres. Sie ist Ceres näher als die ISS der Erde. Die Sonde ist mit einer beeindruckenden Anzahl modernster Instrumente ausgestattet. Dawn hat eine Kamera an Bord, die Aufnahmen von der Oberfläche schießt. So können wir besser verstehen, wie Ceres aufgebaut ist und die Oberfläche topografisch erfassen. Ein weiteres Instrument ist das Spektrometer für Licht und infrarote Strahlung. Es bestimmt mit Hilfe des reflektierten Lichts die Mineral- und Zusammensetzung der Oberfläche. Dann gibt es noch Grant, den Gammastrahlen- und Neutronendetektor. Auch er verrät uns viel über die Oberfläche von Ceres. Er vermisst die Neutronen, die beim Aufprall kosmischer Strahlung auf den Asteroid frei werden. Grant kann sie erfassen und so die mineralische Zusammensetzung der Oberfläche analysieren. Meine Kollegin stieß auf eine spektrale Signatur, die mit der von aliphatischen Kohlenwasserstoffen übereinstimmt. Klingt kompliziert. Das sind Ketten von Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen, die man in verschiedenen organischen Verbindungen findet. Methan und Ethan sind aliphatische Kohlenwasserstoffe. Es sind Produkte organischer Prozesse. Vielleicht finden wir hier also die Baustoffe biologischen Materials. Die organischen Materialien, hier in rot dargestellt, wurden auf einer 1000 Quadratkilometer großen Fläche im Ernotet-Krater gefunden. Und haben ihren Ursprung vermutlich auf Ceres selbst. Würden sie von einem Asteroideneinschlag stammen, wären sie weiter verstreut und nicht an wenigen Stellen hochkonzentriert, wie es Dawn beobachtet hat. Die genaue Zusammensetzung der Moleküle ist noch nicht bestätigt. Doch alles deutet in Richtung Cerid oder Asphaltid. Ter-ähnliche Minerale, die es auch auf der Erde gibt. Die findet man nicht überall im Sonnensystem. Diese Signatur tragen nur zwei weitere Asteroiden und drei Monde des Saturn. Im ganzen Sonnensystem ist dies erst der siebte Ort, an dem wir Verbindungen finden, die mit organischen Materialien zu tun haben. Wir haben kein Leben gefunden, aber wenn es welches gibt, ist das der erste Hinweis darauf. Für die Entstehung von Leben ist auch eine Energiequelle nötig. Und womöglich hat Dawn eine solche entdeckt. 950 Kilometer weiter am Okator-Krater. Als Dawn sich Ceres näherte, fiel uns ein heller Fleck auf der Erde. Als wir näher kamen, stellten wir fest, dass es nicht ein großer Fleck war, sondern mehrere Flecken. Wir bekamen Bilder in höherer Auflösung und schließlich bestätigte sich, dass das reflektierte Licht von Mineralien aus geschmolzenem oder verdampftem Eis stammen könnte. Der Okator ist ein Krater mit einem Durchmesser von 92 Kilometern. Er enthält die höchste bekannte Konzentration an Karbonatmineralien außerhalb der Erde. Auch wenn es sich dabei nicht um organische Verbindungen handelt, die Entdeckung dieser Salze ist von genauso großer Bedeutung. Erstaunlicherweise ist der helle Bereich etwa 30 Millionen Jahre jünger als der Krater selbst. Er scheint auf Ceres entstanden zu sein. Ein Hinweis auf geologische Aktivität. Beweise, die diese Theorie unterstützen, finden sich auf einem 4 Kilometer Hohenberg namens Ahunamons. Wissenschaftler vermuten, es handelt sich um einen sogenannten Kryo- oder Eisvulkan. Das würde die Anwesenheit von Natriumkarbonat und Salzen erklären. So etwas hatten wir im ganzen Sonnensystem noch nicht gesehen. Der Berg ist hoch und hat sehr steile Hänge. Wenn Ahunamons ein Kryo-Vulkan ist, dann muss es unter der Oberfläche von Ceres etwas geben, das die Materialien schmelzen lässt und sie an die Oberfläche drückt. Wir wissen nicht, um welche Materialien es sich handelt. Außerdem sind die Temperaturen auf Ceres so niedrig, dass es nicht die gleiche Art von Magma wie auf Erde oder Mars sein kann. Vermutlich handelte es sich um salzhaltiges Wasser, das bei niedrigen Temperaturen floss und gefror, sobald es an die Oberfläche gelangte. So wurde Ahunamons geformt. Wir sind überrascht, dass das erst kürzlich stattgefunden hat. Wir dachten, Ceres sei ein kalter Fels. Doch anscheinend stimmt das nicht. Sie ist ein aktiver Protoplanet. Das hat uns wirklich überrascht. Die Suche nach Leben ist immer auch die Suche nach Wasser. Auf Ceres könnte es einmal Leben gegeben haben. Die Voraussetzungen dafür stimmen. Es gab bzw. gibt Wasser, die wichtigsten chemischen Zutaten und Energiequellen. Wir haben unsere Ziele erreicht und können jetzt zu einer höheren Umlaufbahn wechseln, um Energie zu sparen. So können wir länger bei Ceres bleiben. Wir beobachten Ceres weiter von einem höheren Orbit aus, um unsere Datensätze zu erweitern. Ceres hat die Planetologen komplett überrascht. Dabei haben wir bisher nur an der Oberfläche gekratzt. Es bleibt noch viel zu erforschen. Es bleibt noch viel zu erforschen. Dienstagabend ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Welt. Rassistisch, antisemitisch und menschenfeindlich. So hat sich der Halle-Attentäter 2019 mit seinem Terroranschlag auf die Synagoge gezeigt. Jetzt hat der 30 Jahre alte Stefan Bayer im Hochsicherheitsgefängnis Burg erneut demonstriert, wie gefährlich er ist. Gestern Abend versuchte er auszubrechen und brachte zwei JVA-Bedienstete in seine Gewalt. Nach Weltinformationen unter anderem mit einer selbstgebauten Schusswaffe. Der Fall wird jetzt vom LKA untersucht. Die JVA-Burg ist das größte und modernste Hochsicherheitsgefängnis in Sachsen-Anhalt. Und doch gelang es einem der Insassen, Stefan Bayer, zwei Justizvollzugsbeamte als Geisel zu nehmen. Bedroht sie mit einer selbstgebauten Waffe, will so aus dem Gefängnis ausbrechen. Im Innenbereich der Anstalt ist der Gefangene so dann nicht weiter vorangekommen. Und durch die geschulte Ansprache von Bediensteten ist es gelungen, gegen kurz nach halb zehn den Gefangenen durch Justizvollzugsbedienstete der JVA-Burg zu überwältigen. Dabei wird der 30-Jährige leicht verletzt. Bayer gilt als unkooperativer und schwieriger Häftling. Deutschlandweit wird er als Attentäter von Halle bekannt. Am 9. Oktober 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, versucht er die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelingt, aufs Gelände zu kommen, ermordet er vor der Synagoge eine Passantin und in einem Imbiss einen 20-Jährigen. Bayer wird zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach dem Vorfall fordert Bundesinnenministerin Faeser, die Gefängnisbetreiber auf, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Das ruft diejenigen auf, die Gefängnisse verantworten in Deutschland, auch da nochmal sehr genau hinzugucken. Insbesondere bei so jemandem wie dem Attentäter von Halle, wo wir wissen, dass er schon mal versucht hat, während des Prozesses zu fliehen. Stefan Bayer ist inzwischen in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht worden, wird rund um die Uhr beobachtet. Wie es zu der Geiselnahme kommen konnte, wird jetzt ermittelt. Und Lutz Stordl ist heute Abend direkt vor diesem Hochsicherheitsgefängnis in Burglutz. Die offiziellen Stellen sind ja nach wie vor recht zurückhaltend mit Details. Das LKA aber ermittelt, denn es gibt wirklich viele offene Fragen. Es gibt viele offene Fragen völlig richtig und die sind auch zum jetzigen Zeitpunkt zum Großteil noch offen. Vor allem ist ja im Raum steht, dass dieser Mann in der JVA sich eine schussfähige Waffe gebastelt haben soll. Das ist ein Gerücht momentan noch. Wir haben keine definitive Bestätigung bislang dafür bekommen. Wir wissen auch nicht, wie dieser waffenähnliche Gegenstand, so soll es wohl in ersten Untersuchungsergebnissen heißen, wie er ausgesehen hat. Er soll aber tatsächlich auch einen Schuss abgegeben haben. Und das muss man sich halt überlegen. Dieser Attentäter, der ja auch schon mit selbst gebastelten Waffen in Halle die Synagoge stören wollte, der hatte also die Möglichkeiten, in diesem Hochsicherheitstrakt wieder eine Waffe zu bauen. Das ist wirklich schwer vorstellbar. Er soll versucht haben, nachdem er einen Wärter als Geißel nehmen konnte, dann seine Flucht aus dieser JVA zu erzwingen. Da muss man dann ganz ehrlich sagen, das ist schwer vorstellbar. Also diese Haftanstalt hier gehört zu den modernsten, die wir in Deutschland haben. Die wurde erst 2009 eingeweiht. Ist technisch, also was die Sicherheit betrifft, auf einem absolut modernen Top-Niveau. Wo selbst die Eingangstore, also wenn hier ein Auto reinfährt, da werden Herzfrequenzen gemessen. Also wenn da irgendwo in der Kiste jemand liegen würde, das würde sofort auffallen. Also dass er hier wirklich rauskommen könnte, das halte ich für illusorisch. Aber natürlich stellt sich vor allem die Frage, wie es auch um die Sicherheit des Personals in der Anstalt bestellt ist. Wenn es also möglich ist, solche Teile in die Anstalt zu schmuggeln, und da brauchen wir uns nichts vormachen, in jede JVA kommen auf unterschiedlichen Wegen Teile hinein. Aber wenn die selbst so sicherheitsrelevant sind, dass sie eben zum Waffenbau reichen, dann muss man sich hier ein paar Gedanken über die Strukturen machen. Das versucht man zu ermitteln. Es werden jetzt alle Videos ausgewertet. Es werden Gespräche mit allen geführt, die hier beteiligt waren. Und klar ist auch erst mal als Konsequenz, dass er verlegt werden wird. Das ist ein üblicher Vorgang. Also wenn es in einer JVA zu einer Geiselnahme gekommen ist, dann wird der Täter in eine andere JVA verlegt. In diesem Fall sind Anstalten in Bayern und in Nordrhein-Westfalen im Gespräch. Lutz, danke dir für diese Informationen. Direkt vor die JVA in Burg. Leonie van Rando, zugeschaltet aus dem Bundestag heute Abend. Leonie, wie reagiert denn das politische Berlin auf die Geiselnahme? Wir haben es schon ganz kurz gehört. Unter anderem hat sich die Bundesinnenministerin zu Wort gemeldet. Aber es gibt noch weitere Stimmen. So ist es. Und wir wollen doch direkt einmal nachfragen hier bei Thomas Heilmann, CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Justizsenator hier in Berlin. Guten Abend, Herr Heilmann. Guten Abend. Zunächst also die Frage, die sich jetzt jeder stellt. Wie konnte das passieren? Eine Geiselnahme in einer JVA bei einem solchen Schwerstkriminellen. Haben Sie darauf eine Antwort, wie so etwas möglich sein kann? In den Gefängnissen sitzen ja nun per Definition immer kriminelle, die auch, wie ich aus meiner eigenen Amtszeit war, sich immer wieder kriminelle Dinge ausdenken. Dennoch ist das ein ziemlich einzigartiger Vorgang, dass es eine Geiselnahme gibt und man sich offensichtlich eine selbst gebastelte Waffe, ich weiß das alles nicht aus erster Hand, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, nehmen kann. Das wird sicher einer Aufklärung bedürfen. Sie sprechen es gerade an. Möglicherweise hat es hier also eine selbstgebaute Waffe gegeben. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie wird denn überprüft, was in so einer Gefängniszelle sein darf an Gegenständen? Erzählen Sie uns ein bisschen genauer sozusagen, was darf ein solcher Gefangener besitzen? Was darf da reinkommen in die Zelle? Was könnte möglicherweise auch auf illegalem Weg in so eine Gefängniszelle gelangen, in einem Hochsicherheitstrakt wie dieser JVA Burg? Natürlich darf das nicht so sein. Das ist unbestreitbar so. Nun befinden sich in Haftzellen immer wieder Dinge, die da nicht hingehören, allen voran Handys. Davon finden wir mehrere tausend in Deutschland jedes Jahr und das sind die, die wir finden und von der Zahl derer, die wir nicht finden, wissen wir nicht. Es gibt viele Wege, wie man das versucht reinzuschmuggeln. Es gibt immer wieder leider auch Mitarbeiter, die sich erpressen lassen und so etwas machen. Es gibt auch Rechtsanwälte, die da beibehilflich sind. Das sind natürlich immer die Ausnahmen von der Regel, aber diese Ausnahmen gibt es leider. Wie das da im konkreten Fall passiert, das weiß ich nicht. Ist jeweils ein ungeheuerlicher Vorgang. Sie sprechen es gerade also an, dass möglicherweise da eben auch ein Behördenversagen, also beispielsweise erpressbare Mitarbeiter eine Rolle spielen könnten. Nun wollen wir da nicht spekulieren, aber ganz grundsätzlich, wer trägt denn die Verantwortung, wenn so etwas schief geht in einem derartigen Hochsicherheitstrakt mit einem solchen Schwerstkriminellen? Ja, das kommt natürlich auf die Aufklärung an, was jetzt eigentlich schief gegangen ist. Wenn jetzt ein einzelner Mitarbeiter erpressbar sein sollte, nur um jetzt mal das anfassbar zu machen, das aber gibt kein Indiz, dass ich dafür habe, dann ist das ja kein Behördenversagen, sondern eine individuelle Schuld, die es nun mal bei Menschen gibt. Aber da ich nicht die leiseste Vorstellung habe, wie das nun genau passiert ist, muss man glaube ich erst den Sachverhalt aufklären und dann sagen, wer könnte denn dafür gegebenenfalls auch verantwortlich sein. Vielleicht können Sie uns erklären, wie also Schwerstverbrecher untergebracht sind im Vergleich zu, in Anführungsstrichen, normalen Verbrechern, also eben der Attentäter von Halle im Vergleich zu jemandem, der ein geringeres Strafmaß hat. Was gibt es da für besondere Sicherheitsvorkehrungen? Da gibt es ein gestuftes Verfahren. Es gibt, normalerweise sind Gefangene, haben ja einen Rechtsanspruch auf eine Einzelzelle. Es gibt aber dann Fälle, dass man jemanden dazulegt. Es gibt auch überwachte Hafträume, wo sozusagen 24 Stunden am Tag immer jemand so in der Nähe ist, dass er in die Zelle hineingucken kann. Das unterliegt übrigens alles der richterlichen Kontrolle. Das heißt, das kann nicht einfach so angeordnet werden, sondern es braucht immer im Einzelfall Indizien dafür, dass ein Täter besonders gefährlich ist oder was auch sehr häufig vorkommt, selbstmordgefährdet ist. Auch dann wird er überwacht. Es gibt einzelne Ausnahmefälle, da werden die sogar angeschnallt, weil sie sich so selbst gefährdend sich verhalten. In den konkreten Einzelfall kann ich Ihnen dazu natürlich gar nicht sagen. Sie waren selber Justizsenator hier in Berlin. In Ihrer Amtszeit ist ja auch der Fluchtversuch oder die Flucht zweier Häftlinge aus der JVA in Moabit gefallen. Was läuft grundsätzlich schief in deutschen Gefängnissen, dass so etwas eben möglich ist, obwohl man eben versucht natürlich, das zu verhindern? Ja, ganz generell im internationalen Vergleich steht Deutschland auch in den Jahren, nachdem ich jetzt Justizsenator war und keine Verantwortung mehr trage, nicht so schlecht da. Jedes System hat auch mal eine Schwäche. Aber bisher gelingt es übrigens auch in den beiden Fällen, die Sie angesprochen haben, die in meiner Amtszeit waren, sind beide Flüchtigen dann wieder gefasst worden. Also in der Regel ist eine Flucht aus einem Gefängnis, jedenfalls aus einem geschlossenen Vollzug, nicht erfolgreich. Vielen Dank Ihnen, Herr Heilmann, für diese Einblicke. Der ehemalige Justizsenator in Berlin, Thomas Heilmann, er sagt eben noch mal, man muss natürlich abwarten, was jetzt konkret herauskommt. Grundsätzlich seien deutsche Gefängnisse zwar sicher, aber natürlich kann in Einzelfällen da eben auch immer auftreten, dass beispielsweise Mitarbeiter erpressbar sind. Was aber genau passiert ist, das wird sich eben in den nächsten Tagen, möglicherweise Wochen erst herausstellen. Leonie, ganz herzlichen Dank in den Reichstag und auch für das Gespräch mit dem ehemaligen Justizsenator. Und Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger, die gab sich heute mit Informationen zur Geiselnahme selbst sehr zurückhaltend. In erster Linie ging es ihr darum, alle Beteiligten zu loben. Justizvollzugsbedienstete haben den Gefangenen im inneren Bereich der JVA Burg überwältigt und ihn so dann in einen besonders gesicherten Haftraum verbracht. Dank des wirklich guten Zusammenspiels der Justizvollzugsbediensteten vor Ort ist es gelungen, diese herausfordernde Lage stets unter Kontrolle zu halten. Die wiederkehrenden Übungen dort im Justizvollzug haben sich auch in diesem Fall als äußerst positiv erwiesen. Die Bediensteten waren durchgehend handlungssicher. Zusammen mit meiner Kollegin Franka Lefeld habe ich heute mit René Müller über die Geiselnahme selbst und die Situation der Strafvollzugsbediensteten gesprochen. Er zeigte sich überhaupt nicht überrascht, dass es zu einem solchen Vorfall kommen konnte. Gott sei Dank ist es nicht alltäglich, aber es kommt immer wieder vor. Und ich kann insofern, ich habe gerade auch den Bericht Ihres Reporters verfolgt, der dort gleich von Fehlverhalten von den Kolleginnen und Kollegen übrigens nicht Wärtern, sondern Justizvollzugsbeamten gibt es im Zoo. Wir haben gut ausgebildete Justizvollzugsbeamte und die haben diese Lage offensichtlich auch selbst lösen können und haben sie gut gelöst. Denn die Lage wurde noch von eigenen Kräften innerhalb der Justizvollzugsanstalt entschärft und deeskaliert, sodass man dem Geiselnehmer habhaft dort werden konnte, ohne dass wir auswärtige Kräfte brauchen. Ja, das ist der Fall danach. Aber so eine Lage sollte doch gar nicht erst entstehen und insbesondere nicht in einer Justizvollzugsanstalt, die ein Hochsicherheitsgefängnis ist und wie wir gehört haben, technisch eben wirklich so gut gerüstet ist, dass es nicht passieren sollte. Also was ist Ihre Erklärung dafür, dass es zu der Lage überhaupt kam? Leider doch. Leider doch. Selbst in einem Hochsicherheitsgefängnis kann so etwas vorkommen, weil wir die Straftäter ja nicht 24 Stunden rund um die Uhr jeden Tag beobachten können. Das schaffen wir personell gar nicht, aber es ist auch rechtlich gar nicht möglich. Auch da muss man leider, aber es ist so, den Straftätern eine gewisse Privatsphäre zugestehen. Es gehe davon aus, dass dort zusätzlich Haftraumkontrollen durchgeführt wurden, das dann natürlich beobachtet wird in seinem ganzen Handeln. Trotzdem ist so eine Situation immer wieder nicht vorhersehbar und kann jederzeit eintreten. Denn Sie müssen sich vorstellen, die Gefangenen sind hinter verschlossenen Türen. Man sieht also vom Flur aus nicht rein in den Haftraum. Wenn man den Haftraum aufmacht und dort steht jemand mit einem selbstgebauten, mit einer Waffe, die unterschiedlich aussieht. Das kann selbst eine Zahnbürste sein, die man zu einer Waffe umfunktionieren kann. Und in diesem Fall wird eine Lage ein, die unsere Kollegen und Kollegen dort nicht vorhersehen können. Sie sprechen jetzt von Privatsphäre und dass man nicht alles einsehen kann. Man muss aber dazu sagen, beim Thema Waffen laut Weltinformation soll der Insasse ja auch verfügt haben, über ein Messer, über einen Dosenöffner und über eine Bastelschere. Also war man da vielleicht zu naiv ihm gegenüber, ihm solche Gegenstände überhaupt zugänglich zu machen? Da laufen jetzt ja die Ermittlungen des LKA. Ich gehe davon aus, dass man das genau überprüft. Aber es ist tatsächlich so, dass selbst schwere Gewaltverbrecher und Straftäter in Besitz von Messern sind. Denn womit sollen sie sich sonst das Brot schmieren oder das Steak schneiden, das sie auch bekommen? Die sind natürlich an diese Messer sind gewisse Anforderungen gestellt, die ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern will. Aber sie sind eben nicht wie ein normales Messer. Aber andere Sachen wie eine Nagelschere, natürlich bekommen auch diese Menschen eine Nagelschere. Warum denn nicht? Sie müssen sich ja irgendwie auch die Finger schneiden, die Fingernägel schneiden lassen oder selbst schneiden. Dazu bedarf man solcher Utensilien. Und das kann man leider nicht komplett ausschließen. Ich sagte ja, die Gefangenen sind tatsächlich so erfinderisch in bestimmten Bereichen. Die funktionieren kleinste Sachen, um sie als Waffe zu missbrauchen. Es ist also keine Waffe im herkömmlichen Sinn, sondern tatsächlich etwas Selbstgebautes, was Selbstgebasteltes. Ich habe wirklich Verständnis und ich verstehe Sie auch, dass Sie sich vor Ihre Kolleginnen und Kollegen stellen. Und das ist eine schwere Arbeit, eine anspruchsvolle Arbeit in der Justizvollzugsanstalt. Aber nach diesem Fall, mich überrascht auch, dass Sie sagen, ja, das kann einfach so passieren. Müssten nicht doch auch nach diesem Fall, müssten da nicht irgendwelche Konsequenzen gezogen werden? Kann die Arbeit nicht doch verbessert werden und die Sicherheit auch Ihrer Kolleginnen und Kollegen? Auf jeden Fall. Da gebe ich Ihnen ja völlig recht, weil ich denke, auch das wird Gegenstand der Ermittlung sein. War ausreichend Personal vor Ort? Das ist immer die größte Frage. Denn der wichtigste Aspekt an der Sicherheit ist immer ausreichend und gut geschultes Personal. Es gibt Szenarien, gerade zum Thema Geiselnahme, aber auch in anderen Lagen, die durchgespielt werden, wo unsere Kolleginnen und Kollegen in diesem Fall geschult werden. Ich gehe davon aus, dass das passiert ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die Personalausstattung in der JVA Burg ist. Ich kann Ihnen aber sagen, dass deutschlandweit zwischen 2000, also 2000 Bedienstete fehlen uns garantiert, aber bis zu 3000 Bedienstete in den gesamten Professionen. Und es kann tatsächlich vorkommen, dass in einigen Anstalten auf einigen Stationen ein Bediensteter für 30, 40 bis zu 70 Personen zuständig ist. Und da ist die Sicherheitslage dann schon massiv gefährdet. Und insofern gehe ich davon aus, dass das hier hoffentlich nicht der Fall war, aber das werden die Ermittlungen ergeben. Herr Müller, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Danke Ihnen nach Hamburg. Polizei und Staatsanwaltschaft haben heute Morgen elf Wohnungen und Räume von Mitgliedern der sogenannten letzten Generationen in mindestens sechs Bundesländer durchsucht. Grund seien mehrere Attacken der Klimaaktivisten auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird ermittelt wegen Störung öffentlicher Betriebe und des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Gruppe selbst sprach von einem Einschüchterungsversuch. Und Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat die Durchsuchungen bei den radikalen Klimaschutzdemonstranten heute unterstützt. Ich will ausdrücklich ebenfalls begrüßen, dass heute Morgen in Deutschland umfassende Hausdurchsuchungen stattgefunden haben gegen die sogenannten Klimaaktivisten, also diejenigen, die sich hier in den letzten Wochen ständig auf Straßen und auf Flughäfen festgeklebt haben. Das hat mit Klimaschutz nichts mehr zu tun. Das sind ebenfalls schwere Straftaten, Eingriffe in den Straßenverkehr, gefährliche Eingriffe in den Luftverkehr. Nötigung, Hausfriedensbruch, Straftatbestände gegen Leib und Leben der Bevölkerung. Auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Das tut er. Ich begrüße das ausdrücklich. Damit ist nicht verbunden eine irgendwie geartete Einschränkung des Demonstrationsrechts. Jeder hat in diesem Land das Recht zu sagen und zu denken, was er will. Aber er muss sich dabei an die Regeln unseres Rechtsstaates halten. Und wenn jemand das mit Gewalt nicht mehr tut, dann muss der Staat seinerseits sein Gewaltmonopol annehmen. Anwenden und durchsetzen. Nach der Großrazzia in der Reichsbürgerszene gibt es weitere Erkenntnisse. So sollen bei den Durchsuchungen deutlich mehr Waffen gefunden worden sein als bisher bekannt. Außerdem soll das mutmaßliche Terrornetzwerk sogenannte Heimatschutzkompanien gebildet haben. Nach den Sondersitzungen der Bundestagsausschüsse geht es jetzt darum, was mit Blick auf das Waffen- und Disziplinarrecht geändert werden kann oder muss. Und das Bundesverteidigungsministerium will Soldatinnen und Soldaten mit extremistischer Gesinnung künftig einfacher aus dem Dienst entlassen. Mit der Expertise von Ex-Offizieren und Soldaten des KSK sollte der Umsturz gelingen. Die Reichsbürger gründeten wohl 286 Heimatschutzkompanien. Schießübungen in Bayern sollten auf den Ernst vorbereiten. 93 Waffen wurden bei den Razzien von den Behörden beschlagnahmt. Die Linke fordert die Auflösung der KSK-Elite-Truppe. Und die Bundesregierung will konsequenter gegen rechtsextremistisches Gedankengut in der Truppe vorgehen. Ja, vor allen Dingen müssen die Truppengerichte schneller und besser ausgestattet werden. Wir haben das Problem, wenn solche Fälle vorkommen, dass das oft zwei, drei Jahre dauert, bis der Fall zur Verhandlung kommt. Die AfD wird unter Abgeordneten derweil offen als parlamentarischer Arm der Reichsbürgerszene bezeichnet. Leugnen und Kleinreden dagegen beim Pressestatement der Alternative selbst. Es gebe wichtigere Themen. Eine explodierende Kriminalitätsrate, also das Ganze ist etwas, womit sich eigentlich eine Innenministerin beschäftigen sollte und nicht irgendwie mit so einem angestrebten Rollator-Putsch. Widerspruch kommt prompt aus der CDU-CSU. Das ist hier kein Spaß, sondern das ist eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit. Ich würde es sehr bedauern, wegen der Nähe einiger AfD-Abgeordneter zu dieser Szene hier zu einer Verschärfung der Sicherheitsanforderungen im Deutschen Bundestag kommen zu müssen. Die AfD ist bislang vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft worden. Nun werden Forderungen laut sie vom Verfassungsschutz beobachten. Das EU-Parlament hat Vizepräsidentin Kay Lee wegen Korruptionsverdacht abgesetzt. Der 44-jährigen Griechin wird vorgeworfen, Geld vom Emirat Katar angenommen zu haben. Kay Lee bestreitet die Vorwürfe. Bei einer Razzia in ihrer Brüsseler Wohnung am Wochenende sollen säckeweise Bargeld gefunden worden sein, heißt es. Kay Lee sowie drei weitere Verdächtige wurden am Sonntag von den belgischen Behörden in Untersuchungshaft genommen. US-Forschern ist heute eine Sensation, ein historischer Durchbruch bei der Kernfusion gelungen. Sie erzeugten mit einem experimentellen Fusionsreaktor zum ersten Mal mehr Energie, als während des Prozesses verbraucht wurde. Und genau das könnte der erste Schritt sein zu einem Verfahren, mit dem sich eines Tages klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen erzeugen lässt. Peter Handjes berichtet. Was wäre, wenn wir wie die Sonne endlos Energie erzeugen könnten? Diesem Traum sind Forschende der Kalifornischen National Ignition Facility seit mehr als zehn Jahren auf der Spur. Allerdings mussten sie für den Prozess bisher mehr Energie aufwenden, als am Ende dabei herauskam. Doch inzwischen wollen die US-Wissenschaftler das scheinbar Unmögliche geschafft haben, einen Energieüberschuss, wenn auch im Kleinen. Es ist das erste Mal, dass es überhaupt einem Forschungslabor gelungen ist, egal wo auf dieser Welt. Einfach ausgedrückt, es ist eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts. Anders als bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken besteht bei der Kernfusion keine Gefahr eines nuklearen Unfalls. Sie gilt als sauber und sicher und erzeugt mit einem Gramm Brennstoff etwa so viel Energie wie elf Tonnen Kohle. Für ihre Experimente verwendeten die Forscher die stärkste Laseranlage der Welt, um winzige Mengen von Wasserstoff in 100 Millionen Grad heißes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzten 200 Laserstrahlen das Innere eines nur Millimeter großen Behälters und setzten enorme Mengen an Energie und Wärme frei. Auf diese Weise wurde in Kalifornien unterm Strich angeblich 20 Prozent mehr Energie erzeugt als eingespeist. Ich halte das Ergebnis für wissenschaftlich sehr interessant und spannend und es zeigt auch den Weg auf sozusagen Richtung Kernfusion. Ein Durchbruch von der Art, dass man jetzt schon morgen den Kernfusionsreaktor haben würde, ist es nicht. Bis zu einer industriellen und rentablen Nutzung der Kernfusion rechnen auch die US-Wissenschaftler mit weiteren 20 bis 30 Jahren Forschung und Entwicklung. Und soweit das Wichtigste für den Moment. Nachrichten rund um die Uhr immer auch unter www.welt.de. Bleiben Sie auf jeden Fall bei uns. Der Leopard 2. Einer der besten Kampfpanzer der Welt. Er verbindet optimal Panzerung, Feuerkraft und Beweglichkeit. Die Geburtsstunde des modernen Panzers liegt über 100 Jahre zurück. Stacheldrahtverhaue markieren den Frontverlauf auf den Schlachtfeldern des Weltkriegs. Maschinengewehre mähen alles nieder, was sich bewegt. Die Soldaten sterben zu Millionen. 1916 schicken die Briten überraschend eine völlig neue Waffe in den Kampf. Panzer. Mit herkömmlichen Waffen können die Deutschen den auf Ketten fahrenden Ungetümen aus Stahl nichts anhaben. Sie antworten mit einem schnell entwickelten eigenen Kampfwagen, dem A7V. Im Zweiten Weltkrieg erobert dann die neu geschaffene deutsche Panzerwaffe weite Teile Europas. Immer leistungsfähigere Typen entstehen. Panther und Tiger sollen der Wehrmacht zum Sieg über die Sowjetunion verhelfen. Die Maus, der 188 Tonnen Koloss, ist ein Beweis für Hitlers Größenwahn. Zehn Jahre nach Kriegsende wird Deutschland wieder bewaffnet und erschafft einen Kampfpanzer neuester Generation, den Leopard. Feuer und Bewegung bestimmen den Kampf. Panzer aus deutscher Produktion gehören dabei zu den gefährlichsten und effektivsten Waffen der Welt. Vor 100 Jahren und auch heute. 6 Uhr 30 morgens. Das Panzerbataillon 33 verlegt auf die Schießbahn 1 Alpha des Truppenübungsplatzes Bergen in der Lüne Burge Heide. Verschiedene Truppen und Waffengattungen machen sich zu einem Gefechtsschießen der verbundenen Kräfte bereit. Hier sollen die Bundeswehrsoldaten ihre Kampfkraft trainieren. Das Gefechtsfeld beherrscht dabei der schwere Kampfpanzer. Das Hauptwaffensystem der deutschen Panzertruppe ist der Leopard 2. Er gehört zu den schlagkräftigsten Kampfpanzern der Welt. Der Leopard 2 wurde bereits 1979 in der Truppe eingeführt. Kontinuierlich modernisiert trägt seine momentan modernste Version die Bezeichnung Leopard 2 A7V. Der Leopard 2 ist ein schwerer Kampfpanzer mit vierköpfiger Besatzung. Angetrieben wird der 62 Tonnen schwere Panzer von einem flüssigkeitsgekühlten 12-Zylinder-Dieselmotor mit 1500 PS. Die Spitzengeschwindigkeit beträgt 72 Kilometer pro Stunde. Auf der Straße kommt er mit einer Tankfüllung 500 Kilometer weit. Hauptüberwaffnung ist die 120 Millimeter Glattrohrkanone von Rheinmetall für flügelstabilisierte Geschosse. Geschützt wird der Leopard 2 durch eine mehrlagige Verbundpanzerung. Rechts im Turm sitzt der Kommandant, davor der Ladeschütze. Der Ladeschütze sitzt auf der linken Seite im Turm. Er erhält die vorgewählte Munitionsart. Der Platz des Fahrers befindet sich in der anderen Seite, und zwar vorne rechts. Die Waffenanlage ist stabilisiert. Bodenunebenheiten werden blitzschnell kompensiert. So bleibt die Kanone immer auf das Ziel gerichtet. Also genutzt werden die Varianten Leopard 2 A5, A6, A6M und Leopard 2 A7. Die Unterschiede sind zum einen vom Leopard 5 zum Leopard 2 A6, die verlängerte Bordkanone, was den Durchschlag und die Genauigkeit erhöht. Und der Leopard 2 A7 hat eine Kampfraumkühlanlage, was im Endeffekt eine Klimalage im Auto gleicht, sowie einen Generator zum Beispiel wird eingebaut, was einen dann ermöglicht, in Stellung, einfach den Motor abzuschalten, den Generator laufen zu lassen, was die Aufklärung für den Feinderschwert. 1977 wird der Panzer als Nachfolger des Leopard 1 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Einladung zum Ritt auf dem Leoparden. Die neue Generation steht bereit. Leo 2, der beste, den es je gab. Und nach Meinung von Experten, der beste Kampfpanzer überhaupt. Die 18 Prototypen wurden unter härtesten Bedingungen erprobt. Sie fuhren 95.000 Kilometer und verfeuerten dabei 11.000 Schuss. Sie trotzten dem kanadischen Winter und widerstanden der Wüstenglut Arizonas. Der Kampfraum ist so gestaltet, dass die Besatzung hier auch längere Zeit unter Gefechtsbedingungen verbringen kann. ABC-Schutz eingeschlossen. Jeder hat seinen Arbeitsplatz. Der Richtschütze vor dem Hauptzielgerät, der Kommandant vor seinem Rundblickperiskop. Arbeitsteilung und trotzdem Teamwork. Ein Verbundsystem von Menschen und Geräten. In den Hochzeiten des Kalten Krieges hatte die deutsche Panzertruppe 2125 Leopard 2 im Bestand. Derzeit sind es noch knapp 325. Beim Kampf der verbundenen Kräfte operieren ganz unterschiedliche Truppengattungen der Bundeswehr miteinander. Sie unterstützen die Leoparden im Gefecht. Allein kämpfen wir nicht. Grundsätzlich kämpfen wir zu Meisterverbindungen mit Grenadieren und Pionieren. Allein, wenn wir Minensperren aufklären, dass die Grenadiere die Minensperren, die Sperrsicherung werfen, die Pioniere die Minensperre öffnen und wir dann den Angriff weiter fortsetzen mit Geschwindigkeit. Der Leopard 2 ist bis zu einer Tiefe von vier Metern unter Wasser fahrfähig. Zur Steigerung des Kampfwertes werden ab der Version A6 eine verlängerte Kanone und eine modernisierte Feuerleitanlage verbaut. Reichweite und Treffgenauigkeit steigen dadurch signifikant. In Kombination mit der automatischen Waffennachfuranlage erreicht der Leopard 2 so eine Erstschusstrefferwahrscheinlichkeit von 98%. In einem Bundeswehrfilm von 1980 wird die moderne Waffentechnik des neuen Panzers anhand eines anschaulichen Beispiels der Öffentlichkeit vorgeführt. Der Panzer verfügt über ein Laser-Zielgerät, das Entfernungen bis knapp 10 Kilometer auf 10 Meter genau messen kann. Abhängig von der Sicht hat der Leopard 2 so die Fähigkeit, Ziele in bis zu 5 Kilometern Entfernung sicher zu bekämpfen. Die Hauptwaffe des Leopard 2 ist seine 120 Millimeter Glattrohrkanone von Rheinmetall. Zum Einsatz kommen zwei Munitionsarten, ein Sprenggeschoss und ein Pfeilgeschoss. Der Wolframmpfeil hat einen Durchmesser von 38 Millimetern. Seine Funktion demonstriert der Panzerfachmann Wolfgang Schneider. Das Pfeilgeschoss, das Wuchtgeschoss gegen gepanzerte Ziele ist jetzt dort drin, wird umfasst von drei Mitnehmern, verschossen und fliegt weg. Und trifft dann mit hoher Geschwindigkeit auf das Feindziel und soll es möglichst natürlich durchdringen. Geschwindigkeiten mit dieser Kanone im Bereich 1600 Meter pro Sekunde. Solch ein Wuchtgeschoss nutzt allein die kinetische Energie seines Projektils, um die Zieloberfläche zu durchdringen. Im Geschoss selbst wird deswegen auf Sprengstoff verzichtet. Im militärischen Bereich lautet die Bezeichnung für solch ein Wuchtgeschoss KE-Geschoss. Es findet ausschließlich für panzerbrechende militärische Anwendungen Gebrauch. Der Kostentunkt pro Geschoss liegt bei circa 10.000 Euro. Seit mehr als 100 Jahren gibt es Panzer. Die Kolosse aus Stahl veränderten die bis dahin bekannte Kriegsführung für alle Zeiten. Der Erste Weltkrieg beginnt 1914 als Bewegungskrieg. Deutschland marschiert durch die neutralen Länder Belgien und Luxemburg in Frankreich ein. Der Vormarsch endet jedoch an der Marne. Durch die Industrialisierung des Krieges mit massenhaft eingesetzter Artillerie und Maschinengewehren verwandelt sich der Bewegungskrieg in einen Stellungskrieg. Die zu Fuß vorrückende Infanterie gräbt sich zum Schutz vor dem Stahlgewitter ein. Die Fronten erstarren. Um eine Entscheidung herbeizuführen, muss man den Feind aus den Gräben treiben und die gegnerischen Linien aufbrechen. Besonders perfider Versuch ist dabei der Einsatz von Gas. Am 22. April 1915 setzt Deutschland das erste Mal dieses Massenvernichtungsmittel ein. Doch ein taktischer oder strategischer Vorteil ergibt sich auch durch diese grausame Waffe nicht. Flugzeuge können hinter die gegnerische Front vordringen. Doch die Luftarmeen stecken noch in den Kinderschuhen und können den Kriegsverlauf nicht entscheidend beeinflussen. Und neben diesen ganzen Ideen war eine Idee eben, gut, wenn wir es hier machen müssen und wir müssen durch diese Gräben, die mit Stacheldraht bewährt sind, mit spanischen Reitern, wenn wir da irgendwie durch müssen, dann müssen wir diejenigen, die angreifen, eben panzern. Wir müssen sie schützen vor dem Feuer, das ihnen entgegenschlägt. Und wir müssen sie, damit sie durch das Gelände kommen, mobil machen. Das heißt, wir müssen ihnen irgendwie Motorkraft geben, denn Pferde sind zu Hunderttausenden gestorben auf diesem Feld vor Erschöpfung, vor Artillerie- und Maschinengewehrfeuer. Wir müssen sie also panzern, wir müssen sie mobil machen und wir müssen ihnen den Verbrennungsmotor irgendwie mitgeben. Und wenn man das so hört, dann formt sich schon das Bild des Panzers. Man hat eine Plattform, da drauf sind Soldaten, da drunter Ketten, ein Motor. Und wenn man da schon bei ist, dann kann man auch gleich noch eine Waffe draufsetzen. Am 15. September 1916 taucht eine neue Waffe an der Front auf. Die Briten werfen ihre Tanks in die Schlacht. Die stählernen Ungeheuer überwinden die Stacheldrahtverhaue. Kugeln prallen an ihnen ab. In den deutschen Gräben verbreiten sie Angst und Schrecken. Eilig wirft das Deutsche Reich im März 1918 seine wenigen schweren Kampfwagen in die erste große Panzerschlacht. Der Sturmpanzerwagen A7V wurde bereits 1916 entwickelt. Das Kaisers Militärführung sah in ihm aber zum damaligen Zeitpunkt keinen Vorteil. Der Panzer hat bis zu 23 Mann Besatzung. Kommandant, Richtschütze, Fahrer, MG-Schützen, Mechaniker, Melder und sogar einen Brieftaubenwart zum Übermitteln von Informationen und Befehlen. Der A7V ist ein aus Panzerplatten zusammengefügtes Gehäuse auf einem Kettenfahrgestell. Inklusive Besatzung hat er ein Gefechtsgewicht von 30 Tonnen. Sein Motor leistet 200 PS. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 16 Kilometer pro Stunde. Die Reichweite 70 Kilometer. Die Bewaffnung besteht aus einer in Belgien gefertigten Kanone und sechs Maschinengewehren. Jeweils zwei in den Seiten und zwei im Heck. Seine Panzerung ist bis zu 30 Millimeter dick. Die Ausführung Gretchen hat keine Kanone, dafür zwei zusätzliche Maschinengewehre im Frontbereich. Technologisch gesehen ist der A7V ein Erfolg. Kein Fahrzeug des Ersten Weltkriegs ist so stark gepanzert und übergleichbare Feuerkraft. Doch die produzierte Anzahl ist für einen erfolgreichen Panzerkrieg viel zu gering. Der Grund, Deutschland hat keinen Stahl mehr. Das deutsche Kriegsministerium ordnet am 20. September 1917 die Aufstellung der Sturmpanzerwagenabteilungen 1 und 2 an. Insgesamt sind bis dahin 20 A7V hergestellt. Doch gleich beim ersten Gefecht fallen von den fünf eingesetzten Sturmpanzerwagen drei wegen technischer Probleme aus. Und bei der erdrückenden Übermacht an hunderten feindlichen Panzern war ihr Einsatz von vornherein ein Himmelfahrtskommando. Von diesem A7V sind nur 20, 2-0, 20 im Einsatz gewesen. Und man muss sich vorstellen, dass die großen alliierten Panzeroffensiven, dass da drei, vierhundert zum Teil gleichzeitig angriffen. Drei, vierhundert. Auch wenn der A7V von außen sehr groß aussieht, sind die Verhältnisse innen mehr als beengt. Die Besatzung muss sich gebückt bewegen und als Kopfschutz unbedingt einen Stahlhelm tragen. Kommandant, Fahrer und Richtschütze haben gepolsterte Sitze. Die anderen müssen die Fahrt auf Munitionskisten sitzend oder stehend überleben. Man musste brüllen, der Kommandant von oben. Es war also eine Situation, die man sich vom heutigen Kampf- und Einsatzbild natürlich kaum vorstellen kann. Aber so war es. Und dann kam noch natürlich das Kippeln des Fahrzeuges. Man konnte sich zwar hier an diesem Knauf so ein bisschen festhalten, aber wenn es richtige Schläge gab, dann war unvermeidlich, dass man auch mal mit der Hand gegen den heißen Motor kam oder wie auch immer oder auch in anderen umgeschmissen hat. Dann waren ja die Luken möglichst geschlossen, aber wenn man was sehen wollte, machte man die kurz auf. Und in dem Moment, wo man sie aufmachte, musste man damit rechnen, dass da drauf geschossen wurde. Dann gingen Geschosse hier durch. Es gab Querschläger oder es warf jemand ganz einfach mal so eine schöne Handgranate rein. Die passt ja gut durch. Also verheerend. Im Sommer 1918 überrollen mehr als 400 alliierte Tanks die deutsche Front und fügen dem Kaiserreich in der Schlacht bei Armion eine schwere Niederlage zu. Der Anfang vom Ende des deutschen Heeres. Der Erste Weltkrieg kostet mehr als 15 Millionen Menschenleben. Der industrialisierte Krieg zeigt seine ganze Grausamkeit. Die Waffe Tarn wird als neue Hauptwaffe erkannt. Aber mit der Unterzeichnung des Versailler Vertrages 1919 wird die deutsche Armee massiv eingeschränkt. Klar war aber, diese Armee durfte keine Kampffahrzeuge haben, keine Panzer, keine schweren Geschütze, überhaupt nichts von dieser ganzen modernen Militärtechnik. Und ein überragend hoher Anteil im Vergleich zur anderen Armee in dieser Zeit war noch Kavallerie, also Pferde. Diese Armee wurde also eindeutig darauf getrimmt, altmodisch zu sein, um zu verhindern, dass sie ein Kern für den nächsten Krieg werden würde. Also die Alliierten haben großen Wert darauf gelegt, ja, ihr könnt eine Armee haben, aber wir achten darauf, dass sie nicht in der Lage sein wird, den nächsten Krieg zu beginnen. Der Vertrag gesteht den Deutschen auch keine praktischen Versuche mit der neuen Waffe Panzer zu. Das hinderte natürlich das Militär in keiner Weise daran. Die Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg, die waren ja drastisch und die mussten ausgewertet werden, sich genau anzuschauen und es gab da eine ganze Reihe von Leuten, die kompetent sich äußerten, wie zum Beispiel der damalige Hauptmann, später Major Volkheim. Der war deswegen unwahrscheinlich kompetent, weil er Kommandant eines A7V war. Das heißt, dem musste man nicht die Welt erklären, im Gegenteil, der hatte Ahnung. Und der hat dann in seinen Schriften auch Erfahrungen anderer Nationen ausgewertet, wie hat man Kampfpanzer einzusetzen, wie kann man Kampfpanzer abwehren oder wie auch immer. Und der war interessanterweise auch im intensiven Gespräch mit Guderian. Als der Schöpfer der neuen deutschen Panzerwaffe gilt gemein in der Heeresoffizier Heinz Guderian. Er fordert die Trennung von Panzern und herkömmlicher Infanterie. Als 1933 Adolf Hitler die Macht in Deutschland übernimmt, werden Guderians Theorien Wirklichkeit. Es soll eine ganz neue Truppengattung entstehen, die nach modernen taktischen Grundsätzen operiert. Das Interessante ist dann, als dann die Wehrmachtsführung und Adolf Hitler natürlich auch sich entscheiden mussten, dann baue ich die Panzer breit auf, gebe ich in die Infanteriedivisionen, wie das zum Beispiel die Briten und die Franzosen in erster Linie gemacht haben, die Panzer dort rein, auch relativ unbeweglich, hoch geschützt als Unterstützungswaffe, oder will ich eigenständig operieren. Und dann fiel ja die Entscheidung 1935, drei deutsche Panzerdivisionen aufzustellen. Das war es damals auch, um einen Effekt beim Gegner zu erzielen, oh, die bauen ja eine Schwerpunktwaffe auf. Deutschlands neue Panzertruppe wird mit dem Panzerkampfwagen 1 ausgestattet. Er wird in großen Stückzahlen gebaut und in Massenparaden vorgeführt. Hitler will so Deutschlands wiedererwachte Stärke demonstrieren. Der um 360 Grad drehbare Turm des Panzer 1 trägt die Hauptbewaffnung, zwei Maschinengewehre. Das Fahrwerk ist eine englische Traktorlizenzfertigung und nur bedingt für schweres Gelände geeignet. Der Panzer 1 hat zwei Mann Besatzung. Der Kommandant steht im Turm und bedient die beiden Maschinengewehre. Motorisiert ist der 5,4 Tonnen schwere Panzer mit einem 57 Meter starken Boxermotor. Dieser beschleunigt ihn auf 37 Kilometer pro Stunde. 144 Liter Benzin reichen für knapp 1 Kilometer Straßenfahrt. Bewaffnet mit zwei Maschinengewehren ist der Panzer 1 mit 13 Millimetern äußerst dünn gepanzert. Der Panzer 1 dient vor allem als Ausbildungsfahrzeug. So lange, bis die echten Panzer zur Verfügung stehen. Das Fahrzeug zeigt eine für die späteren deutschen Tanks typische Bauweise. Der Motor ist hinten eingebaut. Antrieb und Getriebe liegen vorne beim Fahrer. So kann er Steigungen von 58 Prozent bewältigen und Hindernisse von 36 Zentimetern überfahren. Neu ist, dass jeder Panzer mit einer eigenen leistungsstarken Funkanlage ausgestattet ist. Im Gegensatz zu ihren Gegnern können die deutschen Kommandanten so miteinander kommunizieren und Operationen von zentraler Stelle aus gelenkt werden. Die Führungsfähigkeit, das Tempo, Entscheidungen auch umzusetzen. Ich meine, es hilft ja nichts, wenn ich sage, ich habe eine tolle Idee, ich greife jetzt rechtsumfassend an und ich kann es meinen Leuten gar nicht beibringen. Ich kann da mit der Fahne wedeln und Drehbewegungen machen. Das kommt ja nicht an. Und brüllen hilft auch nichts, weil die alle weit weg sind. Wenn ich aber über Funk sage, so Männer, jetzt erster Zug rechtsumfassen, zweiter Zug voll, dritter Zug noch weiter umfassen bis zur Hügelkette links und so weiter. Das geht viel schneller. Trotz seiner Schwächen ist der Panzer 1 ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer schlagkräftigen deutschen Panzertruppe. Seine Weiterentwicklung ist der Panzerkampfwagen 2. Der große Unterschied sind ein starker 100 PS Motor und eine 2 Zentimeter Maschinenkanone. Gemeinsam sind Panzer 1 und 2 in den 1930er Jahren die Arbeitstiere der deutschen Panzertruppe. Die leichten Panzer werden in hohen Stückzahlen produziert, sind zuverlässig und allesamt mit Funkgeräten ausgestattet. Am 1. September 1939 beginnt der deutsche Angriffskrieg gegen Polen. Adolf Hitler hat den Zweiten Weltkrieg entfesselt. Die Speerspitze des Feldzugs ist dabei die schnelle deutsche Panzertruppe in engem Zusammenschluss mit der Luftwaffe. In bisher nicht gekanntem Tempo stürmen die deutschen Panzer vor. In wenigen Tagen werden weite Räume eingenommen. Polens Armee wird zerschlagen. Nach drei Wochen ist Polen besiegt. Der Mythos des Blitzkrieges entsteht. Das wäre mit Taktiken aus Deutsch-Französischer Krieg 7071 oder Erster Weltkrieg völlig schief gegangen, wenn man da also wieder wellenartig Infanterie verbracht hat. Das heißt, man hat dann also die bestehenden, damals 1. Panzerdivision 1939, hat man dann eben zusammen von vornherein vorgesehen, so wie mit einem heißen Messer, durch Butter hindurch den Gegner zu zerschlagen, einzukreisen und in seiner Gesamtoperationsfähigkeit von vornherein zu kontrollieren. Auf diesen Grundlagen entwickelt General Erich von Mannstein seinen Angriffsplan gegen Frankreich. Ebenso wie Guderian ist er ein Veteran des Ersten Weltkriegs. Mit einem Vorstoß durch die Ardennen will er den Gegner überraschen. Starke Panzerkräfte sollen schnell und tief ins Land vordringen, die Verteidiger einkesseln und zerschlagen. Doch mit den Panzern 1 und 2 verfügt die Wehrmacht lediglich über zwei leichte Waffenträger. Die Fahrzeuge sind nur Übergangslösungen. Zu schwach und verletzlich sind die kleinen Kampfwagen. Der neue Standardpanzer soll der Panzer 3 werden. Entwickelt wird er bereits 1936 von Daimler-Benz unter der Tarnbezeichnung Zugführerwagen. Doch aufgrund der Rohstoffknappheit werden bis zum Kriegsbeginn nur kleine Stückzahlen hergestellt. Die Besatzung wird deutlich aufgestockt. Statt zwei Mann im Panzer 1 kämpfen jetzt fünf Männer im Panzer. Angetrieben wird er knapp 22 Tonnen schwerer Panzer 3 von einem Maybach-Motor mit 300 PS. Damit beschleunigt er auf 40 Kilometer pro Stunde und hat einen Fahrbereich von 175 Kilometern. Anfangs ist der Kampfwagen mit einer kleinen 3,7 Zentimeter, später der 5 Zentimeter Kanone bewaffnet. Seine Panzerung beträgt 30 bis 60 Millimeter. Der Panzer 3 ist für den direkten Kampf Panzer gegen Panzer vorgesehen. Seine Bauart ist konventionell. Der große Drehturm befindet sich mittig auf dem Panzerkasten. Das Fahrwerk besteht aus fünf großen schraubengefederten Laufrollen pro Seite. Er ist schnell und sehr geländegängig. Der Panzer 3 ist in den Jahren 1941-42 der wichtigste deutsche Panzerkampfwagen. In seinen Theorien hat Guderian bereits 1930 zwei Panzertypen vorgesehen. Einen mit einer panzerbrechenden Kanone, den späteren Panzer 3, und dazu einen Unterstützungspanzer mit einer stärkeren Kanone, den Panzer 4. Wie der Panzer 3 hat auch der Panzer 4 fünf Mann Besatzung. Beide Kampfwagen weisen eine falsche Konzeption auf und unterscheiden sich äußerlich kaum. Der Panzer 4 soll dem Panzer 3 im Gefecht Rückhalt geben. Er soll die Ziele bekämpfen, die für den Panzer 3 zu stark sind. Dafür erhält der Panzer 4 als Hauptwaffe eine 7,5 Zentimeter Kanone. 1942 wird der Kampfwagen mit einer wesentlich stärkeren Kanone ausgerüstet. So soll er gegen die sowjetischen T-34 erfolgreich bestehen. Angetrieben wird er von einem 300 PS starken Maybach-Motor. Dazu kommt ein vereinfachtes Laufwerk mit acht kleinen, blattgefederten Doppelaufrollen pro Seite. Die Fahrgestelle aller Panzertypen dienen auch als Basis für weitere Kampf- und Unterstützungsfahrzeuge. Sturmgeschütze, Jagd- und Bergepanzer. Nach dem Sieg über Polen wendet sich Hitler 1940 gegen Frankreich. Mahnsteins Strategie hat Erfolg. Die Verteidiger haben keine Chance gegen die mit der deutschen Luftwaffe eng zusammenarbeitenden deutschen Panzer und ihrem Bewegungskrieg. Bei den Deutschen war es immer so, dass man Panzer, egal welchen Typs, immer zusammengefasst hat operieren lassen. Brutal zusammengefasst und immer Richtungen vorgegeben, immer Angriffsziele vorgegeben. Und alle anderen Waffen, bis 1941 in erster Linie Luftwaffe, weil die anderen nicht folgen konnten. Ab erst 1941 und 1942 gab es ja auch Panzergranadiere, zunächst mal auf diesen Halbkettenfahrzeugen. Die konnten zwar nicht neben den Panzern fahren, das wäre von der Gefährdung her nicht möglich gewesen, aber sie konnten das Tempo mitmachen, sie konnten folgen. 1941 dann der Angriff gegen die Sowjetunion. Auch hier stürmen die Panzer wieder vornweg. Die Schützenverbände können kaum folgen und bleiben mit ihren LKW oft im Schlamm stecken. Abhilfe schaffen Halbkettenfahrzeuge. Sie sind schnell, geländegängig und können bis zu zwölf Soldaten transportieren. Mit einem gepanzerten Aufbau und einer leichten Bewaffnung entsteht so die Idee des Schützenpanzerwagens. Das Sonderkraftfahrzeug 251 kann bis zu zwölf Mann Besatzung transportieren. 7,4 Tonnen schwer beschleunigt der Maybach-Motor mit 100 PS den mittleren Schützenpanzerwagen auf über 50 Kilometer pro Stunde. Auf der Straße kommt er damit 320 Kilometer weit. Jedes Fahrzeug ist mit zwei Maschinen ausgerüstet. Der Aufbau des Schützenpanzerwagens besteht aus einem stark abgewinkelten Aufbau aus Stahl. Das Fahrzeug 251 dient als Basis für eine ganze Reihe von teilweise hoch spezialisierten, gepanzerten Transport- und Unterstützungsfahrzeugen. Das Fahrzeug gibt es in den verschiedensten Ausführungen, je nach Einsatzzweck. Dabei laufen alle Schützenpanzerwagen zunächst als Grundvariante aus den Werkhallen. Erst danach erhalten sie ihren jeweiligen Aufbau. Es gibt Fahrzeuge mit 7,5 Zentimeter Kanone, Mess- und Fernsprechwagen, Flamm-, Beobachtungs- oder Flak-Panzerwagen. Oder das hier gezeigte Sonder-Kfz 251-7. Dabei handelt es sich um einen mittleren Pionierpanzerwagen, der Werkzeuge und Waffen transportiert. Zusätzlich führt das Fahrzeug zwei kleine Brückenteile mit einer Traglast von 8 Tonnen mit sich. Mit dem Sonderkfz 251 besitzt Deutschland als erste kriegführende Nation Schützenpanzerwagen. So wird die Infanterie schnell zum Schlachtfeld transportiert und kann abgesessen den Kampf aufnehmen. Dabei bietet der Schützenpanzerwagen den Soldaten Beweglichkeit und Panzerschutz. Die personellen Verluste reduzieren sich dadurch erheblich. Panzer 3 und 4 sind jetzt die wichtigsten Kampfwagen der Wehrmacht. Doch in Russland treffen sie auf einen modernen und überlegenen Gegner, den sowjetischen T-34. Dieser übertrifft sie in Panzerung und Feuerkraft. Besonders die starke 76,2 Millimeter Kanone des T-34 ist gefürchtet. Ihre Geschosse durchschlagen die Panzerung der deutschen Kampfwagen noch aus 1000 Meter Entfernung. Die Waffe des Panzer IV zeigt dagegen auch auf kurze Distanz kaum Wirkung gegen den T-34. Der neue Sowjetpanzer ist 1941 allen deutschen Panzern überlegen. Er ist einfach herzustellen und wird in riesigen Stückzahlen in die Schlacht geworfen. Der T-34 macht die deutschen Frontpanzer quasi über Nacht zu Alteisen. Es besteht dringender Handlungsbedarf für die Wehrmacht. Der Panther soll das Blatt wenden. Dieser Panzer war vom Gesamtsystem letztlich für alle weiteren Panzer auch nach dem Krieg Vorbild. Muss man so sagen. Das war ein Hauptkampfpanzer, der alle Aufgaben erfüllen konnte. Das konnten die anderen bisher nicht. Entweder sie waren stark geschützt, um die Kontrolle zu begleiten. Oder sie waren schnell, aber nicht so gut geschützt, um eigene Operationen durchzuführen. Der konnte alles. Fünf Mann Besatzung kämpfen im Panther. 45 Tonnen schwer beschleunigt er mit seinen 700 PS auf eine Höchstgeschwindigkeit von über 50 Kilometer pro Stunde. Auf der Straße kommt er somit rund 200 Kilometer weit. Bewaffnet ist er mit einer 75 Millimeter Hochleistungskanone und zwei Maschinengewehren. Die Panzerung des Panther ist bis zu 12 Zentimeter stark. Der Panther ist ein für deutsche Verhältnisse revolutionärer Entwurf. Analog zur Bauart der sowjetischen T-34 werden erstmals stark abgeschrägte Seitenflächen eingeführt. Das moderne Schachtellaufwerk weist außergewöhnlich gute Federungseigenschaften auf. Als Munition wird neben der herkömmlichen Panzergranate 39-42 eine Spezialgranate mit Wolframkern eingesetzt. Aus 500 Meter erzielen die deutschen Besatzungen eine Trefferquote von 100 Prozent. Überragend für die damalige Zeit war die 75 Millimeter Kanone Langrohr, die schon mit panzerbrechenden Geschossen damals Mündungsgeschwindigkeiten von 1000 Meter pro Sekunde und mehr erreichten. So kann er den T-34 mühelos knacken. Durch seine sehr starke Beschleunigung und dem guten Laufwerk ergibt sich für den Panther eine für seine Zeit hervorragende Geländegängigkeit. Als der Panther war hinsichtlich Beweglichkeit, 45 Tonnen, aber bis zu 700 PS, 600, 650 Dauerleistung, Höchstleistung 700 PS. Eine irrsinnige Beschleunigung, eine hohe Beweglichkeit auch durch die breiten Ketten. Wenn die Ketten breiter sind, kann man natürlich auch in versumpften, sandigem Gelände besser fahren, als wenn die Ketten schmal sind. Der Panther ist der Höhepunkt der deutschen Panzerentwicklung im Zweiten Weltkrieg. Er vereint große Feuerkraft, Beweglichkeit und Panzerschutz. Doch er entsteht unter einem enormen Zeitdruck und wird viel zu früh an die Front geworfen. Der Panzer ist noch nicht ausgereift. Achsen brechen, Motoren fangen Feuer, Ketten reißen. Der überhastete Einsatz fiel an Ausfällen und die Industrie kommt mit der Produktion kaum hinterher. Von Anfang 1943 bis zum Kriegsende wurden knapp 6000 Panther produziert. Da die Fertigung natürlich erst mal anlaufen musste, 1942, Ende 1942, hat man die deutschen Panzerregimente erst mal zweigeteilt weiterhin ausgestattet. Das heißt, das erste Bataillon, die erste Abteilung, hatte Panzerkampfwagen 5 Panther. Und die zweite Abteilung hatte dann Panzer IV und das blieb auch bis Ende des Krieges so. Aber in den Durchbruchphasen war der Panther vorn und der Panzer IV konnte eben Flankenschutz geben, umfassende Bewegungen durchführen. Die beiden Systeme ergänzten sich hervorragend. Aber der Panther war die Speerspitze der deutschen Panzerwaffe dann im Krieg ab 1943 beginnend. Erster Groß-Einsatz war ja Juli 1943 Kursk. Der Kampf im Kursker Bogen am 12. Juli 1943 gilt als die größte Panzerschlacht aller Zeiten. Hitler will in einer schnellen Zangenbewegung die Front begradigen und dabei große sowjetische Einheiten einkesseln und vernichten. Doch die kilometertiefe Verteidigung der Roten Armee kann nicht durchbrochen werden. Nach starken Gegenoffensiven brechen die Deutschen ihren Angriff ab. Die erhoffte Wende an der Ostfront tritt nicht ein. Neben dem Panther rollt ein weiterer neuer deutscher Panzerkampfwagen auf die Schlachtfelder. Der legendäre Tiger. Er soll mit seiner Panzerung und einer leistungsstarken 8,8 cm Kanone der Roten Armee den entscheidenden Schlag verpassen. Durch ihre herausragende Kampfkraft setzen Panther und Tiger bis zum Kriegsende neue Maßstäbe. Auch im Tiger kämpfen Fünfmann Besatzung. Er ist 57 Tonnen schwer. Allein der Turm wiegt 11 Tonnen. Mit seinen 700 PS ist er eher untermotorisiert und erreicht nur knapp 40 Kilometer pro Stunde. Auf der Straße erreicht das für gerade einmal 100 Kilometer. Die leistungsstarke 88 Millimeter Kanone kann auf 1000 Meter eine 10 Zentimeter starke Panzerung durchschlagen. Der Tiger selbst ist bis zu 11 Zentimeter stark gepanzert. Wie bei den meisten deutschen Panzern ist auch die Fertigung des Tigers technisch aufwendig, so dass riesige Stückzahlen wie beim sowjetischen T-34 nicht möglich sind. Mit seiner sehr starken Panzerung und den hervorragend ausgebildeten deutschen Besatzungen ist der Tiger, dem sowjetischen T-34, haushoch überlegen. Diesen vernichtet er aus einer Entfernung von 2000 Metern, während ihn der T-34 nur seitlich angreifen und aus einer Entfernung von 100 Metern wirklich gefährlich werden kann. Das lange, weit überstehende Kanonenrohr schränkt seine Bewegungs- und Kampffähigkeit in Wäldern und Städten allerdings stark ein. Hier kann er seine Feuerkraft nicht ausnutzen. Aber ein Antrag ist auch ein ganz anderer. Der Tiger war für andere operative Zwecke von vornherein entwickelt worden, nämlich um auf operativer Ebene, also Korps, Armee, manchmal auch Division, eine Durchbruchswaffe, eine sehr starke Waffe zu haben. Der Tiger war nicht für die Panzerregimenter vorgesehen, weil er viel aufwendiger zu fertigen war. Es dauerte viel länger, um einen Tiger fertig zu machen, als einen Panzer IV oder gar einen Panther, so dass man also den in einzelnen, sogenannten selbstständigen Abteilungen A-45 Stück zusammenstellte, die dann eben auf früherer Ebene eingesetzt wurden. Als Hauptwaffe führt der Tiger die legendäre 8-8. Dabei handelt es sich um eine modifizierte Ausführung der bekannten und auch schon zur Panzerabwehr erfolgreich eingesetzten 8,8 Zentimeter Flak. Die Kanone besitzt eine große Durchschlagsleistung und eine hohe Schussgenauigkeit. Zusammen mit der hochpräzisen Zieloptik liegt die Treffgenauigkeit beim ersten Schuss auf 1000 Meter Entfernung bei 93 Prozent. Dem Tiger folgt ab Mitte 1944 eine deutlich leistungsgesteigerte Variante. Der Tiger Ausführung B. Ehrfurchtsvoll taufen die Alliierten den Panzergiganten Königstiger. Um die neuen deutschen Panzer wirksam bekämpfen zu können, müssen die Alliierten den Einsatz erhöhen. Ein neu entwickeltes, unterkalibriges Hochgeschwindigkeitsgeschoss soll die Tiger knacken. Dadurch, dass es so schnell war, konnte es also hohe Panzerdicken auch durchdringen. Es ist dann reingegangen, zerlegte, also es war inert, das ist keine Sprengladung, aber hatte große Splitterwirkung und hat natürlich im Besatzungsraum dann Unheil angerichtet. Flitter trafen die Munition, die ging dann hoch, setzte um oder Betriebsstoff wurde getroffen. Durch die Splitter wurden Besatzungsmitglieder schwer verwundet oder wie auch immer. Also es war eine hohe Wirkung. Als der Krieg für Deutschland schon längst verloren ist, fordert Adolf Hitler immer neue, stärkere und vor allem größere Waffen. Kummersdorf, nahe Berlin. Spurensuche an einem äußerst geheimen Ort. Hier in der ehemaligen Heeresversuchsstelle wurden schon im Kaiserreich Artilleriegeschosse erprobt. Für das Dritte Reich ist Kummersdorf Militärforschungsstätte und Experimentierfeld für alle neuen Waffenentwicklungen. Vom Minenwerfer bis zum Raketen. Das Gelände ist noch heute ein Hochsicherheitstreit. Der Befugte ist der Zugang streng verboten, denn die ehemaligen Militäranlagen sind eintrittsgefährdet und der Boden voller hochexplosiver Munitionsreste. Mitten im Wald steht ein riesiges steinernes Skelett. Die sogenannte Maushalle. Gebaut für die Endmontage des größten Panzers der Wehrmacht. Ein 188 Tonnen schwerer Stahlgigant, erdacht von Hitlers Lieblingsingenieur Ferdinand Porsche. Der aus Tarnungsgründen Maus genannte Koloss soll an der immer schneller bröckelnden Ostfront die Rote Armee aufhalten. Die Maus hat Sechsmann-Besatzung. Viermal so schwer wie ein Panther treibt sie mit einem 1200 PS starken Verbrennungsmotor zwei Elektromotoren an. Diese treiben dann jeweils eine Laufwerksseite an. Das reicht für 20 Kilometer pro Stunde und eine Fahrstrecke von 186 Kilometer. Hohe Feuerkraft und eine schier unüberwindliche Panzerung. Dafür steht die Entwicklung von Ferdinand Porsche. Es ist der Panzer, der sinnbildlich für Hitlers Größenwahn und Gigantomanie steht. Porsches Riesenpanzer zeigt eine große kastenförmige Panzerwanne mit hinten liegendem Turm. Dieser ist 240 Millimeter stark gepanzert. Zudem ist der überschwere Kampfwagen bewaffnet wie ein Kriegsschiff. Seine Hauptbewaffnung ist eine 128 Millimeter Kanone. Eine Granate wiegt allein 70 Kilogramm. Taktisch machte der gar keinen Sinn. Also vom Militär aus gab es da sicherlich keine, die da sowas gefordert und befürwortet haben. Und war technisch interessant, weil unabhängige Antriebe für beide Seiten und so weiter. Aber meine Bewertung als Panzermann, Unsinn. Aber Hitler ist von den Prototypen Porsches überzeugt. Schnell wird ein erstes Fahrzeug gebaut. Der Panzer ist so schwer, dass er sich schon bei jeglichen Versuchsfahrten in die Erde gräbt. Ein irrwitziges Projekt. Porsche baut in kürzester Zeit zwei Versuchsfahrzeuge. Eines mit Gefechtsturm und eines mit Betonersatzturm für Testfahrten. Im Herbst 1944 werden die beiden Überpanzer dann zur Heeresversuchsstelle nach Kummersdorf verlegt. In unmittelbarer Nähe zur Montagehalle liegen Werkstätten für eine zukünftige Endfertigung der Giganten und eine Garage für die einsatzbereiten Riesenpanzer. Hier sollten die Kolosse auf ihren Transport zur Front warten. Doch im März 1915 wird die Rote Armee nach Kummersdorf vor. Einer der beiden Roten wird von seiner Besatzung zerstört. Die zweite Maus wird schwer. Dabei verliert Maus 1 ihren Gefechtsturm. Die Russen erbeuten die Überreste der beiden Panzer und rekonstruieren daraus ein funktionsfähiges Exemplar. Die Siegertrophäe wird von ihnen ausgiebig getestet. 1946 geht es dann für die Maus in Richtung Moskau. Dort steht sie bis heute im Panzermuseum Kubinka. Am 8. Mai 1945 kapituliert Deutschland bedingungslos. In Europa ist der Krieg zu Ende. Mehr als 60 Millionen Menschen sind tot. Große Teile der Welt liegen in Schutt und Asche. 1945 war nicht absehbar, dass es jemals wieder eine deutsche Armee geben würde. Die Alliierten, die die Kontrolle über das Deutsche Reich übernommen hatten, waren der Meinung und auch nachvollziehbar der Meinung, dass die Stärke der deutschen Armee im Staat immer zu diesen Kriegen geführt hat, die sie erlebt haben. Sie haben gedacht, dass die deutsche Armee 1914 dafür maßgeblich verantwortlich war, dass der Erste Weltkrieg ausgelöst wurde. Sie waren der Auffassung, dass die deutsche Armee maßgeblich mit dazu beigetragen hat, dass 1939 der Zweite Weltkrieg ausgelöst wurde. Und sie sind davon ausgegangen, wenn es wieder eine deutsche Armee geben würde, dann würde es sicher zu einem Dritten Weltkrieg führen. Und deswegen waren 1945 und auch in den Jahren danach die Überzeugung der Alliierten, dass es besser keine deutsche Armee geben sollte. Doch bereits 1955 wird eine neue deutsche Armee geschaffen, die Bundeswehr. Denn der Zweite Weltkrieg ist nahtlos in einen neuen Krieg übergegangen. Einen kalten Krieg zwischen Ost und West. NATO und Warschauer Vertrag belauern sich. Bei einem konventionellen Krieg wäre Europa zum Schlachtfeld für zwei riesige Panzerarmeen geworden. Mit Deutschland als Puffer mittendrin. Ich war in der Zeit ja erst Kompaniechef, später auch Ballionskommandeur. Wir hatten in dieser Zeit alle unsere Operationsgebiete festgelegt, streng geheim natürlich, grenznah. Der Gegner hatte Angriffssektoren. Zum Teil wurde uns das dann bekannt gegeben durch nachrichtendienstliche Erkenntnisse, wo er beispielsweise im Großraum Hannover-Hildesheim Durchbruchsabsichten gehabt hätte. Wir haben natürlich auch viele Sperranlagen dann gehabt, Minensperren vorgesehen. Aber die Russen hatten ja in Polen, in der Ukraine, die zweite strategische Staffel. Das heißt, die hätte in sehr kurzer Zeit, binnen weniger Wochen, hätte die auch nach vorne disloziert worden und hätte dann also gegen uns gegenüber eine zweifache oder dreifache Überlegenheit herbeigeführt. Die Gießerei einer süddeutschen Maschinenfabrik. Stahlkocher verrichten bei glühender Hitze ihre anstrengende Arbeit. Immer wieder werden Proben entnahmen, denn beim Guss des schwersten und teuersten Hartdorchers muss die Regierung stimmen. Die neue deutsche Panzertruppe beginnt bei Null. Anfangs mit schwerem US-Gerät ausgerüstet, wird bald ein eigener Kampfpanzer entwickelt und gebaut. Der Leopard. Wichtigste Forderung der Bundeswehr, er soll vor allem schnell und damit hochbeweglich sein. 1965 läuft die Serienproduktion des Leopard an. Am 9. September wird das erste Fahrzeug an die Panzertruppe der Bundeswehr ausgeliefert. Der neue Kampfpanzer ist ein Erfolg. Auch international. Von 1964 bis 1984 werden 4744 Leopard gebaut. Damaliger Stückpreis rund 950.000 D-Mark. Im September 1977 wird dann sein Nachfolger Leopard 2 vorgestellt. Seitdem heißt der erste Bundeswehr-Leopard Leopard 1. So gesehen wirken sie einfach, die 17 Takte der Panzermontage. Was wir nicht sahen, viele Jahre Entwicklung, Dauerversuche von der Arktis bis in tropische Verhältnisse. Ergebnis? Ein Panzer, den auch andere hoch einschätzen. Der Leopard 1 ist ein konventioneller Turmpanzer mit einer Vier-Mann-Besatzung. Angetrieben von einem 830 PS starken Motor von Daimler-Benz kann der Panzer auf 65 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Mit einer Tankfüllung hat der Leopard 1 auf der Straße eine Reichweite von gut 560 Kilometern. Die Hauptbewaffnung ist die Hochrasanzkanone mit 105 Millimetern Durchmesser. Die Wanne besteht aus geschweißtem Panzerstahl mit einer 70 Millimeter starken Bugpanzerung. Die Seiten sind im Schnitt 35 Millimeter stark gepanzert. Durch den Aufbau eines Unterwasserfahrschachtes und der Tauchhydraulik können Gewässer bis zu einer maximalen Tiefe von 4 Metern durchfahren werden. Danach ist der Panzer nach einer kurzen Vorbereitung wieder einsatzbereit. Auf einem privaten Panzerübungsplatz fährt Oberst AD Wolfgang Schneider einen der wenigen Leopard 1, die sich in privater Hand befinden. Wolfgang Schneider führte ein Panzerbataillon der Bundeswehr und hat sich als Historiker ausführlich mit Kampfpanzern beschäftigt. Mit dem Leopard 1 war er mehr als 15 Jahre im Einsatz und hat mit ihm den Kalten Krieg hautnah erledigt. Später war der Oberst, dann in die Erprobung des Nachwärts und die jeweiligen Kampfwertsteigerungen beider Waffensysteme mit eingebunden. Er kennt den Leopard 1 in- und auswendig. Die Schutzwirkung beim Fahrzeug muss man in der jeweiligen Zeit sehen. Ein Großteil der Bedrohungen hielt der Leopard 1 durchaus stand. Aber der Schutz eines Fahrzeuges ist immer abhängig von der Bedrohung. Und das ist immer eine Wechselwirkung. Die wird es auch immer weitergeben. Deswegen gibt es Modernisierungsschritte, Weiterentwicklungsschritte, um eben dann standzuhalten, erhöhten und größeren Bedrohungen. Insofern ist der Wettlauf, Schutz, Wirkung mit dem Leopard 1 nicht zu Ende gewesen, sondern es war eine nächste Stufe. Und die ging weiter mit dem Leopard 2 und die ging weiter mit Modernisierung und Kampfwertsteigerung. Geht immer weiter. Der Leopard 2, der dann in heutiger Zeit eingesetzt ist, ist mit dem, der 1980 in die Truppe kam, nicht vergleichbar. Leopard 1 und Leopard 2 sind Kinder des Kalten Krieges. Es war die Zeit, als sich Ost- und Westwaffen starrend an der innerdeutschen Grenze gegenüberstanden. Und für beide Seiten war klar, in einem konventionellen Krieg würden die schweren Kampfpanzer die Schlacht entscheiden. Vor mehr als 100 Jahren begann die Geschichte der Panzer. Sie veränderten die Kriegsführung für immer. Im modernen Krieg setzen sie den Grundsatz Feuer und Bewegung perfekt um. Kampfpanzer aus deutscher Produktion gehören dabei bis heute zu den gefährlichsten und effektivsten Kriegswaffen der Welt. Untertitelung des ZDF, 2020 Drs. torDonne Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Diesem Traum sind Forschende der Kalifornischen National Ignition Facility seit mehr als zehn Jahren auf der Spur. Allerdings mussten sie für den Prozess bisher mehr Energie aufwenden, als am Ende dabei herauskam. Doch inzwischen wollen die US-Wissenschaftler das scheinbar Unmögliche geschafft haben, einen Energieüberschuss, wenn auch im Kleinen. Es ist das erste Mal, dass es überhaupt einem Forschungslabor gelungen ist, egal wo auf dieser Welt. Einfach ausgedrückt, es ist eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts. Anders als bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken besteht bei der Kernfusion keine Gefahr eines nuklearen Unfalls. Sie gilt als sauber und sicher und erzeugt mit einem Gramm Brennstoff etwa so viel Energie wie elf Tonnen Kohle. Für ihre Experimente verwendeten die Forscher die stärkste Laseranlage der Welt, um winzige Mengen von Wasserstoff in 100 Millionen Grad heißes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzen 200 Laserstrahlen das Innere eines nur Millimeter großen Behälters und setzten enorme Mengen an Energie und Wärme frei. Auf diese Weise wurde in Kalifornien unterm Strich angeblich 20 Prozent mehr Energie erzeugt als eingespeist. Ich halte das Ergebnis für wissenschaftlich sehr interessant und spannend und es zeigt auch den Weg auf sozusagen Richtung Kernfusion. Ein Durchbruch von der Art, dass man jetzt schon morgen den Kernfusionsreaktor haben würde, ist es nicht. Bis zu einer industriellen und rentablen Nutzung der Kernfusion rechnen auch die US-Wissenschaftler mit weiteren 20 bis 30 Jahren Forschung und Entwicklung. Polizei und Staatsanwaltschaft haben heute Morgen elf Wohnungen und Räume von Mitgliedern der sogenannten letzten Generation in mindestens sechs Bundesländern durchsucht. Grund seien mehrere Attacken der Klimaaktivisten auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird ermittelt wegen Störung öffentlicher Betriebe und des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Gruppe selbst sprach von einem Einschüchterungsversuch. Und Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat heute die Durchsuchungen bei den radikalen Klimaschutzdemonstranten ausdrücklich begrüßt. Ich will ausdrücklich ebenfalls begrüßen, dass heute Morgen in Deutschland umfassende Hausdurchsuchungen stattgefunden haben gegen die sogenannten Klimaaktivisten. Also diejenigen, die sich hier in den letzten Wochen ständig auf Straßen und auf Flughäfen festgeklebt haben. Das hat mit Klimaschutz nichts mehr zu tun. Das sind ebenfalls schwere Straftaten, Eingriffe in den Strafverkehr, gefährliche Eingriffe in den Luftverkehr, Nötigung, Hausfriedensbruch, Straftatbestände gegen Leib und Leben der Bevölkerung. Auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Das tut er. Ich begrüße das ausdrücklich. Damit ist nicht verbunden eine irgendwie geartete Einschränkung des Demonstrationsrechts. Jeder hat in diesem Land das Recht zu sagen und zu denken, was er will. Aber er muss sich dabei an die Regeln unseres Rechtsstaates halten. Und wenn jemand das mit Gewalt nicht mehr tut, dann muss der Staat seinerseits sein Gewaltmonopol anwenden und durchsetzen. Der verurteilte Synagogenattentäter von Halle, Stefan Baillet, hat gestern Abend versucht, aus dem Hochsicherheitsgefängnis Burg bei Magdeburg auszubrechen. Es war bereits ein zweiter Fluchtversuch. Dieses Mal brachte er zwei JVA-Bedienstete in seine Gewalt. Nach Weltinformationen mit einer selbstgebauten Schusswaffe. Bundesinnenministerin Nancy Faeser rief die Verantwortlichen dazu auf, die Sicherheitsmaßnahmen in Justizvollzugsanstalten zu überprüfen. Die JVA Burg ist das größte und modernste Hochsicherheitsgefängnis in Sachsen-Anhalt. Und doch gelang es einem der Insassen, Stefan Baillet, zwei Justizvollzugsbeamte als Geisel zu nehmen. Bedroht sie mit einer selbstgebauten Waffe, will so aus dem Gefängnis ausbrechen. Im Innenbereich der Anstalt ist der Gefangene so dann nicht weiter vorangekommen. Und durch die geschulte Ansprache von Bediensteten ist es gelungen, gegen kurz nach halb zehn den Gefangenen durch Justizvollzugsbedienstete der JVA Burg zu überwältigen. Dabei wird der 30-Jährige leicht verletzt. Baillet gilt als unkooperativer und schwieriger Häftling. Deutschlandweit wird er als Attentäter von Halle bekannt. Am 9. Oktober 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, versucht er die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelingt, aufs Gelände zu kommen, ermordet er vor der Synagoge eine Passantin und in einem Imbiss einen 20-Jährigen. Bei Je wird zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach dem Vorfall fordert Bundesinnenministerin Faeser, die Gefängnisbetreiber auf, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Das ruft diejenigen auf, die Gefängnisse verantworten in Deutschland, auch da nochmal sehr genau hinzugucken. Insbesondere bei so jemandem wie dem Attentäter von Halle, wo wir wissen, dass er schon mal versucht hat, werden zu... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einen wunderschönen guten Morgen zu die Welt am Morgen. Ja, der erste WM-Finalist, er steht fest. Dank der Glanzleistung von Kapitän Lionel Messi konnten die Argentinier Kroatien gestern mit 3 zu 0 aus dem Stadion fegen. Auch vor den Rängen gab es Unterstützung, keine Fangruppe ist in Katar so stark vertreten. Am Sonntag soll es dann für Argentinien mit dem ersten WM-Sieg seit 36 Jahren klappen. Hunderttausende versammeln sich nach dem Abpfiff in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Eine gewaltige Menschenmenge rund um den großen Obelisken im Stadtzentrum. Riesenjubel, die Stimmung kocht. Man of the Match, Lionel Messi. Ich fühle mich sehr gut, sagt er nach dem Spiel. Er sei glücklich, dass er seiner Mannschaft helfen konnte. Sie wüssten, wozu sie noch im Stande seien. Für Messi war es bereits das 25. WM-Spiel. Mit dem bisherigen Rekordspieler Lothar Matthäus hat er damit gleichgezogen. Und es war wieder sein Abend. Tor Messi durch ein Vorlaufmeter in der 34. Minute. Danach zweimal Julian Alvarez in der 39. und der 69. Minute. In Argentinien hoffen sie, dass bald noch mehr kommt. Messi ist für seine Landsleute schon jetzt unsterblich. Favorit gegen Außenseiter im zweiten WM-Halbfinale tritt Frankreich heute Abend gegen Marokko an. Doch das Spiel birgt Sprengstoff. Auf den Champs-Élysées in Paris patrouillieren jetzt schon, sollte hatten. In Frankreich werden schwere Ausschreitungen befürchtet. Egal, wer gewinnt. Zehntausende Polizisten sollen landesweit für Sicherheit sorgen. Auch in Holland und Belgien. Dort leben besonders viele Menschen mit marokkanischen Wurzeln. Bereiten sich die Behörden auf Ausschreitungen vor. Mit Temperaturen von bis zu minus 20 Grad wird in Deutschland gerade ordentlich gebibbert. Von Süden zieht jetzt sogar Eisregen auf. Vom Deutschen Wetterdienst gibt es eine Unwetterwarnung. Und im Berufsverkehr kann es zu erheblichen Behinderungen kommen. Im Norden sind die Straßen schon jetzt verdammt glatt. Dort hat die Feuerwehr- und Polizeieinsatzstress bereits begonnen. Immer wieder muss die Feuerwehr bereits am Abend in Schleswig-Holstein ausrücken. Wie hier auf der L193 bei Flensburg. Ein Minivan rutscht von der spiegelglatten Straße. Glück für die beiden Insassen. Sie werden nur leicht verletzt. Kurz darauf knallt es nur einen Kilometer entfernt schon wieder. Der Fahrer eines VW Golfs verliert die Kontrolle und kracht gegen einen Baum. Diesmal bleiben beide Insassen unverletzt. Die vereisten Fahrbahnen auch für die Helfer eine Herausforderung. Es war spiegelglatt bei der Anfahrt. Wir haben uns mit 20 kmh pro Stunde hierher getastet, um an die Unfallstelle zu kommen. Entwarnung gibt es zunächst nicht. Meteorologen waren vor Eisregen, also vor gefrierendem Regen oder Nässe. Der könnte vor allem im Süden Deutschlands die Straßen noch bis Donnerstag in gefährliche Rutschbahnen verwandeln. Nicht nur die Opposition, auch die eigenen Koalitionspartner machen inzwischen Druck auf Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die Modernisierung der Bundeswehr schneller voranzutreiben. Man braucht jetzt Tempo, sagt der FDP-Fraktionschef Dürr der Funke Mediengruppe. Lambrecht müsste die Modernisierung der Bundeswehr zur absoluten Priorität erklären. Der grünen Co-Vorsitzende Nouripour nannte es elementar, die Truppe so aufzustellen, dass die Bündnis- und Landesverteidigung gewährleistet seien. Heute sollen die Fachausschüsse des Bundestages grünes Licht geben für umfangreiche Rüstungsprojekte. Gesamtwert dabei 15 Milliarden Euro. Größter Posten sind dabei die ersten Zahlungen für die Anschaffung des Tarnkappenjets F-35. Tja und in Brüssel sind die Beratungen der EU-Mitgliedsländer über einen europaweiten Gaspreisdeckel am Abend erneut ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Ein Grund dafür sind auch Vorbehalte der Bundesregierung. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte, man sei sich bei vielen Themen einig, die Kernfragen seien aber immer noch ungeklärt. Die Verhandlungen sollen kommende Woche weitergehen. Notfalls kann es dann auch eine Mehrheitsentscheidung geben. Vor allem Griechenland, Belgien und Italien wollen eine Preis-Obergrenze durchsetzen. Deutschland geht es dagegen darum, dass es genügend Gas zu kaufen gibt. Der Preis wäre dabei nicht so wichtig. Mehrjährige Haftstrafen für alle acht Angeklagten im Prozess um das Nizza-Attentat. Die Strafen fallen höher aus, als Opferanwälte und Hinterbliebene es erwartet hatten. Die Verurteilten gelten als Unterstützer des Attentäters, der am 14. Juli 2016, dem französischen Nationalfeiertag, mit einem Lkw in eine Menschenmasse raste. 86 Menschen wurden dabei getötet und über 200 weitere verletzt, wie Sven de Homburg berichtet. Rund sechseinhalb Jahre nach dem Lkw-Attentat in der französischen Stadt Nizza wurden alle acht Angeklagten für schuldig befunden. Zwei wurden wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 18 Jahren Haft verurteilt. Ein weiterer muss für zwölf Jahre ins Gefängnis wegen Beschaffung der Schusswaffe des Attentäters. Die anderen fünf Beschuldigten sollen wegen Beteiligung daran zwischen zwei und acht Jahre in Haft. Das Urteil ist insofern bemerkenswert, als die Richter ein höheres Strafmaß verhängt haben, als von der Staatsanwaltschaft beantragt. Die Forderung war bei 15 Jahren für die zwei Hauptangeklagten. Die Richter haben 18 Jahre verhängt. Vor dem Gerichtssaal herrscht nach Urteilsverkündung überwiegend Erleichterung unter den 2000 Nebenklägern, Angehörigen und Überlebenden. Das Urteil ist zufriedenstellend, aber es ist trotzdem ein extrem harter, schwer zu ertragender Tag. Sechseinhalb Jahre sind eine lange Zeit, aber das hat meine Wunden nicht heilen lassen. Ich werde nie damit abschließen können. Am französischen Nationalfeiertag, dem 14. Juli, raste der tunesischstämmige Attentäter auf der vielbesuchten Promenade mit einem tonnenschweren Lastwagen in eine Menschenmenge und feuerte mit einer Schusswaffe um sich. Bei dem Terroranschlag stammen 86 Menschen, darunter zwei Schülerinnen und eine Lehrerin aus Berlin. Mehr als 200 Menschen wurden bei der Tat, die der IS später für sich reklamierte, verletzt. Wie konnte ein verurteilter Mörder und Attentäter im sichersten Gefängnis Sachsen-Anhalts eine Art Pistole selber bauen und zwei Justizbeamte als Geisel nehmen? Nach dem glücklicherweise missglückten Fluchtplan von Stefan Balit stellt sich nun aber die Frage, ob er in der JVA in Burg bei Magdeburg ausreichend überwacht und gesichert ist. Im Oktober 2019 verübte der 30-Jährige einen Terroranschlag auf eine Synagoge in Halle und ermordete auf der Straße zwei Menschen. Doch auch mit lebenslanger Haft stellt er offenbar weiter ein Sicherheitsrisiko dar, wie Antje Dietrichs berichtet. Die JVA Burg ist das größte und modernste Hochsicherheitsgefängnis in Sachsen-Anhalt. Und doch gelang es einem der Insassen, Stefan Bayer, zwei Justizvollzugsbeamte als Geisel zu nehmen. Bedroht sie mit einer selbstgebauten Waffe, will so aus dem Gefängnis ausbrechen. Im Innenbereich der Anstalt ist der Gefangene so dann nicht weiter vorangekommen. Und durch die geschulte Ansprache von Bediensteten ist es gelungen, gegen kurz nach halb zehn den Gefangenen durch Justizvollzugsbedienstete der JVA Burg zu überwältigen. Dabei wird der 30-Jährige leicht verletzt. Bayer gilt als unkooperativer und schwieriger Häftling. Deutschlandweit wird er als Attentäter von Halle bekannt. Am 9. Oktober 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, versucht er die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelingt, aufs Gelände zu kommen, ermordet er vor der Synagoge eine Passantin und in einem Imbiss einen 20-Jährigen. Bayer wird zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach dem Vorfall fordert Bundesinnenministerin Faeser die Gefängnisbetreiber auf, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Das ruft diejenigen auf, die Gefängnisse verantworten in Deutschland, auch da nochmal sehr genau hinzugucken. Insbesondere bei so jemandem wie dem Attentäter von Halle, wo wir wissen, dass er schon mal versucht hat, während des Prozesses zu fliehen. Stefan Bayer ist inzwischen in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht worden, wird rund um die Uhr beobachtet. Wie es zu der Geiselnahme kommen konnte, wird jetzt ermittelt. Viele offene Fragen. Ist der Strafvollzug wirklich sicher genug? Das haben wir Passanten mal gefragt. Hier kommt Ihre Stimme. Aus meiner Sicht müsste die Justiz auf jeden Fall strikter und konsequenter handeln und vor allen Dingen jetzt losgelöst von diesem Fall auch mehr dem Gerechtigkeitsempfinden des Volkes folgen. Wenn man ohnehin weiß, dass er bastlerisch, sag ich jetzt mal, sehr gut veranlagt war, um auch die Waffen, die er in Halle eingesetzt hat, hat er selbst gebaut, dann sollte man eben auch schon darauf kommen, dass er durchaus in der Lage ist, mit den Gegenständen, die eben in der Haftanstalt zur Verfügung stehen, weiterhin Unsinn zu machen. Ja, ich sage immer wieder, es sind alles nur Menschen, auch in den Gefängnissen arbeiten nur Menschen und die Justiz müsste vielleicht ein bisschen strenger werden. Nach meiner Meinung versuchen die alle ihr Bestes, strengen sich so an, so gut wie es geht und das ist halt wirklich so, das weiß ich aus beruflicher Erfahrung auch, dass die sehr überlastet sind, die Justiz und auch die Justizvollzugsanstalten und dass man da eigentlich keine Vorwürfe machen sollte. Ich habe 20 Jahre in der forensischen Klinik gearbeitet und muss sagen, ja, die sind sicher. Alles in allem muss man sich das natürlich angucken, woran es gelegen hat, was da los war und einfach pauschal jetzt zu urteilen, um wieder zu sagen, wir machen alles doof, das ist ja auch nicht richtig. Bei den normalen Insassen ist der Dialog wichtiger als die Stränge. Man wird zu hart behandelt, um wieder resozialisiert zu werden, aber auf der anderen Seite, dass man sich eine Waffe bauen kann. Wie passiert das? Wie kommt es dazu? Wird nicht genug aufgepasst? Oder was ist da los? Kommen wir nun zur Forschung. Denn US-Forschern ist nach eigenen Angaben möglicherweise ein historischer Durchbruch bei der Kernfusion gelungen. Sie erzeugten mit einem experimentellen Fusionsreaktor zum ersten Mal mehr Energie, als während des Prozesses reingesteckt wurde. Das ist ein wichtiger Schritt, um wirklich eines Tages klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen zu erzeugen. Doch der Weg dahin, der ist noch weit, wie Peter Hantjes weiß. Was wäre, wenn wir wie die Sonne endlos Energie erzeugen könnten? Diesem Traum sind Forschende der Kalifornischen National Ignition Facility seit mehr als zehn Jahren auf der Spur. Allerdings mussten sie für den Prozess bisher mehr Energie aufwenden, als am Ende dabei herauskam. Doch inzwischen wollen die US-Wissenschaftler das scheinbar Unmögliche geschafft haben, einen Energieüberschuss, wenn auch im Kleinen. Es ist das erste Mal, dass es überhaupt einem Forschungslabor gelungen ist, egal wo auf dieser Welt. Einfach ausgedrückt, es ist eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts. Anders als bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken besteht bei der Kernfusion keine Gefahr eines nuklearen Unfalls. Sie gilt als sauber und sicher und erzeugt mit einem Gramm Brennstoff etwa so viel Energie wie elf Tonnen Kohle. Für ihre Experimente verwendeten die Forscher die stärkste Laseranlage der Welt, um winzige Mengen von Wasserstoff in 100 Millionen Grad heißes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzten 200 Laserstrahlen das Innere eines nur Millimeter großen Behälters und setzten enorme Mengen an Energie und Wärme frei. Auf diese Weise wurde in Kalifornien unterm Strich angeblich 20 Prozent mehr Energie erzeugt als eingespeist. Ich halte das Ergebnis für wissenschaftlich sehr interessant und spannend und es zeigt auch den Weg auf sozusagen Richtung Kernfusion. Ein Durchbruch von der Art, dass man jetzt schon morgen den Kernfusionsreaktor haben würde, ist es nicht. Bis zu einer industriellen und rentablen Nutzung der Kernfusion rechnen auch die US-Wissenschaftler mit weiteren 20 bis 30 Jahren Forschung und Entwicklung. Nun ist klar, die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass viel mehr ältere Menschen einsam waren. Das belegen nach Angaben des Redaktionsnetzwerks Deutschland neue Zahlen aus dem Familienministerium. Bei den 60 bis 69-Jährigen war im Corona-Sommer 2020 demnach der Anteil der Menschen, die sich einsam fühlten, mit 13,1 Prozent am höchsten. Inzwischen geht es vielen allerdings wieder besser. Ausnahmen sind die Hochbetagten ab 85. Isolation, Krankheit und kaum Besuch, viele haben sich von den psychischen Folgen von Corona noch immer nicht erholt. In einem ersten Cum-Ex-Prozess ist der Angeklagte zu lange Haft verurteilt worden. Bei diesen Geschäften war der Staat um Milliarden geprellt worden. Acht Jahre soll Hanno Berger hinter Gittern, eine der zentralen Figuren. Außerdem muss er über 13 Millionen Euro zahlen, so das Landgericht Bonn. Bei den Cum-Ex-Geschäften wurden Aktien hin und her geschoben, um sich Steuern doppelt erstatten zu lassen. Lange wurde das geduldet, erst 2021 erklärte der Bundesgerichtshof das zu einem Verbrechen. Berger hatte sich da schon lange in die Schweiz abgesetzt, wurde dieses Jahr aber ausgeliefert. Das jetzige Urteil kann er noch anfechten. Berger selbst steht noch in anderen Fällen vor Gericht. Viele weitere Prozesse wegen Cum-Ex-Geschäften stehen in Deutschland ebenfalls noch bevor. Wir sehen uns gleich wieder mit den neuesten Nachrichten. Bleiben Sie bei uns. Am Mittwoch fällt im Süden Schnee, Schnee, Regen und Regen. Da der Boden noch eisig kalt ist, muss man mit Glatteis rechnen. Sonst ist es trocken und recht schön. Am Nachmittag bleibt es nördlich des Mainz auch so. Südlich davon schneit es. Zwischen Donau und Alpen geht der Schnee in Regen über. Hier bleibt es weiterhin glatt. Noch gibt es vor allem in der Mitte und im Osten verbreitet Dauerfrost. Aber ganz im Süden steigen die Temperaturen an auf plus 4 bis plus 5 Grad. Am Donnerstag fällt im Süden letzter Niederschlag, dann wird es trockener. Aber am Freitag setzt von Süden her erneut Schneefall ein. Das Wochenende wird trocken, nach Nebel sonnig, aber die Nächte bringen wieder ordentlich Frost. Die geheimen Akten der NASA. Heute auf Welt. Das ist Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro. Mit Makrofokus kannst du kleinste Details sehen. Superscharfe Nahaufnahmen machen. Mit Super Resolution zoomen. Dinge verschwinden lassen. Mit dem magischen Radierer. Sprachen verstehen. Beim Lesen, Sprechen oder Chatten. Mit Live-Übersetzung. Und bis zu 72 Stunden unterwegs sein. Bei Verwendung des Extrem-Energiespar-Modus direkt nach dem Aufladen. Mach Nahaufnahmen, dass Dinge verschwinden und verstehe fremde Sprachen. Mit dem Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro. Erschaffe neue Erinnerungen. Dein Roborock hilft dir dabei. Während der festlichen Zeit des Jahres musst du kein Finger mehr rühren. Roborock. Nur eine von vielen zauberhaften Veränderungen. Dieses Weihnachten schenkt ihr anders. Und findet bei eBay einzigartige Second-Hand-Geschenke. Egal wie ihr dieses Jahr feiert. Ihr macht das Beste draus. eBay. Das seid ihr. Mein Traum. Segel setzen. Für einen sauberen Seetransport. Das ist Zeit. Ihr neuer Schlitten. Immer noch keine Kurven. Und kein Fahrer. Willkommen in der Zukunft. Sim. Ohne Salabim. Jetzt bei Blau. All Net Flat mit 12 Gigabyte LTE für 9,99 Euro pro Monat. Der Tarif ohne Hokuspokus. Weniger Blau. Mehr Blau. Das ist für alle, die scharfe Messer lieben. Für alle, die genauer hinschauen. Für die, die nichts dem Zufall überlassen. Das ist unsere Idee vom perfekt geschärften Messer. Der Horl 2 Rollschleifer. Gönnt euch. Und dann legt er den Arm um mich und es war echt süß. Hey Mama. Danke Papa fürs Abholen. Weil Familie das Größte ist. Und wir sind mittendrin. Skoda. Simply clever. Zum Beispiel mit dem Skoda Kamiq. Schon ab 199 Euro im Monat. Ein fantastisches Auto. Ein außerirdisches Raumschiff. Eine super Fabrik. Eine Menge Kohle. Ein Lautsprecher in der Größe eines Hauses. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Eines der größten UFO-Rätsel aller Zeiten. Von 0 auf 100 in 2,9 Sekunden. Wir befinden uns in der vierten industriellen Revolution. Unser Geschäft ist das Geld verdienen. Unser Geschäft ist das Geld verdienen. Und dukst das Geld verdienen. Und dukst das Geld verdienen. Einen wunderschönen guten Morgen zu die Welt am Morgen. Der erste WM-Finalist, er steht fest. Dank der Glanzleistung von Kapitän Lionel Messi konnten die Argentinier Kroatien gestern mit 3 zu 0 aus dem Stadion fegen. Auch vor den Rängen gab es Unterstützung. Keine Fangruppe ist in Katar so stark vertreten. Am Sonntag soll es dann für Argentinien mit dem ersten WM-Sieg seit 36 Jahren klappen. Hunderttausende versammeln sich nach dem Abpfiff in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Eine gewaltige Menschenmenge rund um den großen Obelisken im Stadtzentrum. Riesenjubel, die Stimmung kocht. Man of the Match, Lionel Messi. Ich fühle mich sehr gut, sagt er nach dem Spiel. Er sei glücklich, dass er seiner Mannschaft helfen konnte. Sie wüssten, wozu sie noch imstande seien. Für Messi war es bereits das 25. WM-Spiel. Mit dem bisherigen Rekordspieler Lothar Matthäus hat er damit gleichgezogen. Und es war wieder sein Abend. Tor Messi durch einen Vorlaufmeter in der 34. Minute. Danach zweimal Julian Alvarez in der 39. und der 69. Minute. In Argentinien hoffen sie, dass bald noch mehr kommt. Messi ist für seine Landsleute schon jetzt unsterblich. Favorit gegen Außenseiter im zweiten WM-Halbfinale tritt Frankreich heute Abend gegen Marokko an. Doch das Spiel birgt Sprengstoff. Auf den Champs-Élysées in Paris patrouillieren jetzt schon sollte hatten. In Frankreich werden schwere Ausschreitungen befürchtet, egal wer gewinnt. Zehntausende Polizisten sollen landesweit für Sicherheit sorgen. Auch in Holland und Belgien, dort leben besonders viele Menschen mit marokkanischen Wurzeln, bereiten sich die Behörden auf Ausschreitungen vor. Mit Temperaturen von bis zu minus 20 Grad wird in Deutschland gerade ordentlich gebibbert. Von Süden zieht jetzt sogar Eisregen auf. Vom deutschen Wetterdienst gibt es eine Unwetterwarnung. Und im Berufsverkehr kann es zu erheblichen Behinderungen kommen. Im Norden sind die Straßen schon jetzt verdammt glatt. Dort hat die Feuerwehr- und Polizeieinsatzstress bereits begonnen. Immer wieder muss die Feuerwehr bereits am Abend in Schleswig-Holstein ausrücken. Wie hier auf der L193 bei Flensburg. Ein Mini-Van rutscht von der spiegelglatten Straße. Glück für die beiden Insassen, sie werden nur leicht verletzt. Kurz darauf knallt es nur einen Kilometer entfernt schon wieder. Der Fahrer eines VW Goals verliert die Kontrolle und kracht gegen einen Baum. Diesmal bleiben beide Insassen unverletzt. Die vereisten Fahrbahnen auch für die Helfer eine Herausforderung. Es war spiegelglatt bei der Anfahrt. Wir haben uns mit 20 kmh pro Stunde hierher getastet, um an die Unfallstelle zu kommen. Entwarnung gibt es zunächst nicht. Meteorologen waren vor Eisregen, also vor gefrierendem Regen oder Nässe. Der könnte vor allem im Süden Deutschlands die Straßen noch bis Donnerstag in gefährliche Rutschbahnen verwandeln. Nicht nur die Opposition, auch die eigenen Koalitionspartner machen inzwischen Druck auf Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die Modernisierung der Bundeswehr schneller voranzutreiben. Man braucht jetzt Tempo, sagt der FDP-Fraktionschef Dürr der Funke Mediengruppe. Lambrecht müsste die Modernisierung der Bundeswehr zur absoluten Priorität erklären. Der grünen Co-Vorsitzende Nouripour nannte es elementar, die Truppe so aufzustellen, dass die Bündnis- und Landesverteidigung gewährleistet sei. Heute sollen die Fachausschüsse des Bundestages grünes Licht geben für umfangreiche Rüstungsprojekte. Gesamtwert dabei 15 Milliarden Euro. Größter Posten sind dabei die ersten Zahlungen für die Anschaffung des Tarnkappenjets F-35. Tja und in Brüssel sind die Beratungen der EU-Mitgliedsländer über einen europaweiten Gaspreisdeckel am Abend erneut ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Ein Grund dafür sind auch Vorbehalte der Bundesregierung. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte, man sei sich bei vielen Themen einig, die Kernfragen seien aber immer noch ungeklärt. Die Verhandlungen sollen kommende Woche weitergehen. Notfalls kann es dann auch eine Mehrheitsentscheidung geben. Vor allem Griechenland, Belgien und Italien wollen eine Preis-Obergrenze durchsetzen. Deutschland geht es dagegen darum, dass es genügend Gas zu kaufen gibt. Der Preis wäre dabei nicht so wichtig. Mehrjährige Haftstrafen für alle acht Angeklagten im Prozess um das Nizza-Attentat. Die Strafen fallen höher aus, als Opferanwälte und Hinterbliebene es erwartet hatten. Die Verurteilten gelten als Unterstützer des Attentäters, der am 14. Juli 2016, dem französischen Nationalfeiertag, mit einem Lkw in eine Menschenmasse raste. 86 Menschen wurden dabei getötet und über 200 weitere verletzt, wie Sven de Homburg berichtet. Rund sechseinhalb Jahre nach dem Lkw-Attentat in der französischen Stadt Nizza wurden alle acht Angeklagten für schuldig befunden. Zwei wurden wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 18 Jahren Haft verurteilt. Ein weiterer muss für zwölf Jahre ins Gefängnis wegen Beschaffung der Schusswaffe des Attentäters. Die anderen fünf Beschuldigten sollen wegen Beteiligung daran zwischen zwei und acht Jahre in Haft. Das Urteil ist insofern bemerkenswert, als die Richter ein höheres Strafmaß verhängt haben, als von der Staatsanwaltschaft beantragt. Die Forderung war bei 15 Jahren für die zwei Hauptangeklagten. Die Richter haben 18 Jahre verhängt. Vor dem Gerichtssaal herrscht nach Urteilsverkündung überwiegend Erleichterung unter den 2000 Nebenklägern, Angehörigen und Überlebenden. Das Urteil ist zufriedenstellend, aber es ist trotzdem ein extrem harter, schwer zu ertragener Tag. Sechseinhalb Jahre sind eine lange Zeit, aber das hat meine Wunden nicht heilen lassen. Ich werde nie damit abschließen können. Am französischen Nationalfeiertag, dem 14. Juli, raste der tunesischstämmige Attentäter auf der vielbesuchten Promenade mit einem tonnenschweren Lastwagen in eine Menschenmenge und feuerte mit einer Schusswaffe um sich. Bei dem Terroranschlag stammen 86 Menschen, darunter zwei Schülerinnen und eine Lehrerin aus Berlin. Mehr als 200 Menschen wurden bei der Tat, die der IS später für sich reklamierte, verletzt. Wie konnte ein verurteilter Mörder und Attentäter im sichersten Gefängnis Sachsen-Anhalts eine Art Pistole selber bauen und zwei Justizbeamte als Geisel nehmen? Nach dem glücklicherweise missglückten Fluchtplan von Stefan Walid stellt sich nun aber die Frage, ob er in der JVA in Burg bei Magdeburg ausreichend überwacht und gesichert ist. Im Oktober 2019 verübte der 30-Jährige einen Terroranschlag auf eine Synagoge in Halle und ermordete auf der Straße zwei Menschen. Doch auch mit lebenslanger Haft stellt er offenbar weiter ein Sicherheitsrisiko dar, wie Antje Dietrichs berichtet. Die JVA Burg ist das größte und modernste Hochsicherheitsgefängnis in Sachsen-Anhalt. Und doch gelang es einem der Insassen, Stefan Bayer, zwei Justizvollzugsbeamte als Geisel zu nehmen. Bedroht sie mit einer selbstgebauten Waffe, will so aus dem Gefängnis ausbrechen. Im Innenbereich der Anstalt ist der Gefangene so dann nicht weiter vorangekommen. Und durch die geschulte Ansprache von Bediensteten ist es gelungen, gegen kurz nach halb zehn den Gefangenen durch Justizvollzugsbedienstete der JVA Burg zu überwältigen. Dabei wird der 30-Jährige leicht verletzt. Bayer gilt als unkooperativer und schwieriger Häftling. Deutschlandweit wird er als Attentäter von Halle bekannt. Am 9. Oktober 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, versucht er die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelingt, aufs Gelände zu kommen, ermordet er vor der Synagoge eine Passantin und in einem Imbiss einen 20-Jährigen. Bayer wird zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach dem Vorfall fordert Bundesinnenministerin Faeser die Gefängnisbetreiber auf, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Das ruft diejenigen auf, die Gefängnisse verantworten in Deutschland, auch da nochmal sehr genau hinzugucken. Insbesondere bei so jemandem wie dem Attentäter von Halle, wo wir wissen, dass er schon mal versucht hat, während des Prozesses zu fliehen. Stefan Bayer ist inzwischen in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht worden, wird rund um die Uhr beobachtet. Wie es zu der Geiselnahme kommen konnte, wird jetzt ermittelt. Viele offene Fragen. Ist der Strafvollzug wirklich sicher genug? Das haben wir Passanten mal gefragt. Hier kommt Ihre Stimme. Aus meiner Sicht müsste die Justiz auf jeden Fall strikter und konsequenter handeln. Und vor allen Dingen, jetzt losgelöst von diesem Fall, auch mehr dem Gerechtigkeitsempfinden des Volkes folgen. Wenn man ohnehin weiß, dass er bastlerisch, sag ich jetzt mal, sehr gut veranlagt war, um auch die Waffen, die er in Halle eingesetzt hat, hat er selbst gebaut, dann sollte man eben auch schon darauf kommen, dass er durchaus in der Lage ist, mit den Gegenständen, die eben in der Haftanstalt zur Verfügung stehen, weiterhin Unsinn zu machen. Ja, ich sage immer wieder, es sind alles nur Menschen. Auch in den Gefängnissen arbeiten nur Menschen. Und die Justiz müsste vielleicht ein bisschen strenger werden. Nach meiner Meinung versuchen die alle ihr Bestes. Strengen sich so an, so gut wie es geht. Und das ist halt wirklich so, das weiß ich aus beruflicher Erfahrung auch, dass die sehr überlastet sind, die Justiz und auch die Justizvollzugsanstalten. Und dass man da eigentlich keine Vorwürfe machen sollte. Ich habe 20 Jahre in der forensischen Klinik gearbeitet und muss sagen, ja, die sind sicher. Alles in allem muss man sich das natürlich angucken, woran es gelegen hat, was da los war, einfach pauschal jetzt zu urteilen, um wieder zu sagen, wir machen alles doof, das ist ja auch nicht richtig. Bei den normalen Insassen ist der Dialog wichtiger als die Stränge. Man wird zu hart behandelt, um wieder resozialisiert zu werden, aber auf der anderen Seite, dass man sich eine Waffe bauen kann. Wie passiert das? Wie kommt es dazu? Wird nicht genug aufgepasst? Oder was ist da los? Kommen wir nun zur Forschung. Denn US-Forschern ist nach eigenen Angaben möglicherweise ein historischer Durchbruch bei der Kernfusion gelungen. Sie erzeugten mit einem experimentellen Fusionsreaktor zum ersten Mal mehr Energie, als während des Prozesses reingesteckt wurde. Das ist ein wichtiger Schritt, um wirklich eines Tages klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen zu erzeugen. Doch der Weg dahin, der ist noch weit, wie Peter Hantjes weiß. Was wäre, wenn wir wie die Sonne endlos Energie erzeugen könnten? Diesem Traum sind Forschende der Kalifornischen National Ignition Facility seit mehr als zehn Jahren auf der Spur. Allerdings mussten sie für den Prozess bisher mehr Energie aufwenden, als am Ende dabei herauskam. Doch inzwischen wollen die US-Wissenschaftler das scheinbar Unmögliche geschafft haben, einen Energieüberschuss, wenn auch im Kleinen. Es ist das erste Mal, dass es überhaupt einem Forschungslabor gelungen ist, egal wo auf dieser Welt. Einfach ausgedrückt, es ist eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts. Anders als bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken besteht bei der Kernfusion keine Gefahr eines nuklearen Unfalls. Sie gilt als sauber und sicher und erzeugt mit einem Gramm Brennstoff etwa so viel Energie wie elf Tonnen Kohle. Für ihre Experimente verwendeten die Forscher die stärkste Laseranlage der Welt, um winzige Mengen von Wasserstoff in 100 Millionen Grad heißes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzten 200 Laserstrahlen das Innere eines nur Millimeter großen Behälters und setzten enorme Mengen an Energie und Wärme frei. Auf diese Weise wurde in Kalifornien unterm Strich angeblich 20 Prozent mehr Energie erzeugt als eingespeist. Ich halte das Ergebnis für wissenschaftlich sehr interessant und spannend und es zeigt auch den Weg auf sozusagen Richtung Kernfusion. Kernfusion ein Durchbruch von der Art, dass man jetzt schon morgen den Kernfusionsreaktor haben würde, ist es nicht. Bis zu einer industriellen und rentablen Nutzung der Kernfusion rechnen auch die US-Wissenschaftler mit weiteren 20 bis 30 Jahren Forschung und Entwicklung. Nun ist klar, die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass viel mehr ältere Menschen einsam waren. Das belegen nach Angaben des Redaktionsnetzwerks Deutschland neue Zahlen aus dem Familienministerium. Bei den 60 bis 69-Jährigen war im Corona-Sommer 2020 demnach der Anteil der Menschen, die sich einsam fühlten, mit 13,1 Prozent am höchsten. Inzwischen geht es vielen allerdings wieder besser. Ausnahmen sind die Hochbetagten ab 85. Isolation, Krankheit und kaum Besuch, viele haben sich von den psychischen Folgen von Corona noch immer nicht erholt. In einem ersten Cum-Ex-Prozess ist der Angeklagte zu lange Haft verurteilt worden. Bei diesen Geschäften war der Staat um Milliarden geprellt worden. Acht Jahre soll Hanno Berger hinter Gittern, eine der zentralen Figuren. Außerdem muss er über 13 Millionen Euro zahlen, so das Landgericht Bonn. Bei den Cum-Ex-Geschäften wurden Aktien hin und her geschoben, um sich Steuern doppelt erstatten zu lassen. Lange wurde das geduldet. Erst 2021 erklärte der Bundesgerichtshof das zu einem Verbrechen. Berger hatte sich da schon lange in die Schweiz abgesetzt, wurde dieses Jahr aber ausgeliefert. Das jetzige Urteil kann er noch anfechten. Berger selbst steht noch in anderen Fällen vor Gericht. Viele weitere Prozesse wegen Cum-Ex-Geschäften stehen in Deutschland ebenfalls noch bevor. Wir sehen uns gleich wieder mit den neuesten Nachrichten. Bleiben Sie bei uns. Am Mittwoch fällt im Süden Schnee, Schneeregen und Regen. Da der Boden noch eisig kalt ist, muss man mit Glatteis rechnen. Sonst ist es trocken und recht schön. Am Nachmittag bleibt es nördlich des Mainz auch so. Südlich davon schneit es. Zwischen Donau und Alpen geht der Schnee in Regen über. Hier bleibt es weiterhin glatt. Noch gibt es vor allem in der Mitte und im Osten verbreitet Dauerfrost. Aber ganz im Süden steigen die Temperaturen an auf plus 4 bis plus 5 Grad. Am Donnerstag fällt im Süden letzter Niederschlag. Dann wird es trockener. Aber am Freitag setzt von Süden her erneut Schneefall ein. Das Wochenende wird trocken, nach Nebel sonnig. Aber die Nächte bringen wieder ordentlich Frost. Welt Talk mit Chefredakteur Jan Philipp Burghardt. Heute mit folgenden Themen. Droht Deutschland die Spaltung? Ist Einwanderung Chance oder Risiko? Und ein Jahr Ampel, Erfolgsgeschichte oder Auslaufmodell? Darüber diskutieren die Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Riccarda Lang, der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und der Schriftsteller Leon de Winter. Welt Talk. Heute um 18 Uhr. Die Kraft des Ursprungs Terre d'Hermes Die Kraft des Ursprungs Wir feiern Weihnachten bei Saturn. Mach dir selbst das perfekte Geschenk mit Top-Technik. Mit den Saturn-Meihnachts-Bundles. Wie mit dem 15,6 Zoll Notebook mit AMD Ryzen 7 Prozessor und Microsoft 365 Single für nur 649 Euro. Bis 20. Dezember 12 Uhr online bestellen und bis Weihnachten geliefert bekommen. Saturn. Und dann legt er den Arm um mich und es war echt süß. Hey Mama. Danke Papa fürs Abholen, weil Familie das Größte ist. Und wir sind mitten drin. Skoda. Simply clever. Zum Beispiel mit dem Skoda Kamiq. Schon ab 199 Euro im Monat. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Winter ist da. Es hilft zu sparen, wo es geht. Wir können alle unseren Beitrag leisten. Und erneuerbare Energien im eigenen Land ausbauen. Damit wir Freiheit bewahren und unser Klima schützen. Lasst uns alle zusammenhalten. Damit wir gut durch den Winter kommen. Jeder Beitrag fehlt. Sag bei zu Autohändlern, die dir einen Pären aufbinden. Sag hey zum sicheren Autokauf auf heycar.de. 300.000 Top-Fahrzeuge mit Garantie. Jetzt auf heycar.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einen wunderschönen guten Morgen zu Die Welt am Morgen. Der erste WM-Finalist, er steht fest. Dank der Glanzleistung von Kapitän Lionel Messi konnten die Argentinier Kroatien gestern mit 3 zu 0 aus dem Stadion fegen. Auch vor den Rängen gab es Unterstützung. Keine Fangruppe ist in Katar so stark vertreten. Am Sonntag soll es dann für Argentinien mit dem ersten WM-Sieg seit 36 Jahren klappen. Hunderttausende versammeln sich nach dem Abpfiff in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Eine gewaltige Menschenmenge rund um den großen Obelisken im Stadtzentrum. Riesenjubel, die Stimmung kocht. Man of the Match, Lionel Messi. Ich fühle mich sehr gut, sagt er nach dem Spiel. Er sei glücklich, dass er seiner Mannschaft helfen konnte. Sie wüssten, wozu sie noch imstande seien. Für Messi war es bereits das 25. WM-Spiel mit dem bisherigen Rekordspieler Lothar Matthäus hat er damit gleichgezogen. Und es war wieder sein Abend. Tor Messi durch ein Vorlaufmeter in der 34. Minute. Danach zweimal Julian Alvarez in der 39. und der 69. Minute. In Argentinien hoffen sie, dass bald noch mehr kommt. Messi ist für seine Landsleute schon jetzt unsterblich. Favorit gegen Außenseiter im zweiten WM-Halbfinalität Frankreich heute Abend gegen Marokko an. Doch das Spiel birgt Sprengstoff. Auf den Champs-Élysées in Paris patrouillieren jetzt schon sollte hatten. In Frankreich werden schwere Ausschreitungen befürchtet, egal wer gewinnt. Zehntausende Polizisten sollen landesweit für Sicherheit sorgen. Auch in Holland und Belgien, dort leben besonders viele Menschen mit marokkanischen Wurzeln, bereiten sich die Behörden auf Ausschreitungen vor. Mit Temperaturen von bis zu minus 20 Grad wird in Deutschland gerade ordentlich gebibbert. Von Süden zieht jetzt sogar Eisregen auf. Vom deutschen Wetterdienst gibt es eine Unwetterwarnung. Und im Berufsverkehr kann es zu erheblichen Behinderungen kommen. Im Norden sind die Straßen schon jetzt verdammt glatt. Dort hat die Feuerwehr- und Polizeieinsatzstress bereits begonnen. Immer wieder muss die Feuerwehr bereits am Abend in Schleswig-Holstein ausrücken. Wie hier auf der L193 bei Flensburg. Ein Mini-Ven rutscht von der spiegelglatten Straße. Glück für die beiden Insassen, sie werden nur leicht verletzt. Kurz darauf knallt es nur einen Kilometer entfernt schon wieder. Der Fahrer eines VW Golfs verliert die Kontrolle und kracht gegen einen Baum. Diesmal bleiben beide Insassen unverletzt. Die vereisten Fahrbahnen auch für die Helfer eine Herausforderung. Es war spiegelglatt bei der Anfahrt. Wir haben uns mit 20 kmh pro Stunde hierher getastet, um an die Unfallstelle zu kommen. Entwarnung gibt es zunächst nicht. Meteorologen waren vor Eisregen, also vor gefrierendem Regen oder Nässe. Der könnte vor allem im Süden Deutschlands die Straßen noch bis Donnerstag in gefährliche Rutschbahnen verwandeln. Nicht nur die Opposition, auch die eigenen Koalitionspartner machen inzwischen Druck auf Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die Modernisierung der Bundeswehr schneller voranzutreiben. Man braucht jetzt Tempo, sagt der FDP-Fraktionschef Dürr der Funke Mediengruppe. Lambrecht müsste die Modernisierung der Bundeswehr zur absoluten Priorität erklären. Der grünen Co-Vorsitzende Nouripour nannte es elementar, die Truppe so aufzustellen, dass die Bündnis- und Landesverteidigung gewährleistet sei. Heute sollen die Fachausschüsse des Bundestages grünes Licht geben für umfangreiche Rüstungsprojekte. Gesamtwert dabei 15 Milliarden Euro. Größter Posten sind dabei die ersten Zahlungen für die Anschaffung des Tarnkappenjets F-35. Tja und in Brüssel sind die Beratungen der EU-Mitgliedsländer über einen europaweiten Gaspreisdeckel am Abend erneut ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Ein Grund dafür sind auch Vorbehalte der Bundesregierung. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte, man sei sich bei vielen Themen einig, die Kernfragen seien aber immer noch ungeklärt. Die Verhandlungen sollen kommende Woche weitergehen. Notfalls kann es dann auch eine Mehrheitsentscheidung geben. Vor allem Griechenland, Belgien und Italien wollen eine Preis-Obergrenze durchsetzen. Deutschland geht es dagegen darum, dass es genügend Gas zu kaufen gibt. Der Preis wäre dabei nicht so wichtig. Mehrjährige Haftstrafen für alle acht Angeklagten im Prozess um das Nizza-Attentat. Die Strafen fallen höher aus, als Opferanwälte und Hinterbliebene es erwartet hatten. Die Verurteilten gelten als Unterstützer des Attentäters, der am 14. Juli 2016, dem französischen Nationalfeiertag, mit einem Lkw in eine Menschenmasse raste. 86 Menschen wurden dabei getötet und über 200 weitere verletzt, wie Sven de Homburg berichtet. Rund sechseinhalb Jahre nach dem Lkw-Attentat in der französischen Stadt Nizza wurden alle acht Angeklagten für schuldig befunden. Zwei wurden wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 18 Jahren Haft verurteilt. Ein weiterer muss für zwölf Jahre ins Gefängnis wegen Beschaffung der Schusswaffe des Attentäters. Die anderen fünf Beschuldigten sollen wegen Beteiligung daran zwischen zwei und acht Jahre in Haft. Das Urteil ist insofern bemerkenswert, als die Richter ein höheres Strafmaß verhängt haben, als von der Staatsanwaltschaft beantragt. Die Forderung war bei 15 Jahren für die zwei Hauptangeklagten. Die Richter haben 18 Jahre verhängt. Vor dem Gerichtssaal herrscht nach Urteilsverkündung überwiegend Erleichterung unter den 2000 Nebenklägern, Angehörigen und Überlebenden. Das Urteil ist zufriedenstellend, aber es ist trotzdem ein extrem harter, schwer zu ertragener Tag. Sechseinhalb Jahre sind eine lange Zeit, aber das hat meine Wunden nicht heilen lassen. Ich werde nie damit abschließen können. Am französischen Nationalfeiertag, dem 14. Juli, raste der tunesischstämmige Attentäter auf der vielbesuchten Promenade mit einem tonnenschweren Lastwagen in eine Menschenmenge und feuerte mit einer Schusswaffe um sich. Bei dem Terroranschlag stammen 86 Menschen, darunter zwei Schülerinnen und eine Lehrerin aus Berlin. Mehr als 200 Menschen wurden bei der Tat, die der IS später für sich reklamierte, verletzt. Wie konnte ein verurteilter Mörder und Attentäter im sichersten Gefängnis Sachsen-Anhalts eine Art Pistole selber bauen und zwei Justizbeamte als Geisel nehmen? Nach dem glücklicherweise missglückten Fluchtplan von Stefan Balit stellt sich nun aber die Frage, ob er in der JVA in Burg bei Magdeburg ausreichend überwacht und gesichert ist. Im Oktober 2019 verübte der 30-Jährige einen Terroranschlag auf eine Synagoge in Halle und ermordete auf der Straße zwei Menschen. Doch auch mit lebenslanger Haft stellt er offenbar weiter ein Sicherheitsrisiko dar, wie Antje Dietrichs berichtet. Die JVA Burg ist das größte und modernste Hochsicherheitsgefängnis in Sachsen-Anhalt. Und doch gelang es einem der Insassen, Stefan Bayer, zwei Justizvollzugsbeamte als Geisel zu nehmen. Bedroht sie mit einer selbstgebauten Waffe, will so aus dem Gefängnis ausbrechen. Im Innenbereich der Anstalt ist der Gefangene so dann nicht weiter vorangekommen. Und durch die geschulte Ansprache von Bediensteten ist es gelungen, gegen kurz nach halb zehn den Gefangenen durch Justizvollzugsbedienstete der JVA Burg zu überwältigen. Dabei wird der 30-Jährige leicht verletzt. Bayer gilt als unkooperativer und schwieriger Häftling. Deutschlandweit wird er als Attentäter von Halle bekannt. Am 9. Oktober 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, versucht er die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelingt, aufs Gelände zu kommen, ermordet er vor der Synagoge eine Passantin und in einem Imbiss einen 20-Jährigen. Bayer wird zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach dem Vorfall fordert Bundesinnenministerin Faeser, die Gefängnisbetreiber auf, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Das ruft diejenigen auf, die Gefängnisse verantworten in Deutschland, auch da nochmal sehr genau hinzugucken. Insbesondere bei so jemandem wie dem Attentäter von Halle, wo wir wissen, dass er schon mal versucht hat, während des Prozesses zu fliehen. Stefan Bayer ist inzwischen in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht worden, wird rund um die Uhr beobachtet. Wie es zu der Geiselnahme kommen konnte, wird jetzt ermittelt. Viele offene Fragen. Ist der Strafvollzug wirklich sicher genug? Das haben wir Passanten mal gefragt. Hier kommt Ihre Stimme. Aus meiner Sicht müsste die Justiz auf jeden Fall strikter und konsequenter handeln und vor allen Dingen, jetzt losgelöst von diesem Fall, auch mehr dem Gerechtigkeitsempfinden des Volkes folgen. Wenn man ohnehin weiß, dass er bastlerisch, sag ich jetzt mal, sehr gut veranlagt war, um auch die Waffen, die er in Halle eingesetzt hat, hat er selbst gebaut, dann sollte man eben auch schon darauf kommen, dass er durchaus in der Lage ist, mit den Gegenständen, die eben in der Haftanstalt zur Verfügung stehen, weiterhin Unsinn zu machen. Ja, ich sag immer wieder, es sind alles nur Menschen, auch in den Gefängnissen arbeiten nur Menschen und die Justiz müsste vielleicht ein bisschen strenger werden. Nach meiner Meinung versuchen die alle ihr Bestes, strengen sich so an, so gut wie es geht und das ist halt wirklich so, das weiß ich aus beruflicher Erfahrung auch, dass die sehr überlastet sind, die Justiz und auch die Justizvollzugsanstalten und dass man da eigentlich keine Vorwürfe machen sollte. Ich habe 20 Jahre in der forensischen Klinik gearbeitet und muss sagen, ja, die sind sicher. Alles in allem muss man sich das natürlich angucken, woran es gelegen hat, was da los war und einfach pauschal jetzt zu urteilen und wieder zu sagen, wir machen alles doof, das ist ja auch nicht richtig. Bei den normalen Insassen ist der Dialog wichtiger als die Stränge. Man wird zu hart behandelt, um wieder resozialisiert zu werden, aber auf der anderen Seite, dass man sich eine Waffe bauen kann. Wie passiert das? Wie kommt es dazu? Wird nicht genug aufgepasst? Oder was ist da los? Kommen wir nun zur Forschung. Denn US-Forschern ist nach eigenen Angaben möglicherweise ein historischer Durchbruch bei der Kernfusion gelungen. Sie erzeugten mit einem experimentellen Fusionsreaktor zum ersten Mal mehr Energie, als während des Prozesses reingesteckt wurde. Das ist ein wichtiger Schritt, um wirklich eines Tages klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen zu erzeugen. Doch der Weg dahin, der ist noch weit, wie Peter Hansjes weiß. Was wäre, wenn wir wie die Sonne endlos Energie erzeugen könnten? Diesem Traum sind Forschende der Kalifornischen National Ignition Facility seit mehr als zehn Jahren auf der Spur. Allerdings mussten sie für den Prozess bisher mehr Energie aufwenden, als am Ende dabei herauskam. Doch inzwischen wollen die US-Wissenschaftler das scheinbar Unmögliche geschafft haben, einen Energieüberschuss, wenn auch im Kleinen. Es ist das erste Mal, dass es überhaupt einem Forschungslabor gelungen ist, egal wo auf dieser Welt. Einfach ausgedrückt, es ist eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts. Anders als bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken besteht bei der Kernfusion keine Gefahr eines nuklearen Unfalls. Sie gilt als sauber und sicher und erzeugt mit einem Gramm Brennstoff etwa so viel Energie wie elf Tonnen Kohle. Für ihre Experimente verwendeten die Forscher die stärkste Laseranlage der Welt, um winzige Mengen von Wasserstoff in 100 Millionen Grad heißes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzten 200 Laserstrahlen das Innere eines nur Millimeter großen Behälters und setzten enorme Mengen an Energie und Wärme frei. Auf diese Weise wurde in Kalifornien unterm Strich angeblich 20 Prozent mehr Energie erzeugt als eingespeist. Ich halte das Ergebnis für wissenschaftlich sehr interessant und spannend und es zeigt auch den Weg auf sozusagen Richtung Kernfusion. Ein Durchbruch von der Art, dass man jetzt schon morgen den Kernfusionsreaktor haben würde, ist es nicht. Bis zu einer industriellen und rentablen Nutzung der Kernfusion rechnen auch die US-Wissenschaftler mit weiteren 20 bis 30 Jahren Forschung und Entwicklung. Nun ist klar, die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass viel mehr ältere Menschen einsam waren. Das belegen nach Angaben des Redaktionsnetzwerks Deutschland neue Zahlen aus dem Familienministerium. Bei den 60 bis 69-Jährigen war im Corona-Sommer 2020 demnach der Anteil der Menschen, die sich einsam fühlten, mit 13,1 Prozent am höchsten. Inzwischen geht es vielen allerdings wieder besser. Ausnahmen sind die Hochbetagten ab 85. Isolation, Krankheit und kaum Besuch, viele haben sich von den psychischen Folgen von Corona noch immer nicht erholt. In einem ersten Cum-Ex-Prozess ist der Angeklagte zu lange Haft verurteilt worden. Bei diesen Geschäften war der Staat um Milliarden geprellt worden. Acht Jahre soll Hanno Berger hinter Gittern, eine der zentralen Figuren. Außerdem muss er über 13 Millionen Euro zahlen, so das Landgericht Bonn. Bei den Cum-Ex-Geschäften wurden Aktien hin und her geschoben, um sich Steuern doppelt erstatten zu lassen. Lange wurde das geduldet. Erst 2021 erklärte der Bundesgerichtshof das zu einem Verbrechen. Berger hatte sich da schon lange in die Schweiz abgesetzt, wurde dieses Jahr aber ausgeliefert. Das jetzige Urteil kann er noch anfechten. Berger selbst steht noch in anderen Fällen vor Gericht. Viele weitere Prozesse wegen Cum-Ex-Geschäften stehen in Deutschland ebenfalls noch bevor. Wir sehen uns gleich wieder mit den neuesten Nachrichten. Bleiben Sie bei uns. Am Mittwoch fällt im Süden Schnee, Schnee, Regen und Regen. Da der Boden noch eisig kalt ist, muss man mit Glatteis rechnen. Sonst ist es trocken und recht schön. Am Nachmittag bleibt es nördlich des Mainz auch so. Südlich davon schneit es. Zwischen Donau und Alpen geht der Schnee in Regen über. Hier bleibt es weiterhin glatt. Noch gibt es vor allem in der Mitte und im Osten verbreitet Dauerfrost. Aber ganz im Süden steigen die Temperaturen an auf plus 4 bis plus 5 Grad. Am Donnerstag fällt im Süden letzter Niederschlag. Dann wird es trockener. Aber am Freitag setzt von Süden her erneut Schneefall ein. Das Wochenende wird trocken, nach Nebel sonnig, aber die Nächte bringen wieder ordentlich Frost. Ein echtes UFO, das die Maser sie unter Verschluss hält, was nichts von uns hat. Die geheimen Akten der NASA. Heute auf Welt. Eine gute Nachricht von Linola. Bei extrem trockener und spröder Gesichtshaut hilft Linola Gesicht mit wertvoller Linosäure sofort das Leck in der Hautbarriere nach innen zu schließen. Und jetzt neu in ihrer Apotheke, Linola Nasenbalsam. Beruhigt gereizte oder wunde Nasen. Danke, Lino. Mit Sky bewegst du dich so unglaublich einfach. Von einem Entertainment-Highlight zum nächsten. Hol dir jetzt das Beste von Sky inklusive Paramount Plus für nur 30 Euro im Monat. Auf sky.de There must be lights, burning bright in the summer. If I can dream of a better land Where all my brothers walk and it hurts everywhere. Oh, why, oh, why can't my dream come true? Hi. Hi. Jetzt für kurze Zeit. Ein Jahr Netflix inklusive. Hol dir den besten Deal von Sky. Mein Traum Eine Meerjungfrauenschule. Ich hab sie hier. Und ich da. Schuppig-rissige Hautstellen. Sie sind hartnäckig und lästig. Lipanthen. Wund und Heilsalbe. Sie lindert schnell. Und mehrmals über Nacht intensiv angewendet. Tut sie mir... Nachhaltig gut. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Zweifach aktiv gegen Narben. Der Bepanthen-Narben-G-Roller. Erst Rollen, dann Creme. Macht Narben glatter und unauffälliger. Das ist für alle, die scharfe Messer lieben. Für alle, die genauer hinschauen. Für die, die nichts dem Zufall überlassen. Das ist unsere Idee. Vom perfekt geschärften Messer. Der Hohal 2 Rollschleifer. Es gönnt euch. Und dann legt er den Arm um mich und es war echt süß. Hey Mama. Danke Kappa fürs Abholen. Weil Familie das Größte ist. Und wir sind mittendrin. Skoda. Simply clever. Zum Beispiel mit dem Skoda Kamiq. Schon ab 199 Euro im Monat. Weihnachten alle Schwiegereltern einzuladen, kann ein klein wenig unangenehm sein. Glücklicherweise haben Romeo und Julia mit Amazon richtig gespart. Und eine Tragödie wurde vermieden. Spare richtig bei den Last-Minute-Angeboten und mehr bei Amazon. Die neue Senseo Maestro. Für hochwertigen Kaffee-Genuss. Genieße jetzt auch intensiven Espresso mit besonders feiner Crema und eine... Große Auswahl weiterer Kaffeespezialitäten. Jetzt Senseo Maestro kaufen und 200 Pads sichern. Ist die Nase wund, kann das schnell unangenehm werden. Dann hilft Bipanthen, Augen- und Nasensalbe. Sie lindert, brennt nicht und beschleunigt die Heilung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020